Karel Mai, im Lande des Mardi 3, Kapitel 1, Aufgehängt Unser nächstes Ziel war, wie bereits erwähnt, der Mai-J Semkat, zu Deutsch der Mai-J der Fische. Dieser Name sagte uns, dass wir dort auf reichlich Fleischnahrung rechnen konnten. Drei Tage brauchten wir bis dorthin. Dann mussten wir das Schiff verlassen und den Landweg antreten. Aber wie? Marschieren? Durch diese sumpfige Gegend? Das wäre eine böse Anstrengung gewesen, bei welcher wir nur höchst langsam vorwärts gekommen wären. Also reiten. Ja, aber auf was für Tieren? Pferde und Kamele gibt es in diesen Regionen nicht. Sie sind vollständig unnütz und gehen überhaupt sehr schnell zugrunde. Man bedient sich dort eines Reittieres, welches freilich nicht so edel wie das arabische Ross und nicht so oft besungen wie das Schiff der Wüste ist, nämlich des Ochsen. Diese Tiere gedeihen am sümpferreichen Oberniele ganz vortrefflich. Sie sind stark, schnell, gelehrig und dabei recht gutmütig. Die Reitochsen scheinen sich durch Zucht herausgebildet zu haben und eine Rasse für sich zu sein. Natürlich werden sie auch zum Tragen von Lasten verwendet. Konnten wir solche Tiere bekommen, so hatte die Berechnung der Zeit ein sehr günstiges Resultat für uns. Ibn Assel wollte im Ganzen 20 Tage brauchen. Er war erst fünf fort und gelangte also wahrscheinlich nach 15 Tagen an sein Ziel. Wir aber konnten in neun Tagen Wagunda erreichen und so bekamen wir einen Vorsprung von sechs Tagen, welcher mehr als ausreichte, ihm dort den von uns beabsichtigten Empfang zu bereiten. Nur fragte es sich, woher wir für uns alle Reit- und für unser Gepäck Lastochsen bekommen. Wir mussten sie uns eben in der Gegend unseres nächsten Zieles, des Mai-Js im Cut, suchen. Da oben wohnen die Boa, welche ungefähr 10.000 Köpfe zählen, die 40 Dörfer bewohnen und sehr große Rinderherden besitzen. Glücklicherweise sind diese Boa ein Zweig des großen Dinka-Volkes. Und da es die Rettung der ihnen Stammverwandten Gok galt, so glaubten wir, bei ihnen die notwendige Unterstützung zu finden. Dabei handelte es sich auch um die Zeit. Wir wollten nicht gern einen Tag versäumen und mochten also die Unterhandlung mit diesen Leuten nicht bis zur Ankunft unseres Schiffes aufschieben. Darum wurde beschlossen, das große Boot vorauszusenden, welches acht Ruderer und einen Steuerer mit den notwendigen Mundverräten fasste. Acht Ruderer gaben demselben eine weit größere Geschwindigkeit als der Falke, selbst beim allerbesten Winde entwickeln konnte. Ich sollte die Leitung übernehmen. Und er hielt vom Emir die Vollmacht, ganz nach Gut Dünken mit den Schwarzen zu verhandeln. Als Ruderer wurden acht der kräftigsten Männer ausgewählt, unter denen sich der Dinka Agadi befand, der den Dolmetscher zu machen hatte, weil keiner von uns der Dinka-Sprache ganz mächtig war. Dass wir alle auch wohl bewaffnet waren, versteht sich ganz von selbst. Einige der Asaker wollten wissen, dass der Mai-J Semkat von Nilpferden wimmele und an seinen Ufern ganze härten Elefanten zu finden seien. Das ließ mich ein interessantes Jagdvergnügen erhoffen. Dieser Plan wurde kurz nach unserer Abfahrt von der zerstörten Seribar besprochen und auch sofort ausgeführt. Wenige Zeit später waren wir neun Männer, dem Falken, schon sehr weit voran. Die Ufer des Flusses waren während unserer ganzen Bootsfahrt dicht bewaldet. Auf dem Wasser gab es oft und reichlich Schilf, was uns aber nicht auffiel, da wir überall leicht durchkamen. Um die Kräfte meiner Leute zu schonen, ließ ich abwechselnd vier und vier rudern. Ich selbst saß am Steuer. Selbstverständlich führten wir auch ein Segel, um uns die Gunst des Luftstromes nutzbar zu machen. Am Abend erlegten wir an, um den Aufgang des Mondes zu erwarten und dann weiterzufahren. Ich musste wenigstens eine kurze Zeit schlafen, da ich während der ganzen letzten Nacht kein Auge geschlossen hatte. Agadi befand sich in derselben Lage. Die anderen aber hatten auf dem Schiffe ihre volle Ruhe gehabt. Ein Feuer schützte uns gegen die Stechfliegen, welche hier höchst lästig werden. Die Breite, in welcher wir uns befanden, gehört schon dem Gebiete der mit vollem Rechte berüchtigten Baudar an. Der Nordländer hat nicht die geringste Idee von der Höhe, welche die Insektenplage dort erreicht. Unsere Stubenfliege, ja unsere so zudringliche Wasserschnarke sind Engel gegen diese höllischen Kreaturen, welche dort in Insektengestalt die anderen Geschöpfe peinigen. Der Neger brennt große Haufen von Holz, Mist und nassem Stroh an, um seine Herde bei denselben Lagern zu lassen. Er selbst gräbt sich bis an das Kinn in die heiße, stinkende Asche ein, um die Mücken und Fliegen von seinem Körper abzuhalten. Die gräulichen Puppiparen bedecken die Rinder und Schafe oft in solcher Menge, dass die Haut gar nicht zu sehen ist. Einer solchen Tage, Wochen und Monate lang fortgesetzten Plage muss das stärkste Rind erliegen. Darum ist selbst der letzte Matrose mit einer Namusia versehen und auf den Sklavenzügen hüllt sich der ärmste Askari in sein Netz, während freilich die bedauernswerten Schwarzen der ansetzlichen Plage vollständig preisgegeben sind. Als der Mond über dem Walde stand, wurde ich geweckt und es ging weiter. Der Schnabel des Bootes war mit einer Lehmdecke versehen, auf welchem wir ein Feuer brannten. Diese schützte uns gegen die Fliegen und gewährte uns zugleich den Vorteil, Fische stechen und daran braten zu können. Der Rohl ist an Fischen sehr reich. Besonders reichlich wurde eine kleinere Welzart, welche sehr wohl schmeckt, gefangen. Wir ruderten die ganze Nacht durch. Als am Morgen der Wind erwachte, wurde das Segel gerichtet und einem übergeben, während die anderen sich, soweit es gehen wollte, in dem Boote niederlegten, um ein wenig zu schlafen. Dann wurde wieder gerudert, zur heißesten Mittagszeit abermals nur gesegelt, später wieder zu den Rudern gegriffen und dabei eine so bedeutende Strecke zurückgelegt, dass ich nach meiner Karte die Nähe des gesuchten Mai-J Semkat vermuten musste. Einer der begnadigten Asaka ibn Assels war bereits einmal da gewesen und hatte mir gesagt, dass der Eingang zur Mai-J gar nicht verfehlt werden könne, weil kurz vorher der gewöhnliche Baumschlag aufhöre und von einem sehr ansehnlichen Delap-Walde abgelöst werde. Die Delap-Palme ist neben der Dattelpalme die schönste Palme Nordafrikas. Sie hat einen hohlen, schlanken Stamm, welcher in der Mitte bauchig anschwillt und dann allmählich wieder dünner wird. Er erinnert dadurch an die Säulen mancher altägyptischer Bauwerke. Die dichte Krone besteht aus vielen dunkelgrünen Blattwedeln, welche denen der Dompalme sehr ähnlich sind. Die Früchte besitzen in reifem Zustande eine pomeranzgelbe Farbe und erreichen die Größe eines Kinderkopfes. Das Holz wird vorzugsweise zur Anfertigung leichter Boote und als Reibstock für das Getreide verwendet. Der Abend war schon ziemlich nahe, als zu unserer Rechten das gesättigte Grün eines Delap-Waldes erschien. Wir ruderten eine halbe Stunde an demselben hin, dann schien ein Arm des Flusses rechts abzugehen. Als wir demselben folgten, zeigte es sich, dass er sich bald zu einem weiten, seeartigen Becken erweiterte, welches der Maizeh Semkat unser Ziel war. Wir hatten während der ganzen Fahrt keinen Menschen gesehen und auch hier schien es, als ob uns keine Begegnung bevorstehe. Wir ruderten in den Maizeh hinein, dessen beide Ufer wir zunächst sehen konnten. Dann traten sie so weit auseinander, dass wir uns, um gebotenen Fall schneller landen zu können, an das Rechte hielten und demselben entlang fuhren. Während wir nahe am Lande schnell dahin glitten, suchte ich dasselbe mit gespannter Erwartung nach Spuren ab, welche auf die Anwesenheit menschlicher Wesen schließen ließen, lange Zeit ohne Erfolg. Die Zeit der kurzen Dämmerung näherte sich rasch, und schon glaubte ich, annehmen zu müssen, dass wir die kommende Nacht für unseren Zweck verlieren würden, als ich ein eigentümliches, gelatineartiges Gestell bemerkte, welches einige Schritte vom Ufer entfernt angebracht war. Vom Wasser aus führte ein tief ausgetretener Pfad zwischen den beiden Seitenpfosten und unter dem Querholze hindurch. An dem letzteren hing an einem schweren Steine eine kurze, eiserne Lanze, welche mit einer langen Leine in Verbindung stand, deren anderes Ende an ein leichtes Schilfbündel befestigt war. Die Spitze der Lanze war mit einem scharfen Widerhaken versehen. Dieses Gestell war eine Nilpferdfalle. Das Nilpferd ist nämlich keineswegs ein so friedliches Tier, wie es oft beschrieben wird. Es greift den Menschen im Wasser sogar sehr oft ungereizt an. Verwundet ist es doppelt gefährlich, taucht unter und stößt dann wieder empor, um den Kahn des Feindes umzuwerfen und den letzteren zwischen den weit spannenden Kiefern zu zermalmen. Darum weicht ihm der Neger, wenn möglich, auf dem Wasser aus, stellt ihm aber desto eifriger am Lande nach, da das Fleisch und ganz besonders der Speck dieser Tiere ein sehr gesuchtes Nahrungsmittel ist. Selbst Weiße halten den Speck für wohlschmeckend und erklären die Zunge für eine Delikatesse. Das Nilpferd hält sich tagsüber auf dem Grunde des Wassers auf und steigt am Abende an das Land, um sich an saftigen Pflanzen zu äsen. Besonders gern geht es da in die Zuckerrohr und andere Felder, in denen es große Verheerungen anrichtet, da es wenigstens ebenso viel niedertritt, als es abweidet. Es hat da, wie fast jedes Wild, seinen bestimmten Wechsel, den es täglich benutzt, bis es ihn aus irgendeinem Grunde aufzugeben gezwungen ist. Auf diesem Wechsel nun stellen die Neger ihre Fallen auf, schwebende Spieße oder Harpunen, welche, um einen kräftigen, tiefgehenden Stoß zu erzielen, mit Steinen beschwert sind. Die Fallen sind mit Vorrichtungen versehen, welche, sobald sie von dem Tiere berührt werden, die Harpune von ihrem Halte lösen und zum Fallen bringen. Sie sticht sich tief in den Nacken oder Rücken des Tieres ein und kann infolge des Widerhakens von demselben nicht abgeschüttelt werden. Das verwundete Tier stürzt sich ins Wasser und verblutet nach und nach. Die Leiche kommt nicht sofort zur Oberfläche, sondern bleibt oft tagelang und noch länger unten. Wegen der in jenen Gegenden so außerordentlich schnell eintretenden Fäulnis würde das Fleisch verloren sein, aber die Harpune ist, wie schon bemerkt, mit einer langen Leine versehen, an welcher ein Schilfbündel hängt. Dieses Letztere kann nicht untergehen. Es schwimmt auf der Oberfläche des Wassers und zeigt den Suchenden an, an welcher Stelle das erlegte Wild zu finden ist. So eine Falle hatten wir vor uns. Der unter derselben hindurchführende Pfad war der Wechsel eines Nilpferdes. Ich schloss natürlich, wo man eine Falle aufgestellt hat, muss es Menschen geben, und richtete das Steuer nach dem Ufer. Aber ich hütete mich, gerade an dem Wechsel zu landen, und zwar nicht etwa aus Furcht vor dem Tiere, sondern aus Vorsicht betreffster Menschen, welcher wir aufsuchen wollten. Noch wussten wir nicht, ob wir bei ihnen eine freundliche Aufnahme finden würden. Sie kamen jeden Fall zur Falle, um nachzusehen, und mussten, wenn wir dort landeten, unser Boot finden, auf welchem, wenn wir angegriffen wurden, unsere Rettung beruhte. Es musste uns also auf jeden Fall erhalten bleiben. Darum steuerte ich erst noch eine Strecke am Ufer hin und legte erst dann an, als wir an einen schmalen Einschnitt kamen, den das Wasser machte und dessen Seiten so mit hohem, dichtem Schilfe bewachsen waren, dass man ihn kaum bemerken konnte. In diesen lenkte ich das Boot, welches, nachdem wir ausgestiegen waren, so in und unter das Schilf gezogen und geschoben wurde, dass es von einem Fremden fast unmöglich entdeckt werden konnte. Jetzt mussten meine Leute warten, und ich ging zu der Falle, um sie und ihre Umgebung nach Spuren zu untersuchen. Es galt zu entdecken, nach welcher Richtung wir uns zu wenden hatten, um diejenigen zu finden, von denen die Falle errichtet worden war. Das wollte ich ganz allein tun, um Spuren, welche uns verraten konnten, zu vermeiden. Das war freilich nicht leicht, denn das Ufer war sumpfig, und die Füße sanken ein. Aber die dadurch entstehenden Vertiefungen füllten sich sehr rasch mit so dicker, trüber Flüssigkeit, dass die Stapfen mir keine Sorgen machen konnten. Um jedoch ganz und gar sicher zu sein, band ich mir Schilf um die Füße, sodass die Löcher, welche ich trat, fast genau den runden, großen Stapfen eines Nielpferdes glichen. Bei der Falle angekommen, fand ich die Eindrücke nackter Menschenfüße. Als ich dieselben genau betrachtete, sah ich, dass die Leute, von denen sie herrührten, im Laufe des Nachmittages hier gewesen sein mussten. Um die beiden Pfähle war der weiche Boden aufgewühlt und hatte sich noch nicht wieder gesetzt. Ich schloss daraus, dass die Falle erst heute errichtet worden war. Die Leute, welche diese Arbeit verrichtet hatten, waren nicht per Boot hier gewesen, sondern in und durch den Wald zurückgekehrt, wie die Fährte zeigte, welche sie gar nicht deutlicher hätten zurücklassen können. Ich beschloss derselben, eine Strecke weit zu folgen. Der Wald bestand auch hier aus Delepp-Palmen, deren Kronen ein beinahe geschlossenes Dach bildeten. An den Stämmen rankten sich Schlingpflanzen empor, welche ihre Ausläufer nach allen Seiten sandten und zwischen den Palmen ein so dichtes Gewebe bildeten, dass ein Vordringen nur mithilfe des Messers möglich war. Darum waren die Neger gezwungen gewesen, sich einen Pfarr durch dieses Geflecht zu hauen. Ich folgte demselben, immer bereit, bei einer etwaigen Bewegung schnell zur Seite abzuweichen, um mich zu verstecken. Nach ungefähr fünf Minuten öffnete er sich auf eine lichte Stelle des Waldes, welche wohl durch Windbruch entstanden war. Auf derselben sah ich sechs Tokuls von solchem Umfange und so leichter Bauart, wie sie der Neger nur für einen kurzen Aufenthalt errichtet. Die Größe der Hütten ließ vermuten, dass trotz der geringen Anzahl derselben nicht wenige Menschen unter den sechs trichterförmigen Schilfdächern wohnten. Vor den Türen lagen, saßen und standen die Schwarzen, lauter Männer, wie ich sah. Einige von ihnen waren beschäftigt, Feuermaterial zusammenzutragen, denn in wenigen Minuten musste es dunkel werden. Wachen waren nicht ausgestellt. Die Leute schienen sich hier vollständig sicher zu fühlen. An den Tätowierungen erkannte ich, dass ich Dinka vor mir hatte, also wohl Dinka von der Abteilung der Boa, welche wir suchten. Ich kehrte auf dem Wege, den ich gekommen war, erst bis zu der Falle und dann zum Bote zurück. Dort erzählte ich, was ich gesehen hatte. Agadi, unser Dolmetscher, sagte, Das sind Krieger der Boa, Effendi. Sie befinden sich auf einem Jagdzuge und haben darum keine Frauen mit. Lass uns sofort zu ihnen gehen. Meinst du, dass sie uns freundlich aufnehmen werden? Ja, warum sollten sie das Gegenteil tun? Wir kommen in freundlicher Absicht. Und ich als ein Donk Jol bin Stammesgenosse von ihnen. Komm, wir wollen gehen. Er wendete sich in der Richtung nach der Falle ab, um dieselbe einzuschlagen. Halt, gebot ich ihm. Lass uns dennoch vorsichtig sein. Es ist noch nicht so gewiss, wie du denkst, dass wir ihnen willkommen sind. Wenn wir uns zum Rückzuge gezwungen sehen sollten und nur den einen Weg nach der Falle hätten, so ist ihnen derselbe bekannt und sie können uns leicht verfolgen. Wir haben noch gute Gewehre. Wir sind ihnen überlegen. Ich fürchte mich nicht etwa vor ihnen. Aber wenn wir Verluste vermeiden können, warum sollen wir es nicht tun? Machen wir uns einen zweiten Weg, welcher von hier aus direkt nach den Tokuls führt. Wirst du die richtige Richtung treffen? Ganz gewiss. Falls wir fliehen müssen, ist ihnen dieser Weg unbekannt und sie können uns nicht folgen. Dadurch gewinnen wir Zeit, unser Boot flott zu machen. Wie du willst, Defendi. Aber notwendig ist diese Arbeit nicht. Mochte er sich irren oder nicht, ich hielt es für besser, eine gesicherte Rückzugslinie zu haben. Wir zogen die Messer, hingen die Gewehre um und begannen uns einen Weg durch die Schlingpflanzen zu bahnen. Wir taten dies selbstverständlich so viel wie möglich ohne Geräusch. Ich gab die Richtung an. Unsere Messer waren scharf und wir rückten ziemlich rasch vor. Dennoch wurde es dunkel, ehe wir die Lichtung erreichten. Da zündeten die Bohr ihre Feuer an, sodass wir uns nach dem Scheine derselben richten konnten. Je weiter wir uns vom Ufer entfernten, desto trockener und fester wurde der Boden, was uns natürlich sehr willkommen war. Endlich hatten wir die Lichtung erreicht und sahen die Hütten vor uns liegen. Die erste derselben war von dem Orte aus, an welchem wir uns befanden, mit 30 Schritten zu erreichen. Vor jeder brannte ein Feuer, an welchem die Insassen beschäftigt waren, sich Fleisch zu braten. Der Duft desselben drang zu uns herüber. Agadi sog die Luft durch die Nase, schnalzte leise mit der Zunge und sagte Das ist mich wie Elhusan Elbar. Sie müssen heute früh ein Nilpferd erlegt haben. Effendi, wir werden mit Ihnen essen. Gehen wir gleich zusammen oder soll ich erst mit Ihnen sprechen? Nein, wir wählen keines von beiden, sondern den Mittelweg. Wir gehen zusammen bis an die erste Hütte. Dann trittst du vor, sie zu begrüßen und mit ihnen zu sprechen. Sobald du bemerkst, dass wir uns nicht wohlwollen, eilst du zu uns zurück. Das Weitere wird sich dann finden. Agadi war einverstanden und so schritten wir vorwärts. Da auch jetzt kein Wächter ausgestellt war, sah man uns nicht eher, als bis der Schein der Feuer auf uns fiel. Derjenige, welcher uns zuerst erblickte, stieß einen lauten Schrei aus, sprang auf und zeigte auf uns. Alle Augen richteten sich auf uns. Ein vielstimmiger Schrei antwortete ihm. Dann verschwanden die Schwarzen mit unglaublicher Schnelligkeit im Inneren ihrer Hütten. Am liebsten wäre ich gleich mit allen vorgerückt, aber ich sagte mir, dass dies nicht geraten sei. Ich sah Gewehrläufe, die auf uns gerichtet waren, aus den Eingängen ragen. Gingen wir jetzt weiter vor, so konnten wir niedergeschossen werden, ohne die Sicherheit zu haben, auch nur einen einzigen Schwarzen zu treffen. Darum ging Agadi allein nach derjenigen Hütte, welche die größte war und in welcher wir den Anführer vermuteten. Er schwenkte einen Palmenzweig in der Hand, überall, wo es Palmen gibt. Ein Zeichen, welches eine friedliche Absicht bedeutet. Bei dem Feuer angekommen, blieb er stehen. Er sprach gegen den Tokul. Wir hörten eine antwortende Stimme. Die Worte gingen eine Zeit lang herüber und hinüber, dann kamen zwei Schwarze aus der Hütte. Sie waren nicht bewaffnet, traten zu Agadi und redeten mit ihm. Ihre Minen, ihre Bewegungen ließen dabei auf keine feindseligen Absichten schließen. Endlich deuteten sie nach der Hütte, in welcher auch ein Feuer brannte, denn wir sahen den Rauch aus der oberen Öffnung steigen. Sie luden ihn ein, mit ihnen hineinzugehen. Ich wollte ihm zurufen, dies nicht zu tun. Er unterließ es aber, um sie nicht misstrauisch zu machen. Er folgte ihrer Aufforderung. Nun vergingen zehn Minuten, eine Viertelstunde, ohne dass er wiederkam. Aus der Viertel wurde eine halbe Stunde und noch immer ließ sich niemand sehen. Die Neger steckten in ihren Tokuls und kamen nicht heraus. Die Feuer, welche nicht genährt wurden, brannten immer niedriger. Das musste Bedenken erregen. Warum kam Agadi nicht wenigstens auf einen Augenblick heraus, um uns zur Geduld zu mahnen? Wenn wir warteten, bis die Feuer verlöschten, gaben wir den einzigen Trumpf, den wir jetzt hatten, aus der Hand. Ich rief den Namen Agadi einige Male, doch vergeblich. Ich rief ihm zu, dass er antworten möge. Da klang seine Stimme aus der Hütte. Fendi, ich bin gefangen, weil man dich für eben Assal hält. Sie glauben es mir nicht. Ist der Anführer im Tokul bei dir? Ja. Er mag mit dir herauskommen. Ich will mit ihm reden. Er antwortete nicht. Es vergingen einige Minuten. Dann sah ich ihn aus der Türe treten. Die Hände waren ihm auf den Rücken gebunden und außerdem hing er an einem Stricke, welcher in das Innere der Hütte reichte. Man konnte ihn an demselben augenblicklich hineinziehen. Nun, fragte ich, wo ist der Häuptling? Im Tokul. Er kommt nicht heraus. Ich soll dich auffordern, dich augenblicklich zu entfernen. Und wenn ich es nicht tue, so wird man uns erschießen. Und wenn du nicht gehst, zieht man mich an dem Stricke zurück und ermordet mich. Und wenn wir gehen, was wird dann? Es soll darüber beraten werden. Wann sollen wir das Resultat der Beratung hören? Morgen. Warum erst dann? Du weißt, wie kostbar unsere Zeit ist. Wie und wo sollen wir es erfahren? Hast du etwa gesagt, wo sich unser Boot befindet? Nein, ich sagte, dass ich die Stelle zwar wisse, aber sie doch nicht beschreiben könne. Vielleicht überzeuge ich sie noch, dass du nicht ebenassel bist. Gehe zurück und warte still bis morgen. Versuche jetzt nicht, mich zu befreien. Es würde mein augenblicklicher Tod sein. Ich werde überlegen, was du tunest und mich jetzt zurückziehen. Aber sage dem Häuptling folgendes. Ich werde schon beim Anbruch des Tages wiederkommen und mir Antwort holen. Erzähle ihm, was du von mir weißt und teile ihm mit, dass wenn dir nur ein einziges Haar gekrümmt wird, er es unbedingt mit seinem Leben bezahlen muss. Ich drehte mich um und entfernte mich mit meinen Asakern, doch nicht weit. Sobald uns der Schein der Feuer nicht mehr traf, blieben wir stehen. Als ich jetzt zurückblickte, sah ich Agathie im Eingange des Tokul verschwinden. Er ist verloren, sagte einer der Soldaten. Sie halten ihn für einen Verräter, für den Verbündeten von ebenassel. Da sie denken, dass du der Sklavenjäger bist, so werden sie bemüht sein, uns zu entkommen. Sie werden sich also heimlich davonschleichten und Agathie Feuer umbringen. Dass sie die Absicht haben werden, sich davon zu machen, das glaube ich auch. Aber wir werden sie hindern. Wir umzingeln das Lager. Das hilft uns nichts. Wir könnten zwar einige erschießen, aber doch nicht alle. Wenn sie fortwollen, müssen sie uns alle vor die Flinten kommen. Denke nur nach. Sie wohnen am Flusse und lagern jetzt am Ai-J. Der Wald ist undurchdringlich. Auf welchem Wege werden sie hierher gekommen sein? Etwa durch den Wald? Schwerlich. Sie wollten Nilpferde jagen und wohl auch fischen. Sie sind auf dem Wasser hierher gekommen? Einverstanden. Also wissen wir, was wir zu tun haben. Wir sahen ihre Boote nicht. Sie haben sie versteckt, jedenfalls nicht weit von hier. Und zwar in der Nähe des Nilpferdpfades. Da man auf demselben am leichtesten nach dem Wasser kommt. Wenn wir ihnen diesen Weg abschneiden, können sie nicht fort. Wir sind acht Personen. Das gibt vier Doppelposten. Hier einen im Norden, Süden, Osten und Westen des Lagers. Wir stellen uns am Rande der Lichtung auf, um, wenn der Mond nachher kommt, im Schatten sein zu können. Wollen die Neger auf einer Seite durchbrechen, so ruft er betreffende Posten. Wir anderen hören es und eilen hinzu. Das ist alles, was wir zu tun haben. Die alten, schlechten Gewehre der Neger brauchen wir nicht zu fürchten. Kommt! Ich werde euch eure Plätze anweisen. Indem wir leise und langsam um das Lager schritten, ließ ich in der angedeuteten Weise drei Doppelposten hinter mir zurück. Der vierte bestand aus dem siebenten Askari und mir selbst. Ich hatte die südliche Stellung gewählt, weil da der Nilpferdpfad nach der Mai J führte und dies die Richtung war, in welcher wir einen Davonschleichen der Neger erwarten konnten. Wir beide legten uns auf die weiche Erde. Es war unter den Palmen so dunkel, dass man uns nur dann gewahren konnte, wenn man über uns hinweg stolperte. Die Lagerfeuer verlöschten eins nach dem anderen. Als das letzte verglommen war, lagen auch die Tokuls in tiefer Finsternis. Es herrschte dort eine tiefe Stille. Auch die Tierwelt schlief und kein Lüftchen regte sich. Die Tierwelt, ja, aber nicht die ganze. Myriaden von Leuchtkäfern zuckten unter den Wedeln der Palmen hin und Abermyriaden Stechmücken fielen über uns her. Es gibt nämlich in den Zuflüssen des oberen Nils eine kleine ein- und linsenblättrige Wasserpflanze, welche gar keinen Geruch zu haben scheint, aber wenn man sie zerdrückt oder gar zerreibt, einen wahrhaft mephitischen Duft entwickelt. Wir waren am Nachmittag durch eine schwimmende Kolonie solcher Wasserpflanzen gerudert und hatten einige Handvoll von ihnen in das Boot geschöpft. Als wir dann ausgestiegen waren, hatten wir uns alle die Hände und die Gesichter mit ihnen eingerieben. Dies scheuchte jede Fliege, jede Mücke von uns fort. Ich kenne keinen Gestank, welcher demjenigen dieser Sidd-et-Jami-el-Mincha gleicht. Wenn trotzdem ein Mensch, zumal ein Europäer, diese Qual derjenigen der Stechfliegenplage vorzieht, so kann man sich eine Vorstellung von der Letzteren machen. Wird das Gesicht nicht durch ein Netz geschützt, so kann man es nach kurzer Zeit schon fast nicht mehr für ein Menschliches halten. Es schwillt von dem Mückengifte an, die Augen verschwinden unter der Geschwulst, die Lippen werden zu förmlichen Wülsten und die Nase verwandelt sich in einen blau-roten Klumpen. Und wehe nun gar der Zunge, wenn es einer oder einigen Mücken gelingt, in den Mund zu kommen. Sie schwillt so an, dass sie fast die ganze Mundhöhle füllt und wird unbeweglich. Da sprechen wir zum unbeholfenen Lallen. Ebenso ist es auch mit den Ohren, deren Eingänge sich schließen, sodass man für lange Stunden taub geworden ist. Da lässt sich der Geruch der erwähnten Wasserpflanze doch noch leichter ertragen. Und dazu waren wir gezwungen, weil wir die Moskitonetze im Boote zurückgelassen hatten, da sie uns bei dem, was wir vorhatten, hinderlich gewesen wären. So lagen wir eine ganze Weile, wohl eine halbe Stunde lang. Da wurden die bis jetzt so hellen Sterne bleicher, der Himmel im Allgemeinen aber heller, denn der Mond ging auf. Er warf da, wo die Palmenkronen Lücken ließen, silberne, zitternde Lichter durch das Dunkel des Waldes, welche die wie Edelsteine flammenden Glühwürmer an sich lockten. Da ertönte rechts von uns ein leises Geräusch. Hörst du, Effendi? fragte mein Gefährte. Was mag das sein? Es kamen zwei Menschen geschlichen. Jedenfalls sind es Neger. Sie kamen näher. Wir lagen an der Seite des Pfades unter den Schlinggewächsen, sodass sie uns nicht sahen. Es war hier unter den Palmen dunkel. Dennoch erkannte ich die Umrisse ihrer schwarzen Gestalten. Und es war mir, als ob sie Ruder in den Händen trugen. Als sie vorüber waren, wiederholte sich dasselbe Geräusch. Es kommen abermals welche, flüsterte der Asaka. Wollen wir sie vorbeilassen? Ja, sie gehen zu den Booten. Wenn wir sie vorbeilassen, können wir erfahren, wo dieselben liegen. Im anderen Falle müssten wir sie mühsam suchen. Die nächsten aber, welche kommen, weisen wir zurück. Während ich ihm dies nur für ihn hörbar zuraunte, kamen die zwei Schwarzen an uns vorüber. Es war klar, sie wollten fort, und diese vier sollten die Boote klar machen. Ich horchte nach dem Lager hin und hörte nichts. Ich schleiche ihnen nach, sagte ich. Bleib liegen. Kommen wieder welche, so rufst du sie an. Weichen sie nicht zurück, so schießest du den vordersten nieder. Das wird wirken, wenigstens bis ich zurückkomme. Ich kroch aus unserem Verstecke hervor und wendete mich dem Mai-Jee zu. Der Pfad hatte keine Biegungen, sondern führte es schnurgerade nach dem Wasser und bildete, als ich eine Strecke gegangen war, eine Art Fernrohr, durch welches ich hinauf auf den Mai-Jee sehen konnte. Dieser glänzte im Scheine des Mondes wie flüssiges Metall. Kein Lüftchen bewegte seine Oberfläche. Das Ufer wurde zunächst durch einen breiten Schilfrand gebildet, welcher zwischen dem Wasser und dem Walde lag. Aus diesem Schilfe erhob sich die Falle. Zwischen dieser und dem Walde sah ich die vier Neger stehen, mit dem Rücken nach mir gerichtet. Sie hatten allerdings Ruder in den Händen und schienen etwas, was ich aber nicht sehen konnte, auf dem Mai-Jee zu beobachten. Ich ging schnell weiter, bis ich den Ausgang des Waldes erreichte. Da sah ich im Schatten der letzten Palmen stehend den Gegenstand, welchen sie betrachteten. Es war eine Nilpferdkuh, ein anscheinend riesiges Tier, nach der Größe des Kopfes zu beurteilen. Sie spielte im Wasser, sie tauchte auf und nieder, ließ aber, wenn sie empor kam, nicht den ganzen Körper sehen, sondern nur Kopf und Nacken. Auf dem Letzteren hockte in sehr lächerlicher Stellung ein noch junges Nilpferd, welches die Höhe eines Neufundländerhundes hatte, aber dicker war. Die alten Ägypter nannten das Nilpferd Rär, das ist Wasserschwein, und der Körper dieses Riesentieres hat wirklich eine große Ähnlichkeit mit demjenigen des Schweines, nur dass die Verhältnisse fast ungeheuerlich sind. Der Kopf lässt sich mit nichts vergleichen. Es gibt eben kein Tier, welches einen ähnlichen Kopf besitzt. Das Gesicht des Hypopotamus ist ganz unverhältnismäßig breit und platt. Die kleinen, schweineartigen Augen stehen hoch oben. Der Rachen, welcher mit starken Hauern bewaffnet ist, kann einen starken Menschen in der Mitte des Leibes umfassen. Da Augen, Ohren und Nasenlöcher in derselben Ebene liegen, so kann das Tier den ganzen Leib verborgen halten und das Gesicht allein über das Wasser erheben, um zu atmen oder nach den Feinden auszuschauen. Unter der starken Haut befindet sich eine dicke Schicht halbflüssigen Fettes, wodurch dem Tiere das Schwimmen ungemein erleichtert wird. Die sehr plumpen Beine sind so kurz, dass beim Laufen der Leib beinahe auf der Erde schleift. Jetzt tauchte das Tier auf und ließ die Wasser zu beiden Seiten aus dem Rachen laufen. Dann wieder stieß es dieselben durch die Nasenlöcher. Eine halbkugelförmige, dichte, feuchte Staubfontäne bildend, wälzte sich hin und her, schüttelte das Kleine ab, dass es ins Wasser fiel, nahm es wieder auf und näherte sich endlich dem Ufer. Dort wurde das Junge wieder abgeworfen. Es platschte ziemlich unbeholfen durch das Wasser, erreichte das Land und trollte langsam den Pfad herauf, lief unter der Falle weg und blieb dann stehen, um sich nach der Alten umzusehen. Diese hatte den Kopf über Wasser gehalten, um das Kleine zu beobachten und ihm, wenn nötig, beizustehen. Jetzt, da sich dasselbe auch fest im sicheren Boden befand, kam auch sie an das Ufer. Eine gewaltige, unförmliche Körpermasse, welche sich wassertriebend und schnaubend an und durch das sumpfige Ufer arbeitete. Das Junge sah die Alte kommen und trollte gemütlich weiter, sich den Negern nähernd, ohne dieselben, welche sich jetzt niederbückten, zu beachten. Es hatte noch keine Ahnung von den Gefahren, welchen sogar ein anmutvolles Nielpferd ausgesetzt ist. Ich war ganz Auge. Meine Aufmerksamkeit war nur auf die beiden Tiere gerichtet. Alles andere erschien mir nebensächlich. So schien es auch den vier Negern zu gehen. Sie dachten nicht an die Boote, zu denen sie geschickt worden waren. Sie sahen den köstlichen Braten, wenn auch in noch ungeröstetem Zustande vor sich, und durch ihre Seelen ging ein tiefes Rühren, dem sich alles andere unterordnen musste. Jeder halbwegs gebildete Europäer kennt den gewaltigen Unterschied zwischen dem köstlichen Geschmack eines zarten Spanferkels und dem schon mehr profanen Genusse, den ein alltäglicher Schweinebraten bietet. Ebenso war es jeder leidlich erfahrene Sudanese zwischen dem Braten eines Nilpferdküchleins und demjenigen eines alten Hippopotamus zu unterscheiden. Hier kam das zarte Küchlein, den Schwarzen sogar so bequem entgegengerollt, dass sie der Versuchung unmöglich widerstehen konnten. Sie sprangen auf, fielen mit den Rudern über das ahnungslose Tierchen her und schlugen es nieder. Es kreischte zwei- oder dreimal auf und erlag dann den schnellen, kräftigen Hieben, welche auf die empfindliche Nase gerichtet waren. Ich sah kommen, was nun kommen musste, nämlich das alte Tier. Dieses hörte kaum die Schmerzenslaute seines Jungen, so ließ es ein grimmiges Schnauben hören, welches mit sonst nichts zu vergleichen ist und stürzte sich vorwärts. Mit einer Schnelligkeit, welche man dieser unförmlichen Fleischmasse gar nicht zutrauen sollte, schoss es durch die Falle. Dabei berührte es die Auslösung, die Harpune fiel, aber hinter dem Tiere, weil die Bewegung desselben zu schnell gewesen war. Das Nilpferd blieb unverletzt und jagte weiter, bis dahin, wo das Junge lag. Dort hielt es an und wendete es mit der Schnauze einige Male von einer Seite auf die andere. Hatten die vier Neger sich für sicher vor dem Alten gehalten? Hatten sie gemeint, dass dieses nicht weiter als bis unter die Falle kommen könne? Wenn das der Fall war, so sahen sie sich schrecklich enttäuscht. Sie standen erst stark vor Ansätzen, aber dadurch, dass die Alte bei dem Jungen anhielt, gewannen sie Zeit zur Flucht. Sie warfen die Ruder weg und rannten zurück, an mir vorüber, in den Wald hinein, dem Lager zu. In demselben Augenblick hörte ich meines Gefährten laute, befehlende Stimme »Halt, bleib stehen, sonst bist du eine Leiche!« Dieser Drohung war zu entnehmen, dass die anderen Neger oder wenigstens wieder einige von ihnen kamen. Die vier Ausreißer brüllten ihnen mehrere Worte, die ich nicht verstand entgegen, jedenfalls eine Warnung. Zehn und noch mehr Stimmen brüllten. Die Tierwelt erwachte aus dem Schlafe, Affen kreischten, Vögel erhoben ihre so verschiedenen Stimmen. Der Schuss meines Gefährten krachte. Im Lager heulten die Schwarzen, der ganze Wald war lebendig geworden. Meine drei anderen Doppelposten ließen ihre Rufe ertönen, ich hörte ihre Schüsse fallen. Und das alte Nilpferd? Und ich? Nun, wir waren hart hintereinander her, aber nicht etwa es hinter mir, sondern ich hinter ihm. Ich hatte mich tief in die Lianen gedrückt, um die vier Neger an mir vorüber zu lassen und den Blick nicht von dem Tiere gewendet. Als es sich überzeugt hatte, dass das Junge tot war, stürzte es wieder vorwärts, sah die Neger unter den Palmen verschwinden und schoss ihnen nach. Die Schnelligkeit, mit welcher dies geschah, war ganz unglaublich. Dabei ließ es einen Ton oder viel mehr Töne hören, welche gar nicht zu beschreiben sind. Das war kein Schnaufen mehr, kein Schnauben, kein Grunzen, kein Brüllen und doch war es das alles und noch viel mehr als das. Als es mir nahte, blieb ich stehen, nicht vor Schreck, sondern aus Berechnung. Meine beiden Läufe waren geladen, ich hätte schießen können, war aber vorsichtig genug, dies nicht zu tun. Das Riesentier musste so getroffen werden, dass es sofort fiel. Hier unter den Bäumen aber hatte ich kein sicheres Zielen und ein Nilpferd besitzt keineswegs viele Stellen, an denen es tödlich verwundbar ist. Von vorn durfte ich es auf keinen Fall nehmen. Als es an mir vorüber schoss, streifte es mich, ganz leicht nur, im Verhältnis zu seiner Stärke und seiner Masse. Aber ich flog doch, wie von zehn Pferdekräften geworfen, seitwärts in das Dickicht, raffte mich jedoch sofort wieder auf und rannte hinterdrein. Was nun folgte, lässt sich wirklich leichter erleben als beschreiben. Man denke sich einen von einem Nilpferde ausgetretenen Pfad, der keineswegs einem paketierten Fußboden gleicht, sondern buchstäblich aus tiefen, runden Löchern, in denen das Wasser steht, zusammengesetzt ist. Rechts und links dickicht, oben die Palmenwipfel, welche den Pfad verdunkeln und bricht ja ein einzelner Strahl des Mondes durch, so bewirkt er nur, dass die Unsicherheit vergrößert wird. Vorne Schüsse, Rufe, das Geheul und Geschrei der erschrockenen Menschen, von allen Seiten das Geplärr, Gekrächts, Gestöhn, Gebrumm, Gebrüll und gekreischter Tiere, hart vor der Hand ein wütendes Ungeheuer, den man den Garaus machen will, machen muss, um zehn und noch mehr Menschenleben zu retten. Wie ich mit solcher Schnelligkeit vorwärts gekommen bin, wusste ich damals nicht und kann es heute noch viel weniger sagen. Das Nierpferd flog und ich flog auch, über die Löcher und Pfützen hinweg, zwischen den Lianenwänden hin. Ich stolperte über menschliche Körper, welche von dem Untiere niedergerannt worden waren und kam doch nicht selbst zum Fallen. Meine Füße berührten kaum den Boden und doch blieb ich so gut bei Atem, als ob ich ruhig auf einem Sofa säße. Da lichtete sich das Dunkel über mir. Der Pfad war zu Ende und die Bäume traten zurück. Die Lichtung begann und war von Mondenscheine förmlich überflutet. Rechts, links, vorn, rannten, flogen, schossen, stürzten, purzelten, wälzten sich schwarze Gestalten. Zehn, zwölf Sprünge vor mir stampfte das Nierpferd einen Mann unter den Beinen zu Brei. Fünf, sechs weitere Sprünge links nach vorn, dann blieb ich stehen und legte an. Ja, Aufmerksamkeit, zunächst auf mich selbst richtend, bemerkte ich, dass ich nicht zitterte. Dann den Blick auf das Visier, die Mündung handtief hinter das linke Ohr des Hippopotamus gerichtet und dann losgedrückt. Der Schuss erdröhnte durch den Wald. Die zweite Kugel folgte sofort nach. Ich schnellte mich weiter nach links bis in den Schatten der nächsten Hütte, fuhr mit der linken in die Tasche, wo ich die Patronen hatte und wendete mich erst nun zurück, um schnell wiederzuladen und dabei zu sehen, welchen Erfolg meine Schüsse hatten. Das Tier stand aufrecht, ohne sich zu bewegen. Es hatte den Rachen weit geöffnet und ließ die starken, stumpfen Hauer sehen. Es schien, als ob es in verderblicher Wut brüllen wolle, aber der Rachen blieb stumm. Die Quelle der Stimme, die Lunge, war gelähmt. Ein schweres Zittern lief langsam über den Körper. Er neigte sich nach rechts, nach links, nach vorn, wieder nach rechts und fiel dann schwer, wie aus Holzklötzen geschnitten, nach dieser Seite um. Da lag er starr und steif, ohne dass auch nur ein einziges Glied sich einmal noch bewegte. Unterdessen hatte ich wiedergeladen und näherte mich vorsichtig dem Kopfe, bereit, demselben nötigenfalls noch zwei schnelle Kugeln zu geben. Es war nicht nötig. Wie sich später zeigte, waren die beiden ersten direkt in das Gehirn gedrungen und hatten das Ungeheuer augenblicklich und vollständig gelähmt. Es war tot. Jetzt sah ich mich um. Mehrere Tote und Gequetschte lagen hier und dort an der Erde, sonst war niemand zu sehen. Aber im Inneren der Tokuls hörte ich Stimmen. Ich begab mich zum Größten, trat in den Eingang und fragte, Agadi, bist du noch hier? Ja, Effendi, antwortete er. Oh Allah, welch ein Schreck kommt über die Erde. Bist du noch gebunden? Ja, ich hänge hier am Pfosten. Sind noch andere hier? Eine ganze Menge. Ich werde dich abschneiden. Seine Stimme sagte mir, wohin ich mich zu wenden hatte. Ich stieg zwischen, auf und über Menschen hinweg, welche ich nicht sah und die sich dies ruhig gefallen ließen. Schnitt ihn los, machte auch seine Hände frei und zog ihn dann hinaus auf den Platz. Wir waren, außer den Toten und Verwundeten, die einzigen Menschen draußen. Die anderen waren von der Angst in die Hütten getrieben worden. Als er das Tier liegen sah, schlug er die Hände zusammen und rief aus, Da liegt das Ungetüm bei Allah, da liegt es. Ist es denn wirklich tot? Ja, ich habe es erschossen. Ehe er antworten konnte, ertönte hinter der Tierleiche der laute Ruf, Allah Akbar, da liegt der vierfüßige Teufel, der uns alle verschlingen wollte. Er ist tot. Er hat sein Leben lassen müssen und ist in seinen Sünden dahingestorben. Nicht wahr? Du bist es, der ihn erschossen hatte, Fendi. Ich stecke am Wege und obgleich es dunkel war, sah ich dich hinter ihm herrennen. Der Sprecher war der Askari, mit dem ich am Wege gelauert hatte. Jetzt haben wir, rief Agadi, gewonnenes Spiel. Du hast das ganze Lager gerettet. Du hast den Kriegern, der Bohr das Leben erhalten, denn dieses Ungetüm hätte die Hütten und mit ihnen alle, welche sich darin befanden, niedergestampft. Nun kann uns niemand mehr als Feinde betrachten. Nun wird man mir glauben, wenn ich wiederhole, dass du nicht Ibn Assel bist. Komm mit herein, damit ich dem Häuptling sage, dass du sein Retter bist. Dazu bedarf es meiner Gegenwart wohl nicht. Gehe also allein zu ihm. Er mag die Feuer wieder anbrennen lassen. Wenn wir das Tier zerlegen, soll jeder Bohr ebenso wie jeder Askari seinen Teil bekommen. Sage ihm das. Inzwischen will ich nach meinen Asakern sehen. Agadi trat wieder in den Tokul. Der Askari, welcher sich mit mir auf dem Posten befunden hatte, begleitete mich, als ich ging, um nach den sechs Asakern zu sehen. Sie hatten sich wacker gehalten. Keiner war von seiner Platze gewichen. Sie hatten das Geschrei, die Warnungsrufe gehört und die Verwirrung bemerkt, ohne aber zu wissen, welchen Grund dies habe, da sie die Sprache der Bohr nicht verstanden. Die Schwarzen hatten vor dem Nilpferde fliehen und aus dem Lager brechen wollen, waren aber durch die Schüsse der sechs Asakern zurückgetrieben worden und hatten sich dann vor Angst in die Tokuls verkrochen. Freilich durfte ich meinen Posten ihr ruhiges Ausharren nicht allzu hoch anrechnen. Hätten sie gewusst, dass ein Nilpferd im Anzuge sei, so wären sie, obgleich sie den Schwarzen so wacker standgehalten hatten, sehr wahrscheinlich auch davon gelaufen. Ich führte sie in das Lager, ohne mich zu fragen, ob ich das auch wagen dürfe. Ich dachte gar nicht mehr daran, dass uns eine Gefahr drohen könne. Ich war Herr der Situation gewesen und hatte das Gefühl, dass ich dies auch bleiben werde. Darum befahl ich meinen Soldaten, zwei große Feuer in der Nähe des Nilpferdes anzubrennen, damit es bei dem Scheine derselben ausgewirkt werde. Während sie diesen Befehl ausführten, beobachtete ich die Schwarzen. Sie brannten ihre Feuer wieder an und holten ihre Angehörigen herbei, welche von dem Nilpferde getötet oder verletzt worden waren. Auch diejenigen, welche schon auf dem Pfade zu Fallen gekommen waren, wurden gebracht. Im Ganzen waren vier Mann tot und acht verwundet, und zwar meist schwer. Dies alles geschah in einer Weise, als ob unsere Anwesenheit ganz selbstverständlich sei. Als dann die Toten beiseite geschafft und die Verletzten in einem Tokul untergebracht worden waren, kam der Dolmetscher an Begleitung eines Schwarzen, den er mir als den Häuptling bezeichnete, zu mir. Ich konnte mir den Mann beim Scheine der jetzt wieder brennenden Feuer betrachten. Er stand im mittleren Lebensalter. Sein Gesicht war beinahe vollständig schwarz, doch zeigten seine Züge nicht den bekannten Negertypus. Wie fast alle Angehörige des Dinkervolkes hatte er das Haar geschoren und nur auf der Mitte des Scheitels eine Art Skype-Blocke stehen lassen. Auch die bereits bei der Beschreibung des Dolmetschers erwähnte Tätowierung war in genau derselben Weise vorhanden. Sein Anzug bestand aus einem blauleinenden Hemde, welches ihm fast bis an die Füße reichte. Es wurde von einem Riemen zusammengehalten, in welchem eine alte Pistole und ein Messer steckten. In der Hand trug er eine lange, einläufige arabische Steinschlossflinte. Er machte mir eine tiefe Verneigung, betrachtete mich mit neugierigen Augen, wobei sein Gesicht sehr bemerkbar freundlicher wurde und sagte dann, Nein, du bist nicht, Ibn Asse. Ich sehe das jetzt. Er bediente sich der Sprache seines Stammes, sodass Agadi mir die Worte verdolmetschen musste. Hierbei sei erwähnt, dass auch fernerhin jede Unterredung mit ihm oder einem seiner Leute nur mithilfe Agadi stattfand. Kennst du diesen Mann persönlich? fragte ich ihn. Ja, ich habe ihn einmal unten am Morkrenel Bohur gesehen. So kannst du allerdings entscheiden, ob ich diese Halunke bin oder nicht. Vorhin, als du an unserem Lager standest, konnte ich dein Gesicht nicht deutlich erkennen und da ich weiß, dass Ibn Assele einen Sklavenzug zu unternehmen beabsichtigt, musste ich vorsichtig sein. Nun, da ich dich aber so nah vor mir habe, glaube ich den Worten dessen, den du zu mir sandest. Ich musste ihm misstrauen, da ich erfahren hatte, dass er sich bei Ibn Assele befand. Ich habe ihn über die Absichten des Sklavenjägers aufgeklärt und er hat sich infolgedessen von diesem losgesagt. Du kannst ihm und mir vertrauen. Ich vertraue dir jetzt sehr gern. Sage mir, wie ich dir dankbar sein kann. Ich werde es gern tun. Was ich getan habe, bedarf keiner Dankbarkeit. Aber es gibt allerdings eine Gefälligkeit, um welche ich dich bitten möchte und die wir dir gut und ehrlich bezahlen werden. Wir brauchen Ochsen zum Reiten und zum Tragen unseres Gepäckes. So ist es also wahr, dass Ibn Assele gegen die Gork ziehen will? Er will nicht nur, sondern er ist bereits unterwegs. Ich weiß, dass sie zu deinem Stamme gehören und hoffe deshalb, dass du uns deine Hilfe nicht verweigern wirst. Sie sind unsere Freunde und Verwandten und es ist also unsere Pflicht, ihnen beizustehen. Dazu kommt, dass du uns gerettet hast. Dir sind sie fremd und dennoch willst du sie retten. Wie könnten wir, die wir zu ihnen gehören, dir unsere Hilfe versagen? Wie viele Ochsen brauchst du? Ungefähr 200. Wirst du so viele auftreiben können und zwar schnell? Wenn du willst, kannst du schon morgen um die Zeit des Mittages tausend haben, denn wir sind sehr reich an Rindern, reicher als alle anderen Stämme, welche in dieser Gegend ihre Dörfer haben. 200 werden zu wenig sein. Indem er diese letzteren Worte sagte, betrachtete er mich mit einem Lächeln, als ob er dabei einen für mich angenehmen Hintergedanken habe. Warum? fragte ich ihn erwartungsvoll. Weil 200 Ochsen alle die Krieger, welche ausziehen werden, nicht fortbringen können. Wenn fremde Krieger sich solchen Entbehrungen und Gefahren unterwerfen, um den Gok beizustehen, so dürfen wir doch unmöglich zurückbleiben. Ich werde 200 meiner besten Leute versammeln und mit euch ziehen. Nichts konnte mir lieber sein, als dieses Anerbieten. Das war ja weit mehr, als ich hatte erwarten können. Darum antwortete ich erfreut, ihr werdet uns sehr willkommen sein. Wir fürchten zwar eben Assel keineswegs, zumal wir überzeugt sind, dass die Leute Agardis, sobald wir mit ihnen sprechen, von ihm abfallen werden. Aber man kann niemals der Kräfte zu viel haben. Nur fragt es sich, wie lange es dauert, bis du die 200 Krieger zusammenbringst. Wann kommt der Rees Eventina mit seinen Leuten hier an? Ich denke, dass er morgen gegen Abend hier sein wird. Und ich meine, dass er dann nicht sofort aufbrechen kann, sondern bis zum anderen Morgen warten muss. Der braucht ja unseretwegen keine Zeit zu verlieren, denn ich werde jetzt gleich Boten aussenden, dass meine Krieger am Mittag schon beisammen sind. Damit wir uns unterwegs nicht der Nahrung wegen mit der Jagd aufhalten müssen, werden wir uns einen genügenden Vorrat von Speisen backen. Damit werden unsere Frauen und Mädchen bis zum Morgen fertig sein. Erlaube mir, mich zu entfernen, um dem Boten meinen Auftrag zu erteilen. Er rief seine Leute zusammen. Dann entfernten sich sechs von ihnen, um den Auftrag, den sie erhalten hatten, auszuführen. Sie gingen nach dem Ufer, um den Weg per Kahn zurückzulegen. Die übrigen begleiteten sie, um das junge Nilpferd zu holen. Da auch ich mitging, sah ich, dass die Schwarzen ihre Boote in der Nähe der Nilpferdfalle versteckt hatten. Als wir nach dem Lager zurückgekehrt waren, wurde auch das kleine Hippopotamus zerlegt. Dann begann das Braten. Ich saß mit meinen Asakern an einem der Feuer und der Häuptling nahm bei uns Platz. Er freute sich auf den beabsichtigten Kriegszug und ich erkannte aus jedem seiner Worte, dass wir an ihm einen sehr wackeren Verbündeten haben würden. Die Boa hatten schon zum Abend gegessen. Dennoch machten sie sich mit einem Eifer, als ob sie völlig ausgehungert gewesen seien über den Nilpferdbraten her. Welche Quantitäten Fleisch so ein Mensch verschlingen kann, davon hat man gar keine Ahnung. Ich aß doch auch tüchtig und das große Stück Zunge, welches ich für mich genommen hatte und von welchem ich nichts übrig ließ, schmeckte mir vortrefflich. Aber was und wie diese Leute aßen, das brachte mich in Erstaunen. Sie schnitten sich lange, schmale, bandförmige Stücke ab, hielten sie, indem sie den Kopf weit nach hinten legten, mit der linken über den weit geöffneten Mund, ungefähr so, wie die neapolitanischen Lazaroni ihre Makaroni zu Essen pflegen, schnappten zu und schnitten die einzelnen Bissen dann mit der rechten hart an den Zähnen ab. Auf diese Weise aßen oder vielmehr fraßen sie, bis sie endlich nicht mehr konnten und ihre Bäuche so dick angeschwollen waren, dass es mir hätte Angst und Bange, um sie werden mögen. Dann krochen sie in die Tokuls, um zu schlafen. Auch die Verwundeten waren mit Fleisch färmlich vollgestopft worden, wozu die europäische medizinische Welt gewiss sämtliche Köpfe geschüttelt hätte. Ich zog es natürlich vor, unter freiem Himmel zu schlafen und ließ die Moskitonetze von unserem Bote holen. Wir hüllten uns hinein und gaben uns der Ruhe hin, ohne es wie nötig zu halten, zu unserer Sicherheit einen Wächter auszustellen. So groß war das Vertrauen, welches mir der Häuptling der Boer eingeflößt hatte. Am Morgen wurden wir durch das Geschrei der Vögel, welche den Wald belebten, geweckt. Die Schwarzen waren schon munter und saßen bereits bei den Feuern, um wieder zu essen. Wenn die Kerle gegen den Feind so tapfer waren wie hier beim Essen, dann war eben Assel auf alle Fälle verloren. Der Vormittag wurde damit zugebracht, einen Vorrat von Fleisch so anzubraten, dass dasselbe nicht so schnell wie in frischem Zustande in Fäulnis geriet. Unterdessen kamen die Boten, welche nach sechs verschiedenen Dorfern geschickt waren, zurück und meldeten, dass die Krieger zu Mittag da seien und die Ochsen nach einer kleinen Savanne bringen würden, deren Namen ich vergessen habe. Dorthin würden später auch die Frauen mit den Speisevorräten kommen. Um die Mittagszeit stellte sich ein Schwarzer ein, welcher die Nachricht brachte, dass die Krieger mit den Ochsen eingetroffen seien. Der Häuptling wollte hin zu ihnen und ich sollte mit. Möglicherweise konnte der Rees Effendina früher ankommen, als ich berechnet hatte. In diesem Falle galt es dafür zu sorgen, dass er uns fand. Darum schickte ich unser Boot mit vier Ruderern und einem Steuerer fort, um sich draußen vor dem Mai Dje an das Nilufer zu legen und ihn, falls er kam, zu führen. Dann begleitete ich den Häuptling nach der Savanne. Natürlich ging Agadi mit, da ich ihn als Dolmetscher brauchte. Nachdem wir ungefähr eine Viertelstunde lang durch den Wald gegangen waren, gelangten wir an die Savanne, welche infolge der Nähe des Wassers dicht mit saftigem Grase bestanden war. Dort hielten die 200 Krieger mit ihren Reitochsen und den Treibern, welche die übrigen Rinder gebracht hatten. Die Bohr waren schwarze, kräftige, nur mit einem Lendentuche bekleidete Gestalten. Ihre Waffen bestanden ausnahmslosen Messern, welche kräftig genug waren, um mit denselben einen Weg durch die Schlingewächse des Waldes zu bahnen und alten, langen Flinten, mit denen diese Leute aber, wie ich später sah, sehr gut umzugehen verstanden. Die Ochsen waren stark und sehr gut genährt, von feineren Formen und Linien als die unsrigen. Ihre Augen blickten nicht stier, sondern klug und verständig und es kam auch während unseres Zuges kein einziger Fall von Starrenackigkeit vor, wie man sie bei unseren Stieren so oft beobachtet. Ich fand ihren Gang leicht und gewandt. Derjenige, den ich später ritt, gehorchte dem leisesten Drucke, ertrug alle Anstrengungen ohne zu ermüden und war mir nicht ein einziges Mal ungehorsam. Es waren weit über 400 solcher Tiere da. Die Lastochsen trugen an jeder Seite entweder einen Basskorb oder einen großen tönernen Krug. Die Körbe waren zur Aufnahme der festen Gegenstände bestimmt, während in den Krügen das Trinkwasser transportiert werden sollte, da das Wasser der Sümpfe, an denen unser Weg vorüberführen sollte, nicht zu genießen war. Die für die vornehmeren Personen bestimmten Reitochsen trugen eine Art Sattel und, wie auch alle übrigen, in der Nase zwei Ringe, an denen die Zügel befestigt waren. Der Häuptling hielt an seine Leute eine Rede, welche ich leider nicht verstand. Wie mir der Dolmetscher sagte, hatte er ihnen die Gründe, die Richtung und den Zweck unseres Zuges mitgeteilt und sie zur Tapferkeit aufgefordert. Sie antworteten mit einem Geschrei, welches jedenfalls den Sinn unseres Vivat oder Hurra haben sollte. Dann ließ er sie an mir erst vorüberziehen und nachher vorüber reiten. Das sollte eine Parade sein, doch warteten sie noch auf einen alten Dessauer, von welchem sie den Gleichschritt lernen konnten. Was ihnen in dieser Beziehung mangelte, das ersetzten sie vollständig durch die grimmigen Gesichter, welche sie schnitten. Wenn es nach diesen ging, so hatte ich jetzt, wie Selim sich ausdrücken würde, die tapfersten Helden des Weltalls vor mir. Als die Truppenschau beendigt war, kehrten wir nach dem Lager zurück. Die Krieger blieben auf der Savanne, da bei uns unter den Bäumen kein Platz für sie war. Doch musste uns eine Anzahl von ihnen begleiten, um Fleisch zu holen. Dass davon genug vorhanden war, kann man sich denken, wenn ich sage, dass das erlegte Nilpferd eine Länge von wenigstens vier Metern hatte. Wir hatten uns noch nicht lange im Lager befunden, so kehrte das ausgesandte Boot zurück und die Insassen desselben zeigten mir an, dass der Rees Effendina schon im Ansegeln sei. Ich begab mich nach der Nilpferd Falle, um ihn dort zu erwarten, da diese Stelle sich am besten zum Anlegen eignete. Von dort aus sah ich bald darauf das Schiff im Eingange des Mai J erscheinen und nach wenigen Minuten kam der Emir allein an das Ufer. Ich berichtete ihm von dem Erfolge, welcher meine Sendung gehabt hatte und er war sehr erfreut darüber. Auch er fand es für sehr vorteilhaft für uns, dass die Boer entschlossen waren, in solcher Zahl an unserem Zuge teilzunehmen. Dennoch gab er erst dann, als ich ihm versichert hatte, dass dieselben nicht etwa eine Heimtücke gegen uns beabsichtigten, den erbietigen Worten begrüßte. Dann lud er ihn ein, sich mit nach der Savanne zu begeben, um die dort befindlichen Boerkrieger ebenfalls zu besichtigen. Da ich dieselben schon gesehen hatte, verzichtete ich darauf mitzugehen und Derez Effendina konnte die Leitung der notwendigen Marschvorbereitungen selbst in die Hand nehmen. Ich hatte also nichts zu tun und weil es noch mehrere Stunden bis zum Anbruch des Abends war und ich nicht müßig bleiben wollte, so gedachte ich, mich durch eine Jagd auf essbare Vögel zu beschäftigen. Da der Häuptling die Gegend kennen musste, so fragte ich ihn, wohin ich mich wohl zu wenden hätte, um zum Schusse zu kommen. Hier wirst du nichts finden, Effendi, ließ er mir durch Agadi antworten. Unsere Anwesenheit hat das Wild verscheucht, aber wenn vor feindlichen Begegnungen sicher sein werde, ich weiß, dass du gar nichts zu befürchten hast, du wirst auf keinen Menschen stoßen, da die Gegend nur von uns bewohnt wird. Diese Versicherung musste mein Bedenken, wenn ich ein solches gehabt hätte, vollständig zerstreuen. Ich hatte aber meine Frage nur aus gewohnter Vorsicht, nicht aber anfolge einer Befürchtung ausgesprochen und Das hörte einer, den ich früher oft mitgenommen hatte, was aber, da er seit einiger Zeit bei dem Res Effendine an Bord war, in letzter Zeit nicht mehr geschehen war, nämlich Selin, der Schleuderer der Knochen. Er trat schnell zu mir heran und sagte, Effendi, nimm mich mit, ich will auch Vögel schießen. Ich kann dich nicht brauchen, antwortete ich ihm in Erinnerung an frühere in die er mich gebracht hatte. Warum? fragte er, indem er ein außerordentlich erstauntes Gesicht machte. Weil du jedenfalls doch nur wieder Dummheiten begehen würdest. Da warf er die langen Arme empor, schlug die Hände über dem Kopf zusammen und rief aus. Dummheiten! Ich Selim, der berühmteste Krieger und Jäger des Weltalls! Dummheiten! Hat man schon einmal so etwas gehört? Du beleidest die Tiefen meiner Seele und betrübst die Gefühle meines Herzens! Von mir kann der tapferste Held der Erde nicht bestehen! Lass 50 Nilpferde und 100 Elefanten über mich herfallen! Sie werden mir nichts anhaben können! Ich erlege sie vielmehr in der Zeit von 5 Minuten! Und du willst doch nur Vögel schießen! selbst ständig halten kann! Wir nahmen das kleine Boot unseres Schiffes, welches sehr leicht war und Platz für mehr als zwei Ruderer und einen Steuerer hatte. Benil und Selim ruderten. Wir fuhren quer über den Mai Jä hinüber und legten am jenseitigen Ufer an, wo wir ausstiegen und uns in den Wald begaben. Wir schritten wohl über eine Viertelstunde lang durch denselben, kamen aber nicht zum Schusse. Es gab Vögel genug, aber sie waren zu scheu. Wir sind noch nicht weit genug vom Lager entfernt, meinte Benil. Wir müssen viel weiter an den Mai Jä hinein. Da ich die Bemerkung Benils für richtig hielt, kehrten wir nach dem Bote zurück und fuhren eine bedeutende Strecke am Ufer hin, bis wir an eine schmale Bucht kamen, welche sich links an das Land zog. Ich steuerte da hinein. Selim warf den Blick umher und sagte, hier werden wir finden, was wir suchen. Steigen wir nun aus. Er zog, ohne auf meinen Befehl zu warten, das Ruder ein. Wir waren noch mehrere Ellen vom Ufer entfernt, an welchen sich eine Art Halbinsel von auf deren Oberfläche grünendem Sumpfgras angesammelt hatte. Dadurch, dass Selim sein Ruder einzog, bekam das Boot eine Wendung, welche ich mit dem Steuer unmöglich sofort korrigieren konnte. Wir gerieten mit der Spitze des Fahrzeuges in das Sumpfgras. Selim hielt die schwimmende Halbinsel für festes Land und HALT! rief ich ihm zu. Bleib, du brichst durch! Aber noch schneller, als ich sprechen konnte, hatte er sich aufgerichtet und den Sprung getan. Meine Worte erfüllten sich buchstäblich. Er brach durch und verschwand unter dem verräterischen Grün des Sumpfgrases. Unser leichtes Boot geriet durch den Sprung des unvorsichtigen Menschen in gefährliche Schwanken. Es wollte mit der Backbordseite Wasser fassen. Darum neigte ich mich rasch nach der rechten Seite, um die linke im Port zu bringen. In diesem Augenblick tauchte Selim gerade an der letzteren wieder auf, hielt sich am geneigten Bootsrande krampfhaft fest und brüllte Ich ertrinke! Hilfe! Hilfe! Nimm die Beine hoch! Schwimme! rief ich ihm zu. Du stürzt sonst das Boot um! Ich will hinein! hinein! zitterte er. Die Krokodile kommen! Die Krokodile! Hib mich hinein! Schnell! Schnell! Sonst fressen sie mich! Es war kein Krokodil zu dennoch blieb der Kerl vor Sätzen steif und schwer am Boot hängen so dass dasselbe sich nicht aufzurichten vermochte Ben Neil schnell auf die andere Seite sonst kentern wir gebot ich meinem jungen Gefährten dieser wollte gehorchen und rückte nach rechts von Selim ab dies vergrößerte die Angst des letzteren welcher schrie nicht vordrücken bleib da zieh mich hinein sie kommen sie kommen er zog sich aus furcht vor den krokodilen die es doch gar nicht gab am rande des bootes in die höhe und langte nach Ben Neil die seitige last war für das leichte fahrzeug zu schwer es fasste wasser und kippte das selim trotzdem nicht los ließ um der alte pechwogel verschwand wieder in die tiefe und auch Ben Neil ging unter mit ihm unsere gewehre welche auf dem boden des fahrzeuges gelegen hatten nur ich blieb an der oberfläche da ich so vorsichtig gewesen war die armen und beine sofort zum schwimmen auszubreiten Ben Neil kam rasch wieder empor wo selim fragte er als er diesen nicht sah unten tauchen wir ihm nach sonst da trinkt er uns nach dieser aufforderung ließ ich mich sinken und wurde augenblicklich an einem Beine gepackt ich arbeitete mich empor und schwamm selim nach mir ziehend dem Ufer zu er hing selbst dann als ich mich auf dem trockenen befand nicht los ließ halb im wasser und halb am lande liegend hatte er die augen fest geschlossen und bewegte sich nicht ich musste kraft anwenden um mich von seinem krampfhaften griffe zu befreien er ist doch nicht tot fragte Ben welcher auch an das Ufer kam nein so schneller trinkt niemand aber ohne besinnung ich mach doch die augen auf er folgte dieser aufforderung sah uns an kam sofort vollends an das land sah voller angst nach dem wasser rückwärts und schrie wo sind die krokodile wo schnell fort von hier er wollte wirklich fort ich hielt ihn fest und gebot bleib feigling kein krokodil wird so dumm sein dich für einen guten Bissen zu halten du bist vollständig sicher hier es gibt kein krokodil in der nähe aber mit unserer jagd ist es nun auch zu ende das kommt davon dass wir dich mitgenommen haben ich wusste doch dass es ohne irgendeine dummheit nicht abgehen werde dieses wort brachte ihn vollständig wieder zu sich er sah dass keine gefahr vorhanden war grund genug für ihn eine möglichst würdevolle Haltung einzunehmen und mir in beleidigtem tone zu antworten sprich ja nicht so effendi wer hat eine dummheit gemacht du oder ich wer hat uns nach diesem grase gesteuert welches ich für das feste ufer halten musste doch du nein ich wollte an demselben vorüber da du aber ohne von mir den befehl dazu erhalten zu haben das ruder einzogst so bekam das boot eine falsche wendung eigentlich hätten wir dich ertrinken lassen sollen dann brauchten wir uns nicht mehr über einen solchen dummkopf zu ärgern dummkopf etwa ich nein du kannst mich unmöglich meinen nefendi und ich ertrinken ich sage dir ich bin in allen meeren und flüssen so zu hause dass ich am lande viel leichter ertrinken würde als im wasser wenn das so ist so gehe da hinein und hole das boot vor allen dingen aber zunächst unsere gewehre heraus da kratzte er sich die berühmten stellen hinter den ohren und schwieg meine aufforderung war keineswegs ernstlich gemeint gewesen selim war nicht der mann uns wieder zu unseren gewehren zu verhelfen ich musste das selber tun darum leerte ich meine taschen um den inhalt derselben zum trocknen in die sonne zu legen und gab auch den gürtel mit allem was sich in dem selben befand dazu nachdem ich mich der stiefel entledigt hatte ging ich in das wasser es war leicht die flinten zu finden da sie gerade an der stelle unten lagen an welcher der unfall geschehen war während ich sie durch untertauchen herauf holte legte auch benil alles überflüssige von sich um nach dem boote welches kiloben trieb zu schwimmen und es nach dem ufer zu schaffen dann saßen wir an letzteren damit beschäftigt die schlösser und läufe der gewehre zu reinigen und zu trocknen dabei hielten wir die augen dem wasser zu gekehrt und sprachen laut miteinander da wir keinen grund zu haben glaubten leise zu reden und dem walde hinter uns eine besondere aufmerksamkeit zuzuwenden leider aber hatte der häuptling allerdings ohne absicht uns falsch berichtet seine meinung dass wir hier an diesem ufer keinen menschen treffen würden erwies sich als falsch wir sollten leute sehen nicht bloß sehen und zwar was für welche ich war eben mit meinem gewehre fertig geworden und wollte nun nach den revolvern langen um nachzusehen wie weit sie vom wasser gelitten hatten da erklang hinter uns eine befehlende stimme drauf haltet sie fest nieder und bindet sie ich wurde so schnell dass ich nicht einmal zeit fand mich umzudrehen viel weniger aber aufzuspringen von hinten gepackt und niedergerissen drei oder vier dunkelfarbige kerle knieten auf mir und ein anderer bemühte sich mir mit seinem Kopftuche die Arme an den Leib zu binden ich versuchte sie abzuwerfen und mich aufzurichten ich kam einige Male halb auf wurde aber immer wieder niedergerungen bis ich endlich gebunden und widerstand also nicht mehr möglich war drei ähnliche verwegen aussehende menschen hatten Benil bemeistert neben diesem lag Selim er der größte Held des Weltalls wurde nur von einem in Schach gehalten jetzt da wir unscheidlich gemacht worden waren ließ sich derjenige sehen dessen Kommando wir gehört hatten er war im Gebüsch geblieben um nicht etwa von uns verletzt zu werden jetzt da er sich sicher fühlte kam er hervor und redete uns an ihr seid hier my jasem cut ihr hunde das hat Allah gefügt er hat euch in meine Hand gegeben und nun sollt ihr uns gewiss keinen Schaden mehr tun wir sahen zu unserem großen Erstaunen den Musabir vor uns stehen den Menschen dem ich schon einige Male so glücklich entgangen war ich war der Meinung gewesen dass er mit Ibn Assel gezogen sei warum war er hier am IJ zurück geblieben und was für Leute waren es die er da befehligte sein Gesicht drückte die größte Freude aus als er hart an mich herantretend fortfuhr der Teufel ist erlaubten dieses mal aber wird dir nichts zur Hilfe sein denn wir werden dir von allen Dingen keine Zeit zum Entkommen geben sobald wir mit dir das Lager erreichen wirst du aufgehängt leider ist dieser Tod ein viel zu schneller für dich du solltest langsam tot gematert werden doch kann dies immer noch geschehen wenn du dich weigerst mir die Wahrheit zu sagen also willst du dir die Schmerzen ersparen so sprich aufrichtig wo kommt ihr her er sprach von einem Lager sollte Ibn Assl noch hier sein schwerlich mich auf schweigen zu legen wäre albern gewesen freilich konnte es mir auch nicht einfallen ihm die Wahrheit zu sagen ich antwortete auf seine Frage wir drei kommen den fluss herauf weiter niemand nein lüge nicht schauer ich sage die Wahrheit nein du lügst dein Boot verrät dich solche Boote gibt es hier nicht es kommt weiter her es gehört zu einem Schiffe und das Schiff wird das jenige des Rees Effendina sein gestehe es von wem hast du das Boot ich beschloss diesmal die Wahrheit zu sagen damit er das weitere nicht bezweifeln möge darum antwortete ich ihm vom Rees Effendina dachte es mir wo liegt sein Schiff unten im Flusse andern halb Bootstage reise von hier das soll ich glauben warum seid ihr nicht auch dort weil er uns voraus gesandt hat damit wir hier mein J Nilpferd fallen stellen unsere Asaka sollten übermorgen bei ihrer Ankunft gleich Fleisch finden was wollt ihr überhaupt hier oben wir suchen eben Assel ah kennt ihr denn seine Seribar nicht nein wir werden sie aber noch erfahren ihr werdet nichts weiter erfahren als wie es in der Hölle aussieht denn ehe die Sonne gesunken ist seid ihr tot seid ihr während eurer Fahrt auf keiner Seribar eingekehrt wir hielten bei der Seribar Aliab an wem gehört sie einem alten lahmen manne welcher mit den Anwohnern des Flusses Handel treibt vielleicht Sklavenhandel nein er ist ein ehrlicher Mann und verkauft nur Waren da lacht er laut und höhnisch auf und sagte so dumm kann doch nur ein Christ ein verdammter Jawa sein Mensch um dein Gehirn dann muss muss es traurig stehen du hast dich von diesem ehrlichen manne fürchterlich betrügen lassen wisse diese Seribar Aliab gehört eben Assel und der alte lahme Mann der sich für einen Händler ausgegeben hat ist der Feldwebel des Sklavenjägers alle wetter rief ich aus indem ich mich überrascht stellte ja so ist es ihr wollt eben Assel fangen lächerlich erst längst nicht mal da wo ihn sucht wo ist er denn fragte ich in beabsichtigter Navität wo ist er meinst du dass ich dir das sagen werde lachte er fügte aber schnell wieder ernst werdend hinzu doch ja ich will es dir sagen um dir zu beweisen dass wir dich nicht mehr zu fürchten brauchen und dass du verloren bist eben Assel ist mit über 200 Krieger nach Wagunda um die dortigen Gockneger zu Sklaven zu machen warum gingst du nicht mit fürchtet fürchten ich ich sollte dir eigentlich die antwort auf diese frage ins gesicht hineins schlagen ich bin mit dem Möcker dem hier zurück geblieben weil eben Assel sobald der Sklaven gemacht hat den Weg gerade nach hier einschlagen wird wir bauen hier eine neue Serie bar nur leichte Hütten einst weilen in denen die Sklaven sobald sie kommen untergebracht werden sollen bis wir Gelegenheit finden sie sicher an den Mann zu bringen du sollst diese neue Serie bar sehen denn wir werden jetzt nach dort aufbrechen er hatte neun Männer bei sich je zwei von ihnen nahmen Benil und Selim zwischen sich die anderen fünf mussten mich bewachen und er gebot ihnen außerordentlich aufmerksam zu sein das Boot blieb am Ufer liegen wo es mit dem Stricker an einem Baume hing es sollte wie ich hörte später abgeholt werden wir wurden fortgeführt längs des Ufers hin nach kurzem hörte der Wald auf und ich sah eine ziemlich weite offene Grasfläche vor mir welche bis an das Wasser trat dort wurde der Mai J nur von einem schmalen Saum von Büschen eingefasst diese Prärie war jedenfalls infolge eines Waldbrandes entstanden es ging über sie hinweg wohl eine halbe Stunde lang dann sahen wir indem wir den Mai J immer zur rechten Hand behielten wie der Wald vor uns an dessen Rande mehrere Hütten errichtet waren das kreisrunde Gemäuer derselben bestand aus Schlamm und Schilf die trichter förmig sich verjüngenden runden Dächer waren nur aus Schilf gefertigt diese Tukuls bildeten jedenfalls die neue im werden noch begriffene Seribar des Sklavenjägers als wir uns derselben näherten kamen uns vier Männer entgegen drei mit afrikanischen Gesichtszügen in dem vierten erkannte ich den Mokadem der heiligen Kadirine wie staunte er als er mich erblickte nachdem er seine Freude mich als Gefangenen wieder bei sich zu sehen einen mehr als reichlichen Ausdruck gegeben hatte fragte er wo und auf welche Weise wir ergriffen worden sein der Gaukler teilte ihm nun alles mit was ich gesagt hatte und beide glaubten es was freilich kein Beweis von großer Klugheit ihrerseits war da der Musabir mir gesagt hatte dass ich schleunigst aufgehängt werden sollte so war ich auf eine schnelle Flucht bedacht gewesen das Kopftuch mit welchem man mir die Arme platt um den Leib gebunden hatte musste zerrissen werden Auf der Seribar befanden sich unsere beiden Todfeinde und die zwölf Asaka welche eben Assel bei ihnen gelassen hatte sie alle waren zwar bewaffnet legten aber als wir die Hütten erreichten ihre langen Gewehre ab die Pistolen und Messer welche sie nun noch bei sich hatten konnten mir nichts schaden etwas seitwärts weideten zwei Ochsen Reitochsen wie es schien die an den Nasenriemen befessigten Zügel waren ihnen um den Hals geschlungen es versteht sich wie ich kaum zu bemerken brauche ganz von selbst dass man uns alle unsere Habseligkeiten abgenommen hatte der Mokadem war ganz damit einverstanden dass wir durch den Strick sterben sollten doch stellte er den Antrag wenigstens mich vorher einen klein wenig zu martern während man darüber verhandelte flüsterte ich ich schneide euch los dann rennt ihr gerade wegs ohne euch umzusehen nach unserem Bote und steigt ein um sofort abrudern zu können wenn ich nach euch komme wie willst du schneiden können antwortete Benil für unsere Feinde unhörbar du bist doch gebunden und hast kein Messer ich mache mich frei werden wir entkommen sie werden alle hinter uns her sein hinter euch nicht ich schlage zunächst eine andere Richtung ein und da sie es doch meist auf mich abgesehen haben werden sie mir nachrennen und nicht euch wartet dann aber ja bis ich komme sonst werde ich doch Gott werde es wieder fester binden er bedachte nicht dass er um dies zu tun den knoten aufmachen musste dieser wurde allerdings nur für einen kurzen moment gelöst aber in dem selben augenblicke stieß ich die ellbogen von mir ab bekam die arme frei drehte mich nach dem musabier um rieß ihm mit der rechten das Messer aus dem gürtel schlug ihm die linke ins gesicht dass er hinten über stürzte dann zwei rasche schnitte benils und selims banden waren in zwei und die beiden rannten was sie nur laufen konnten davon diese bewegungen waren in größter schnelligkeit geschehen aber doch nicht zu schnell für den mocker dem welcher herbeisprang und mich beim linken arme ergriff um mich festzuhalten ich hatte das messer in der rechten musste von ihm los wollte ihn aber doch nicht erstechen darum warf ich es fort und schlug ihn mit der geballten faust nieder sodass er meine linke fahren lassen musste und rannte dann auch fort aber nicht gerade aus wie meine gefährten es taten sondern nach rechts in die prärie hinein dabei musste ich tat bemerkte ich dass er den zügeln gehorchte und mich also wenigstens in dieser beziehung nicht in verlegenheit bringen werde hinter mir schrien die sklavenjäger wie toll sie rannten mir nach ich sah mich nach ihnen um und bemerkte dass der musabier sich schnell wieder aufgerafft hatte und soeben den zweiten ochsen bestieg um mir auf dem selben nach zu jagen das war mir leider aber erwies sich diese zuversicht als unbegründet mein ochse trat mit einem vorderbein in ein loch welches ich nicht hatte bemerken können da es mit gras bewachsen war blieb hängen und überschlug sich ich wurde abgeschleudert und flog in einem weiten bogen mit solcher gewalt zur erde dass ich eine kleine weile wie geprellt liegen blieb dann raffte ich mich auf ich war unverletzt aber der ganze körper brummte mir wie man dieses sonst so schwer zu beschreibende gefühl mit einem volkstümlichen ausdruck zu bezeichnen pflegt der ochse konnte nicht auf er hatte den fuß gebrochen und ich war also auf die schnelligkeit meiner eigenen beine angewiesen der mosabir war mir bis auf 200 schritte nah er stieß ein triumph geschrei aus und ich aber war mir der erstere er holte mich auf alle fälle ein war es da nicht besser ihn stehen den fuß ist zu erwarten zwar war er bewaffnet und ich nicht doch glaubte ich mich auf meinen scharfen blick und mein gutes glück verlassen zu können ich blieb also stehen er kam herangejagt richtete die pistole auf mich und rief wohl noch 100 Schritte von mir entfernt stirb hund willst du dem stricken gehen so triff dich meine kugel er drückte ab und traf mich nicht wie mit fast absoluter sicherheit zu erwarten gewesen war wer aus solcher Entfernung und auf einem Ochsen galoppierend mich treffen wollte musste ein besserer Schütze sein und jedenfalls auch eine bessere Waffe haben die Pistole hatte nur einen Lauf er steckte sie in den Gürtel und zog die andere noch einmal schoss er und fehlte wieder jetzt gehörte der Mann mir darauf hätte ich jede Wette eingehen mögen er steckte auch die zweite Pistole ein und riss das Messer aus dem Gürtel aus Wut über die beiden Fehlschüsse und dem grimmigen Verlangen meiner habhaft zu werden verlor er das richtige Augenmaß und vergaß sein Tier im richtigen Augenblicke zu zügeln es blieb nicht bei mir halten sondern schoss eine kleine Strecke über mich hinaus er riss in die Zügel und versäumte dabei sich nach mir umzusehen es waren nur wenige Augenblicke welche er verlor doch genügten sie mir vollständig seine Unvorsichtigkeit zu benutzen ich rannte ihm nach und noch hat er den Ochsen nicht vollständig zum stehen gebracht laufe weiter und brüllte er lass mich los sonst brechen wir beide Hals und Beine ich breche nichts lachte ich aber dir zerknicke ich die Knochen lass das Messer fallen sonst drücke ich dir die Rippen ein er hielt mit beiden Händen die Zügel und nebenbei das Messer in der rechten er ließ es fallen als ich bei meinen Worten die Arme fest um ihn schlang halt ein stöhnte er du zermalmst mir die Brust falls du gehörst geschieht dir nichts im ersten Augenblicke des Ungehorsams aber zerquetsche ich dich wie eine faule Frucht du hast die Zügel lenke den Ochsen mehr nach links seine Leute waren immer noch so weit zurück dass ich sie nicht zu beachten brauchte meine beiden Begleiter hatten die Savanne durchquert sie und konnten nicht mehr belästigt werden es handelte sich nur noch darum ihn zu folgen und zwar nicht allein der Musabier musste mit darum zwang ich ihn nach links einzubiegen in die Richtung welche mich zu unserem Bote führte ich presste ihm die Rippen so zusammen dass er gezwungen war meinen Befehl auszuführen er stöhnte laut unter meinen Griffe gehorchte aber ohne Einbord zu sagen der Ochse Die Sklavenjäger schlugen hinter uns unter der Leitung des Mokadem dieselbe Richtung ein sie schrien wie besessen konnten mir aber nicht die geringste Sorge mehr machen wir hatten beinahe den Wald erreicht da hob der Musabier das eine Bein um es auf die andere Seite des Ochsen zu bringen und dadurch vielleicht meiner Umarmung zu entschlüpfen ich war keineswegs gewillt mich damit zu begnügen dass ich meinen Feinden entkommen war hatte ich diesen Menschen einmal in meinen Händen so sollte er auch in denselben bleiben darum ließ ich ihn für einen kurzen Augenblick los fasste ihn mit der linken am halse und schlug ihm die Faust gegen die rechte Schläfe er ließ das bereits erhobene Bein wieder sinken und wollte mit dem Oberkörper nach vorn fallen ich zog mit der anderen Hand seinen jetzt wie leblosen Körper wieder an mich in diesem Augenblick hatte ich den Wald erreicht und musste den Ochsen zügeln er gehorchte und schritt langsamer vorwärts dennoch war es nicht leicht mich auf seinem Rücken zu halten ohne den Musabir fallen oder mich von dem Gezweig abstreifen zu lassen später als die Bäume dichter zusammentraten sah ich mich gezwungen abzusteigen ich ließ den Ochsen laufen nahm den Musabir auf die Schulter und eilte der Stelle zu an welcher ich das Boot wusste es lag noch da Benil und Selim saßen meiner ängstlich wartend darin hamdu ilah rief mal der erstere als er mich sah entgegen wie gut dass du kommst wir hatten große Sorge um dich effendi aber wen bringst du da getragen das ist Bayallah das ist ja der Musabir allerdings er wollte uns haben und da haben wir ihn welch ein Glück welch ein Streich von dir wie hast du das fertig gebracht davon später jetzt müssen wir rasch fort denn die verfolger werden bald da sein sie haben unsere Waffen und Sachen wollen wir ihnen das lassen nur für einst weilen jetzt gilt es von ihr fort zu kommen direkt über den Mai J nein sie würden uns sehen und also erfahren wohin wir uns wenden wir rudern immer nahe am ufer zurück wo sie uns nicht entdecken können sind wir dann unserer Nilpferdfalle gegenüber angekommen so ist es inzwischen dunkel geworden dass sie unser Boot nicht mehr sehen können wenn es quer über den Mai J geht ich war während dieses kurzen Wort aus tausches gesetzt die beiden legten sich in die ruder und wir flogen und so nah wie möglich an das ufer haltend unter den bäumen dahin die sonne stand schon tief hinter dem jenseitigen walde und musste in einigen minuten hinter dem horizonte verschwinden wir beeilten uns bis dahin diejenige stelle zu erreichen an welcher wir der Nilpferdfalle gegenüber vorhin gelandet waren und vergeblich nach federwild gesucht hatten während die beiden fleißig ruderten erzählte ich ihnen auf welche weise es mir gelungen war mich des musabir zu bemächtigen als ich diese mitteilung beendet hatte sagte Benil wer hatte das gedacht als man uns fortschleppte und von unserem tode sprach glaubte ich alles verloren und nun ist das gegenteil geschehen wir kehren als sieger zurück denn wir haben den musabir gefangen er war meines lobes voll sein mund floss über selim aber verhielt sich schweigend er sagte kein wort sodass Benil ihm unwillig zurief und du bist still kannst du dem meffendi nicht danken ohne ihn hingst du jetzt gerade wie ich auch an einem baume selim begann nun wieder seine gewöhnlichen prallereien ich gebot ihm aber schweigen weil wir an musabir sich zu regen begann wir legten an und fesselten den letzteren mit seinem eigenen gürtel er ließ das geschehen ohne einen laut von sich zu geben oder nur den leisesten versuch des widerstandes zu machen die schatten des waldes lagen schon längst auf dem wasser jetzt begann es zu dunkeln und wir stießen nun wieder ab um den Kiel gerade nach der Nierpferdfalle zu richten wo das schiff im dunkel des abends lag in anbetracht der feinde denen wir entkommen waren war es mir lieb dass kein licht auf dem selben brannte sie hätten es vielleicht doch drüben sehen können der res effendina hatte posten ausgestellt befand sich aber bei den tokuls der bohr wir begaben uns dorthin indem wir den musabir so fest zwischen uns nahmen dass es keine möglichkeit des entkommens für ihn gab wie staunte der emir als er ihn sah und von mir hörte was geschehen war man hatte schon ein Feuer angezündet er nahm den gefangenen beim arme schob der flamme warf einen finsteren forschenden blick auf ihn und fuhr ihn dann an kennst du mich als der gefragte nicht antwortete wiederholte er weißt du wer ich bin antworte sonst lasse ich dich hauen dass dir das fleisch von den knochen fällt du bist der res effendina erklang es in trotzigem tone ja der res effendina bin ich aber weißt du denn auch was das für dich bedeutet als res effendina bin ich dein richter und du wirst von mir gehört haben dass ich nichts zu fackeln pflege ich habe dich nicht zu fürchten ob du dich vor mir fürchtest oder nicht das ist deine Sache die meinige aber ist den stab der gerechtigkeit zu schwingen falls du gerecht bist du musst du mich entlassen ich habe dir nichts getan du bist sklavenjäger beweise es mir bringe mir einen sklaven den ich gefangen habe bellen nur hund bald wirst du winseln hast du nicht diesen meffendi nach dem leben getrachtet er lügt und selbst wenn es wahr wäre müsste er sich nicht an dich sondern an seinen konsul wenden du irrst du bist untertan des vizekönigs an dessen stelle ich hier vor dir stehe deine missetaten sind mir alle bekannt der fendi hatte sehr oft nachsicht mit euch ich aber wusste dass du in dem augenblicke an welchem ich dich fassen würde verloren seist jetzt habe ich dich folglich ist es aus mit dir bring mir beweise was andere sagen geht mich nichts an ich kann zeugen dafür bringen dass ich nichts getan habe und fälschlicherweise angeschuldigt werde ich will mich durch deine worte nicht erzürnen lassen weil du in meinen Augen bereits eine leiche bist und ich mich über einen toten unmöglich ärgern kann deine zeugen gelten nichts ich glaube denen die deine ankläger sind mein gesetzbuch ist dasjenige der wüste gleiches mit gleichem wehe dem der wehe tut aziz bringe einen strick aziz war bekanntlich der liebling und urteilsvollstrecker des res efendina er ging in einen to cool um den verlangten strick zu holen als er ihn brachte rief der musabir aus efendina willst du etwa ernst machen bedenke die verantwortung der mocker dämme der heiligen kadirine ist mein freund er weiß dass ich unschuldig bin und würde dich wegen meines todes vor den vizekönig fordern dieser mocker dem ist auch mein freund und wird noch ehe es morgen wird zu seinem vergnügen hier neben dir hängen hinauf mit ihm an den ast drei asaker hielten den musabir fest aziz legte ihm die schlinge um den hals und das andere ende des suchte sich zu wehren er schrie und heulte in einem fort seine unschuld beteuert ich konnte es nicht unterlassen den ihm um gnade zu bitten erhielt aber wie zu erwarten stand die zornige antwort schweig du weißt wie auf ich dir zu liebe milde walten ließ hätte ich das nicht getan so wären wir längst mit diesen hunden fertig kommst du nun da wir fast dass ich nichts mehr von dir wissen mag halte also den mund und entferne dich wenn du es nicht vertragen kannst einen solchen halunken hängen zu sehen nun das war deutlich genug dieser weise hatte noch kein freund zu mir gesprochen ich verzichtete natürlich auf jedes weitere wort und wendete mich schweigend ab es widerstrebte mir zwar augenzeuge der hinrichtung zu sein doch war es keineswegs schwäche welche mir meine bitte diktiert hatte darum blieb ich seitwärts stehen um zuzusehen der musabir bekam einen zweiten strick unter den armen hindurch an welchem er por gezogen wurde dann band man den ersten strick dessen schlinge ihm um den hals ging an einem starken aste fest nun wurde der vorige strick losgelassen und die schlinge zog sich fest die arme und beine bewegten sich eine kurze zeit krampfhaft in der luft worauf sie schlaff herab hingen als dies geschehen war kam der emir zu mir sein zorn war so schnell verraucht wie er gekommen war effendi die gerechtigkeit ist befriedigt doch nicht vollständig sagte er wir müssen auch den mokadam noch haben hoffentlich wirst du mir dabei deine hilfe nicht versagen wie kommst du wolltest vorhin den musabir frei bitten und ich muss dir aufrichtig sagen dass ich den mokadam sobald wir ihn haben an dem selben baume aufhängen lassen werde ist dir das nicht recht so mag benil uns nach der neuen serie bar führen und du bleibst hier damit dein zartes gewissen dir später keine Vorwürfe machen kann mein Gewissen ist ebenso kräftig wie das deinige lass tausend menschen hängen ich sehe ruhig zu wenn sie es verdient haben wenn aber ich es bin an dem sie sich versündigten so halte ich es für meine Pflicht wenigstens ein gutes Wort für sie einzulegen fruchte das nicht so habe ich ich muss dich sogar schon jetzt um deinen Rat bitten denkst du dass wir die schifte ergreifen werden ich bin überzeugt davon und ich befürchte dass sie entflohen sein werden sie können sich doch denken dass du zurückkommst wenn sie dies denken so glauben sie doch jedenfalls nicht dass ich so bald komme ich habe dafür gesorgt dass sie sich heute noch sicher fühlen sie glauben du seist andernhalb tage reise von hier entfernt ich muss da man uns die waffen abgenommen hat auf deine ankunft warten ehe ich etwas gegen sie unternehmen kann ich bin ihnen entflohen jedenfalls weit fort um von ihnen nicht gefunden zu werden das ist ihre Ansicht und darum werden sie sich auf ihrer neu angelegten seribar so sicher fühlen als ab heute gar nichts geschehen wäre wenn du dich zu wir haben zwei boote und brauchen uns nur eins noch von den boot zu borgen so fassen sie mehr leute als wir brauchen um diese wenigen gegner zu überwältigen da müssen wir aber einen anderen weg nehmen dass wir unser komme nicht bemerken natürlich sie wissen dass wir bis wir über die jenseits liegende neue seribar hinaus sind dann fahren wir quer über den mai j landen lassen die boote zurück und schleichen uns zu fuße zu ihnen hin können wir uns nicht verirren nein der mond geht bald auf dann ist der dunkle wald am jenseitigen ufer leicht von der Savanne zu unterscheiden an deren rande die seribar liegt nimm außer mir und bernil 20 man mit das genügt ich denke auch dass wir nicht mehr brauchen die waffen welcher du bedarfst kannst von jedem zurückbleibenden askaria halten lass sie dir geben ich mag keine ich hole mir die meinigen nähe mich jetzt andere mit so müsste ich sie zurück tragen aber wenn es zum Kampfe kommt und du bist unbewaffnet so kann es dir leicht schlimmer gehen schlimm ich fürchte gar nichts so will ich mit dem häuptling wegen des bootes sprechen der anführer der bohr war nicht nur bereit uns eines seiner boote zu leihen sondern er bat uns ihn mitzunehmen was ihm auch gern gestattet wurde ich stieg mit dem emir und benil in das kleine boot welches wir am nachmittag gehabt hatten um voranzurudern während die asaka in den beiden größeren fahrzeugen folgen sollten noch war der mond nicht aufgegangen als unsere fahrt begann doch leuchteten die sterne hell genug um uns in das wasser ragende wurzeln und andere derartige hindernisse vermeiden zu lassen wir folgten genau dem ufer welches an dieser seite einige größere buchten hatte dadurch wurde unsere fahrt verlangsamt was mir aber gar nicht unlieb war da ich um dann später nicht zu irren auf den mond zu warten hatte als er aufging sahen wir ihn tief am horizonte stehen denn es gab da drüben keine bäume die ihn verdeckten daran erkannte ich dass wir uns schon parallel mit der baumlosen prärie befanden an deren anderem rande die seribar lag jetzt legten wir uns kräftiger in die ruder als bisher der mond stieg langsam höher verschwand aber doch nach einiger zeit hinter einer dunklen wand welche ihm uns unsichtbar machte das war der wald welcher drüben wieder begann wir waren also an der savanne vorüber ruderten noch eine kleine strecke weiter und hielten dann quer über den mai jenüber am jenseitigen ufer angekommen stiegen wir aus und banden die boote fest es galt zunächst zu erfahren ob unsere annäherung bemerkt worden sei wir verhielten uns zu diesem zwecke vollständig laut und bewegungslos um zu lauschen aber es war nicht zu hören dann suchte ich während die anderen noch immer still halten blieben die umgebung ab die bäume standen nicht dicht und der mond schien zwischen den kronen hindurch so dass ich ganz leidlich sehen konnte es war kein mensch in der nähe voran vielleicht 20 schritte von den anderen entfernt welche hinter mir eine lange einzelreihe zu bilden hatten noch hatte ich den rand des waldes nicht erreicht als ich den schein eines feuers vor mir sah und laute stimmen hörte ich ließ meine Asaker halten und schlich allein weiter um genau zu rekognosieren was ich sah gab mir die Gewissheit dass wir die feinde überwältigen würden Tokuls der jungen Seribar am Waldes rande unter den ersten bäumen zwischen zwei von ihnen hatte man das feuer angebrannt jedenfalls um die stechfliegen zu vertreiben an demselben saß der mocker der mit seinen Asakern von denen kein einziger fehlte man hatte es also nicht für nötig gefunden eine wache auszustellen man hielt sich für vollständig sicher das ging für mich auch daraus hervor dass ich kein gewehr sah man hatte die flinten in den Tokuls liegen lassen das freute mich um unsert und auch um der gegner willen denn wenn auch der mocker dem nicht zu retten war so hoffte ich doch dass falls kein blut vergossen wurde der res effendina die anderen begnadigen würde ich kehrte zurück und holte unsere Leute herbei sie konnten die feinde deutlich sehen denn das feuer brannte so dass der schatten einer hütte die stelle an welcher wir hielten verdunkelte ich wollte dem res effendina meine ansicht über das was nun zu geschehen habe mitteilen da nahm ich beim arme und sagte komm hier zur seite sonst wirst du getroffen er zog mich bei diesen worten fort ich folgte ihm ahnungslos und fragte unterbrach mich bernil welcher uns nachgehuscht war ich muss dir sagen dass die feinde erschossen werden sollen außer dem mokkardem als du vorhin vorangingst hat der res effendina befohlen dass schweig fiel ihm dieser zornig in die rede dann deutete er nach dem feuer hin und rief ehe ich es zu verhindern vermochte seinen leuten zu jetzt gib feuer schnell 20 gewehre erhoben sich und 20 schüsse krachten alle die noch soeben ahnungslos am feuer saßen brachen zusammen nur einen ausgenommen nämlich den mokkardem welcher aufsprang und entsetzt nach uns herüber starrte ich ahnte was nun folgen werde und sprang nicht etwa auf das feuer zu um ihn zu ergreifen sondern links dem ufer zu welches soweit die savanne reichte mit büschen eingefasst war was fällt hier ein rief mir der emir nach dort am feuer steht doch der kerl drauf er rannte gefolgt von allen seinen leuten auf das feuer zu das gab dem mokkardem seine geistes gegenwart zurück er wendete sich um zu fliehen wohin in den wald aus dem er die feinde kommen sah konnte er natürlich nicht hinaus in die prärie wo der einen weg zum was hin nur im schutze des ufergesträuches war rettung zu finden er sprang dorthin das war es was ich vorher gesehen hatte weshalb diese richtung von mir eingeschlagen worden war ich war ihm ohne dass er es beachtet hatte zuvor gekommen eben als er sich zur flucht wendete hatte ich schon das gebüsch erreicht und mich niedergeduckt jetzt kam er gerade auf mich zugerannt ich richtete mich auf er sah mich prallte zurück und rief er war so erschrocken dass er gar nicht auf den gedanken kam sich einer waffe zu bedienen er sah sein heil auch jetzt nur in der flucht und machte eine neue wendung um in die savanne hinaus zu eilen da fasste ich ihn hüben und drüben bei den oberarmen und warf ihn den asak zu welche hinter ihm hergeeilt kamen und ihn niederrissen was sie dann noch mit ihm taten war mir gleichgültig ich eilte an das feuer um nach den dort liegenden zu sehen neun waren tot einige von ihnen von mehr als einer kugel getroffen die übrigen schwer verwundet das hatte ich nicht gewollt der res efendina stand fern und beobachtete mich ich ging du es mir nicht vorher gesagt mussten sie denn ermordet werden ermordet ich verzeihe dir diese frage weil du dich in aufregung befindest konnte ich diese menschen laufen lassen und ihnen gelegenheit geben mir handwerk vorzutreiben das hätte ich nicht von dir verlangt du konntest sie begnadigen und in deinen dienst nehmen du hast ganz dasselbe schon mit ihren kameraden getan welche wir in der seribah aliyab gefangen nahmen ich tat das nur auf deine bitte hin wollte ich mich stets und so weiter nach deinen wünschen richten so müsste ich alle sklavenjäger des sudans zu meinen asakern machen und die Folge davon wäre dass sie mich schließlich zwängen selbst auch sklavenjäger zu werden davon ist keine rede es handelt sich nur um die zwölf Männer hier nur nie trauen kann genug mir meine bisher so zuverlässigen Soldaten nach und nach zu verführen und vollständig zu verderben nein wehe dem der wehe tut diese hunde haben den tod verdient und ich kenne meine pflicht du hast sie gesehen leben noch welche noch drei die so schwer verwundet sind dass sie unmöglich aufkommen können man wird sie erlösen komm zu dem Mocker dem er wird ganz entzückt darüber sein dich sobald wieder gesehen zu haben während ich dieser aufforderung folgte winkte er drei seiner leute zu sich und erteilte ihnen einen befehl den ich nicht verstehen konnte sie ginge nach dem feuer ich sah nicht hin aber drei rasch hintereinander fallende schüsse sagten mir dass sie den auftrag erhalten hatten die drei verwundeten zu erschießen der Mocker dem war an händen und füßen gebunden und an das feuer geschafft dann nahm da res effendina einen feuer brand und forderte mich auf mit ihm das innere des tokul zu untersuchen wir fanden in der ersten hütte einige fettlampen welche wir anzündeten da der brennende ast gefährlich war denn es stand zu erwarten dass ein vorrat von pulver vorhanden sei die hütte gegenstände vor welche uns abgenommen worden waren wir hielt natürlich alles zurück es versteht sich ganz von selbst dass wir alles was wir außerdem in diesem tokul und den anderen hütten fanden für gute beute erklärten und zwar sollte dieselbe unter die bohr verteilt werden als das der häuptling derselben hörte geriet er vor Freude beinahe außer sich und floss von Versicherungen seiner Treue Einige Asaka wurden dagelassen um die Hütten während der Nacht zu bewachen Am Morgen sollten die Bohr die Beute abholen und die Tokuls in Brand stecken Die Heimkehr geschah in gerader Fahrt quer über den Mai J hinüber so dass wir in kurzer Zeit das Lager erreichten Dort wurde der Mokadem so niedergelegt dass er die noch an dem Baume hängende Leiche seines Sündengenossen nicht sehen konnte Sein vom Feuer beleuchtetes Gesicht hatte einen sehr ruhigen Ausdruck Entweder besaß er beherrschend genug seine Angst zu verbergen oder er hatte gar keine Sorge sondern gab sich der Überzeugung hin dass selbst unter den gegenwärtigen Verhältnissen einem Manne von seiner Stellung nichts Schlimmes geschehen könne Diese Meinung wurde dadurch bestätigt dass er als man sich eine Zeit lang Soll ich etwa so liegen bleiben Ich will losgebunden sein Da trat der E-Mir zu ihm und antwortete Du scheinst missmutig zu sein Wohl weil du Langeweile hast Gut Du sollst Unterhaltung haben Willst du vielleicht die Gnade haben mir deine Wünsche mitzuteilen Spotte nichts sondern bedenke wer und was ich bin fuhr der Gefangene auf Gib mich frei Was wirst du dann tun Horsam leiste In diesem Falle bin ich bereit euch die Misshandlung welche ich erduldet habe zu verzeihen Wenn ich dir aber nicht einen Willen tue So erinnere ich dich daran dass ich Mocker dem der heiligen Kadirine bin und es mich nur ein Wort kostet dich und euch alle zu verderben So lass uns dieses große Wort doch einmal hören Effendina verhöhne nicht den Mann der so hoch über dir steht hunderttausende die zur Kadirine gehören sind mir untertan aber ich gehöre nicht zu ihr dennoch besitze ich die Macht dir zu beweisen wie tief du dich unter mir befindest du brauchst dich nicht zu bemühen o großer Mockerdem denn ich besitze ganz dieselbe Macht und ich bin gern bereit zu zeigen dass du recht hast in wenigen Augenblicken werden wir alle tief unter dir stehen und du wirst über uns erhaben sein du sollst schon jetzt den Vorgeschmack davon haben sieh sehen konnte als der Gefangene den Gehängten erblickte war er für eine ganze Minute still doch schienen seine Augen aus ihren Höhlen treten zu wollen dann schrie im Tone des Entsetzens auf wer ist das täuschen mich meine Augen oh Allah 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 das ist der Musabir ja der Musabir nickte der Res Effendina er dünkte sich so erhaben über uns dass wir ihn so um uns im Demut vor ihm neigen zu können da wir wissen dass du noch über ihm stehst werden wir dir einen noch höheren Platz anweisen mir wollt ihr mich mich etwa er brachte die letzte Frage nur stammelnd heraus das Wort blieb ihm gar im Munde stecken aufhängen ergänzte der Emil ja aufgehängt wirst du werden was soll sonst mit dir geschehen un unmöglich wir werden das unmögliche möglich machen müssen denn ich habe dem musabir deinem freunde versprochen dass du noch ehe der morgen graut mit ihm an dem selben baume hängen werdest welch ein mord welch ein verbrechen was hat euch dem musabir getan sein tot wird gerochen werden ich selbst werde zum redif gehen und wehe dreifach wehe dann den mördern ich werde von jetzt an weder ruhen noch rasten bis ich euch vernichtet habe ihr habt eure verruchten hände erhoben um schweig du Hundesohn donnerte ihn da der mir an welcher bis jetzt in ruhigem tone gesprochen hatte wie darfst du von verruchtheit sprechen du selbst bist ja der verruchteste unter den verruchten meinst du deine verrückten worte und drohungen seien für mich haschisch der mich betrunken macht du weißt dass wir alle deine missetaten kennen und wagst es dennoch mir zu drohen wenn du von so hoch oben herab mit mir reden willst werde ich dir gleich den geeignetsten platz dazu anweisen hinauf mit ihm hinauf und zwar um zwei äste höher als der musabir dann mag ihn seine heilige kadirine mit welcher er uns droht vom baume schneiden allah ist gerecht und auch ich sage wehe dem der wehe tut kapitel zwei gerechte vergeltung am sechsten tage nach diesem der gnadenlosen vergeltung gewidmeten abende wand sich unser zug wie eine endlos erscheinende schlange durch einen wald dessen riesenbäume ein laubdach bildeten durch welches selbst die sonne des sudan nicht einen strahl zu senden vermochte wir befanden uns in immerwährender dämmerung diese wäre uns sehr willkommen gewesen denn sie schützte uns vor der glühenden hitze welche draußen auf dem offenen wasserlosen gelände alles leben vernichtete aber sie war wenigstens ebenso gefährlich wie dieser sonnenbrand denn unter den dichten blätterhallen lag ein boden welcher unmöglich als erde bezeichnet werden konnte sumpf bodenlos tiefer sumpf war es in welchen die giganten der baumwelt ihre wurzeln schlugen ohne was mir völlig unerklärlich erschien in dem selben zu versinken ich hatte in den vereinigten staaten denn diesmal alligator catfish green und und seit jener zeit geglaubt dass kein sumpf der erde sich mit diesen swamps zu messen vermöge musste aber jetzt einsehen dass dieselben verglichen mit der region des oberen niles welche wir jetzt durchzogen den namen sumpf gar nicht verdienten der waldboden auf welchem wir uns bewegten war ein mit wassermoos und anderen sumpf pflanzen bedeckter dekabrei welcher bei jedem Schritte den schob sich nach vorn und schlickerte wieder zurück ich kam aus der sorge in diesen schlamm hinabgezogen zu werden gar nicht heraus ich glaubte jeden augenblick meinen vordermann in dem klebrigen teige verschwinden zu sehen und doch verschwand er nicht und ich nicht und keiner von uns allen wie war das zu erklären ich konnte wohl diese Frage aufwerfen aber nicht die Antwort darauf finden wir alle ritten und zwar auf den schon erwähnten Ochsen voran kam eine Abteilung der Bohrkrieger dann ein Trupp Asaka dann folgten Lastochsen dann wieder Soldaten und Lasttiere worauf die andere Hälfte Bohr den Zug beschlossen es war ein Glück für uns dass die Schwarzen sich mit uns verbündet hatten denn ohne sie hätten wir niemals unser Ziel erreicht sondern wären in diesem unendlichen Sumpfe umgekommen sie aber kannten denselben als ob er ihre Heimat sei ihre geübten Augen unterschieden mit Leichtigkeit die Stellen denen man sich anvertrauen konnte nur durften dies nicht zwei zugleich wagen und darum ritten wir im Gänsemarsche immer einer hinter dem anderen ich bewunderte den Schafblick und die Umsicht dieser Leute mehr und mehr und lernte hier auch Ochsen achten denn ohne ihre Tiere hätten auch die Bohr nicht fortkommen können die Ochsen versanken fast bei jedem Schritte bis an das halbe Bein und zeigten doch niemals Ermüdung sie schienen sich hier ganz in ihrem Elemente zu befinden keiner wich zur rechten oder linken jeder wusste dass er dem Vorgänger genau zu folgen hatte das geschah nicht etwa in schnurger Richtung sondern der Häuptling der Bohr welcher den Windungen beschrieben durch welche die letzten im Zuge den ersten ganz nahe kamen während die in der Mitte reitenden sich fern von Kopf und Schwanz befanden so war es nun schon drei Tage lang gegangen und wir hatten es redlich satt die Stechmücken machten uns entsetzlich zu schaffen es gab kein festes Nachtlager das Wasser ging aus und das was wir einatmeten war nicht Luft sondern geradezu Fieber zu nennen da ertönte vorn wo der Häuptling ritt in höchster Tonlage ein langgezogener Schrei welcher augenblicklich von Allen Bohr wiederholt wurde Agadi der Dolmetscher ritt zwischen dem Emir und mir in der Mitte des Zuges ich fragte ihn was dieser Schrei zu bedeuten habe und erhielt zur Antwort dass er das Zeichen eines freudigen Ereignis sei welches Ereignis gemeint war erkannte ich schon nach wenigen Minuten als ich einen Sonnenstrahl durch die lichter werdenden Wipfel fallen sah und die Luft wie Nektar in der Kehle mir leichter und belebend in die Lunge drang der Boden wurde fester er begann zwischen den riesigen Stämmen zierrliche Sträucher zu tragen meine Vorderleute ritten zu Zweien Dreien und Vieren nebeneinander alles deutete an dass Vila der große Brei ist überwunden er sperrte seinen Rachen auf um uns zu verschlingen aber wir sind hier über ihn hinweg gegangen wie die Helden die sich vor keinem Drachen fürchten nun klappt er hinter uns ein großes Maul zusammen und verschwindet vor Ärger und Scham darüber dass es ihm nicht gelungen ist zu fressen Selim den tapferen Überwinder aller Sümpfe und Moräste des Weltenalls Der alte Maulheld konnte eben keine Gelegenheit sich in Wichs zu werfen vorüber gehen lassen aber Überwinder aller Moräste des Weltalls das übertraf alles was ich bisher aus seinem Munde gehört hatte Der Häuptling war halten geblieben um uns an sich herankommen zu lassen und sagte uns durch den Mund des Dolmetschers Der Sumpf ist hinter uns und nun beginnt guter Weg bald werden wir Wasser trinken und Felder sehen welche den Gok gehören gegen Abend ziehen wir in Wagunda ein Es lässt sich denken dass uns die Botschaft hoch erfreute die bisher so stillen missmutigen Menschen wurden lebhaft und gesprächig doch auch die Tiere schienen zu wissen dass das Ziel nahe sei sie ließen ihre Stimmen hören und drängten nach vorwärts so dass unsere bisherige Ordnung nicht mehr einzuhalten war nach einiger Zeit drang uns ganz plötzlich der hellste vollste Sonnenschein entgegen nach der bisherigen langen Dämmerung war es als ob uns ein förmliches Lichtmeer entgegen flute es war Mittag aber wir fühlten die hier herrschende Glut nur als Wärme welche unsere Körper Wohltun durchdrangen und alle unsere Sinne neu belebte der Urwald hörte auf er stieß an einen Fluss an dessen anderem Ufer nur Schilf untermischt mit Büschen stand der Fluss war zwar breit aber nicht tief sein Wasser hatte eine dunkle Farbe und unsere Ochsen zeigten keine Lust davon zu trinken er wurde jedenfalls von dem Sumpfe gespeist durch welchen wir gekommen waren die Boah fanden nach kurzem suchen eine Stelle an welcher wir ihn die Büsche aber blieben sie bildeten Inseln in einem grünen Meere von Gras welches an Saftigkeit nicht zu wünschen übrig ließ ich bat den Häuptling hier wenigstens eine kurze Zeit halten zu lassen damit unsere Ochsen fressen könnten er ließ mir aber antworten dass wir bald einen Ort erreichen würden welcher noch viel geeigneter zum Halten sei bald darauf begann das Terrain sanft anzusteigen und wir gewahrten in der ferne Höhen welche mit Wald gekrönt waren dort entspringt wie wir vom Häuptling erfuhren ein Nebenfluss des Jau an welchem die größeren Dörfer der Gok liegen indem wir dieses Gelände empor ritten gelangten wir in ein mulden förmiges Tal auf dessen Grunde eine Art Weier lag der durch ein Wasser welches ich fast Bach nennen möchte Abfluss fand im Nu sprangen die Schwarzen von ihren Reittieren und ebenso rasch nahmen sie den anderen Ochsen die Lasten ab damit dieselben nicht beschädigt werden sollten denn die Tiere waren nicht zu halten sie rannten nach dem Weier und liefen so weit wie möglich hinein um nach langer Wanderung durch den Sumpf dessen Wasser nicht zu genießen gewesen war sich satt zu trinken die Wort anwende mich einer Unrichtigkeit schuldig was wir Weier und Bäche nennen gibt es in jenen Gegenden nicht und die Höhen von denen ich sprach waren noch lange keine Berge aber nach einer dreitägigen Wanderung durch Fieber stinkenden Sumpf kommt man leicht in die Gefahr eine Boden Anschwellung als Höhe und ein Wasser welches nicht ganz still steht und leidlich durchsichtig ist als Bach zu bezeichnen nach ungefähr einer Stunde wurde wieder aufgebrochen wir folgten dem Wasser abwärts wo es sehr bald in einen schmalen Fluss lief dessen Ufer unser Führer wurde er brachte uns an hohe Felder von Zucker Rohr und Dura aus denen wir die runden Dächer einzelner Hütten ragen sahen wir näherten uns einem kleinen Dorfe der Gok und blieben halten um einen Als er zurückkehrte kam hinter ihm alles was im Dorfe leibte und lebte drein gelaufen Väterlein und Mütterlein Männlein und Weiblein Bürschlein und Märktelein jeder und jede im besten Staate und Schmucke welcher in dieser Schnelligkeit zu haben gewesen war Ein alter grauköpfiger Mann welcher uns als Dorfgebieter bezeichnet wurde trug nur den Ländenschurz hatte aber auf seinem Haupte ein walzenförmiges Flechtwerk sitzen welches wohl drei Fuß hoch und mit bunten Federn besteckt war Eine junge Dorfschöne hatte ihr Haar in Löckchen gedreht und die selten mit Fett und Ocker so steif gemacht dass es aussah als ob ihr ein halbes groß roter Korkzieher von innen heraus durch den Schädel gebohrt worden seien Ein Bursche jedenfalls der Flaneur des Afrika gekommen sein Sein rechter Fuß steckte in einem sohlenlosen Lederschuh während an dem linken eine Sandale befestigt war Sein bester Schmuck aber vielleicht die größte Kostbarkeit des ganzen Dorfes bestand aus einem gläserlosen verbogenen uralten Brillengestell aus Messing welches er mit Hilfe eines dünnen Riemens um den Hals befestigt hatte Gern hätte ich der Brillenstellage bei der Hand zog ihn zu dem Res Effendina welcher ihm als unser Anführer bezeichnet worden war und hielt unter lebhaften Gestikulationen eine Rede von welcher ich zwar kein Wort verstand deren Inhalt ich aber dennoch erriet der alte deutet nämlich wiederholt auf die Brille und dann gegen Westen welche Pantomime ich mir folgendermaßen ins Deutsch schieper setzte ihr seid fremde sehr hohe Herren und wollt nach Wagunda dieser junge Adonis ist der Besitzer dieser Brilleneinfassung und also alleinwürdig euch den Weg zu zeigen es stellte sich heraus dass ich ganz richtig geraten hatte der Dolmetscher übersetzte uns die Rede wir beschenkten den alten mit einigen kleinen für uns unbrauchbaren für ihn aber höchst wertvollen Gegenständen und ritten dann weiter der famose Besitzer der mangelnden Brillengläser schritt als unser Führer stolz voran man glaube aber ja nicht dass er der einzige war der uns voran ging der dorfälteste hatte nach empfang unseres boten und ehe er dann zu uns kam eine Person nach Wagunda gesandt um dort die baldige Ankunft so vieler Fremden pflichtschuldig zu melden den Erfolg davon bemerkten wir später unser Führer war ein sehr guter Läufer trotzdem seine Füße so ungleich ausgerüstet waren er hielt mit unseren Ochsen welche sehr behend liefen gleichen Schritt es ging immer abwärts an dem erwähnten flusse hin dann in einer furt quer durch denselben und eine Stunde lang über sonnendurchglühtes ödes Land hieraus sahen wir in der Ferne einen lang gestreckten Belutwald liegen welche auf die Nähe von Wasser schließen ließ während wir auf denselben zu ritten sprach der Führer unausgesetzt auf uns ein wir erfuhren von Nagadi dass er uns eine Beschreibung von Wagunda lieferte die ich freilich lieber in einer anderen mir geläufigen Sprache gehört hätte um zu erfahren ob er wisse was für ein Dinge eigentlich um seinen Hals hängen habe winkte ich ihn zu mir und gab ihm zu verstehen dass er mir das Brillengestell einmal geben möge er erschrak außerordentlich und weigerte sich durch Pantomimen ganz entschieden meinem ebenso unkultivierten wie räuberischen Verlangen Folge zu leisten der Dolmetscher machte ihm sanfte Vorstellungen und wurde dann als dies nichts fruchtete grob wie ich aus seinem Tone erhörte das wirkte denn der misstrauische Gentleman band seinen unbezahlbaren Schatz los und gab ihn mir in die Hand verwendete aber sein Auge nicht von dem selten bis er ihn wieder hatte ich setzte die Brille auf nachdem ich ihre Knillen und Kniffel gerade gebogen hatte zog mein Notizbuch aus der Tasche und machte die Gebärde des Lesens und des Schreibens er hatte keine Ahnung von dem was ich meinte aber als ich verschiedene Male erst ohne und dann durch die Brille nach dem vor uns liegenden Walde sah und ihm durch die Veränderungen meines Gesichtsausdrucks zu erkennen gab dass es etwas ganz anderes sei ob man einen Gegenstand durch diese Stelllage ansehe oder nicht schien er mich zu begreifen als ich ihm nun die Brille zurück gab setzte er sie sogleich auf und sah hindurch sein Gesicht strahlte vor Vergnügen er schien die Gegend tausend mal schöner als vorher zu finden von jetzt an verzichtete er auf jede fernere Beschreibung von Wagunda der Nase zu tragen sei hatte mir sein ganzes Herz gewonnen wofür er mir später die überzeugendsten Beweise lieferte wir erreichten den Wald und ritten quer hindurch um an das Ufer eines lang gestreckten seeartigen Wasserbeckens zu kommen ein Blick belehrte uns dass wir uns in der Nähe des Zieles befanden die Ufer des Sees waren von Fruchtfeldern umgeben von denen aus sich Weideplätze bis hin zum Horizonte zogen am Rande des Wassers hingen Kerne rechts von uns gab es einen Berg ja wirklich eine Anhöhe welche im Verhältnisse zu der sonst ganz platten Gegend recht gut als ein Berg bezeichnet werden konnte er führte ziemlich steil empor und seine Kuppe war von einer hohen dichten Dornenhecke umgeben hinter welche wir nicht sehen konnten diese Hecke hatte jetzt eine schmale Öffnung aus welcher zahlreiche Menschen strömten die paarweise hintereinander herniedergestiegen und uns entgegen kamen nun erst erfuhren wir mithilfe des Dolmetschers dass die Einwohner von Wagunda von unserer Annäherung durch einen Boten unterrichtet worden seien auch hatte derselbe erzählt aus welchem Grunde wir unseren Ritt überhaupt unternommen hatten aus Freude darüber kam man jetzt uns feierlichst willkommen zu heißen der Häuptling der Bohr welcher die Sitten des Landes kannte gab uns an wie unser Zug sich zu ordnen hatte wir hatten uns in zwei Treffen aufzustellen nämlich im ersten die Reiter und im zweiten die Lasttiere mit ihren Treibern vor die Front hatten die Anführer zu kommen also der Reis Effendina der Häuptling und ich in dieser Ordnung sollten wir stetig vorrücken hatten wir den Gok zu überlassen glücklicherweise war das Terrain einer solchen Aufstellung günstig denn gerade zwischen uns und dem Berge lag ein freier Plan welcher wie wir später hörten nach Art unserer Vogelwiesen der Belustigungsort der Bevölkerung von Wagunda war wir fanden Zeit uns da in der beschriebenen Weise aufzustellen voran der Reis Effendina links von ihm der Häuptling und rechts ich neben Ich bekam auch einen Adjutanten denn der Brillenjüngling trieb seinen Ochsen an die Seite des meinigen und nickte mir so verheißungsvoll zu dass ich überzeugt war er habe eines für mich sehr wichtigen und vorteilhaften Amtes zu walten er war eigentlich unberitten hatte sich aber eines ledigen Packochsen bemächtigt um seiner heutigen Würde gemäß zu erscheinen Als die Gok den erwähnten und schreiend auf uns zugerannt sie waren natürlich zu fuße ihre waffen bestanden in spießen säbeln messern keulen bogen und pfeilen einige von ihnen selbstverständlich auch der häuptling hatten flinten sobald sie sich gegen uns in bewegung setzten taten wir dasselbe gegen sie die nun folgenden evolutionen bestanden darin dass sie zwischen unseren gliedern durchrannten und wir zwischen den ihrigen hindurch ritten hauptsache dabei war natürlich der lärm wer ein gewehr hatte schoss es möglichst oft ab die anderen schwangen unter entsetzlichen gebärden ihre waffen alle aber schrien riefen und heulten als ob sie verrückt geworden seien ich trug zu diesem schönen konzerte meinen teil in so ehrlicher weise bei dass ich dann einige tage lang an einer rauen kehle laborierte wer so reist wie ich der muss mit den nachtigallen singen und mit den wölfen heulen können sonst erregt der anstoß aller orten als wir uns diesen bewegungen und dieser vokal kunstleistung eine viertelstunde lang mit edler begeisterung hingegeben hatten blieben beide parteien auf ein gegebenes kommando einander gegenüber halten dann kam der häuptling der gock mit vielen verbeugungen auf den res effendina zu wand den leib bald nach rechts und bald nach links als ob er an einer höchst energischen pferdekulig leide verdrehte die augen rang die hände sprang einige schritte vor dann wieder zurück bewegte den hals schrauben mäßig wie eine henne welche mit dem schnabel eier legen will druckte und schluckte als ob er an einem mit hinunter gefahrenen knochen ersticken viertelstunde dauerte und mich besonders durch die eine ihrer vielen und auffälligen eigenschaften entzückte dass sie uns ihrer länge wegen nicht übersetzt werden konnte als das letzte wort verklungen war brachen seine gog in ein wahrhaft tolles jubelgeschrei aus in welches wir aus leibeskräften und mit aufbietung aller körperstärke einstimmten nun kam der bedeutungsvolle moment in welchem unser kommandierender generalissimus den räuspern an ließ seine munde einen kurzen edelklingenden satz entfahren und schaltete darauf eine weise pause ein um agar die zeit zur übersetzung zu lassen daran schloss er immer in lieblicher abwechslung einige andere sätze und pausen bis er zu der wohlbedachten überzeugung gelangte dass es mit seiner beretsamkeit zu ende sei er gab um Ende und auch alles gut zu stimmwerkzeuge aufzufordern leider aber hatte der gute res effendina weder sich noch eine andere person zu begeistern vermocht weshalb das resultat dieser aufforderung eine ebenso allgemeine wie auffällige stille war wir sahen uns dadurch sozusagen vor den gog blamiert ihr anführer hatte den unsrigen um alle pferdelängen geschlagen wie war dem abzuhelfen sollte der peinliche eindruck welchen das schweigen hervorbrachte verwischt werden so musste schnell und augenblicklich etwas geschehen dies sagte mir mein takt gefühl ein gefühl welches mein schwarzer adjutant ganz in dem selben maße wie ich besaß denn er trieb sein packt hier noch ehe ich zu einem entschlusse gekommen war vor hielt vor dem häuptling der gog an deutete auf mich und rief ihn zwei oder dreimal wiederholend einen langen satz aus von welchem ich nicht zu verstehen vermochte glücklicherweise klärte mich der dolmetscher rasch auf dass ich jetzt auch sprechen sollte ich eine rede dieser gedanke war ganz vortrefflich ja die gogs sollten eine rede hören je toller desto besser denn je unsinniger ich mich gebärdete desto tieferen eindruck musste ich hervorbringen ich trieb also meinen Ochsen ohne lange zu überlegen zum raschesten laufe an jagte zehn zwanzig mal um den anführer der gog herum und stieß dabei das wilde schrille kriegsgeheul der komanschen und apachen aus welches sich in amerika so oft gehört hatte sprang aus dem sattel ließ dann den Ochsen laufen wohin er wollte und blieb vor dem ganz entzückt beobachtenden schwarzen Anführer stehen schlug die aus lehm gebrannt heute muss die glocke werden frisch gesellen seid zur hand so deklamierte oder vielmehr schrie ich weiter das ganze lange lied von der glocke bis zum schlusse oh schiller du begeisternst da unter den sängern wäre es dir vergönnt gewesen mich zu hören so wärst du endlich endlich einmal zu der überzeugung gekommen dass ich der einzige sterbliche bin der dich richtig durch die nötigen kehl und gaumentöne aus unvergleichlichste wiederzugeben vermag ich blieb während der deklamation keineswegs stehen sondern ich sprang hin und her warf bald das eine bald das andere bein empor kauerte mich nieder schnellte wieder auf drehte mich wie ein kreisel um mich selbst raffte als ich die letzten zeilen freude dieser stadt bedeute friede seien erst geläute in das allhinein geschrien hatte mein gewehr wieder auf rannte zu meinem ochsen welcher unfairen stehen geblieben war sprang auf seinen rücken und jagte ihn das vorhin erwähnte kriegsgeheul wieder ausstoßend in wildem laufe zwischen den beiden einander gegenüberstehenden parteien einige male hin und her worauf ich endlich wieder an meinen erst eingenommenen platze zurückkehrte was nun erfolgte ist ganz unbeschreiblich erst tiefe lautlose stille dann heulte mein geistes gegenwärtiger schwarzer adjutant mir zu das brachte die stimmen aller gegenwärtigen schwarzen braunen gelben und weißen aufruhr und was für stimmen waren das was ist der fön der sirocco der samum der nordamerikanische blizzard ja was ist selbst die rasende hochasiatische viuga gegen den Sturm welcher sich nun erhob wer eine stimme hatte und die hatte doch ein jeder ließ dieselbe hören als ob er hundert stimmen hätte wäre die ganze hölle los gewesen vor diesem lärm hätte sie sich augenblicklich wieder verkrochen die ganze bisherige ordnung war mit einem male aufgelöst das entzückten trieb jeden von seinem platze unsere reiter warfen sich von ihren tieren alles alles körper arme beine köpfe schwebten glitten tanzten sprangen und flogen in tollem wirrwarr auf dem platze herum und hin und her unsere sonst so einsichtsvollen Ochsen erschraken darüber und kniffen brüllend aus kurz und gut ich hatte einen so unbeschreiblichen Erfolg dass es mir selbst heute wenn ich daran denke Angst und Bange wird denn hatte ich mich vorhin wie wahnsinnig gebärdet so taten dies meine Zuhörer noch viel mehr sie glichen wirklich tollen selbst die verständlichsten unserer Sacker wurden angesteckt und auch Ben Niel tanzte und jubelte mit als ob er es bezahlt bekäme ein einziger nur war es außer mir der ruhig blieb nämlich Therese Fendina er kam zu mir um ihr Kopf schüttelnd zu sagen glaubst du Fendi dass ich beinahe dachte du seist übergeschnappt was fiel der ein du der bedächtigste und ruhigste von uns allen gebärdest dich ganz plötzlich wie einer der den Verstand verloren hat was sollte ich da denken ich wäre am liebsten gleich auf und davon gerannt so hat meine Leistung also deinen Beifall nicht fragte ich lachend nein ganz und gar nicht du hast unsere Würde beschädigt für was für Menschen müssen diese Schwarzen uns halten für ganz tüchtige Kerle darauf kannst du dich verlassen wenn man die Menschen nimmt wie sie sind wird man bei ihn nie anstoßen sondern viel mehr Anerkennung finden ich denke dass du dich für mein auftreten noch bei mir bedanken wirst schwerlich ich bin der Vertreter des Vizekönigs dessen Ansehen durch solche Tollheiten leiden muss ich habe freilich nicht an das Ansehen des Vizekönigs sondern zunächst daran gedacht uns hier ein solches zu verschaffen die Folge wird zeigen ob der Redief durch mein Verhalten seinen Thron verliert oder nicht willst du tadeln so prüfe erst aber du musst doch unbedingt zugeben dass meine Rede viel würdiger war als die deinige in meinen Augen ja aber hast du sie denn mir gehalten den Gok natürlich so sind sie es welche zu entscheiden haben es fragt sich wessen Rede nicht uns beiden sondern ihnen besser gefallen hat eigentlich haben sie durch ihren Beifall die Antwort auf diese Frage schon gegeben diese Antwort sollte gleich auch noch in anderer Weise kommen der Häuptling der Gok war ebenso wie jeder seiner Untergebenen mit herum gesprungen jetzt entfernte er sich aus dem Gewühl und hielt eine Art Banner empor welches aus einer Stange bestand an welcher ein graues Affenfell befestigt war dies war das Zeichen zum sammeln denn als die seinen es erblickten löste sich der Wirrwarr und jeder begab sich an dem von ihm eingenommen Platz der Anführer hielt eine kurze Beratung mit einigen Männern welche nach unseren Begriffen wohl als Gemeinderäte zu bezeichnen waren dann schritt er mit ihnen auf den Häuptling der Bord zu welcher sich auch wieder auf seinem vorigen Platze befand denn auch unsere Leute hatten ihre frühere Stellung jetzt wieder eingenommen er sprach längere Zeit mit ihm jedenfalls von dem Res Effendina und mir da sein Auge uns immer wieder aufsuchte darauf kam er auf uns beide zu verneigte sich vor dem Res Effendina und sagte zu diesem natürlich durch den Dolmetscher Herr ich habe vernommen was euch zu uns führt ihr seid gekommen uns aus einer großen Gefahr zu erretten wir werden noch weiter über dieselbe sprechen und über die Art und Weise in welcher sie abzuwenden ist vor allen Dingen heißen wir euch willkommen ich höre dass du ein Liebling des Vizekönigs bist zwar sind wir demselben nicht untertan denn wir sind freie Gok vom großen Volke der Djang Gey aber du wirst bei uns geachtet sein wie du daheim geachtet wirst sei unser Gast und bleibe solange es dir bei uns gefällt dann wendete er sich mit folgenden Worten an mich Herr der Häuptling der Boah welche unsere Brüder sind erfuhr von deinen Taten und hat mir einigen Kürze mitgeteilt du kommst aus einem Lande in welchem lauter berühmte Männer wohnen du bläses deine Feinde von dir wie Staub und niemand kann dich besiegen auch hörte und sah ich dich sprechen wie ich noch keinen reden sah und hörte wer deine Stimme hört wird wie von Merissa begeistert und die Bewegungen deiner Arme und Beine zeugen von der Wahrheit deiner Worte sollte je ein Mensch deinem Messer widerstehen so wirst du ihn durch deine Rede besiegen darum bist nur du der Mann der uns zu retten vermag Ibn Assol ist der größte Teufel unter den Sklaven Jägern und seine Leute sind wie böse Geister vor denen es keine Rettung gibt wir vermöchten ihm und ihnen nicht zu widerstehen aber da du dich bei uns befindest brauchen wir keine Sorge zu haben denn du allein bist so viel wie hundert meiner Krieger ich werde meine Leute ausrüsten und sie unter deinen Befehl stellen sage mir ob du ihr Anführer sein willst das war nun freilich im Superlativ gesprochen nach den Worten dieses guten Schwarzen zu urteilen hätte ich ja wirklich die Bezeichnung welche Selim so oft unrechtmäßigerweise für sich in Anspruch nahm mit vollem Rechte verdient und wäre der größte Held des Weltalls gewesen also General en Chef sollte ich werden nun ich hatte keinen Grund diese Würde von mir zu weisen wenn ich sie annahm so war ich wenigstens sicher dass in der Leitung keine groben Fehler gemacht wurden und so erklärte ich denn erhob sich rings um ein lautes Jubel Geschrei und es wurde abermals eine Fantasie ins Werk gesetzt welche darin bestand dass alles was Beine hatte im Kreise um mich zu tanzen begann so dann wurden wir eingeladen mit hinauf in das Dorf zu kommen die Schwarzen stellten sich in Reih und Glied nahmen uns in die Mitte worauf sich der Zug in Bewegung setzte und sich auf dem selben Wege bergaufwärts bewegte auf welchem die Schwarzen uns vorher entgegen gekommen waren ich ritt dabei neben dem Emir aber nur wenige Schritte dann machte sich mein famoser Brillenträger an meine andere Seite und es war geradezu spaßhaft die stolze Haltung welche er sich dabei befleißigte zu beobachten der ganze Abglanz derjenigen Hoheit welche er mir beilegte schimmerte auf seinem Gesichte auf der Höhe des Berges angekommen sahen wir erst welchen Umfang derselbe hatte wir befanden uns auf einem ebenen Plateau welches auf den anderen drei Seiten so steil abfiel dass es nur auf derjenigen von welcher wir gekommen waren erstiegen werden konnte die Verteidigungsverhältnisse dieses Ortes waren also sehr gute das Dorf nahm ungefähr die Hälfte des Plateaus ein und bestand aus lauter runden Hütten von der Art wie ich sie wiederholt beschrieben habe und war von einem hohlen sehr dichten Dorn Gestrüpp umgeben die Fläche außerhalb des Dorfes war mit kurzem Grase bewachsen es gab da mehrere Einzäunungen um die Herden des Nachts und zur Zeit eines Überfalls in Sicherheit zu bringen der Eingang der Dorn Umfassung war geöffnet wir stiegen da Bewohnern welche vorher aus irgendeinem Grunde hatten zurückbleiben müssen die größte der Hütten wurde für den Res Fendina und mich bestimmt alle anderen wurden einzeln bei den Dorfbewohnern einquartiert dann schlachtete man mehrere Ochsen und brannte Feuer an um das Fleisch derselben zu braten ich hatte nicht die Absicht in der Hütte zu wohnen die wibbelnde und kribbelnde stechende und nachts im Freien zu bleiben zunächst unternahm ich mit dem Emir dem Häuptling und dem Dolmetscher einen Gang durch und um das Dorf um die Örtlichkeiten in Beziehung auf ihre Verteidigungsfähigkeit zu prüfen ich fand dass ein momentaner Angriff leicht abzuschlagen war anders aber stand es im Falle einer Belagerung es gab nämlich hier oben kein Wasser dieses musste vielmehr aus dem kleinen Flüsschen welches unten den bereits erwähnten Seespeiste heraufgeholt werden ein längerer Zeit reichender Vorrat konnte unmöglich im Dorfe aufbewahrt werden denn erstens mangelte es an den hier zu nötigen Gefäßen und Behältern und zweitens war bei der hier herrschenden Hitze die Verdunstung eine so bedeutende dass gar nicht daran gedacht werden konnte uns von Ibn Assel auf dem Berge einschließen zu lassen er hätte unten am Flusse Wasser in Hülle und Fülle gehabt und sicher darauf rechnen können dass der Durst uns bald zur Übergabe zwingen würde um ihn nicht in diesen Vor und uns in diesen Nachteil zu bringen war es notwendig unsere Stellung weiter vorzuschieben ihn gar nicht an den See an den Fluss zu lassen es galt ihn an einem Orte zu empfangen welcher uns die Aussicht bot ihn ohne große Verluste schnell zu überwältigen da wir ihn aus Südost erwarteten musste dieser Ort in dieser Richtung von dem Dorfe liegen es war also nötig zu rekognosizieren um ein passendes Terrain aufzufinden dazu aber hatten wir heute keine Zeit da es eine Beleidigung für die Gok gewesen wäre wenn ich mich ihrer Gastlichkeit entzogen hätte diese Angelegenheit war übrigens keine dringende da wir Ibn Assel jetzt noch nicht zu erwarten hatten wir waren seit wir seinen Boten ergriffen hatten neun Tage unterwegs gewesen während er bis Aguda 8 und dann bis Wagunda 12 in Summa also 20 Tage zuzubringen gedacht hatte aus diesem Grunde stand zu vermuten dass er von heute an in 10 oder 11 Tagen ankommen werde eine genügend lange Zeit ihm einen niederschmetternden Empfang und seinem Treiben ein für allemal ein Ende zu bereiten die Pflichten eines Generalissimus verhinderten mich also nicht die Freundschaftsbeweise der Gok heute über mich ergehen zu lassen ja das ist der richtige Ausdruck für das was ich bezeichnen will denn ich war bei dieser Sache der wahrhaft leidende nicht aber der tätige meine einzige Aktivität bestand im Kauen im immer währenden Verschlingen des Fleisches und der säuerlichen Merissa welchem er fast buchstäblich immer und immer wieder eingezwungen wurde oh Allah wie viel so ein Neger zu essen und zu trinken vermag und da er wohl weiß dass der weiße hoch über ihm steht so erwartet er von diesem unbedingt eine ebenso überlegene Magenweite und Verdauungsfähigkeit ich musste aus Höflichkeit und hatte infolgedessen als ich mich nach Mitternacht vor dem Dorfe ins Gras niederstreckte das Gefühl dass ich im Leben niemals wieder zu essen brauchen werde ich fiel trotz des Lärmes welcher noch im Dorfe herrschte sofort den tiefen Schlaf und erwachte aus dem selben erst dann als die Sonne so hoch stand dass ihre stechenden Strahlen mich weckten als ich durch die Umzäunung der leistungsfähigste von ihnen allen schien mein langer Selim zu sein denn als er mich erblickte rief er mir zu Ifendi wie schön ist hier hier bleibe ich für alle meine Tage ich habe gar nicht geschlafen sondern immer fort gegessen und erzählt und diese lieben guten Leute welchen Allah tausend Jahre schenken möge haben auch fort während gegessen und mir zugehört setz dich her zu uns und iss ich habe hier ein Rippenstück dessen Saftigkeit alle Genüsse der Erde überstrahlt er hielt mir das Stück mit beiden Händen entgegen und drückte es um mir die Wahrheit seiner Worte zu beweisen so dass der Saft ihm von den Fingern tropfte ich dankte natürlich und ging weiter um den Res Effendina aufzusuchen welcher in der uns zugewiesenen Hütte saß er aß als ich eintrat hatte er eben einen Wirbelknochen von welchem er mit seinem elfenbeinernen Gebisse das Fleisch abschabte vor dem Munde bei beiden doch in der ehrerbietigen Entfernung von einigen Schritten standen zwei junge Neger welche zu meinem Erstaunen nicht aßen obgleich der Häuptling so viel Braten vor sich liegen hatte dass zehn Männer meiner Konstitution sich damit vollständig hätten sättigen können der Emi deutete nachdem ich ihn begrüßt hatte auf diese beiden und sagte diese jünglinge werden uns von großem nutzen sein sie stammen aus diesem Dorfe und kehren zufälligerweise gerade jetzt von einem zweijährigen Aufenthalte drüben in Hasab Alaba am Gazellen Flusse zurück sie sind als Asaker dort gewesen und haben das Arabische so weit gelernt dass sie uns als Dolmetscher dienen können diese Mitteilung erfreute mich da es mir nun möglich war mich freier zu bewegen ich bat den Häuptling mir einen dieser Dolmetscher zur unausgesetzten Hilfe zuzuweisen was er auch sofort tat dann erklärte ich dem Res FN Diener dass und warum es nötig sei schon heute einen Ritz zu unternehmen um die südöstliche Gegend kennenzulernen und fragte ihn ob er mich begleiten wollte er lehnte ab wie später wohl bemerkte geschah dies aus einer Art von Eifersucht er fühlte sich dadurch zurückgesetzt dass gestern nicht ihm sondern mir der Befehl über die Krieger der Gok übertragen worden war verletztes Ehrgefühl kann leicht die beste Freundschaft in das Gegenteil verwandeln nur der Dolmetscher und mein treuer Ben Niel sollten mich auf dem erwähnten Ritte begleiten der Brillen Jüngling wollte mit ich gestattete es ihm nicht auch Selie meldete sich er hatte so viel gegessen dass er nicht gerade stehen viel weniger noch auf einem Ochsen reiten konnte davon auch abgesehen hätte ich ihn nicht mitgenommen denn dieser Unglücksvogel wäre mir noch hinderlicher als jeder andere gewesen und hätte mich durch seine Dummheit nur in Schaden bringen können mein junger Abish doch verstanden wir uns leidlich da ich mich bemühte meine Ausdrücke demselben anzubequemen vor allen Dingen war ihm die Gegend um welche es sich handelte genau bekannt er war früher mit seinem Vater einige Male drüben in Aguda von woher wir Ibn Assel erwarteten gewesen und konnte meine Fragen zur Zufriedenheit beantworten er beschrieb mir genau die Route welche Ibn Assel von Aguda nach Wagunda einzuschlagen hatte infolge seiner Erklärungen und meiner Rekognizierung von welcher wir erst am Abende zurückkehrten entwarf ich einen Plan von welch mich mit Sicherheit erwartete dass er Ibn Assel und alle seine Asaker ohne großes Blutvergießen in unsere Hände liefern werde Wagunda liegt in der Nähe des oberen Tonj Flusses da wo dieser sich in die beiden Arme teilt aus denen er entspringt der eine ist gerade nördlich nach Awek gerichtet während der andere aus Südosten kommt beide bilden einen stumpfen Winkel in dessen offene Arme Ibn Assel laufen musste beide fließen durch sumpfiges Land welches in der Nähe der Ufer geradezu ungangbar ist über den Südarm ist aus diesem Grunde nicht zu kommen und der Nordarm bietet nur eine einzige Stelle an welche der Boden so fest ist dass man sich ihm nähern und ihn überschreiten oder je nach der Jahreszeit durchschwimmen kann nach dieser Stelle musste Ibn Assel um nach Wagunda zu kommen seinen Marsch unbedingt richten mein Plan war nun folgender die furt musste auf beiden seiten des flusses mit genügender Mannschaft besetzt werden die Abteilung jenseits des flusses hatte sich zu verstecken bis Ibn Assel anhe vorüber gezogen war und den Fluss erreicht hatte folgte sie ihm dann so hatte er sie im Rücken rechts und links den Sumpf und vor sich die Furt von ihr ins Wasser getrieben musste er das diesseitige Ufer zu erreichen suchen an welchem ihn die andere Abteilung zu erwarten hatte so stark er am Wasser hatte vor und hinter sich Sumpf und Feinde und war aller Voraussetzung nach gezwungen sich ohne Gegenwehr zu ergeben dabei rechnete ich auf die Djangé Krieger welche bei dass sie von Ibn Assel betrogen worden seien und zu uns übergehen sollten so taten sie dies sicher und er war dann mit seinen wenigen Ersackern so ohnmächtig dass es Wahnsinn von ihm gewesen wäre sich zur Wehr zu setzen um des Gelingens vollständig sicher zu sein nahm ich mir vor an der Furt einige Gräben und Verhaue anzulegen in und hinter denen wir sicheren Schutz vor feindlichen Kugeln finden würden mit diesem Plan kehrte ich heim und rief sofort nach meiner Ankunft eine Art Kriegsrat zusammen welcher aus dem Res Effendina den Häuptlingen der Djangé Bohr und Gok und mir bestand als ich mithilfe des Dolmetschers meine Absicht vorgetragen und begründet hatte trat zu meinem Erstaunen ein Schweigen ein welches mich stutzig machen musste die drei Häuptlinge sahen sich untereinander an richteten ihre Augen auf den Res Effendina und senkten dann die Blicke vor sich nieder es war klar sie wagten nicht mehr beizustimmen hatte der Res ihnen Grund gegeben sich so schüchtern zu verhalten ich richtete also an diesen die Aufforderung sein Gutachten auszusprechen du sollst hören antwortete er mir bist du Offizier Effendi nein nun ich bin einer und zwar als Res Effendina einer von nicht gewöhnlichem range das weißt du ja daraus magst du ermessen wer von uns beiden du oder ich befähigt ist deinen Kriegsplan zu entwerfen zwar hat der Häuptling der Gorg dir das Kommando übergeben das kann er in Beziehung auf seine Leute tun aber meinst du dass ich dem Oberbefehle über die anderen alle die mit uns gekommen sind entsage er sprach in einem geradezu unfreundlichem tone er war eifersüchtig auf mich geworden er fühlte sich beleidigt ich hatte ihm manchen Dienst erwiesen und durfte wohl auf seine Dankbarkeit rechnen also war eigentlich ich es welcher Grund hatte sich gekränkt zu zeigen ich tat dies nicht sondern antwortete in meiner gewöhnlich ruhig freundlichen Weise wie fordert deinen Rechten zu entsagen als der Häuptling mich bat der Anführer zu sein hast du zu meiner Antwort geschwiegen und ich durfte also annehmen dass du einverstanden bist da ich jetzt höre dass dies nicht der Fall ist so bin ich gern bereit mein Versprechen zurückzunehmen ich bin ein Abendländer und es kann mir sehr gleichgültig sein was hier im Sudan geschieht was ich getan und vorgeschlagen habe habe ich zu eurem Wohle getan und gesprochen gefällt euch mein Plan nicht nun so habt ihr das Recht ihn zurückzuweisen sind euch einen anderen besseren aus ist es euch dann recht über denselben mein Urteil zu hören so sollt ihr es haben wollt ihr aber ohne den Einfluss eines Fremden handeln so wird es mir gar nicht einfallen mich beleidigt zu fühlen ich bin gar nicht lüstern danach Anführer zu sein oder durch Vorlegung eines Planes Verantwortung auf mich zu laden aber aus Interesse an der Sache und aus Freundschaft für dich bitte ich in euren Reihen kämpfen zu dürfen falls es zum Kampfe kommen sollte ich erwartete dass diese Worte ihn umstimmen würden hatte mich aber getäuscht denn er meinte in ganz gereiztem Tone du nichts an du hast durch deinen gestrigen Tanz diese guten Leute verwirrt heute aber sind sie zur Ansicht gekommen dass mein Verhalten ein würdigeres war und der Häuptling der Gok hat den Oberbefehl über seine Krieger dir entzogen und mir übergeben dagegen dass du mit uns kämpfest wird kein Mensch etwas haben das befriedigt mich wie aber steht es mit deinem plane darf ich ihn hören hören ja aber etwaige Einwendungen werden an demselben gar nichts ändern er ist ebenso einfach wie er untrüglich zum Ziele führt so bitte sprich er gleicht dem deinigen wie ein Haar dem anderen du willst den Ibn Assal in den Fluss ich hingegen will ihn in den See werfen in den See da unten am Berge ja wir haben das viel bequemer infolge deines Planes müssten wir einen weiten Marsch nach dem Flusse machen und dort in den Sümpfen kampieren der meinige erlaubt uns hier zu bleiben wir verstecken uns hier oben Ibn Assal hat keine Ahnung davon dass wir uns hier befinden dass die Gok gewarnt worden sind er wird kommen und sich natürlich zwischen dem Berge und dem See aufstellen sobald er das getan hat stürmen wir hinab und drängen ihn in das Wasser das klingt allerdings verlockend will aber dennoch überlegt sein draußen an der Furt ist der Feind so von uns dem Sumpfe und dem Wasser umgeben dass er nach keiner Seite ausbrechen kann und Rettung einzig nur darin findet dass er sich ergibt hier aber hat er euch vor sich den See hinter sich und zu beiden Seiten offenes Land er kann also selbst wenn es euch gelingt ihn zu schlagen entweichen jedenfalls fließt Blut viel Blut dein Trachten muss darauf stehen vor allen Dingen Ibn Assel persönlich in die Hände zu bekommen ich glaube aber wetten zu können dass gibt dir keine Mühe unterbrach er mich du bist stark tapfer und listig aber doch kein Offizier deine Kugel fehlt nie ihr Ziel aber von der wiederholt erfahren mein Plan ist gut und wird ausgeführt die Erlaubnis mitzukämpfen sollst du haben natürlich unter der Voraussetzung dass du zu gehorchen weißt das war ganz im Tone eines Vorgesetzten zu seinem Untergebenen gesprochen wie oft hatte ich die Fehler seiner Leute sogar seiner eigenen gut gemacht jetzt wollte er wiederholt erfahren haben dass ich nichts von Strategie verstand ja gewiss ein Stratege war und bin ich nicht im Mindesten aber Ibn Assel zu fangen dazu glaubte ich ebenso viel geschickt wie er zu haben seine letzten Worte waren geradezu grob darum stand ich auf und sagte jedoch im ruhigsten Tone es gibt keinen Menschen dem ich zu gehorchen habe und es wird wahrscheinlich auch nie einen geben Allah ist Allah Gott behüte dich bei diesen Worten wendete ich vor derselben stand Benil er sah mir besorgt in das Gesicht und sagte Hamdulila es ist besser verlaufen als ich dachte ich glaubte du werdest hoch erzürnt herauskommen dein ruhiges Gesicht aber sagt mir dass man doch nicht zu dumm gewesen ist dir zu widersprechen woher weißt du dass falls er nicht allein es sei der zu gebieten habe und du hast geglaubt dass ich ein grimmiges Gesicht dazu machen werde natürlich eine solche undankbarkeit muss doch erzürnen sie kränkt mich zwar aber sie erzürnt mich nicht kränkt also hat man es doch getan ja man hat meinen Rat zurück gewesen doch ist man so gnädig gewesen mir zu erlauben mit zu kämpfen aber unter der Bedingung dass ich gehorche gehorchen du rief er aus effendi bleib hier stehen bis ich wieder komme ich muss fort hinein zu ihnen um ihnen zu sagen was sie gegen dich sind er wollte fort ich hielt ihm am arme zurück und gebot ihm bleib du machst es nicht anders sie hören nicht auf dich da sie nicht auf mich gehört haben sie werden nur von den Ereignissen eines anderen belehrt werden aber was willst du tun fragte er eifrig ist dir ruhig gefallen lassen und dich als gewöhnlicher askari neben die anderen stellen dich einem dieser neger gleich achten lassen oh nein geh nur in deine hütte hole deine sachen und komm dann nach der meinigen er eilte von dannen ich begab mich nach der mir und dem res effendina zugewiesenen hütte um mein eigentum an mich zu nehmen bald kam benil wir verließen das dorf und stiegen den berg hinab um uns jenseits des sees am waldes rande schlafen zu legen benil sprach kein wort er war ein braver feinfühl in der bursche er hatte sich über mein ruhiges gesicht gewundert ich war auch innerlich ruhig aber diese ruhe war keine wohltuende ich ärgerte mich nicht und grämte mich nicht es war mir nur eine kränkung widerfahren und doch konnte ich während dieser ganzen nacht nicht schlafen die Sorge um das Schicksal derer welche ich verlassen hatte ließ mir keine doch innere Beruhigung brachte es gab zwar gegen die Ausführung desselben mancherlei Bedenken aber nach reiflicher Überlegung kam ich gerade als es Tag wurde zu der Bezeugung dass ich nichts besseres tun könne als diesem Vorsatz treu zu bleiben da wachte Bernil aus seinem Schlafe welcher auch ziemlich unruhig gewesen war wir wuschen uns im See und nachdem wir uns abgetrocknet hatten Nein wir wenden uns nach Foguda nach Foguda das ist das Dorf der Gok von welch Monster Dolmetscher gestern erzählte als sie uns die Umgegend erklärte was wollen wir dort Hilfe für Wagunda holen so willst du diese undankbare nicht ihrem Schicksal überlassen nein ich weiß dass sie in ihr Unglück rennen wenn ich ihnen nicht helfe und da sie meine Hilfe von sich weisen muss ich sie zwingen sie anzunehmen sie sind es nicht wert die Fendi und bedenke die Gefahren des Weges den wir zurückzulegen haben warum diese Worte ich weiß dass du dich nicht fürchtest aus Sorge für dich nicht für mich ich gehe mit ihr bis ans Ende der Welt aber es ist meine Pflicht dich darauf aufmerksam zu machen der Dolmetscher sagte dass Foguda drei volle Tagesreisen von hier entfernt sei bedenke dass wir keine Reittiere haben und also laufen müssen durch Urwald und Sumpf den wir nicht kennen er hat die genaue Richtung angesagt und den Weg kurz beschrieben das genügt mir du willst die Bewohner von Foguda aufbieten mit uns hierher zu ziehen ja Foguda liegt seitwärts des Weges auf welchem Ibn Assal hierher kommen wird wir legen uns mit den dortigen Gok auf die Lauer lassen ihn vorüber und folgen ihm hier stellen wir uns hinter ihm auf und fallen wenn er das Dorf angreift über ein her diesen Plan willst du den Leuten in Foguda erklären aber du kennst ja deren Sprache ebenso wenig wie ich sie kenne und einen Dolmetscher haben wir auch nicht mit ich rechne auf mein gutes Glück vielleicht gibt Worten die mir doch bekannt sind auszukommen und du glaubst dass sie Foguda Krieger uns hierher begleiten werden ich bin überzeugt davon da sie zu dem selben Stamme mit den Bewohnern von Wagunda gehören nun wohl du hast stets die besten Gedanken und so wird der jetzige wohl auch der richtige sein lass uns aufbrechen denn wir müssen drei Tage lang tüchtig marschieren aber wovon leben wir von Früchten welche wir finden werden und von dem was wir schießen übrigens haben wir gestern so viel gegessen dass ich für heute und morgen wohl nichts brauchen werde wir verließen den See und schritten in der Richtung nach welcher wir gestern geritten waren fort ohne dass es mir einfiel noch einen Blick hinauf nach dem Dorfe zu richten wo alles noch zu schlafen schien Büsch als ich hinter uns einen schnaufen hörte ähnlich demjenigen eines Hundes welcher seinen Herren verloren hat und nun ängstlich nach der Spur desselben sucht ich drehte mich um und hielt das Gewehr zum Schusse bereit wir wurden verfolgt hatten aber wie ich bald sah nicht zu fürchten denn unser Verfolger war kein anderer als der lange Selim der mit Riesenschritten so dass sein langes Gewand hinter ihm flog und nach geeilt kam halt Effendi halt rief er als er mich erblickte wo wollt ihr hin sage erst wohin du selber willst mit euch antwortete er indem er keuchten bei uns stehen blieb bleib in Gottes Namen hier wir können dich nicht gebrauchen nicht mich den tapfersten der Helden dich den Unglücksbringer so oft ich dich mit mir nahm hast du mir unheil gebracht Allah sprich doch nicht so Effendi allen meinen Schritten folgt Heil und Segen nach warum wollt ihr nicht bleiben warum habt ihr gestern Abend das doch verlassen weil ich undank fand ich habe es gehört und die Asaker bedauern es weil sie dich lieb gewonnen haben sie hofften dass du heute zurückkehren werdest ich erhob mich früh vom lager um nach dir zu suchen weil ich dein natürlicher beschützer und behüter bin ich nahm mein messer und mein gewehr um das dorf zu verlassen eben als ich in das freie trat sah ich euch ich rief aber ihr konntet es nicht hören so bin ich euch also nachgerannt um gleich wieder umzukehren nein Effendi ich gehe mit euch und ich befehle dir zum Reis Effendina zurück zu kehren wir gehen gefahren entgegen und haben dich nicht nötig das denkst du nur und wenn du mich wirklich fortjagst laufe ich euch von weitem nach da stellte sich Benil auf seine Seite und bat für ihn was sollte ich machen treu war der alte Kerl aber Pech Pech und immer wieder Pech hatte er mir stets und überall gebracht sollte ich werde darum entschied dich freilichst höchst ungern nun wohl so gehe mit ich weiß dass du uns Unglück bringst will es aber trotzdem noch einmal mit dir versuchen falls du mir versprichst allen meinen Anordnungen auf das genaueste nachzukommen allen Effendi allen beteuerte er indem er die Hand auf das Herz legte verlange von mir was du willst ich tue es nur verlange nicht dass ich dich verlasse wir setzten nun zu dreien unseren Weg fort welcher uns zunächst nach der erwähnten Furt führte Selim blieb da er die längsten Beine hatte nicht hinter uns zurück obgleich er sehr bald über heftiges Leibweh und Magendrücken klagte nachdem was er am Essen geleistet hatte war dieses Unwohlsein sehr leicht zu erklären gestern waren wir durch die Furt geritten heute mussten wir noch eine Stunde im Winkel den die beiden Quellflüsse des Tonje bildeten zurückgelegt hatten wendeten wir uns von der Route auf welcher Ibn Assel zu erwarten war um ein weniges nach Süden ab ich richtete mich dabei weniger nach der Beschreibung des Weges welche der Dolmetscher mir geliefert hatte als nach meinem Kompass auf welchen ich mich lieber verließ auch ist der Instinkt eines erfahrenen Reisenden einen besserer Führer als das Wort eines jungen Negers dem es fast stets schwer wird verwandte Begriffe nicht zu verwechseln ich wusste in welcher Richtung Verguder lag und wenn ich diese Richtung einhielt mussten wir unser Ziel unbedingt erreichen das was ich soeben Instinkt genannt habe bewährte sich wenigstens am ersten Tage wir kamen durch keine der Sumpflandschaften welche wir gefürchtet hatten sondern durch einen ungeheuren Tamarindenwald welcher ohne Ende zu sein schien die Bäume desselben standen so weit auseinander dass der Boden ziemlich trocken war und wir leichtes wandern hatten und doch auch wieder so dicht dass die Kronen desselben uns einen sehr wohltätigen Schatten gewährten an einer großen Wasserlache an welcher wir vorüber kamen gab es allerlei gefiederte Tiere und es gelang mir raten konnten als die Sonne sich dem Horizonte näherte war der Wald zu Ende und wir kamen auf eine vollständig ausgedorrte Prärie welche wir in derselben Richtung weiter wanderten sie konnte hier in dieser flussreichen Gegend nicht groß sein und wirklich tauchten eben als die Sonne ihre letzten Strahlen aus dem Westen sandte gerade vor uns die Umrisse eines zweiten Waldes auf wir waren müde hielten aber nicht am Rande dieses Waldes an weil von demselben aus unser Feuer weit in die Prärie hinaus zu sehen gewesen wäre sondern drangen trotz der Dunkelheit tiefer ein und machten erst nach angemessener Zeit den ersehnten Halt dürres Holz gab es hier genug bald brannte das Feuer und wir waren eifrig mit dem Rupfen und Ausnehmen unserer Jagdbeute beschäftigt der Braten geriet ganz nach den Verhältnissen unserer nicht sehr luxuriös eingerichteten Küche auch schien er etwas bejaht zu sein da aber weder Geburts noch Impfzeugnis vorhanden war verzerrten einer musste wachen um nach zwei Stunden den nächsten zu wecken das gab in Summe sechs Stunden welche wir für die Ruhe bestimmt hatten nach dieser Zeit verzerrten wir den Rest der zähen Polarten welche eigentlich Ibisse waren und machten uns dann wieder auf den Weg gerade als der Tag zu grauen begann er war nicht so glücklich für uns wie der vorhergehende wir kamen durch sumpfige Gegenden und mussten sehr vorsichtig sein und oft von der geraden Richtung abweichen um gefährliche Stellen zu umgehen hier schien alles Leben erstorben zu sein es war jedenfalls vorhanden floh uns aber und so kam es dass der Abend hereinbrach ohne dass wir irgendein jagdbares Tier zu Gesicht bekommen hatten darum mussten wir uns ungespeist niederlegen was dem hungrigen Selim einige sicherte dass wir jedenfalls morgen mehr glück haben würden schlief er beruhigt ein ich hatte diesen ausspruch im besten glauben getan konnte aber leider mein versprechen nicht halten es gab auch am nächsten vormittage nur sumpf und wieder sumpf von uns schädlichen oder essbaren früchten oder wurzeln war da keine rede und von irgendeinem wilde war wie der jäger sich auszudrücken pflegt auch keinen schwanz zu sehen hatte gestern nur selims magen geknurrt so begann er heute selbst zu murren und zu klagen und das in einer weise und tonart welche es sehr geraten erscheinen ließ diesem höchst ungesättigten zustande möglichst schnell ein ende zu machen hätte ich den unglückseligen urian doch nur murren lassen es wäre uns viel unheil erspart geblieben aber er war ein starker esser hunger tut weh und darum dauerte er mich es war schon mittag und nach meinem vermuten mussten wir vor guder noch vor abend erreichen das sagte ich ihm aber der volk war nur das eine wort hunger hunger und hunger auch benil sah schöpfte aus auch er hatte natürlich seit gestern früh nichts genossen und ebenso lang war unsere wanderung durch die süpfe eine sehr anstrengende gewesen er sagte nichts sehnte sich aber jedenfalls ebenso wie selim nach der notwendigen stärkung was machen hier mitten im urwalde wo es gewiss genug tiere gab von denen sich aber keine sehen ließ wie eine antwort auf diese stille frage erklang von links der ruf zu uns herüber karnuk 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 das war hilfe ihr sollt zu essen haben und zwar sofort sagte ich was und woher fragte selim von dort her antwortete ich indem ich nach der angegebenen richtung deutete habt ihr den vogelruf nicht gehört es ist ein karnuk und wo es einen karnuk gibt da gibt es auch noch andere vögel kommt aber so leise wie möglich karnuk ist der kronkranich gruß pavonia sein ruf klingt wie karnuk karnuk nuk nuk und daher sein arabischer name ich vermutete dass da wo er sich befand wasser sei und nahm daher an dort auch noch andere summen von wasservögel zu finden wir schwenkten also nach links ab und schlichen uns unter den bäumen hin bis sich zwischen denselben ein dichtes oscher gebüsch zeigte als wir durch dasselbe geschlüpft waren befanden wir uns im freien der wald lag an dieser stelle hinter uns zu unserer linken bildete er einen rechten winkel der rand an welchen wir standen lief genau von süd nach nord der andere winkel schenkel bohr gerade nach ost rechts ungefähr 100 schritte von uns gab es einen sumpf dessen mit hohem dichtem schilfe bestandene ufer bis nahe an den wald reichten dort war der ruf erklungen und dort wendete ich mich indem ich das gewehr vom rücken nahm darf ich mit fragte benil du weißt dir fendi dass ich dir die jagd nicht verderbe ja komm antwortete ich um ihm seinen wunsch zu erfüllen er wollte gern auch etwas schießen ich möchte auch mit meinte selim vor meiner kugel erzittert jedes wild und fliegst du dann unverletzt davon fügte ich hinzu du unglückskind würdest uns alles verscheuchen du bleibst zurück hier am rande des gebüsches damit wir dich dann nicht zu suchen brauchen lauf nicht etwa davon verstanden ja ich bleibe stehende fendi ich habe ja versprochen alles zu tun was du verlangst nur schaffe recht bald etwas zu essen er setzte sich nieder und wir entfernten uns und huschten am weites rande nach der spitze des sumpfes ich drang vorsichtig in das schilf ein und sah zwei kronenkraniche im wasser stehen die schönen grauen vögel nahmen sich mit ihren hohen kopfbischen prächtig aus waren aber alt also nicht zu essen dagegen bemerkte ich weiter oben eine gesellschaft von sporengänsen nämlich am jenseitigen ufer während am diesseitigen ufer ein sporenkibitzpaar im wasser hockte der sudanese nennt diese letzteren sehr wachsamen vögel nach ihrer stimme zigzag da eine ganz einen besseren braten als ein kibitz gibt und auch leichter zum schusse kommt als dieser wendeten wir uns um die spitze des mai je hin um dem anderen ufer zu an welchem wir in gebückter stellung hinter dem schilfe entlang schlichen da klang es plötzlich und ängstlich zigzag zigzag die kibitzer hatten sich drüben erhoben kamen über den mai je herüber und flogen über uns hinweg was ist das? fragte ich leise indem ich stehen blieb die kibitze sind drüben aufgescheucht worden von wem? von uns meinte Benil sie haben uns gesehen oh nein das schilf deckte uns ja wären wir es gewesen vor denen sie flohen so wären sie doch nicht herüber nach unserer seite gekommen sie werden selin bemerkt haben und das ist allerdings möglich komm also weiter als wir die stelle erreichten wo ich jenseits des schilfes die gänse gesehen hatte drangen wir langsam und leise in das letztere ein es gelang uns die gesellschaft zu sehen ohne selbst bemerkt zu werden nimm die junge fette links flüsterte ich Benil zu indem ich meinen lauf auf eine andere richtete die beiden schüsse krachten fast zu gleicher zeit die schar stob schnatternd auseinander die beiden opfer aber waren so gut getroffen dass sie sich kaum noch bewegten wir drangen vollends durch das schilf und langten sie mit unseren gewehren aus dem wasser so jetzt gibt's zu essen lachte Benil befriedigt nun wird selin wohl nicht mehr wimmern jeder seine ganz in der hand kehrten wir um den mai j nach der anderen seite zurück es war seit wir selin verlassen hatten doch über eine viertelstunde vergangen als wir den sumpf umschritten hatten und hier am schnurgeraden waldesrande hinblickte sah ich selin nicht auch Benil vermisste ihn denn er sagte dieser mensch ist doch nicht da geblieben wo er bleiben sollte er wird auch nach dem mai j gegangen sein jedenfalls war er es der die kiebitze vertrieb da dies sehr leicht möglich ja sogar wahrscheinlich war fühlte ich der ich sonst so vorsichtig bin mich nicht beunruhigt und so schritten wir langsam der stelle zu an welcher selin gesessen hatte dort angekommen sah ich zunächst dass keine spur von hier aus nach dem sumpfe führte er war also nicht dort aber mehrere zweige des gebüsches waren abgebrochen er ist wieder in den wald gegangen sagte ich warum wozu kaum hatte ich diese frage ausgesprochen so bekam ich die antwort aber auf eine ganz und gar unerwartete weise es richteten sich nämlich jenseits des strauches mehrere gestalten auf welche mit den kolben ihrer gewehre zum schlage ausholten ich wollte zurückspringen aber es war bereits zu spät ein hieb streckte mich nieder ich versuchte mich aufzurichten bekam aber einen zweiten hieb der mir die besinnung raubte als ich später erwachte war es mir ganz eigentümlich vor den augen ich sah wie durch einen dichten nebel hinter welchen gestalten saßen mein kopf tat entsetzlich weh ich wollte nach demselben greifen konnte aber nicht denn meine arme waren fest an den leib gebunden der hund er hat die augen offen ertönte es gerade vor mir er lebt also noch welch eine freude für uns auch diese stimme klang wie durch einen nebel wie aus der ferne oder vielmehr wie durch eine wand an mein ohr dennoch kam sie mir bekannt vor ich sann und sann wo ich sie schon gehört haben mochte vergeblich meine sinne waren noch halb gelähmt von den zwei kolben hieben hättet ihr entgegen in seiner hand befand ich mich ich schloss die augen nicht etwa vor angst vor entsetzen und nein es gibt keine lage in welcher der mensch zu verzweifeln braucht aber mir war vor allen dingen ruhe nötig ruhe damit meine sinne vollständig erwachen mein denkvermögen sich erholen könne und kaum hatte ich die augen zu so wusste ich nichts mehr von mir war es tiefer schlaf in den ich verfiel oder eine abermalige bewusstlosigkeit die mich erfasste ich weiß es nicht aber als ich zum zweiten male erwachte schmerzte mich mein kopf zwar noch ebenso übrigens jedoch fühlte ich mich äußerlich so kräftig und innerlich so klar als ob vorher gar nichts geschehen sei ich öffnete die wimpern ein klein wenig um verstohlen hindurch zu blicken was ich sah konnte keineswegs tröstlich genannt werden es war noch tag ich lag am waldesrande genau an der stelle an welche ich niedergeschlagen worden war neben mir lagen rechts benil und links selim beide mit offenen augen und beide ebenso an händen und füßen gebunden wie ich gerade vor mir saß ibn assel welcher den blick mit hasserfülltem ausdruck auf mich gerichtet hielt um ihn saßen die ihm näherstehenden seine untergebenen etwas entfernter die weißen sklavenjäger weiter draußen folgten die jangge welche teils auch roten und teils beschäftigt waren diese beschäftigung bestand in dem zäumen und satteln der ochsen welche zwischen dem walde und dem sumpfe geweidet hatten eine ganze anzahl dieser tiere war dazu bestimmt die stricke ketten und halsbäume zu tragen mit denen die einzufangenen sklaven gefesselt werden sollten von diesen werkzeugen war eine menge vorhanden mach die augen weiter auf du hund vor mich ibn assel an meinst du ich sei blind um nicht zu sehen dass du durch deine verfluchten wimpern blickst um ihn nicht zu weiteren zwecklosen beleidigungen zu veranlassen hielt ich es für geraten die augen vollend zu öffnen er hatte eine nilpferdpeitsche in der hand versetzte mir einen hieb mit derselben und fuhr fort allah hat endlich meinen flehen erhört und dich in meine hand gegeben wo ich es gar nicht mehr für möglich hielt weißt du was dich erwartet ja antwortete ich ruhig die freiheit hund wagst du es mich zu verhöhnen fuhr er auf indem er mir einige weitere hiebe gab ich hatte infolge der leichten dünnen kleidung die schwielen derselben dann längere zeit zu fühlen die qualen welche dich erwarten habe ich dir schon einige male aufgezählt es glückte dir mir zu entkommen dieses mal aber sollst mir nicht entfliehen das erste wird sein dass ich dir die augenlieder abschneiden lasse damit du die segnungen des schlafes entbärst und unter der folter der ruhelosigkeit langsam dahin stirbst du wirst eher sterben als ich und Allah wird deine seele unter diejenigen matern stellen welche du für mich bestimmt hast und doch nicht an mir auszuführen vermagst ich sagte das weil eine innere stimme mir versicherte dass ich auch dieses mal entkommen werde ich verzweifelte keineswegs sondern vertraute auf gott auf mein so oft erprobtes glück auf meinen scharfsinn und meine körperkraft übrigens wusste ich dass er sich hüten werde schon jetzt meinen körper zu verletzen eine erkrankung meinerseits hätte seine marsch aufgehalten und es lag doch jedenfalls in seiner absicht mich für längere martern aufzubewahren nicht auszuführen schrie er mich an es bedarf nur eines wortes von mir so wird mein befehl erfüllt aber ich habe jetzt weder zeit noch lust dazu zuallererst werde ich dich mit dem anblicke derer peinigen welche du zu retten gekommen bist ihre schmerzen werden auch dich elend machen du meinst ich werde erst sterben als du hüte dich zu glauben dass man dich befreien werde ich weiß auf wen du rechnest aber deine hoffnungen werden zu schanden gemacht nichts gar nichts weißt du behauptete ich um ihn zu reizen mir das was er wusste zu sagen alles alles weiß ich antwortete er in höhnischem tone du hast meinen boten den scheik der jange abgefangen und von ihm meinen plan erfahren ihr habt meine serie bar genommen und seid dann mit den bohr die ihr am mai j sem cut traft aufgebrochen um die gog in wagunda zu warnen du träumst lachte ich um ihn zu weiterer mitteilung zu verführen ich träume nicht sondern der gewährsmann den ich habe ist ein sicherer dein kluger selim hier hat mir alles sehr ausführlich gestanden du hast dich mit dem race efendina veruneinigt und infolgedessen war gunda verlassen um auf eigene faust die leute von fuguda zur hilfe zu holen glücklicherweise habe ich meinen marsch abgekürzt indem ich nicht ganz bis aguda gegangen bin und befinde mich infolgedessen um mehrere tage eher hier als du erwartet ist ich kam auf den klugen gedanken nicht nur wagunda zu nehmen sondern schon vorher auch fuguda zu überfallen in der nähe dieses ortes angekommen mussten wir um die nacht abzuwarten halt machen und uns verbergen ich ritt mit einigen asakern voran einen dazu passenden ort zu suchen und kam hierher als selim am waldesrande stand und ihr euch jenseits des schilfes befandet dieser selim ist ein solcher ausbund von schlauheit dass es ihm gar nicht einfiel zu entfliehen er hatte uns gesehen er musste auch bemerken dass wir unsere tiere schnell unter die bäume zogen und uns dann durch die büsche schlichen um an ihn zu kommen er an floh trotzdem nicht wenn die krieger welche ihr bei euch habt alle so klug sind wie er es ist werde ich sehr leichtes spiel mit ihnen haben wir griffen ihn und als ich ihm weigerungsfalle mit dem tode drohte erzählte er mir alles alles was ich zu wissen nötig hatte dann kamt er zurück und wurde von uns niedergeschlagen du siehst dass ich alles weiß du bist verloren jetzt werden wir nach Foguda aufbrechen um dir den anblick einer sklavenjagd zu verschaffen das was du da siehst mag dir einen kleinen vorgeschmack dessen geben was ihr zu erwarten habt er stand auf und gab mit der hand ein zeichen auf welches sich alle anderen sitzenden auch erhoben um zum aufbruch zu rüsten da an diesem Augenblicke niemand scharf auf uns achtete benutzte ich denselben mich an ja fendi antwortete er es waren fünf weiße asacker bei ihm und bist doch sitzen geblieben natürlich hast du vergessen dass du mir befahl zu bleiben und hast du vergessen dass ich dir versprach allen deinen befehlen zu gehorchen da bemannte mich den doch der zorn und es entfuhr mir der ausruf wo du Häupferd aller Häupferde so eine dummheit ist noch nie da gewesen konnte ich wissen dass Ibn Assel kommen werde ich wusste es wohl dass du uns ins unglück bringen werdest wärst du beim anblicke Ibn Assel schnell in das gebüsch gesprungen um nicht gesehen zu werden und uns zu warnen so wäre er jetzt unser Gefangener anstatt dass wir uns in seinen Händen befinden und wie kommst du dazu du hast ja selbst von ihm gehört dass er mich mit dem tode bedrohte dummkopf wenn ich dich nicht rette wirst du ermordet trotz deines geständnisses meinst du dass du uns zu retten vermagst mein lieber Effendi fragte er kleinlaut ich habe die Hoffnung noch nicht verloren bete zu Allah dass er dich und uns in ich wurde unterbrochen denn es traten mehrere weiße Asaka zu uns um uns zum Marsche fertig zu machen Ibn Assel schien es überhaupt zu vermeiden uns mit schwarzen Asakern oder gar den Djang Ge in nähere Berührung zu bringen er befürchtete wir würden verraten dass der Häuptling der letzteren Freundschaft mit uns geschlossen hatte ich musste aufstehen und bekam eine schwere Sheba angelegt unter Sheba versteht man einen starken Gabelast in dessen Gabel der Hals des Sklaven oder Gefangenen gesteckt und dann durch ein Querholz festgehalten wird hierdurch behält der Gefangene den freien gebrauch der Hände und Füße während er durch den langen Ast den er vor sich her tragen muss am entrinnen und an jedem Missbraucher der Hände verhindert wird man hatte wie es schien den schwersten aller vorhandenen Äste für mich ausgesucht aber das genügte noch nicht denn es wurden mir noch zwei eiserne Handschellen angelegt welche durch eine kurze Kette miteinander verbunden waren dann erst nahm man mir die bisherigen nun überflüssigen Fußfesseln ab Benil und Selim wurden nur durch je eine Schebar unschädlich gemacht beim Anlegen der Handschellen war ich darauf bedacht keine sehr engen zu bekommen ich drückte die Ellbogen an den Leib und ballte die Finger fest zusammen wodurch das Handgelenk sich verkürzte und einen größeren Umfang bekam die beiden Kerls welche mir die Schellen anlegten ließen sich dadurch wirklich täuschen sie wollten mir zunächst Schellen anlegen welche mir passten und sich eng um meine Handgelenke gelegt hätten infolge meiner Manipulation aber brachten sie die Schlösser nicht zusammen und so suchten sie ein paar weitere aus welche sich zwar schlossen mir jedoch scheinbar nicht den geringsten Spielraum ließen dies gab mir die Hoffnung mich von den Fesseln befreien zu können von der Sheba hoffte ich dann auch bald loszukommen der Aufbruch begann eine Anzahl guter Läufer wurde vorangeschickt um die bereits vorausgegangenen Kundschafter zu verstärken dann kam eine Abteilung der Zhang Geh den Beschluss machten die übrigen Zhang die meisten dieser Leute ritten auf Ochsen zwei von den Lasttieren trugen das Zelt welches wie ich erfuhr allabendlich für Ibn Assel aufgerichtet wurde an die Spitze meiner Sheba wurde ein mehrfach zusammen geflochtener Riemen befestigt dessen anderes Ende Ibn Assel an seinen Sattel band mein Hals steckte in der Gabe der Sheba deren Ast ich vor mir her tragen musste so trollte ich gerade wie ein Sklave seitwärts neben oder hinter meinem Tod Feinde her Die Gabeläste von Selim und Benil waren in derselben Weise mit den Sätteln zweier anderer Reiter verbunden Ich sagte mir natürlich dass sie Zhang Geh falls sie den wirklichen Sachverhalt gekannt hätten ihrem jetzigen Anführer wohl nicht so bereitwillig gefolgt wären Es stand vielmehr mit Gewissheit zu erwarten dass sie sich in diesem Falle gesträubt hätten ihn zu gehorchen Ich war sogar überzeugt dass sie dann wenigstens den Versuch gemacht hätten und zu befreien Darum war ich entschlossen die erste Gelegenheit sie warnen zu können trotz der Gefahr welche mir dabei drohte nicht vorüber gehen zu lassen Aber wie das Fertig bringen da ich mich nicht so wie es notwendig war verständlich machen konnte ich suchte in Gedanken meinen geringen Wortvorrat zusammen und fand auch bald Gelegenheit ihn in Anwendung zu bringen Wir waren über eine Stunde lang über offenes Land gezogen und sahen dann draußen am Horizonte wie der Wald vor uns liegen Aus diesem kehrte einer der Kundschafter zurück um dem Anführer der ersten Zhang Ghe Truppe eine Meldung zu machen dieser letztere kam zu Ibn Assel um ihm dieselbe mitzuteilen es geschah dies in der Zhang Ghe Sprache welche Ibn Assel wie ich jetzt sah und hörte gut verstand sie sprachen eine kleine Weile miteinander als sich der Zhang Ghe dann zu seiner Abteilung zurück begeben wollte rief ich ihm zu Diese der Zhang Ghe und Nuer Sprache entnommenen Worte bedeuteten so viel wie Ibn Assel ist ein schlechter Kerl er wollte deinen Shaik ermorden der Shaik ist jetzt als unser Freund bei uns weiter kam ich nicht denn Ibn Assel griff nach meiner Sheba riss daran dass ich zu Boden stürzte und schrie mir grimmig zu schweig du Hund du arm seligste aller Lügner soll ich deinen Maul mit der Peitsche verstopfen er zog die Nilpferdpeitsche aus dem Grüttel und schlug mich der ich mich wieder aufrichten wollte mit dem Knopfe derselben so auf den Kopf dass ich fast wieder niedergesunken wäre dann erteilte er dem Zhang Ghe den Befehl sich zu entfernen und dieser gehorchte und zwar in einer Weise dass ich wohl merkte erlege meinen Worten nicht die von mir beabsichtigte Bedeutung bei wenn du nur noch ein einziges Mal mit einem Zhang Ghe redest so gebe ich dir einen Knebel diese Drohung machte er gewiss wahr und da es auf keinen Fall ein Vergnügen ist einen Tag oder gar noch länger einen Knebel im Munde zu haben so nahm ich mir vor ihn nicht wieder auf diese Weise zu reizen bald erreichten wir den erwähnten Wald es war ziemlich düster in dem selben denn die Bäume standen dicht und der Nachmittag ging zu Ende es dauerte eine halbe Stunde bis wir ihn durchquert hatten dann gelangten wir wieder auf offenes Land nach einer Viertelstunde brach der Abend herein unser Zug blieb trotzdem in Bewegung bis es vielleicht 8 Uhr geworden war da hielten wir an weil wir auf die Kundschafter Dorfes Fuguda welches zerstört werden sollte befanden noch leuchteten die Sterne nicht in der Weise dass ich weit genug hätte sehen können um zu erfahren welche Art die Gegend waren welcher wir uns befanden doch bemerkte ich wenigstens so viel dass wir uns zwischen Büschen lagerten welche den Sklavenjägern ein gutes Versteck gewährten wir drei Gefangenen wurden von den Sätteln losgebunden dafür aber fesselte man uns die Füße wieder wir waren also gezwungen uns zu legen was uns große Unbequemlichkeiten verursachte dass niemandem einfiel uns die Schebars abzunehmen außerdem ließen sich drei Männer bei uns nieder welche uns zu bewachen hatten das tun und treiben um uns her war ein sehr reges und doch beinahe geräuschloses man pflockte die Ochsen an oder band sie an die Sträucher fest Feuer wurden nicht angezündet doch sagte mir der Klang der Waffen und das Klirren der Ketten dass man sich auf den Überfall des Dorfes vorbereite ich zermarterte mir das Gehirn mit der Frage ob es nicht möglich sei die armen Schwarzen zu retten sie wenigstens zu warnen hin zu ihnen konnte ich nicht aber vielleicht war das Dorf so nahe dass die Leben auf das Spiel setze ein einziges Menschenleben gegen das jenige so vieler hätte ich nur gewusst dass ich den beabsichtigten Erfolg wirklich erreichen würde dann hätte ich mein Leben gern in die Schanze geschlagen doch hing ja demselben noch mehr viel mehr ich wollte doch die Gok in Wagunda retten und mit diesen den Rees Effendina mit seinen Scharen dies war mir aber nicht möglich wenn Peinigten mich ich bemerkte dass die Chang'e abzogen ihnen folgten kurze Zeit später die weißen Asaka nur einige von diesen letzteren blieben unsere drei Wächter ausgenommen zur Beaufsichtigung der Ochsen zurück die Zeit drängte meine Angst um das bedrohte Dorf wuchs von Minute zu Minute hätte ich nur eine Hand eine einzige frei gehabt ich versuchte zwar in der Dunkelheit die Schellen abzustreifen aber es gelang mir nicht meine Hände waren infolge der Tageshitze und des beschwerlichen Marsches so schweißig so geschwollen dass alle meine Bemühungen vergeblich blieben ungefähr eine Viertelstunde nach dem Abmarsche der Sklavenjäger hatte meine innere Unruhe einen solchen Grad erreicht dass ich es nicht länger aushalten konnte ich musste warnen mochte darauf mit mir geschehen was da wolle ich holte tief Atem um meinem Rufe die nötige Stärke und Länge geben zu können und stieß jenes Geheul aus mit welchem wilde Völkerschaften ihre kriegerischen Angriffe zu begleiten pflegen ich tat das zwei dreimal hintereinander ohne dass unsere Wächter mich daran hinderten einer von ihnen stieß sein höhnisches Gelächter aus und sagte Dummkopf meinst du dass Ibn Assel sich nicht vorgesehen hat er kennt dich er dachte daran dass du so albern sein werdest die schwarzen Hunde warnen zu wollen darum hat er hier halten lassen von hier bis zum Dorf hat man fast eine Stunde zu gehen also schreien Allahs Namen wenn es ihr Vergnügen macht ich gönne es dir da es das letzte Vergnügen ist welches du erlebst beinahe schämte ich mich und doch war ich froh dass mein Beginnen keine schlimmeren Folgen hatte zu retten war Fuguda also nicht aber ich hatte meine Pflicht getan und konnte in dieser Beziehung also ruhig sein nicht so in Beziehung auf die unglücklichen Menschen die in jetzt das Verderben heimlich nahte ich lag wie im Fieber eine Viertelstunde nach der anderen verging nach dem Stande der Sterne welche jetzt heller erleuchteten mochte es zwischen 10 und 11 Uhr sein da begann der Himmel im Süden sich zu röten hamnuila es geht los meinte der vorige Sprecher in freudigem Tone die Ratten werden ausgeräuchert wollt ihr sie verbrennen fragte ich entsetzt verbrennen lachte er so weißt du also nicht wie es bei einer Sklavenjagd zugeht ich bin kein menschenjäger so werde ich es dir beschreiben schweig ich mag nichts hören du musst es hören du hast mir nichts schweigen zu gebieten wenn ich sprechen will so spreche ich und dabei ist es meine sache wovon ich reden will gerade weil ich weiß dass es dich quält und peinigt werde ich dir sagen wie man es macht wenn man Sklaven fangen will ich gab ihm natürlich keine antwort er fuhr fort du weißt dass alle diese neger dörfer von hohen stachel zäunen umgeben sind die dornen sind meist vertrocknet und brennen außerordentlich gut sobald man am abende das dorf umzingelt hat brennt man den zaun an verschiedenen stellen an in der zeit von einigen minuten brennt er überall die funken fliegen auf neger hütten deren dächer aus schilf bestehen und sofort auch in brand geraten die schwarzen erwachen und wollen sich retten die kleinen kinder und die alten sind zu schwach dazu sie müssen verbrennen den starken aber und gerade diese sind es die man haben will gelingt es in kräftigen sprüngen durch den brennenden zaun zu brechen draußen ist es dunkel sie sind geblendet und sehen nicht wen und was sie vor sich haben sie werden ergriffen und gefesselt wer von ihnen sich wehrt wird niedergestochen erschossen oder erschlagen schweig mit deiner beschreibung sagte benil ihr seid keine menschen sondern wahre teufel da hast du recht lachte der andere dass wir teufel sind werdet auch ihr sehr bald erfahren euch wird es noch viel schlimmer ergehen als den negern die wir so eben fangen klagen wird einer erschossen erschlagen oder ans feuer geworfen so ist der schnell tot und wer sklave wird der braucht nicht mehr zu sorgen denn sein herr sorgt für ihn ins feuer geworfen fragte benil entsetzt kommt das auch vor sehr häufig alte weiber mit kleinen kindern denen es gelungen ist sich aus dem brande zu retten treibt man einfach in das feuer zurück wer unter fünf und über dreißig jahre alt ist den können wir nicht brauchen da niemand einen solchen sklaven kauft und indem man solche unbrauchbare schwarze in das feuer zurücktreibt erspart man das pulver welches sie nicht wert sind in dieser weise sprach der kerl weiter und weiter ich konnte ihn nicht zum schweigen bringen im süden wurde es immer heller der himmel glühte das dorf brannte das feuer warf seine helle sogar bisher zu uns woraus sich schloss dass fuguda ein ungewöhnlich großes dorf sei wieder vergingen einige stunden es war nach mitternacht da kamen zwei weiße asaka und meldeten den dreien welche uns bewachten eben assel will diesen gefangenen hunden zeigen welchen fang wir gemacht haben folgt uns mit ihnen nach fuguda man nahm uns die riemen von den füßen wir mussten gehorchen mussten mit fort der feuerschein war jetzt nicht mehr so hell wie vorher erleuchtete die gegend aber doch noch so dass wir sehr gut sehen konnten wir gingen erst zwischen büschen hin dann über offenes land nach einer halben stunde kamen wir an feldern vorüber deren besitzer die kommende ernte nun wohl nicht ein zu heimsen vermochten aber außerhalb des früheren dornen zaunes hatten die sklaven jäger einige große feuer angebrannt in deren nähe sie ihre beute umzingelt hielten dieser letztere bestand aus menschen und tieren die neger haben nämlich ihre herden stets außerhalb der dörfer auf einem zwar eingefriedigten sonst aber freien platze daher kommt es dass bei einem überfalle die rinder schafe und so weiter niemals mitverbrennen sondern dem sieger in die hände fallen diese herden sind dem sklaven jäger noch weit lieber als die erbeuteten schwarzen da hier im lande eine kuh wenigstens doppelt so viel wert ist als selbst ein junger und kräftiger sklave eben assel hatte reiche beute gemacht ich sah über hundert rinder beisammen stehen und die zahl der schafe schätzte ich wenigstens auf das vierfache soweit ich nämlich in dem hell dunkel eine ungefähre schätzung vornehmen konnte und menschen gefangene nun ich sage wenn ich meine hände frei gehabt hätte so wäre es jetzt um eben assel geschehen gewesen es ist verboten menschen blut zu vergießen aber bei dem anblicke den ich jetzt hatte wäre es eine wonne für mich gewesen dem sklaven jäger eine gute klinge in das leben zu stoßen zwischen zwei der größten feuer lagen sie die unglücklichen menschen welche vor kurzer zeit noch so ruhig so ahnungslos geschlafen hatten sie lagen lang ausgestreckt in reihen eng nebeneinander die männer waren von den frauen und mädchen diese wieder von den kindern getrennt zwischen diesen reihen gingen wächter auf und ab mit peitschen in den händen die gefangenen waren alle gebunden wenn sich trotzdem einer von ihnen nur einigermaßen bewegte bekam er hiebe das wie ich bei einem deutlich sah sofort die haut auf platzte ich wendete mich von dieser szene ab benil und selim taten desgleichen ibn assel stand bei den kindern er befühlte ihre gliedmaßen um die beschaffenheit derselben zu untersuchen er hatte uns kommen da kam er herbei deutete auf einige starke pfähle welche den negern zum anbinden der schlachtochsen gedient hatten und befahl die hunde wollen nicht sehen was sie sehen sollen bindet sie an die pfähle so dass ihre blicke auf den neger gerichtet sein müssen und wenn sie etwa die augen schließen so gebt ihnen die peitsche so lange bis sie dieselben wieder öffnen dieser befehl wurde ausgeführt man band uns in der weise an dass wir die ganze grauenhafte szene vor uns hatten zu meiner rechten lag das niedergebrannte dorf ich sah zwischen den glimmenden und qualmenden trümmern zahlreiche überreste halbverkohlter menschen liegen links hielten die herden von einer anzahl jange zusammengehalten und bewacht und gerade vor mir lagen die reihen der neger zwischen denen sich die wächter mit ihren drohenden peitschen bewegten ibn assel war zu den kindern zurückgekehrt er setzte seine untersuchung fort die jenigen von ihnen die er für kräftig genug fand den weiten transport auszuhalten blieben da liegen die anderen die er mit einem verächtlichen winkel seiner hand bezeichnete wurden zur seite getragen und dort niedergeworfen noch ahnte ich nicht was er mit diesen unglücklichen vornehmen werde da sie ihm als unbrauchbar erschienen so war ich überzeugt dass er sie ihrer fesseln entledigen und einfach laufen lassen werde aber wie hatte ich mich da geirrt als seine untersuchung zu ende war hörte ich ihn einen befehl aussprechen und zugleich eilten mehrere seiner leute zu den ausgeschiedenen kindern die messer dieser unmenschen blitzten ich schrie leid auf und schloss die augen mehrere peitschen hiebe zwange mich sie wieder zu öffnen als ich dort hinüber sah lebte keines von den kindern mehr die mütter und väter der ermordeten schrien und heulten vor schmerz sie sträubten sich gegen ihre fesseln sie wollten auf um den tod ihrer kinder zu rächen die armen man brachte sie durch peitschen hebe zum schweigen und einige bei denen dieses mittel nicht fruchten wollte wurden einfach erschossen ich fühlte eine wut in mir welche gar nicht zu beschreiben ist meine glieder zitterten förmlich nicht aus schwäche sondern infolge des inneren grimm wie oft hatte ich eben assel und mehrere ja alle seiner Mitschuldigen geschont in diesem Augenblick bereute ich dies auf das bitterste ich machte mir die schwersten vorwürfe und nahm mir fest und heilig vor nun nicht wieder so schwach und nachsichtig zu sein falls ich in die Lage kommen sollte diesen Massenkindermord zu rächen leider hatte ich noch nicht alles gesehen es sollte wenn auch nicht noch schlimmer aber doch auch nicht besser kommen es ging nämlich jetzt an die Untersuchung der Erwachsenen dabei wurden die als untauglich Erscheinenden gar nicht erst entfernt sondern an Ort und Stelle getötet um nicht aufzubrüllen presste ich die Zähne zusammen aber ich behielt die Augen offen jetzt nicht aus furcht vor der Peitsche sondern ich wollte nun Augenzeuge dieser Schlechterei bis zum letzten Ende derselben sein als sie vorüber war wurden die Mischibars und Eisenketten gebracht die Gefangenen waren bis jetzt nur mit Stricken und Riemen gebunden gewesen nun aber bekamen sie die Handschellen und Gabeläste angelegt und es wurde einer immer in der Weise an den anderen gefesselt dass sie alle nur auf der einen Seite liegen konnten und wenn sie dessen müde waren sich alle zugleich auf die andere Seite legen mussten sie verhielten sich Als Ibn Assel diese seine Arbeit vollbracht hatte kam er wieder zu mir grinste mir höhnisch in das Gesicht und fragte Nun wie gefällt es dir meinst du nicht dass wir einen guten Fang getan haben und ausgezeichnete Geschäfte machen werden Ich drückte alle meine Empörung nieder und antwortete wie ich glaube im ruhigsten Tone Der Fang ist allerdings ein sehr reichlicher Ich schätze die schwarzen welche du leben ließ ist auf wenigsten 200 Lass unterwegs auch den vierten teil zugrunde gehen so sind es doch 150 für welche du Bezahlung bekommst dazu die härten ich beneide dich Wäre die Szene eine andere gewesen so hätte ich im stillen über das Gesicht lachen müssen welches er mir bei diesen meinen Worten zeigte Er fuhr förmlich um einige Schritte zurück staunte mich an und meinte du beneidest mich Allah tut Wunder über Wunder es muss ganz plötzlich ein anderer Geist in dich gefahren sein Das ist allerdings der Fall und ich denke dass du diesen Geist sehr bald kennenlernen wirst Willst du etwa auch Sklavenjäger werden Nein das nicht Sklaven suche und mag ich nicht Es sind nur einige ganz besondere Menschen welche ich fangen will und hoffentlich auch fangen werde Wer ist das Ich könnte es verschweigen will es dir aber doch sagen damit du mich nicht für feig oder hoffnungslos hältst wenn ich fangen will zunächst vor allen Dingen dich und so dann deine weißen Asaker er schlug ein schallendes gelächter auf und rief mich und meine weißen Asaker warum nicht auch meine schwarzen soldaten weil diese getäuscht belogen und verführt worden sind darum wird die strafe die dich und deine weißen erwartet nicht auch sie mit treffen er starrte mir eine ganze trat dann näher zu mir heran untersuchte meine Shebar und die Handschellen sehr sorgfältig und sagte als er diese ganz in Ordnung fand fast glaubte ich du habest dich deiner Fesseln schon halb entledigt und seist also der Hoffnung wieder frei zu kommen da ich aber sehe dass dies nicht der Fall ist so kann ich nur annehmen dass du plötzlich verrückt geworden bist ich bin so nun werde ich dir jetzt zeigen wie ich solche er hielt inne und betrachtete mich abermals mit stechendem Auge während ich seinen Blick ruhig aushielt er hatte die letzten Worte im zornigsten Tone gesprochen und dabei das Messer aus dem Gürtel gerissen als ob er es mir in die Brust stoßen wolle aber er besann sich eines anderen fletschte mir mit überlegenem Lachen seine Zähne entgegen steckte das Messer wieder zurück und fuhr fort doch nein mich überrumpelst du nicht ich bin klug genug zu wissen was du beabsichtigst dazu gehört keine besondere Klugheit ich beabsichtige dir meine Meinung die Wahrheit zu sagen das ist alles oh nein verstelle dich so sehr du nur willst mich täuschest du doch nicht du gibst dich verloren du weißt dass du meine rache hoffnungslos verfallen bist und dass dich martan erwarten die noch niemand vor dir litten hat um diesen qualen zu entgehen um leicht und schnell zu sterben hast du dir vorgenommen mich zu reizen du meinst dass ich dich im Zorne rasch töten werde aber da hast du dich verrechnet ich bin klüger als du denkst ich werde dich schonen bis ich war gunde auch überfallen und verbrannt habe dann befindet sich dein geliebter freund der reis evendina auch in meinen händen und ich werde euch die freude bereiten euch gegenseitig in schmerzen schreien und jammertönen überbieten zu können nun legte er mir in höhnischer freundlichkeit die Hand auf die Achsel und fügte noch hinzu du siehst also wie überlegen ich dir bin dich kann weder Allah noch der Satan aus meiner Hand erretten du bist verloren und solltest du vielleicht von dem reis evendina Hilfe erwarten und der Ansicht sein dass ich diesen nicht ergreifen werde so will ich dir hiermit sagen dass ich noch in dieser Nacht nach Vagunda aufbrechen werde er erwartet ich mich beeile desto sicherer überrasche ich ihn ihr drei werdet jetzt zu essen und zu trinken bekommen nicht etwa aus Mitleid oh nein sondern damit ihr stark genug seid die schnelle Reise auszuhalten er wendete sich von mir ab und erteilte einige Befehle welche seine letzten Worte betrafen ich hatte meine Absicht erreicht und war von dem was er mir mitgeteilt hatte sehr befriedigt dass er annahm ich wolle ihn reizen gab mir die Gewissheit dass er sich wenigstens zunächst hüten werde gegen unser Leben oder unsere Gesundheit etwas zu unternehmen wir bekamen Fleisch zu essen und Wasser zu trinken das erstere wurde uns in zugeschnittenen Bissen in den Mund gesteckt und zwar so reichlich dass er mich vollständig gesättigt fühlte dann wurden wir von den Pfeilen gebunden und unter Bedeckung der schon erwähnten drei Wächter seitwärts gebracht wo wir uns niederlegen durften ich legte mich so dass ich die Feuer und den Schauplatz der heutigen Untaten im Rücken hatte und nichts davon sehen konnte mit meinen beiden Gefährten zu sprechen hütete ich mich denn ich wusste dass der Versuch dazu doch nur mit Peitschen heben zurückgewiesen worden wäre sie schienen obgleich ich mit dem Gesicht abgewendet lag bemerkte ich sehr bald dass hinter mir irgendeine Vorbereitung getroffen wurde welche Art dieselbe war erfuhr ich bald die Vorbereitung zum Aufbruche die neugefangenen Sklaven mussten sich erheben um in Einzelreihen fortgeschafft zu werden die geraubten Herden trieb man hinter ihnen her wir drei wurden von Ibn Assel und fünf weißen Asakern besonders dortwärts zurück nach den Sträuchern zwischen denen wir vor dem Überfall gelagert hatten als wir dort anlangten wurden einige Feuer angebrannt nachdem was Ibn Assel zu mir gesagt hatte war ich überzeugt dass wir nur kurze Zeit hier verweilen würden und es zeigte sich dass diese Vermutung die richtige war man hatte uns so platziert dass wir auf drei Seiten von Büschen umgeben waren und dann kam Ibn Assel und sagte Benil und Selim sind keine Reiter wenn ich ihnen die Shebar ließe würden sie mir unterwegs zugrunde gehen da ich jedoch lieb habe und sie mir zu erhalten wünsche werde ich ihnen den Ritt dadurch erleichtern dass ich ihnen den Gabel Ast abnehme du aber bist im Sattel zu Hause und wirst also mit der Shebar reiten ich hoffe dass du mir für diese Auszeichnung dankbar bist diese spöttischen Worte stellten mir einen schweren sehr schweren Ritten Aussicht doch nahm ich sie ruhig hin da ich jetzt zu meiner Rettung nichts zu tun vermochte meine einzige Hoffnung konnte ich nur auf Wasser gründen auf Wasser wieso als mir die Handschellen zum ersten Mal angelegt wurden war ich bestrebt gewesen sie so weit wie möglich zu bekommen ich hatte geglaubt ihnen entschlüpfen zu können es wäre mir auf einige Haut oder Fleisch Fetzen die ich dabei verloren hätte nicht angekommen aber ich hatte das Klima dieser Gegend nicht in Berechnung gezogen ich schwitzte die Hände waren beständig feucht und so angeschwollen dass es geradezu unmöglich war sie selbst mit größter Anstrengung aus den Fesseln zu ziehen wollte ich diesen letzteren Zweck erreichen so musste die Anschwellung zum Weichen gebracht werden und das konnte nur durch kaltes Wasser geschehen also Wasser nur Wasser Benil und Selim wurden von ihren Gabelästen befreit und auf Reitochsen gebunden auch ich musste aufsteigen was ich natürlich ohne Weigern tat und wurde auf das sorgfältigste festgeschnürt dann leitete man unsere Tiere zwischen den Büschen hin bis wir die freie Ebene erreichten wo ich schon eine größere Anzahl Reiter halten sah man ordnete sich zum Zuge voran ritten zwei Kerle welche wie später bemerkte eine ausgezeichnete Ortskenntnis besaßen dann kam ein Trupp von vielleicht zehn weißen Asakern hinter ihnen Ibn Assel an dessen Sattel hinten zwei Riemen befestigt waren der eine wurde an die Spitze meiner Sheba gebunden und der andere Benil um den einander hinter unserem Peiniger zu reiten von meinem Sattel aus ging wieder ein Riemen von welchem hinter mir der Ochse Seelims geleitet wurde ein Arrangement welches kaum raffinierter erdacht werden konnte ich saß auf dem Ochsen festgebunden ohne die Zügel fassen zu können um den Hals die schwere Sheba welche ich mit den beiden erhobenen Händen halten musste wenn ich nicht von die erwürgt sein wollte jeder Ruck von Ibn Assels Ochsen jeder Fehltritt desselben musste meine Sheba aus der Lage bringen und mir Schmerzen bereiten Selim war kein Reiter war zudem auch gefesselt und leistete auf einem Ochsen sicherlich noch weniger als auf einem Pferde da sein Tier mit mir zusammen hing war die Einrichtung für mich eine Folter deren Erfindung einem Teufel Ehre gemacht haben würde es gab nur ein Mittel sie erträglicher zu machen nämlich äußerst fester Schluss und Schenkeldruck aber welcher sterbliche Mensch kann einen ganzen Tag ja nur eine Stunde lang wenn er noch dazu gefesselt ist mit einem Ochsen solchen Schluss halten hinter Selim ritten wieder mehrere weiße Asaker worauf die übrigen folgten auf einen Ruf des Anführers setzte man sich in Bewegung erst langsam worauf bald ein schnellerer Ritt angenommen wurde schon nach den ersten fünf Minuten hatte ich die feste Überzeugung dass ich nicht auf einem Reitochsen saß und man mir sogar unter den Lastochsen den allemiserrabbelsten und steifsten Werfer ausgesucht hatte nun ich tat mein möglichstes seinen Sulfiden Schritten etwas mehr Lastizität und Stetigkeit zu geben aber was half das bei der Schlechtigkeit Ibn Assels welcher von Zeit zu Zeit hinter sich nach dem Riemen griff um an meiner Schebar zu zerren dann schlugen die hinter Selim reitenden auf den Ochsen ein dass dieser störrisch wurde und zur Seite fahrend mich von hinten zerrte es war ein Ritt wie ich noch keinen gemacht hatte und mir auch keinen wieder wünschte es mochte ungefähr drei Uhr Nacht sein die Sterne leuchteten noch in unverminderter Helle und es ging immer über offenes Land bald gerade aus bald indem wir nach rechts oder nach links abbogen die Führer kannten die Gegend so genau als ob sie hier geboren seien das einzige Gute welches man mir gelassen hatte war dass ich mit Benil sprechen konnte ohne dass man es verbot oder war auch das eine möglich sei wie viele Reiter ich hinter mir hatte konnte ich nicht sehen da die Shiba mich hinderte den Kopf zu drehen später als wir anhielten um die Ochsen ruhen trinken und grasen zu lassen zählte ich 30 weiße Asaka und ungefähr 100 Djang Es waren also wohl 20 weiße und 50 schwarze zurückgeblieben um die erbeuteten Ochsen und Sklaven nachzutreiben während Ibn Assel in beschleunigtem Ritte voran eilte um Wagunda sicher zu überraschen Benil tat alles mögliche mir die Qualen dieses Rittes zu erleichtern aber da er auch an den Händen und Füßen gefesselt war so hatte er sein Tier nicht so wie er wollte in der Gewalt Fendi dieses Mal ist es wohl aus mit uns warf er mir in halblaut im Tone zu oder sollte ich antwortete ich ich habe nicht das kleinste Stäubchen meiner Hoffnung verloren Hoffnung das ist ein schönes Wort aber stets zu befürchten dass dasselbe nicht mehr für uns existiert es existiert für mich solange ich lebe und da ich jetzt noch lebe so hoffe ich eben noch trotz der Fesseln und auch trotz dieser Shebar welche zu den Erfindungen der Hölle gehört trotzdem Fesseln kann man zersprengen und eine Shebar ist zwar ein festes aber immerhin auch zerbrechliches Ding glaubst du denn die Kette welche deine Handschellen verbindet sprengen zu können solange ich die Shebar halten muss nein und solange du die Schellen an den Händen hast kannst du die Shebar nicht selbst vom Halse nehmen das ist richtig aber ich hoffe diese Schellen nicht mehr lange tragen zu müssen wie willst sie herunter bringen das wirst du später erfahren ich will nicht davon sprechen weil man meine Worte doch vielleicht hören könnte schweigen wir jetzt ich habe meine Gedanken anderweit zusammen zu nehmen wenn ich nicht erwürgt sein oder mit dem Ochsen stürzen und den Hals brechen will die Bemerkung vom Brechen des Halse war von mir ganz ernst gemeint ich befand mich wirklich in der größten Gefahr dieses Unglück zu erleiden ich wurde von vorn und von hinten gezogen und gezerrt jeden Ruck den ich bekam musste mein Ochse auch fühlen wenn er die Geduld verlor und auf die sprichwörtlich gewordene Eigenschaft seiner Sippe verfiel konnte er leicht zum Sturz kommen ich war auf seinem Rücken festgebunden und trug die schwere lange Shebar am Halse dieser letztere war also von meinen fühlte ich meine Arme nicht mehr sie waren mir infolge der Stellung welche sie beim Halten des Gabelastes einzunehmen hatten eingeschlafen von den anderen Gliedern will ich nur die Beine erwähnen ich fühlte dass sie bereits blutrünstig waren und doch sollte die Qual sich nicht vermindern sondern steigen die Führer hatten wegen der nächtlichen Dunkelheit nur offene Gegenden aufgesucht jetzt da es hell geworden war konnten sie die gerade Richtung einhalten und diese führte durch Wald und immer wieder Wald mit meinem Tiere und in meiner Lage von vorn und von hinten gezogen und gerissen war der Ritt unter den Bäumen hin und durch den Morast den es da stellenweise gab natürlich weit beschwerlicher noch als derjenige über die Lichtungen doch hielt es bis zum Mittag aus um welche Zeit angehalten wurde da die Ochsen der Erholung bedurften dies geschah auf einer Blöße über welche ein kleines Wasser langsam floss wir drei wurden von den Tieren gebunden als meine Füße den Boden berührten vermochten sie mich nicht zu halten ich brach förmlich zusammen steht es schon so mit dir lachte eben assel hünnisch auf willst du dich auch jetzt noch deiner Stärke rühmen wann ich meinst du etwa dass ich leide ich freue mich vielmehr denn ich weiß dass du Wagunda nicht zur rechten Zeit erreichen wirst nicht warum weil ich dich hindern werde er sah nachdenklich vor sich nieder und wendete sich dann ohne noch ein Wort zu sagen von mir ab ich hoffte das erreicht zu haben was ich mit meinen Worten erreichen wollte nämlich eine weniger grausame Behandlung meine Beinkleider waren steif vom Blute doch erkannte ich bald dass meine schwäche vorhin nur eine augenblickliche und schnell vorübergehende gewesen war die unnatürliche erzwungene Lage meiner gefesselten Glieder hatte sie als sie in die gewöhnliche Lage zurückkehren durften für eine Minute unbrauchbar gemacht doch ließ ich das nicht merken sondern stellte mich schwächer als ich in Wirklichkeit war diese Taktik sollte nicht ohne Erfolg bleiben Wir bekamen auch jetzt Fleisch und Wasser Da ich mich freier bewegen konnte sah ich wie bereits oben bemerkt aus welchen und wie vielen Leuten unser Zug bestand Man hatte Reserveochsen mitgenommen Zwei von ihnen trugen das Zelt des Anführers Auf dem Packsattel eines dritten sah ich ein langes Bündel aus welchem die Kolben und Läufe unserer Gewehre blickten Dass man uns nicht nur die Waffen sondern überhaupt alles abgenommen hatte bedarf eigentlich keiner besonderen Erwähnung Zwei Stunden mochten wir geruht haben als wir wieder aufbrachen Wie war ich erfreut als man mir bevor ich aufsteigen musste die Sheba vom Hals nahm Ich bekam sogar einen anderen besseren Ochsen Meine Bemerkung hatte also die beabsichtigten Früchte getragen Zwar wurde behinderte und drückte mich nicht mehr und ich konnte trotz der gefesselten Hände die Zügel halten und auch führen Das hatte zur Folge dass ich während des ganzen Nachmittages fast nicht die mindeste Belästigung fühlte nur dass am Abende als wir wieder Halt machten noch eine gewisse Steifheit zu bemerken war Wir befanden uns am Rande einer Art von Prärie Die Ochsen sollten einige Stunden grasen und dann wieder keuen natürlich unter Aufsicht von Wächtern die sich während der Nacht abzulösen hatten Für Ibn Assel wurde das Zelt aufgeschlagen und mir wurde die Sheba wieder angelegt Als Abendessen bekamen wir einen Brei von Doramehl in kaltem Wasser angerührt Es war ein Feuer angebrannt worden welches um die Stechmücken abzuwehren die ganze Nacht unterhalten werden sollte Dort hatten Ben Yil und Selim sich niederzulegen weil sie von den Flammen beschienen besser bewacht werden konnten Was aber mich betraf so sagte Ibn Assel nachdem er meine Handschellen und die Sheba sorgfältig untersucht hatte Dich lasse ich nicht im Freien Du musst mit ins Zelt hinein damit ich deiner vollständig sicher bin Ich wurde also in das Zelt geschafft und im Hintergrund desselben niedergelegt nachdem man mir mit einem Riemen beide Fußgelenke zusammen gebunden hatte Die Spitze der Sheba wurde fest an die eine Zeltstange geschnürt so dass ich die ganze Nacht den Kopf und den Oberkörper nicht zu bewegen vermochte eine mehr als unbequeme Lage Nahe dem Eingange wurde für Ibn Assel ein Lager aus weichen Decken zurecht gemacht und für den etwaigen Bedarf während der Nacht ein Gefäß voll Trinkwasser daneben gestellt Dieses Wasser hätte mich retten können Leider aber stand es nicht in meinen Bereiche Als er sich auf sein Lager hingestreckt hatte machte er mir die Bemerkung Denke nicht etwa an Flucht Ich werde jede deiner Bewegungen hören Wolltest du dich erheben so würdest du da die Shiba mit dem Zelte verbunden ist dasselbe erschüttern oder gar niederreißen Auch sitzen die Wächter draußen am Feuer und werden das Zelt nicht aus den Augen lassen Der gute Mann hatte sehr recht aber wenn mir das Wassergefäß zugänglich gewesen wäre so hätte er nicht recht gehabt Er verschloss den Eingang des Zeltes indem er den Vorhang vorzog und verhielt sich von jetzt an ruhig Ich war ebenso still wie er aber nur äußerlich In meinem Inneren sprachen verschiedene Stimmen von denen aber keine zur wirklichen Geltung gelangte So wie ich jetzt hier im Zelte lag war Flucht unmöglich Ich musste mich heute noch in Geduld fügen Aber Schlaf fand ich nicht Erstens war meine Lage zu unbequem dazu und zweitens galt es nachzudenken ob es nicht auf eine andere mir bisher noch nicht eingefallene Weise möglich sei los zu kommen Aber all mein Sinnen führte zu keinem Ziele Der Kopf wurde mir schwer Ich fiel zuweilen in einer Art von Halbschlummer aus dem ich immer schnell wieder erwachte Und als die Wächter draußen die Schläfer mit lauter Stimme weckten war ich viel müder als ich am Abende gewesen war Der Tag brach an und band mir die Füße frei löste die Schebar von der Zeltstange und führte mich hinaus wo ich wieder durrer brei und zwar in derselben Weise wie am vorigen Abende zu essen bekam Dann wurde ich nachdem er mir die Schebar abgenommen hatte wieder auf den Ochsen gebunden Benil und Selim ebenso worauf der heutige Ritt begann Einer der Führer fehlte Wie ich später erfuhr war er schon während der Nacht aufgebrochen um uns als Kundschafter voranzureiten Während ich über mein Befinden im Sattel jetzt nicht mehr zu klagen hatte und auch Benil sich nicht beschwerte begann Selim hinter uns zu wimmern und zu klagen Es war klar dass der alte Mann solchen Anstrengungen nicht gewachsen sein konnte Ich bedauerte ihn ob gleich nur er allein unsere gegenwärtige Lage verschuldete und warf ihm einige Bemerkungen die ihn trösten sollten zu Dies war mir heute möglich da ich die Schibar nicht zu tragen hatte und mich also umdrehen konnte Schweike Fendi fuhr er mich undankbar an Du bist schuld an allem was ich zu leiden habe Ich wieso fragte ich verwundert Wärst du in Wagunda geblieben so wäre ich dir nicht nachgelaufen Meine Glieder sind wie von Papier und meine Seele weint mehr Tränen als es in einem Jahre regnen kann dieser Ochse ist mein Tod Ich habe geglaubt dass du ein guter Reiter seist Ja bin ich auch Ich bin der kühnste und gewandteste Reiter des Weltalls Ich bändige selbst das wildeste Ross Aber welcher wahrhaft Gläubige hat jemals schon auf einem Ochsen gesessen Er konnte selbst in unserer jetzigen Lage das Aufschneiden nicht lassen Übrigens verdenke ich es selbst heute noch keinem gläubigen Moslem wenn er es vorzieht lieber auf einem samtenen Divan als auf einem sudanesischen Ochsen zu sitzen Es soll sogar Christen geben welche genau derselben Meinung sind Als wir die Prärie hinter uns hatten ritten wir durch einen Wald am Rande eines Sumpfes hin Diese Gegend kam mir bekannt vor glaubte Als ich infolgedessen schärfer nach allen Seiten blickte sagte Benil Weißt du Effendi dass wir hier gewesen sind Über diesen Platz sind wir am frühen Morgen des zweiten Tages gekommen Ah du hast recht ich besinne mich Denke dir also wie schnell wir geritten sind Wir haben gestern allerdings eine weite Strecke zurückgelegt Aber das ist nicht die einzige Ursache dass wir uns schon hier Führer bei uns Das ist schlimm weil wir die Strecke zu welcher wir zu Fuße drei Tage brauchten jetzt in zwei zurücklegen werden Wann meinst du dass wir Wagunda erreichen Wahrscheinlich schon heute So sind unsere Freunde verloren und wir mit ihnen Noch nicht Bis dahin kann noch viel geschehen Sei nur getrost Es war nun allerdings Grund vorhanden unsere Hoffnungen herabzustimmen Wenn wir in der Gegend geirrt hatten so war anzunehmen dass wir am abende in die Nähe von Wagunda gelangen würden Und der Umstand dass ein Kundschafter vorausgegangen war bewies dass wir uns diesem Ziele näherten Kamen wir nicht zu spät dort an so durften wir vermuten dass Ibn Assel den Angriff noch heute unternehmen werde falls er nämlich finden sollte dass die Verteidiger unvorbereitet seien Das Dorf war zu gut besetzt aber wenn die Leute schliefen und es wie vor Guder angebrannt wurde so waren unsere Freunde allem vermuten nach doch verloren kurz und gut die Entscheidung nahte mit schnellen Schritten wenn mir bis zum Abende kein rettender Gedanke kam so brauchte mir später überhaupt keiner mehr zu kommen meinst du dass der Rees Effendina auf seiner Hut sein wird fuhr Benil fort ich möchte es fast bezweifeln ich auch denn er erwartet Ibn Assel jetzt noch nicht und wenn er vorsichtig wäre so würde das uns dreien doch nichts nützen sobald Ibn Assel einsehe dass er verloren ist würde er uns ermorden Allah das ist richtig das ist wahr wir müssen frei sein ehe es zum Kampfe kommt das ist aber unmöglich und darum sind wir verloren ich werde die meine nie wieder sehen aber ich habe doch den Trost dass es mir vergönnt sein wird an deiner Seite zu sterben mein guter lieber Effendi du wirst er antwortete nicht und auch mir war es nicht ganz so zuversichtlich um das Herz wie ich mir den Anschein gab ich versuchte heimlich die Kette an meinen Händen zu zerdrehen vergeblich aber selbst wenn mir das gelungen wäre so hätte ich doch keine Waffen gehabt und war anderwärts mit starken Riemen angebunden dennoch konnte jeden Augenblick irgendein für uns günstiger Umstand eintreten leider aber war dies nicht der Fall der Vormittag verging und wir machten als die Sonne am höchsten stand den ersten heutigen Halt um unseren nun sehr angegriffenen Tieren Ruhe und Nahrung zu gönnen es war ihnen anzumerken dass sie die bisherige Schnelligkeit höchstens nur noch bis heute Abend entwickeln könnten wir bekamen Dörrfleisch zu essen mit welchem Ibn Assel zur aufgebrochen später wurde mir die Gegend bekannter als bisher um vier nachmittags erreichten wir die stelle an welcher wir vor fünf tagen von dem wege auf welchem wir damals Ibn Assel erwartet hatten rechts abgewichen waren wir befanden uns zwischen den beiden schon früher erwähnten Quellflüssen des Tonje und kamen kurz vor Sonnenuntergang an die Furt an welcher ich Ibn Assel hatte empfangen und schlagen wollen als wir uns derselben näherten kam der Kundschafter welcher sich in voriger Nacht von uns getrennt hatte zwischen den Büschen hinter denen er sich versteckt gehalten hatte hervor und näherte sich Ibn Assel um seine Meldung zu machen da ich hinter dem letztgenannten ritt konnte ich jedes Wort welches gesprochen würde hören zumal er sich nicht bemühte dies zu verhüten nun fragte er bist du glücklich gewesen ja Herr lautete die Antwort glücklicher als ich hoffen konnte wie weit liegt das Dorf von hier man geht über eine Stunde reitend aber erreicht man es noch eher ich habe jenseits der Furcht im Walde zwei Männer belauscht schwarzer aus Wagunda nein weiße Asaka des Res Effendina sie waren in den Wald gegangen ein Wild zu schießen und da sie keines fanden so saßen sie da um sich zu unterhalten wovon sprachen sie von dir es war ein sehr glücklicher Zufall dass ich sie traf er hätte wenn sie aufmerksamer gewesen wären sehr schlimm für mich ausfallen können ich war über die Furt geritten um meinen Ochsen in dem Walde zu während sie um einige Herzschläge eher gekommen so hätten sie mich gesehen was geschah weiter ich wich zur Seite um zunächst den Ochsen anzubinden und ging ihnen dann leise nach sie setzten sich und sprachen so laut miteinander dass ich sie verstehen konnte ohne mich zu weit vorwagen zu müssen was hast du da gehört dass man dich erst in vier oder wohl gar in fünf Tagen erwartet so getroffen nein man will dir Speer entgegensenden und dich bis an den See welcher unterhalb des Dorfes liegt kommen lassen in diesen sollen wir dann von der Übermacht getrieben werden das ist nichts Neues für mich da ich schon von unserem Gefangenen in diesem Selim gehört habe wer ist denn der Anführer der Res Efendina ja aber man hat kein großes Vertrauen zu ihm die beiden Männer befinden sollen mehr Vertrauen zu diesem gehabt haben da drehte sich Ibn Assel zu mir um und sagte hörst du deinen Lob Effendi ich hoffe dass du das Vertrauen welches man in dich setzt nicht zu Schanden machst sei überzeugt dass ich mein Möglichstes tun werde antwortete ich ihm mit deinen Möglichkeiten ist es leider zu Ende lacht er hämisch und wendete sich dann dem Kundschafter wieder zu was hast du noch gehört weiter nichts als dass man glaubt die drei Männer welche jetzt unsere Gefangenen sind haben denselben Weg eingeschlagen auf welchem sie in diese Gegend kamen so ahnt man nicht dass sie nach Foguda wollten nein man denkt der Effendi habe sich beleidigt und zurückgesetzt gefühlt und sich infolgedessen ganz und gar von dem Res Effendina zurückgezogen ich bin zufrieden ein Reiter wird nur bis zu den Knien nass wir müssen uns dem Dörfe so weit wie möglich nähern kennst du einen Ort an welchen wir alle lagern können ohne gesehen zu werden ich habe mich danach umgesehen und einen gefunden der auf halbem Wege von hier liegt wenn wir kein Feuer brennen ist es ganz unmöglich uns von Wagunda aus zu bemerken so führe uns wir werden nur kurze Zeit dort liegen bleiben da der Überfall noch vor Mitternacht geschehen soll Herr erlaube mir dich darauf aufmerksam zu machen dass die Bewohner des Dorfes Gäste haben die Boer und die Asaker des Rees Effendina sind bei ihnen und wo sich Gäste befinden da pflegt man spät zur Ruhe zu gehen das ist freilich wahr übrigens pflegt man zwischen Mitternacht noch einen Lauscher senden jetzt vorwärts wir ritten in das Wasser und jenseits der Furt wieder aus dem selben dem Dorf entgegen nach beinahe einer halben Stunde bogen wir von dem Kundschafter geführt nach dem Walde in welchen er seinen Ochsen versteckt hatte die Bäume desselben waren stark und hoch und standen weit auseinander zwischen zwei Unterholzgebüschen angelangt erklärte der Führer das hier der beste Ort zum Lagern sei Man stieg ab und wir drei bekamen sofort die Schebar wieder angelegt Man war gerade zur richtigen Zeit eingetroffen da der Abend ja zu dunkeln begann Die Ochsen wurden angebunden Einige Männer schlugen das Zelt des Anführers auf Da wir außer der Schebar auch die Handschellen trugen und außerdem an den Füßen gebunden waren so glaubte man jedenfalls nicht allzu sehr auf uns achten zu müssen Wir konnten also miteinander sprechen ohne von jemandem verstanden zu werden Es steht schlimm sehr schlimme Fendi sagte Benil Erst trugen Selim und ich nur Riemen Jetzt hat man uns auch Eisen angelegt Das ist ein böses Zeichen Wir sind verloren Oh nein Es muss und wird etwas zu unserer Rettung geschehen Was denn Ich kann nichts tun Selim auch nicht und dich wird man wieder an das Zelt binden Was soll da geschehen Nun wenn nichts anderes geschieht so passiert wenigstens das eine dass ich mich über Ibn Assal her mache Unmöglich du wirst ja angebunden sein Mit der Schebar an die Zelt Stange ja aber wenn ich mich erhebe so reiße ich die Stange mit empor und das Zelt stürzt ein sollte mich wundern wenn es mir da nicht gelänge Ibn Assal zu fassen Was hilft uns das sehr viel befindet er sich einmal zwischen meinen Händen so gebe ich ihn gewiss nicht wieder los Aber man tötet uns vielleicht auch nicht in meinen Händen ist dieser Mensch ein Geisel gegen welchen wir uns frei handeln können Du bist gebunden und waffenlos während er selbst während des Schlafes sein Messer bei sich hat Wenn du ihn trotz deiner Handschellen fassest er wird dich erstechen Ich packe ihn gleich so dass er gar nicht an sein Messer denken kann Könnten wir doch mit diesen Jange sprechen aber auch das würde uns nichts nützen sie sind zwar mit den Leuten von Wagunda gleichen Stammes aber sie waren ja auch mit den Bewohnern von Foguda die ebenso zu den Gok gehören verwandt und haben sie doch mit überfallen und ermordet wenn die Schwarzen einmal Blut gesehen haben hört bei ihnen jedes Gefühl und jede Rücksicht auf wir mussten unser Gespräch abbrechen da man kam um uns in die Nähe des Zeltes zu schaffen es herrschte nur noch ein halb dunkel unter den Bäumen ich benutzte dasselbe um einen Überblick über das Lager zu gewinnen der Raum zwischen den beiden Büschen war weniger breit als lang infolgedessen hatte das Lager eine lang gestreckte schmale Gestalt angenommen den einen Flügel nahmen die weißen Asaka den anderen die Djang G ein zwischen den beiden stand das Zelt doch nicht in der Mitte des Lagers da die Schwarzen einen größeren Raum einnahmen als die weißen die Ochsen waren hinter den Büschen angebunden einige Djang wurden mit den vorhandenen Gefäßen nach Wasser geschickt sie mussten es trotz der ansehnlichen Entfernung aus der Furt holen als sie zurückkehrten wurde der schon erwähnte Brei bereitet mit welchem auch ich gefüttert wurde dann schaffte man mich in das Zelt wo ich genauso wie gestern angebunden wurde Ibn Assel blieb vor dem Eingange desselben sitzen ich hörte was er mit seinen Leuten sprach er schickte zwei Kundschafter aus und befahl außerdem für ihn Wasser zu holen da der vorhin gebrachte Vorrat zu Ende gegangen war es verging eine und stellte das Gefäß hinter sich in das Zelt kurze Zeit später kamen die Spione sie meldeten dass im Dorfe ein sehr reges Leben herrsche und also anzunehmen sei dass man dort nicht so bald schlafen gehen werde es war so finster dass ich obgleich das Zelt offen stand keinen Menschen zu erkennen vermochte Ibn Assel schien nachzudenken dann hörte ich die Wachen sind dieselben wie gestern und haben am Mitternacht zu wecken gebt die Decken für mein Lager her ich verschlang natürlich jedes dieser Worte und nun lauschte ich mit angehaltenem Atem auf jede seiner Bewegungen er nahm die Decken in Empfang um sich das Lager selbst zu bereiten das Wassergefäß stand ihm im Wege er stellte es um nicht daran zu stoßen zur Seite als er mit seinen Vorbereitungen fertig war kam er zu mir um meine Fesseln zu betasten dabei sagte er Hund heute ist dein letzter guter Tag morgen befindet sich auch Darez Effendina in meiner Hand und dann sollt ihr heulen dass man es jenseits des Niles hört er hatte sich überzeugt dass meine Fesseln in Ordnung seien und ging zu seinem Lager um sich dort nieder zu strecken er hatte den Topf weit von sich gesetzt ich zitterte fast vor Erwartung ob er ihn mit sich nehmen werde nein er tat dies nicht er vergaß es und ließ ihn stehen ich holte tief sehr tief und erleichtert Atem nun wartete ich bis anzunehmen war dass er eingeschlafen sei wohl eine Stunde lang die mir aber wie eine Ewigkeit erschien dann streckte ich die zusammengebundenen Füße aus um nach dem Wasser Gefäße zu fischen ich stieß an dasselbe stob die Fußspitzen dahinter und dirigierte es indem ich die knie nach und nach an den Leib zog leise zu mir heran endlich konnte ich es mit den Händen erreichen es war eine sogenannte Kulle ein bauchiger Krug dessen Öffnung glücklicherweise so weit war dass ich rechte schob ich die erstere hinein nahm mich aber sehr in acht um dabei nicht mit der Kette zu klirren das Wasser war kühl die Zeit war nicht zu messen wahrscheinlich aber dauerte es wieder gegen eine Stunde ehe ich die Hand zurück zog als ich sie mit der rechten befühlte merkte ich dass die Haut kleine Falten bildete die Hand war also eingeschrumpft ich fasste mit der rechten Hand die linke Schelle fest und begann zu drehen hamdolila ich hätte beinahe ausgerufen es ging ich konnte die linke Hand durch das runde Eisen ziehen sie war frei nun schnell mit ihr nach dem Genick wo der Querpflock in der Schebar steckte ich zog ihn heraus und konnte dann den Hals aus der Gabel nehmen jetzt galt es nur noch den Riemen welche meine Füße verbannt zu lösen man hatte eine Schleife gemacht ich zog sie auf und befand mich nun im vollen Besitze meiner Glieder zwar hingen die Eisenschellen noch an meinem rechten Handgelenke doch anstatt mir hinderlich zu sein konnten sie mir viel mehr als eine nicht zu verachtende Waffe dienen was nun Benil und Selim befreien das ging nicht das brachte mich dass sein Plan durch mich verraten werde und dann war es um das Leben der beiden geschehen die Sache war kritisch befreien konnte und hier lassen durfte ich sie nicht aber wie nun wenn ich Ibn Assel unschädlich machte konnte ich überhaupt fort ohne mich seiner zu versichern sollte er mir etwa abermals entgehen nein nein und zum dritten male nein entweder nichts gewagt oder alles gewagt ich legte mich auf den Bauch und kroch leise zu ihm hin die Kette festhaltend damit sie nicht klirte sein Atem ging hörbar und regelmäßig er schlief sollte ich ihn erschlagen mit seinem eigenen Messer erstechen nein ein Mörder bin ich nicht ich tastete mich an seinem Leibe empor einen Griff nach seiner Kehle und ein Faust nach seinen Schläfen ein halb erstorbenes Röcheln er war mein nun hinaus und zwar mit ihm ich zog ihm das Messer und die Pistole aus dem Gürtel denn er schlief mit diesen beiden Waffen und richtete mich auf vorn am Zelte die Wächter hinten Büsche rechts Büsche links aber ein freier Raum das hatte ich gesehen das Messer war scharf ich schnitt auf der linken Seite die Zeltleinwand auf nahm Ibn Asal empor und drängte mich hinaus freilich nicht so schnell wie es erzählt werden kann denn es galt auch das leiseste Geräusch zu vermeiden draußen angekommen warf ich den betäubten über meine rechte Achsel und tastete ihn mit einer Hand festhaltend mich mit der anderen weiter ich kam durch die Lücke im Buschwerke glücklich hindurch wendete mich nach links hinter den dort angebundenen Ochsen weg und trachtete nun glücklich aus dem Walde ins Freie zu kommen es gelang nun war mir das Terrain sehr gut bekannt rechts ging es nach dem See ich wendete mich also nach dieser Seite Ibn Asal war schwer und ich hatte keine Zeit zu verlieren durfte ich mich da mit ihm bis hinauf in das Dorf schleppen eine halbe Stunde weit nein ich hatte seitwärts von meinem jetzigen Wege einen mittelstarken Baum gesehen den suchte ich auf das war nicht sehr schwer denn es war über neun Uhr geworden und die Sterne leuchteten mir bei dem Baume angekommen legte ich Ibn Asal zunächst nieder um nach Fesseln zu suchen den Riemen von meinen Füßen hatte ich eingesteckt meines gefangenen Gürtel und langes Turban Tuch reichten aus dazu sein eigener Fess als Knebel in Zeit von zwei Minuten war er so fest an den Baum gebunden dass er aus eigener Kraft unmöglich loskommen konnte der Knebel verhinderte ihn am Schreien nun rannte ich nach dem See dort angekommen blickte ich nach oben nach dem Dorfe es war alles dunkel man war ganz gegen die Voraussetzung der Kundschafter doch zeitig schlafen gegangen das Lager zu überrumpeln dazu gehörte gar nicht viel aber konnte ein Blutvergießen dabei denn nicht vermieden werden ich dachte an den Djang G Häuptling ja mit dessen Hilfe war es möglich es war sogar noch etwas anderes möglich nämlich der Beweis an den Res Effendina dass er wohl mich ich aber ihn nicht notwendig habe ich bin sonst kein ehrgeiziger Mensch aber er hatte mich zurück gesetzt und so zögerte ich nicht ihm diese Lehre zu erteilen der Boden war weich und meine Schritte wurden durch das Gras gedämpft auf halber Bergeshöhe stand ein breiter nicht viel über manneshoher Felsen an dem ich vorüber musste er war von heller Farbe es war mir als ob sich etwas Dunkles daran bewege gegenwärtig musste mir alles verdächtig erscheinen ich wie man munkelt auch in anderen Erdteilen und nicht allein in Afrika vorkommen soll sie fuhren auseinander das Weiblein beachtete ich nicht weiter desto mehr war das Männlein es trug eine Hut krempe auf dem lockigen Haupte und eine große gläserlose Brille auf der Stumpfnase wahrhaftig dieser Wunderknabe hatte sich während der wenigen Tage das Herz einer Negerfrau erobert als er mich Aufforderung zum Schweigen die Hand auf die wulstigen Lippen und wollte mich ihm eben durch Worte noch verständlicher machen als um die Ecke des Felsens ein zweites Pärchen gehuscht kam jedenfalls durch den Ruf des Schwarzen Stutzers aufmerksam gemacht das Verschenken der Herzen schien hier epidemisch geworden zu sein ich sah mir auch dieses Männchen an und erkannte zu meiner Freude einen der beiden jungen dann rannte er nach dem Dorfe um den Häuptling der Djang zu holen sonst aber keinen Menschen zu wecken und noch weniger jemandem etwas zu sagen nach etwa zehn Minuten brachte er ihn jetzt galt es den Häuptling zu unterrichten und für meinen Plan zu gewinnen das erstere erleichterte mir der Dolmetscher und dann fiel mir das andere auch nicht schwer er war höchst ergrimmt über Ibn Assel und zeigte sich bereit mich sogleich zu begleiten als wir gingen nahm ich meinen biedernen Brillen Jüngling und die beiden Mädchen mit um sie Ibn Assel als Wächter zu geben der Brillenmann gelobte sich lieber zu zerreißen als den Gefangenen entkommen zu lassen dieser letztere hatte das Bewusstsein wiedererlangt er hielt zwar die Augen geschlossen aber er den ersteren heimlich zu seinen Jange zu bringen die er über die eigentlichen Absichten Ibn Assels aufklären sollte während er dies tat wollte ich mich mit dem Dolmetscher durch die zerschnittene Wand in das Zelt schleichen um zur Bewältigung der weißen Asaka mit bei der Hand zu sein die Sterne blinkten leise durch das Blätter und ich zu bewegen ich mit dem Häuptling voran der Dolmetscher hinter uns die Hauptsache war dass kein Lärm entstand bevor die schwarzen meinen Begleiter als ihren Häuptling erkannten sie hatten den vorderen Teil des Lagers inne die Asaka den jenseits des Zeltes liegenden es herrschte tiefe Stille im Walde man hatte also meine Flucht und das fehlen des Anführers noch nicht tiefen Schatten des Waldes abstachen vor und sahen die Leute schliefen wir krochen zu dem uns nächsten Schläfer der Häuptling weckte ihn und flüsterte ihm einige Worte in das Ohr der Mann wollte auffahren berüchte sich aber schnell infolge einer Aufforderung des ersteren ein zweiter und dritter wurden geweckt dann ließ der Häuptling mir durch den Dolmetscher sagen wir gib dich in das Zelt Defendi einer von uns wird den anderen wecken um die Kunde von meiner Anwesenheit leise zu verbreiten dann fallen wir über die schlafenden Asacker her vielleicht brauchst du zu ihrer Gefangennehmung gar keine Hand zu regen das befriedigte mich und ich schlug mich mit dem Dolmetscher seitwärts hinter die Büsche und an den rohenden Ochsen vorüber es war nicht ganz leicht unbemerkt an und in das Zelt zu gelangen da die Wächter jedenfalls in der Nähe desselben saßen aber wir brachten es dennoch fertig im inneren angekommen legte ich mich nieder kroch nach dem Eingange und schob den Vorhang ein wenig zur Seite mein Auge war an die Dunkelheit gewöhnt und das Blätter Dach hatte über uns einige größere offene Stellen ich konnte mehrere Schritte weit sehen gerade vor dem Zelte mir den Rücken zukehrend saßen die beiden Wächter zu ihren Füßen lagen Benil und Selim links dann sah ich die Gestalten der schlafenden Asaka ausgestreckt diese mir so bequeme Situation veranlasste mich unter dem Vorhang hindurch zu kriechen und die Pistole Eben Assils hervor zu ziehen es war eine alte schwere Waffe zwei kräftige Hiebe mit dem Kolben derselben gegen die Köpfe der Wächter geführt genügten die Getroffenen niederzustrecken dann rasch zu Benil er schlief nicht und erkannte mich sofort Fendi flüsterte er mir zu du bist frei ja sei still damit keiner erwacht ich zerschnitt ihm den Bein Riemen und schob den Pflock seiner Sheba zurück er konnte sich erheben musste aber die Hände da rechts liegt der Pack mit unseren Gewehren raunte er mir zu gib mir das meinige zuschlagen wenigstens kann ich damit trotz meiner fesseln jetzt nicht komm mit in das zelt die djange könnten dich sonst mit einem maskari verwechseln die djange was ist mit ihnen wie kämen sie dazu ich ließ sie nicht ausreden und schob ihn in das zelt und da endlich begann es sich rechts von dem selben zu regen die schwarzen hatten einer immer von dem anderen erfahren dass ihr häuptling hier sei dass eben astel ihn hatte ermorden lassen wollen und dass sie selbst von diesen für die ihm geleisteten dienste später als sklaven verkauft werden sollten sie kamen leise nach dem zelte neben welchem ein großer haufen von stricken und riemen lag für die Bewohner von wagunda bestimmt sie kamen leise nach dem zelte neben welchem ein großer haufen von stricken und riemen lag für die bewohner von wagunda bestimmt sie nahmen davon so viel sie zu brauchen gedachten um die asaka zu binden 100 jange und 30 weiße infolgedessen hatte ich dem häuptlinge durch den dolmetscher angedeutet dass immer drei schwarze einen askari auf sich nehmen sollten und dass der angriff gleichzeitig auf alle erfolgen solle damit nicht einer infolge des warnungsrufes des anderen entkommen könne er hatte diese weisung seinen leuten gut eingeprägt und ebenso prompt wurden sie von denselben ausgeführt sie kamen lautlos wie gespenster heran und wählten je drei ihren mann sich auf ihn werfen ihn entwaffnen und binden war das Werk nur einiger Augenblicke ein sorgfältig darauf ein geübtes korps hätte nicht besser und exakter handeln können es entkam kein einziger askari und ebenso war kein einziger dazugekommen von einer waffe gebraucht zu machen als dies vorüber war wurden feuer angebrannt was der besseren orientierung wegen notwendig war die szene welche es nun gab war halb heiter und halb rührend zunächst heiter natürlich nur für uns die von seinen fesseln befreit was für gesichter machten nun die asaka als sie uns drei frei und so freundlich mit ihren bisherigen verbündeten verkehren sahen sie fluchten und wetterten doch vergeblich die einzige folge ihrer grobheiten war dass sie zu den bisherigen riemen nun auch ketten und shibas angelegt bekamen es waren deren genug vorhanden ibn Assel hatte sie für die leute von wagunda mitgebracht und rührend war die szene für benil und zwar in beziehung auf die jange sie hatten uns die wir doch ihre jetzigen und eigentlichen retter waren so feindselig behandelt das baten sie uns ab jeder einzelne wollte uns ein gutes wort sagen und eine hand von uns haben es versteht sich von selbst dass der dolmetscher dabei seine liebe not hatte als die nötige ordnung hergestellt war schickte ich benil und selim fort um ihm assel und seine wächter herbeizuholen ihnen konnte ich diese aufgabe wohl anvertrauen da er von ihnen nicht eine spur von nach sich zu erwarten hatte sie nahmen eine schebar und zwei handschellen mit diesen schmuck trug er als sie ihn brachten ich wollte gar nicht mit ihm sprechen ihm eine verachtung zeigen aber da er sich vor mich hinstellte mich aus hasserfüllten augen anblitzte und mir einen nicht nachzusprechenden fluch in das gesicht schleuderte sprang ich doch zornig auf und fuhr ihn an schweig elender du hast mich noch vor wenigen stunden aufgefordert das in mich gesetzte vertrauen nicht zu schanden zu machen ich versprach mein möglichstes zu tun und habe wort gehalten nun es ist nicht mit meinen sondern mit deinen möglichkeiten zu ende ich habe dir bewiesen dass das gute stets mächtiger ist als das böse und bin für immer mit dir fertig der res effendina wird dein urteil fällen wie wir die wenigen stunden bis tagesanbruch verbrachten lässt sich denken der lebhafteste war wieder selim der jeden zwang anzuhören dass er der größte held freudigen umschwung der verhältnisse zu als es licht zu werden begann wurden die ochsen gesattelt denn ich hatte vor einen lustigen streich auszuführen die effekten und gefangenen wurden aufgeladen dann stiegen auch wir auf wir verließen den wald und zogen nach dem see dort angekommen ritten wir in feierlicher langsamkeit rund um dem selben herum die bewohner des dorfes welche auch schon wach waren hielten uns für die erwarteten feinde und erhoben ein großes kriegsgeschrei sie stellten sich in hellen haufen vor die umzäunung auf und wurden von ihrem generalissimus dem res effendina in mehrere armeekorps geteilt als diese sich den berg herab in bewegung setzten um uns wie er sich vorgenommen hatte in den see zu treiben schickte ich ihnen den tapferen so gut wie die jenige des größten helden des weltalls er kam sah und siegte auch dieses mal ganz wie immer kaum hatten sie ihn erkannt und die ersten seiner worte gehört so gerieten ihre schlacht haufen in unordnung die disziplin ging flöten und alles drängte sich kunterbunt den berg herunter um das wunder des jungen kaum aufgegangenen tages anzustaunen jeder wollte mit mir reden und ich hatte doch nicht die Zeit antwort zu geben denn meine ganze aufmerksamkeit wurde durch die aufgabe eben assel zu beschützen in anspruch genommen hätte ich das nicht getan er wäre wörtlich in stücke gerissen worden auf meinen befehl schlossen yasaka des res effendina um ihn und seine weiße bande einen dichten kreis um die kerls hinauf ins dorf in prison zu schaffen die jange folgten und die bürger und die bürgerinnen von wagunda zogen so begeistert hinter drein dass niemand auf mich achtete der ich ganz allein am see zurück blieb und erst nach einiger zeit langsam auch aufwärts schlenderte indessen hatte selim zeit gehabt unsere oder vielmehr seine heldentaten auszuposaunen und jedmänner glich für dieselben zu erwärmen auch der emir war warm geworden eben als ich durch das tor in das dorf trat kam er mir entgegen hielt mir seine beiden hände hin und bat verzeihe mir fendi ich bin ungerecht gegen dich gewesen diesem selim ist kein wort zu glauben aber aus dem wenigen was ich von bernil erfahren habe ersehe ich dass wir heute nacht zugrunde gegangen wären es schlief das ganze dorf nicht das ganze antwortete ich es waren vier herzen wach für deren schlag das dorf zu eng geworden war wären diese nicht gewesen so ich konnte nicht weitersprechen denn geführt von dem brillen manne kam eine rotte gock auf mich los geschossen ich wurde gepackt gedrückt gequetscht von einer hütte zur anderen im ganzen lieben dorf herum fast schien es mir als sei der ochsen ritt von vor guter noch lange nicht so entsetzlich gewesen wie der triumph zug durch wagunda am nachmittag gab es abermals einen umzug durch das dorf doch einen von ganz anderer art ibn Assl und seine weißen sklaven jäger wurden herumgeführt ohne Ausnahme mit Eisen gefesselt und die schebar am halse ibn Assl trug dieselbe schwere mit welcher er mich gepeinigt hatte ich sagte bereits dass der berg auf welchem der ort lag an drei seiten senkrecht zur tiefe fiel die sklavenjäger wurden nach der einen seite gebracht dort hart an der kante aufgestellt und erschossen ihre leichen fielen in die tiefe ich war nicht dabei wehe dem der wehe tut die strafe war gerecht doch gab das keinen grund für mich zeuge der vollstreckung zu sein dennoch aber war es mir als ob ich jetzt erst frei aufatmen dürfe da ich erst nun die gewissheit hatte dass die schrecklichen drohungen des sklavenjägers nicht an mir in erfüllung gehen konnten den jange wurde verziehen wir erfuhren von ihnen dass die andere abteilung der sklavenjäger und auf derselben mit Ibn Assel zusammen zu treffen die Gok kannten diese gegend und den weg genau und wir setzten uns schon am nächsten morgen in marsch um die gefangenen zu befreien einen tag später um die mittagszeit stießen wir auf den zug wir waren den 70 treibern der herden und sklaven weit überlegen und umzingelten sie als die 50 dabei befindlichen jange sahen dass kaiben assel sahen ihr schicksal vor augen sie ergaben sich nicht sondern wehrten sich und wurden niedergeschossen man sieht dieses erlebnis endet ziemlich blutig wofür ich aber glücklicherweise nicht verantwortlich bin die befreiten sklaven taten mir von ganzem herzen leid sie erhielten zwar ihre freiheit und ihre rinder und schafe wieder doch konnten sie daheim nur die trümmer ihrer hütten und die leichten ihrer angehörigen finden man sage nicht der neger fühle nicht so wie wir er fühlt sogar leidenschaftlicher als wir und kann dem unglücke nicht den trost entgegensetzen den uns der glaube an einen gott der liebe und der weisheit gibt kapitel 3 tut wohl denen die euch hassen mancher meiner geneigten leser wird am schlusse des vorigen kapitels gedacht haben jetzt sollte der verfasser eigentlich schließen denn nach schriftstellerischen regeln ist die erzählung nun zu ende da die sämtlichen konflikte gelöst worden sind und der gerechtigkeit genüge geschehen ist dem habe ich zu entgegnen dass ich nicht eigentlich schriftstellere sondern erlebnisse niederschreibe und es unmöglich hindern kann wenn sich das Leben und die Wirklichkeit nicht nach schriftstellerischen Regeln richten und sich selbst vom scharfsinnigsten Kritikus nicht den Gang der Ereignisse vorschreiben lassen es gibt ewige Gesetze welche hoch über allen tausend Regeln der Kunst erhaben sind ja ich hätte höchst wahrscheinlich meine erzählung mit dem Aufenthalt in Wagunda schließen können wenn mich nicht das Schicksal einige Jahre vorher und in einem weit von Sudan entfernten Lande mit einem Manne zusammengeführt hätte dem es wieder alles erwarten bestimmt gewesen war mir hier im tiefen Süden wieder zu begegnen wer die heilige schrift kennt hat jedenfalls auch gelesen herr deine wege sind wunderbar und du führest alles herrlich hinaus ich hatte damals mit meinem wackeren Diener Harleff von dem alle meine Freunde gehört haben zur Pferde eine Reise durch das Reich des silbernen Löwen gemacht von welcher ich in einem späteren Bande erzählen werde wir kamen müde von den Anstrengungen des monatelangen Rittes aber reich an Erfahrungen mitten im Gebiete räuberischer Kurdenstämme über die persisch-türkische Grenze und machten in dem kleinen Ort Koi einen kurzen Halt um den müden Pferden einige Tage Ruhe zu gönnen zu jener Zeit lebte wie ich bemerken muss Ri mein herrlicher unvergleichlicher Rabhengst noch der mir später unter dem Leibe erschossen wurde indem ihn eine tödliche Kugel traf welche eigentlich mir gegolten hatte und wenn dieses edle und ausdauernde Tier von der Reise angegriffen war so lässt sich leicht denken dass dieselbe das Pferd Hatschi Halefs obgleich es auch einen guten Stammbaum besaß noch viel mehr mitgenommen hatte Es waren den letzten Tagen vor Ermattung oft in Stolpern geraten und so sahen wir uns in Anbetracht des beschwerlichen Weges den wir noch bis jenseits des Tigris zurückzulegen hatten gezwungen in Koi den erwähnten Aufenthalt zu nehmen obgleich dieser Ort ganz und gar nichts bot was uns sonst zum Bleiben hätte verlocken können Wenn wir schon als wir die ersten Hütten erreichten von den Bewohnern derselben angestaunt wurden so lief als wir vor dem elenden Kahn hielten gar eine ganze Menge von Menschen zusammen um uns ihre Bewunderung zu zollen freilich konnten wir nicht so unbescheiden sein diese Bewunderung auf uns selbst zu beziehen sie galt vielmehr meinem Hengste dem man es trotz seines herabgekommenen Zustandes gleich beim ersten Blick ansehen musste dass er jenen unschätzbaren Wert besaß infolgedessen so ein Pferd niemals verkäuflich ist er trug eines jener kostbaren Geschirre welche Reshma genannt werden und zog auch aus diesem Grunde aller Augen auf sich ich hatte es von einem hochgestellten Perser dem einen Dienst zu erweisen mir gelungen war als Geschenk erhalten und da mir in wahrhaft edler Freigebigkeit sein bestes Reshma ausgesucht hatte Wunder dass alles und alle Männer Weiber und Kinder aus den nahegelegenen Häusern gelaufen kamen um Pferd und Ausstattung in Augenschein zu nehmen Der Kahn war ein Rohr mit lehm verschmierter Steinbau ohne Oberstock und mit so kleinen Fenstern dass das Licht des Tages kaum Zutritt in das Innere finden konnte Wenn ich mich streiflicherweise der Bezeichnung Fenster bediene so darf man ja nicht etwa an Glasscheiben denken sondern nur an einfache Maueröffnungen durch welche der Wind blasen konnte wie es ihm beliebte und die zugleich dem löblichen Zwecke dienten dem Raucherabzug zu gewähren denn Schornsteine gab es nicht Auch das Tor welches in den Hof führte war nur ein breites Mauerloch ohne Türflügel und in diesem Hofe sah es aus als ob dort seit und von den hohen Herren und lieblichen Herren in der Schöpfung breitgetreten worden sei Dementsprechend war das Aussehen des Wirtes welcher unter der Tür erschien um uns nach orientalischer Weise unter tiefen Verbeugungen und blumenreichen Redensarten zu begrüßen Dabei wendete er sich nicht an Hachi Halif Omar sondern an mich der als Besitzer des besseren Pferdes der Herr sein musste Willkommen O Hör an meinem Hause welches dir seine zwölf gastlichen Tore mit Wonne öffnet Allah breitet tausend Segen über dich und zehntausend Segen als Teppich unter deine Füße Nie sah ich im Leben einen edleren und vornehmeren Gast wünsche alles was dein Herz begehrt und ich werde es dir augenblicklich bringen Mein Gesicht strahlt vor Freude über deine Ankunft wie die Sonne des Paradieses Meine Gestalt trieft von der Bereitwilligkeit dir zu dienen Meine Hände zittern vor Begier deine Befehle zu erfüllen und meine Füße werden eilen wie die Flügel des Falken alle deine Botschaften im Nu zu bestellen Die Seele welche mein Körper bewohnt soll Lass sie sie mag drin stecken bleiben unterbrach ich ihnen Ich bin nicht Freund von vielen Worten Hast du gute Wohnung für uns beide Ich bin dein Diener Ihr werdet bei mir wohnen als wäret ihr die Lieblingsfrauen des Propheten Und das Essen Um dir zu dienen werde ich nichts sparen Ich bin bereit alle meine Herden für euch zu schlachten Lass sie leben wir kommen nicht hierher um Herden zu verschlingen Die Hauptsache ist dass unsere Pferde ein gutes Unterkommen finden Oh die sie werden Plätze finden welche mit den Palästen Meccas zu vergleichen sind Gut zeige uns diese Paläste So komm und setze deine Schritte in die Stapfen meiner froh bewegten Füße Du wirst zufrieden sein mit mir der ich der zuverlässigste aller deiner Diener bin Wir stiegen von den Pferden und dieser zuverlässigste aller meiner Diener setzte sich nach dem Hoftore zu in Bewegung Seinen struppigen Kopf schmückte ein Tuch welches eigentlich kein Tuch mehr war sondern wie ein wirres Gefitz von zerrissenen Fäden aussah Und eine Hose wie seine Hose war keine Hose Das unerklärliche Ding welches ganz betrügerischerweise diesen Namen führte war ein ausgefranster Lappen welcher sich die ganz vergebliche Mühe gab bis zum Knie herunter zu reichen und was die Unterschenkel betraf so hatte es den Anschein als ob sie von dunklen Trikotstrümpfen bedeckt seien Bei näherer Betrachtung aber zeigte es sich dass dieser Auch eine Jacke hatte dieser edle Kurde an von welcher rechts der dritte und links der vierte Teil eines Ärmels vorhanden war Hinten war sie zu wirklich zu außer den Löchern die es gab vorn war sie offen wirklich offen denn sie war hier wenn ich die Wahrheit sagen soll gar nicht mehr da Ich erblickte an ihrer Stelle eine Brustbedeckung welche sehr wahrscheinlich das vorstellen sollte was der Türke als Gömlek und Araber als Kamis zu bezeichnen pflegt doch es war mir unmöglich das was ich sah zu klassifizieren weil es eine zu große Ähnlichkeit mit der Bedeckung der Unterschenkel hatte War mir gleich als der Mann erschien sein irrer Blick aufgefallen so ging er jetzt mit so wankenden ja taumelnden Schritten vor uns her dass ich annahm es wohne nicht nur die Seele in ihm die er vorher nicht herauslassen durfte sondern auch noch jener selig machende Geist welcher sein Dasein der Gärung verdankt um shoppen oder gläserweise hinter den Binden seine Anhänger zu verschwinden unsere Pferde führend folgten wir ihm in den Hof natürlich gab es sonst nirgends als grad beim Eingange in denselben eine Vertiefung in welche sich die flüssigeren Teile des schon erwähnten Goldes angesammelt haben der Wirt kannte selbstverständlich als Besitzer und Inhaber des allgegenwärtigen Kompostes diese gefährliche Stelle und versuchte mit Hilfe einer Schwenkung um sie herum zu kommen aber die Zentripedalkraft dieses Punktes war so viel größer als die Stärke der beabsichtigten Zentrifuge dass sie den Hotelbesitzer von Koi unwiderstehlich an sich zog er fiel der Mutter Erde in die weichen Arme ich streckte die Hand aus um ihn heraus zu ziehen er aber schien die nötige Übung zu besitzen sich in diesem speziellen Falle selbst zu helfen denn er wies mich zurück und krabbelte langsam heraus indem er mir zulachte er macht dir keine Umstände unter uns sind sie unnötig er hatte sehr recht denn als er wieder auf den Beinen stand sah er keineswegs schmutziger aus als vorher sieh die sagte Halef im mogribinisch arabisch welches der wirt jedenfalls nicht verstand zu mir dieser Kerl ist ein Vater aller Schweine bei dem wir unmöglich bleiben können wollen wir uns nicht eine andere Wohnung suchen sein Khan ist der einzige hier im Ort lieber Halef so lass uns lieber am freien bleiben das geht nicht wir befinden uns im jetzigen Gebiete der Kelur Kurden welche die berüchtigsten Pferdediebe sind denke an meinen kostbaren Rie anstatt uns auszuruhen könnten wir keinen Augenblick schlafen das ist leider richtig wir müssen ein Obdach haben welches verschlossen werden oder wo sich wenigstens kein solcher Räuber einschleichen kann denn außer den Pferden wäre auch unser Leben in der größten Gefahr eine reinliche Stelle werden wir freilich hier nicht finden können suchen wir uns also eine aus wo es am wenigsten schmutzig ist und wo uns dieser Giddelwasach nicht so oft vor die Nase kommt ich habe schon viele Menschen gesehen deren Anblick mich mit Ekel erfüllte aber so einen Liebling des Düngers doch noch nicht Der betrunkene Liebling taumelte über den Hof hinüber wo es wieder eine Maueröffnung gab an welcher er sich an der Wand festhaltend stehen blieb sich nach uns umwendend sagte er hier Rudi hier ist der Ort wo eure Pferde sich wie an den Pforten des Paradieses fühlen werden führt sie hinein und sagt mir welches Futter ich für sie holen soll ich warf einen Blick in den dass mein Auge sich erst an die Dunkelheit gewöhnen musste dann aber sah ich in diesen Palästen von Mekka eine solche Fülle Unrates aller Arten dass ich ohne wie man sich auszudrücken pflegt der Sache einen Mantel umzuhängen antwortete bist du bei Sinnen hier ist der Schmutz so tief dass die Pferde drin versinken würden er starrte mich eine Weile ganz verständnislos an und rief dann aus Schmutz Schmutz bei mir so etwas hat mir noch kein Mensch gesagt das ist eine Beleidigung wegen der ich dich eigentlich zum Müsatschevet fordern müsste diese Drohung kam mir so urkomisch vor dass ich darüber in ein herzliches Gelächter ausbrach Halif aber wurde ganz entgegengesetzt von mir durch sie so in Zorn versetzt dass er den Mann anfuhr wie du wagst es von einem Müsatschevet zu sprechen weißt du wer der hohe Herr ist dem dies zu sagen du unternommen hast nein antwortete der harmlose Wirt es ist der berühmte Emir Hachikara Ben Nemsi aus Germanistan den kenne ich nicht und wer bist denn du ich bin der ebenso berühmte Hachihalif Oma Ben Hachih Abul Abbas Ibn Hachih Davud Al-Ghoshara wir brauchen nur einen Finger gegen dich zu erheben so wirft dich der Schreck sofort über den Haufen Oho ich gehöre nicht zum verachteten Stande der Gurranen sondern zu den Asireten die mit den Waffen umzugehen wissen es ist kein Schreck so groß dass er mich umwerfen könnte du wangst ja aber schon es ist nicht der Schreck sondern 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 der Raki fiel Halef ein Raki ich habe heute noch keinen Schluck getrunken du willst mir doch hoffentlich nicht die Schande antun mich für einen Seekran zu halten ja gerade das tue ich du irrst beweise es ein gläubiger Anhänger des Propheten darf niemals trunken sein und wenn er es dennoch ist so hat jeder gute Moslem die heilige Pflicht ihm die Sur imitan vorzuhalten sie dir schnell vorsagen und du sprichst sie ebenso schnell nach also pass auf diese Surah ist die 109 des Koran sie lautet sprich oh ihr ungläubigen ich verehre nicht das was ihr verehrt und ihr verehret nicht das was ich verehre und werde auch nie verehren das was ihr verehret und ihr werdet nie verehren das was ich verehre ihr habt eure religion und ich habe die meinige in der deutschen übersetzung klingt das einfach im arabischen aber ist es selbst für einen nüchternen schwierig die Surah schnell und ohne Fehler herzusagen ein betrunkener gar bringt es niemals fertig darum pflegt man dem den man eines rausches zeit diese surah vorzuhalten geht er nicht darauf ein so gibt er dadurch zu dass er betrunken ist was für eine solche Schande gilt dass niemand sich weigern wird die Worte zu rezitieren auch der Wirt weigerte sich nicht er gab sich vielmehr die größte Mühe sie Halef nach zu sprechen musste aber immer wieder von vorn anfangen ohne das Ende zu erreichen gibst du nun zu dass du betrunken bist fragte mein kleiner Hatschi zornig du wirst in der Gehenna dafür büßen müssen ich fällt mir nicht ein ich bin nur ein wenig heiter aber wenn ihr hinein in die Stube geht so werdet ihr einen sehen der weder stehen noch sitzen und auch dir Augen nicht mehr offen halten kann so ist dein Haus eine Magare Eredila eine Höhle des Lasters welche Allah verfluchen möge und in deiner Stube liegt der Schmutz der Seele ebenso hoch wie hier der Unrat des Gestankes liegt hast du keinen anderen besseren Ort für unsere Pferde einen noch besseren wünschest du vielleicht den siebenten Himmel Mohammeds für eure Tiere ist dieser Stall nicht köstlich zu nennen gegen denen in welch ich meine eigenen Pferde habe hier herein lasse ich nur die Pferde vornehmer Gäste welche bei mir einkehren so weiß ich wirklich nicht was wir tun sollen Sidi weißt du es etwa es wird uns wohl nichts übrig bleiben als diesen Stall reinigen zu lassen antwortete ich zunächst aber wollen wir einmal sehen was wir selbst hier zu erwarten haben hast du vielleicht einen extra Raum für vornehme Gäste nein antwortete der Wirt an den ich diese Frage gerichtet hatte vor Allah sind alle Menschen gleich darum setzen sich auch die vornehmen dorthin wo die niedrigen sitzen das ist drin in der Stube wo sich der Betrunkene befindet ja die wollen wir uns doch einmal ansehen wir banden die Pferde für kurze Zeit im Hofe an und ließen uns von ihm in die Gaststube führen diese war lang und breit aber sehr niedrig sie nahm den größten Teil des Hauses von der Tür bis zur Giebelseite ein die Diele bestand aus festgeschlagenem Lehm es gab einige sehr primitiv in den Boden gerammte Tische und Bänke und an der Hinterwand lehnten mehrere über Mansur Weiden Geflechte deren Länge der Breite der Stube gleich war diese Flechtwerke werden in Kurdistan viel als transportable Wände gebraucht um je nach Bedarf aus einem größeren Raum mehrere kleinere oder umgekehrt zu machen es war nur ein einziger Gast zu sehen welcher an einem der Tische in der Weise hockte dass er das Gesicht auf die Arme gelegt hatte vor ihm stand eine tönerne Flasche mit zwei kleinen ebenso tönernen Trinkgefäßen aus denen jedenfalls der Raki getrunken worden war welcher den Wirr zum Rausche und zur 109. Sure geführt hatte seiner Ansicht nach sollte der Gast noch betrunkener sein als er ich richtete also gleich beim Eintritt mein Auge auf diesen Mann er hob den Kopf ein wenig und sah uns an sein scharfer erforschender Blick war nicht der eines betrunkenen so kam es mir vor obgleich er den Kopf gleich wieder auf die Arme legte hatte ich mich getäuscht befand sich der Wirt im Irrtum oder verstellte sich dieser Mann wenn dies letztere der Fall war so musste dem eine Absicht zugrunde liegen welche keine Gute sein konnte wenn man mich fragt wie ich zu diesem Verdachte gekommen bin so antworte ich wenn man sich auf jahrelangen Reisen so oft in Gefahr befunden hat wie ich so gewöhnt man sich den geringsten Umstand zu beachten das kleinste vorkommnis schnell zu erfassen und alles was sich nicht sofort erklären lässt mit Misstrauen zu betrachten dieser Gewohnheit habe ich gekleidet war dieser Mann in echt kurdischer Weise seinen Kopf bedeckte eine eigentümlich runde Ledermütze deren Rand so viel und tiefwinklig eingeschnitten war dass sie dadurch entstandenen Spitzen vorn bis ins Gesicht an den Seiten über die Ohren und hinten bis über den Nacken herab hingen sie glich einer großen Spinne deren Körper auf dem Scheitel sitzt während sie ihre vielen und langen Beine so ausgeschnitten war dass der sehnige braune Hals frei blieb sie hatte oben enge und unten weit während der Ärmel aus denen die nackten knochigen Arme bis zum Ellbogen hervorblickten die Lederhose steckte unten in kurzen stark gearbeiteten Stiefeln was der Mann im Gürtel hatte das konnte ich wegen seiner vorn überliegenden Stellung nicht sehen doch lehnte neben ihm eine lange Jahre alt sein doch machte er obgleich ich ihn daraufhin nicht genau betrachten konnte ganz und gar nicht den Eindruck eines alten hinfälligen Mannes mein Harlef bekümmerte sich nicht um diesen Gast er ließ seine Blicke in der Stube umher schweifen nickte zufrieden als am Herde ein Feuer brennen sah dessen Rauch der niedrigen Decke langsam folgend dann durch die Fensteröffnungen entwich und sagte weißt du Effendi mithilfe der Weidenwände dort könnten wir uns hier eine abgesonderte Stube herrichten was meinst du dazu der Gedanke ist nicht übel und ein zweiter Gedanke den ich habe ist noch weniger übel wir können auch die Pferde mit hinein nehmen da ständen sie gut wir hätten sie bei uns und brauchten nicht auf sie auf zu passen als der Wirtis hörte sagte er schnell die Pferde mit herein in die Stube Allah muss euch ganz besondere Köpfe gegeben haben da so absonderliche Gedanken drin geboren werden wie könnt ihr denken dass ich den schönsten Raum des Hauses der eine Zirde des ganzen Ortes ist zum Pferdestalle machen lasse wir bezahlen es antwortete Halif bezahlen ich mag euer Geld nicht ich habe mehr viel mehr Geld so bist du wohl ein sehr reicher Mann das nicht denn das Geld gehört nicht mir sondern der Regierung des Pasha für den ich es als der angestellte Karachi dieses Kreises einkassiert habe es sind über 10.000 Piasta habt ihr etwa so viel in euren Taschen Dummkopf antwortete Halif der gern mehr von sich sagte als ich ihm erlauben konnte wir sind reicher als selbst ein Pasha und was wir besitzen ist unser Eigentum dir aber gehört nichts von dem was du hier liegen hast wie viel verlangst du von uns wenn wir uns hier eine eigene stube bauen wie lange wollt ihr bleiben vier Tage so zahlt ihr für die stube täglich 10 Piasta und für das Essen das bereiten wir uns selbst fiel ihm da Hatschi in die Rede wenn du einwilligst dass wir die noch nie ein Gast eingebracht der noch immer betrunkene Mann willigte nach einigem hin und her reden ein und teilte mittels einer Scheidewand den hinteren Teil der Stube für uns ab worauf Harlef die Pferde holte und bei uns unter brachte hierauf erhandelten wir uns für zwei Piasta ein Huhn mit welchem Harlef nachdem er es geschlachtet hatte zum Herde ging um es dort am Spieß zu braten denn aus den Händen des Wirtes etwas zu essen das war uns die reine Unmöglichkeit ich breitete inzwischen hinter der Flechtwand meine Decke aus um es mir darauf bequem zu machen durch die Lücken dieser Wand konnte ich die Leute beobachten welche in die Stube kamen um die Gäste zu sehen die so vornehm waren dass ihre Pferde nicht dem Schmutze stehen lassen wollten sie wendeten sich an den Hatschi mit neugierigen Fragen welche dieser in seiner drollig stolzen und vielfach übertreibenden Weise beantwortete als dabei mein Name genannt wurde richtete sich der angeblich betrunkene Gast plötzlich auf und erkundigte sich ist das der Emir Karab Nemsi Effendi welcher damals den Stamm der Hadedin von allen seinen Feinden befreite ja antwortete Harlef er ist dieser berühmte Krieger den noch nie ein Feind zu besiegen vermochte und der sogar den Löwen ganz allein und nur des Nachts aufsucht um ihn mitten in das Auge zu treffen also derselbe welcher dafür von Mohammed Emin dem Shaik der Hadedin den unübertrefflichen Rabhengst namens Ri geschenkt bekam ja ist es dieser Hengst den du dort hinter dieser weil ich so viel von diesem Pferde und seinem jetzigen Herren gehört habe aus keinem anderen Grunde nach diesen Worten legte er sich wieder vorn nieder und verblieb längere Zeit in dieser Stellung bis er dann einmal aufstand und unsicher wie ein Betrunkener zur Tür hinaus wankte kaum zehn Minuten später kam eine Frau welche wie ich gleich merkte die Wirtin war eiligst herein und fragte ihren Mann soeben ist der Fremde fortgeritten hat er dich gefragt gefragt wonach antwortete der Wirt fortgeritten er hat doch kein Pferd und fort soll er sein sein Gewehr lehnt ja noch hier er saß auf einem unserer Pferde so wird ihm etwas notwendiges eingefallen sein was er zu verrichten hat er wird sich nicht weit entfernt haben und bald wieder kommen denn er will ja einige Wochen hier bei uns in Koi wohnen damit war die Sache für ihn abgemacht mir aber kam sie obgleich sie mich gar nichts anging doch befremdlich vor als der Fremde seine Fragen an Harlev richtete hatte er so klar fest und bestimmt wie kein Betrunkener gesprochen und als er sich dann entfernte war es mir vorgekommen als ob sein schwankender Gang kein natürlicher sondern ein nachgeahmter sei aber ich hatte ja gar nichts mit dieser Angelegenheit zu tun und so konnte es mir vollständig gleichgültig sein ob ein Gast der sich vom Wirte für kurze Zeit ein Pferd auslieh diesen vorher besonders darum fragte oder nicht übrigens kam bald darauf Harlev mit dem gebratenen Huhn zu mir und während wir aßen und dann die Pferde fütterten und tränkten geriet das Intermezzo vollends in Vergessenheit gegen Abend machten wir einen Spaziergang vor den Ort hinaus weil dieser nicht sehenswertes an sich bot als er bei einbrechender Dunkelheit zurückkehrten saß der Wirt mit einigen Nachbarn schon wieder beim Raki und war betrunkener als vorher er schien anzunehmen dass Mura mit nur den Wein und nicht auch noch den viel schlimmeren Schnaps verboten habe sondern an anderen erfahren was für ein böser Dämon der Brandwein ist es können Jahre vergehen ehe ich mir die Lippen einmal mit einigen Tropfen Kognak oder Rum netze und dies auch nur dann wenn ich dieses Zeug aus Gesundheitsgründen als Arznei nehme hier aber saßen Gewohnheitstrinker beisammen welche stumm und stupid darauf lostranken bis der Krug leer war dann gingen die anderen heim und der Wirt torkelte denn anders konnte man es nicht mal nennen zur Tür hinaus wohin das sollte ich bald darauf erfahren denn nur einige Minuten später hörten wir ihn draußen im Hofe schreien als ob er am Spieße stärke wir eilten hinaus um zu erfahren was mit ihm geschehen sei da stand er mit gerungenen Händen und schrie wütend auf seine Frau und andere Personen ein von ihm gewichen und zwar hat ihn der Schreck so nüchtern gemacht ich hörte nämlich dass die 10.000 Piaster verschwunden seien und er klagte nun die Anwesenden der Reihe nach an sie ihm gestohlen zu haben als sie alle ihre Unschuld beteuerten rannte er nach dem Stalle holte eine Peitsche und schlug mit derselben auf Frau und Gesinde ein ich riss ihm aus der Hand und sagte wie kannst du dein eigenes Weib und diese Leute für etwas züchtigen was sie gar nicht getan haben nicht antwortete er wie kannst du das behaupten einer von ihnen muss es gewesen sein wenn du den schuldigen treffen willst so prügele dich nur selbst wie mich selbst bist du bei sinnen ich bin bei sinnen du aber bist es nicht du selbst hast dich was man nicht verstehen kann ich werde mich doch nicht selbst bestehlen und doch hast du es getan indem du dem dieb wie ich vermute geradezu veranlasst hast das geld zu nehmen hattest du es versteckt ja kannte deine frau den ort nein war diesen leuten hier bekannt auch nicht du bist ein höchst unvorsichtiger mensch den der raki plauderhaft macht ich habe nicht geplaudert so hast du nicht uns beiden die wir dir vollständig fremde menschen sind erzählt dass du über 10.000 piaster im hause habest aber wo das geld lag das habe ich euch nicht verraten uns nicht aber sehr wahrscheinlich einem anderen kennst du den fremden der auf deinem pferde fortgeritten ist ich hatte ihn bevor er kam noch nie gesehen aber jetzt weiß ich dass er ein reicher man aus serdas ist der einige wochen hier bleibt um gall äpfel für seine kunden in fernen ländern einzukaufen wirklich ein bewohner von serdas kommt von dort her rüber um gall äpfel zu erstehen deine leichtgläubigkeit und unkenntnis ist grenzenlos dazu frage ich dich ob jetzt die zeit zu solchen einkäufen ist er fühlte dass ich recht hatte und schwieg ist er mit dem pferde zurückgekehrt erkundigte ich mich weiter nein und mit dem gelde natürlich auch nicht da riss ihn der schreckstramm im porr und er rief der der hältst du ihn für den dieb ja warum er stellte sich betrunken war es aber nicht weißt du noch was du im rausche alles mit ihm gesprochen hast nicht alles hast du ihm von dem gelde gesagt ja denn er war ein sehr erfahrener mann und sagte mir wie er das seinige zu verstecken pflegt und da hast du es ihm nachgemacht ja so hat er also gewusst wo es verborgen war ganz genau nicht denn es waren mehrere orte die er mir riet so hat er an diesen Orten gesucht bis er den richtigen fand und sich auf dein Pferd gesetzt um schnell fort und niemals wieder zu kommen aber Effendi hat ja sein gewehr noch hier ja haywana oh du einfalt das musste er ja liegen lassen denn hätte er es mit aus der stube genommen so würde dadurch seine Absicht durchzubrennen verraten worden sein und wenn jemand 10.000 Piasta und dazu ein Pferd stiehlt kommt dabei der Wert dieses ihm gewichen aber er schien auch in nüchternem Zustande nicht mit hervorragenden Geisteskräften experimentieren zu können denn die Wahrheit meiner Ansichten wollte ihm selbst jetzt noch nicht einleuchten er sah mich eine ganze Weile wauchtlos an und wendete sich dann ab um das bisschen Denkvermögen welches ihm noch geblieben war weiter anzustrengen hierauf schien ihm plötzlich eine Eingebung gekommen zu sein denn er drehte sich wieder zu mir um und sagte Fendi da fällt mir etwas ein etwas sehr wichtiges sogar über dem Loche welches der Dieb machen musste um zu dem Gelde zu kommen lag ein Messer was sagst du dazu du hast es natürlich an dich genommen nein ich habe es liegen lassen Mensch dir scheint ja alles zu fehlen was zum Nachdenken gehört mit diesem Messer ist das Loch gegraben worden und der jenige dem es gehört muss wenn es ihm nicht darum zu tun war dadurch den Verdacht von sich abzulenken unbedingt der Dieb sein lass uns schnell hingehen um es anzusehen nein nein es braucht kein Mensch zu wissen wo ich mein Versteck habe ich hole es allein er rannte fort ohne sich zu sagen dass nun da das Geld gestohlen worden war der Ort an welchem es gelegen hatte nicht mehr verheimlicht zu werden brauchte als er wieder kam gingen wir in die stube weil es da heller als im dunklen hofe war kaum hatte er einen Blick auf das messer geworfen so rief er aus fendi du hast recht gehabt sehr recht denn dieses messer gehört ihm ich weiß das ganz genau ich habe es als er mit aas wiederholt genau betrachtet und es mir sogar von ihm zeigen lassen weil der Griff von uralter persischer arbeit ist sermen bei meinem haupte er ist der dieb oh allah prophet aller propheten ich bin zugrunde gerichtet wäre jemand von meinen leuten der dieb so müsste er mir das geld wiedergeben nun aber dieser halunke es gestohlen hat werde ich man hat doch gesehen nach welcher Richtung er geritten ist wenn es Tag wäre könnte man seine Spuren sehen und ihn verfolgen ich würde ihn auf meinem Pferde einholen obgleich er bis jetzt einen ganz bedeutenden Vorsprung gewonnen hat tue das Effendi tue das ich würde es wohl tun wenn es nicht wegen der jetzigen Dunkelheit unmöglich wäre wir müssen also warten bis es am Morgen überlegen welch ein Gedanke von dir bis dahin ist der Kerl ja noch viel weiter entflohen als jetzt nein nein ich habe keine Zeit ich lasse ihm keine Zeit ich muss mein Geld wieder haben mein Geld mein Geld ich weiß was ich zu machen habe es ist das allerbeste was ich tun kann ich eile sofort zum Nezanum und mache Anzeige der ist ein kluger und erfahrener Mann viel pfiffiger klüger und erfahrener als wir beide nämlich du und ich zusammen sind und wird sofort wissen wie ich sicher wieder zu meinem Eigentum komme pass auf ich werde es in kürzester Zeit wieder haben er rannte fort Harlev ließ ein lustiges Lachen hören und sagte zu mir Sidi da hast du gehört wie dieser Wirt über sich und auch über deine Geistes Gaben denkt solltest du jemals auf den Gedanken kommen dich als Nesanum von Koi zu melden so weißt du was für einen dummen Kerl der jetzige zum Nachfolger bekäme danke Allah für diese Aufrichtigkeit und wandle mit fügsamer Bescheidenheit deinem zukünftigen Amte entgegen ich bemitleidete natürlich den Wirt und hätte gern etwas für ihn getan obgleich sein Vertrauen zu mir kein allzu übermäßiges genannt werden konnte unter den gegebenen Verhältnissen aber konnten wir nichts tun als uns in unsere Abteilung zurückzuziehen und seine Rücke abzuwarten es verging fast eine Stunde da hörten wir draußen Pferde schnauben Halif ging hinaus und berichtete mir dann Sedi man denkt gar nicht daran die Vorzüge unseres Geistes mit zu Hilfe zu nehmen so eben ist der pfiffige Nesanum mit dem Wirte und einigen anderen Männern fortgeritten und zwar nach Westen zu weil man den Dieb nach dieser Richtung hat reiten sehen ich wünsche ihnen eine glückliche reise du hast mir wiederholt gesagt dass die Erde die Gestalt einer Kugel habe wenn du gern erfahren willst ob der Kerl von ihnen erwischt wird so bin ich gern bereit mit dir hier zu bleiben und zu warten bis sie aus Osten wiederkommen in diesen ironischen Worten war das ganze Urteil des kleinen Hatschi Halef enthalten welcher was Mutterwitz und Scharfsinn betraf es jedenfalls mit sämtlichen Untertanen des Nisanum aufnehmen konnte da wir glaubten heute nicht mehr in Anspruch genommen zu werden machten wir unsere Lagerstätten bereit und gaben unseren Pferden das Zeichen sich auch niederzulegen was sie in lang gewohntem Gehorsam auch gleich taten aber wir sollten doch noch nicht zur Ruhe kommen denn wir hatten die Augen noch nicht geschlossen so stellte sich ein neuer Gast ein welcher draußen im Hofe nach dem Wirte rief und weil er nicht sofort Antwort erhielt herein in die Stube kam er trat mit lauten Vorwürfen dass man seiner nicht achte wie es seinem Range zukomme ein unterbrach aber den Fluss seiner Strafrede als er beim Schein des noch brennenden Feuers niemand in der vorderen Abteilung bemerkte da kam er zu uns herein und fragte als er auch hier nichts sah weil es bei uns dunkler war ist jemand hier in diesem Loche ja antwortete Harlef so macht euch doch auf ihr taugen nicht ich habe weder Lust noch Zeit zu warten bis es euch gefällt mich zu bedienen ich folgen würde er besaß ein höchst reges ehrgefühl und ließ sich niemals ungestraft grob behandeln er schwieg zunächst nun wird es bald fuhr der fremde fort wenn ihr nicht augenblicklich kommt trabe ich euch mit der peitsche in die höhe Harlef schwieg noch immer und auch mir fiel es nicht ein 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 Wort zu sagen da kam der fremde einige Schritte er war so klein dass er mir kaum bis an die schultern reichte aber er besaß mehr körperkraft als man ihm zutraute und war dabei von einem mut und einer tapferkeit dass ich ihn oft verwegen hatte nennen müssen gegen feindem kampfe wusste er sich seiner guten waffen vortrefflich zu bedienen für beleidiger aber gebrauchte er lieber seine peitsch snillpferd haut die er hatte ich das geräusch der peitsche des fremden gehört und gleich darauf bemerkt dass halef aufsprang so vielen klatsch ne hiebe von wem wusste ich nicht gleich und zwar so schnell hintereinander dass ich sie nicht zählen konnte und die stimme des fremden ertönte in zeternem tone halala wer wagt es da auf mich zu schlagen wer ist es der el wailak nun wusste ich allerdings wer der schlagende und wer der empfangende war der kleine wackere hatschi prügelte den fremden durch was ich leider nicht sehen konnte und zwar fiel in die hiebe so hageldicht dass der getroffene gar keine Zeit fand sie mit seiner peitsche zu parieren komisch war dabei dass halef seine arbeit in tiefstem schweigen verrichtete während der fremde überlaut schrie seine interjektionen gehörten der arabischen und türkischen sprache an was mich annehmen ließ dass er kein kurde sei als er zu der erkenntnis gekommen war dass er der ihm so schweigend gebrachten aber umso fühlbareren aufnahme nicht gewachsen sei versuchte er aus unserer abteilung zu entwischen was ihm auch gelang da er von half nicht daran verhindert wurde eben als er unsere scheidewand hinter sich hatte kam die wirtin von seinem geschrei herbeigerufen mit einigen gesindepersonen zur tür herein als er sie sah rief er ihr entgegen wer bist du bist du etwa das weib des sahib elokander ja antwortete sie wo ist dein man rufe ihn mir er ist nicht daheim so schicke sofort zum nesanum dieses ortes ich muss augenblicklich mit ihm sprechen auch er ist nicht daheim ich muss ihn aber haben ich bin geschlagen worden und verlange dass die verbrecher welche dies taten sofort und auf das allerstrengste bestraft werden wer hat dich geschlagen die hunde welche dort hinter der flechtwand stecken du bist die herrin rufe sie hervor sie müssen ihr gehorchen da antwortet die wirtin verlegen sie werden mir nicht gehorchen sie gehören nicht in dieses haus sie sind fremde welche einige tage bei uns wohnen fremde umso schlimmer von einem fremden kann ich mir die schläge noch viel weniger gefallen lassen als von einem hiesigen wer sind sie denn der eine ist ein emir und effendi aus dem abendlande und der andere ein hatschi mit einem so langen namen dass man ihn unmöglich im gedächtnis behalten jeder gewöhnliche man weiß dass schläge nur mit blut abzuwaschen sind ich aber bin kein gewöhnlicher mensch sondern ein liebling allahs ein nachkomme des propheten und forscher auf dem wege der zum himmel führt rufe sie also heraus damit ich rechenschaft von ihnen fordere ich kann sie wohl rufen aber ob sie kommen werden das weiß ich nicht sie näherte sich der scheidewand brauchte aber ihre absicht nicht auszuführen denn harlev der furchtlose kam ihr zuvor die peitsche noch immer in der hand ging er hinaus schritt gerade auf den fremden zu stellte sich nahe vor ihm hin sah ihm in das gesicht und sagte hier bin ich der Hatschi mit dem langen Namen wenn du Rechenschaft fordern willst so bin ich bereit sie dir zu geben aber nur Der Liebling Alas war ein junger Mann von vielleicht 30 Jahren mit einem langen Vollbarte und schönen asketisch strengen Gesichtszügen wie ich jetzt durch ein Loch der Flechtwand sah weil er am schein des Feuer stand seine kleinen etwas schiefblickenden Augen waren aber geeignet diese Schönheit nicht zu erhöhen sondern herab zu mindern von hoher stolzer Gestalt ragte er um mehr als Kopfeslänge über dass er sich zu den Nachkommen des Propheten zählte in seinem Gürtel steckten Messer und Pistolen doch weil er Harlefs Hiebe so ohne jede Gegenwehr hingenommen hatte glaubte ich dass dieses kriegerische Aussehen nicht ganz mit seinen inneren Eigenschaften harmoniere er sah als Harlef ausgesprochen hatte mit finsteren Augen auf ihn nieder und antwortete ich sehe eine Peitsche in deiner Hand bist du es etwa der es gewagt hat mich zu schlagen ja geschlagen habe ich dich aber gewagt war nichts gar nichts dabei schweighund willst du mich abermals beleidigen da hob der kleine die Peitsche drohend empor und sprach sagst du noch ein einziges mal das Wort Hund zu mir oder ein anderes welches mir nicht gefällt so ziehe ich dir diese Riemen des Nierpferdes über 10 Jahre lang vor keinem Menschen sehen lassen kannst wer bist du denn dass du dich unterfängst in dieser Weise mit mir zu sprechen wie heißt es du und wie lautet der namen deines vaters deiner beiden großväter und der vier väter dieser vaters väter das sollst du gleich hören wisse ich bin salib an akil der berühmte wanderprediger des wahren glaubens der uns eine auferstehung lächelte halef ich bin in den ländern vieler menschen gewesen vom aufgang bis zum niedergang der sonne aber den namen salib akil so fromm und klug er klingt habe ich noch nie gehört ich aber bin hadji alif omar bin hadji abul abbas ibn hadji david al-gos hara als der wanderprediger diesen namen hörte fuhr er einen Schritt zurück machte eine gebärde größte überraschung und rief aus hadji alif omar gehörst du jetzt zum stamm der hadidin ja so bist du der kleine kerl der mit jenem ungläubigen jenem christen geritten ist welcher am tale der stufen die vereinten feindlichen stämme besiegte die den stamm der hadidin verderben wollten ja weißt du wo dieser christ sich jetzt befindet ja wo dort hinter der scheidewand da trat salib in akil noch einen schritt weiter zurück war vor erstaunen die arme empor fast hätte ich behaupten mögen dass dieses erstaunen ein freudiges sei und fragte wie wird er genannt erster berühmte und unbesiegbare emir hachikara ben nem sie effendi schei schei richtig richtig genau so habe ich diesen namen gehört ich sah dass er weitersprechen wollte aber er verschluckte das was ihm auf den lippen lag drehte sich um und ging einige male nachdenklich in der stube hin und her es war jedenfalls ein wichtiger gedanke ein entschluss der ihn bewegte und mit dem er auch bald fertig war denn er wendete sich halef wieder zu und sagte in ganz anderer weise als er bis jetzt gesprochen hatte höre hat die halef oma auf meine worte du hast mich geschlagen das ist eine beleidigung welche nur durch den tod gesühnt werden kann aber ich will sie dir verzeihen weil ich vorher geschlagen habe freilich ohne dich zu treffen ich habe von deinen und des christlichen emirs taten so viel gehört und ich bewundere sie so sehr dass es mir eine wonne des paradieses sein würde wenn ich den e-mail jetzt sehen und mit ihm sprechen könnte ich bitte dich zu ihm zu gehen und ihm das zu sagen willst du mir diesen wunsch meines herzens erfüllen seine augen ruten bei dieser frage stechend und gespannt auf dem gesicht des kleinen dieser prediger des islam gefiel mir nicht er war ein man vor dem man sich zu freundlichkeit lauerte jedenfalls eine absicht welche diesem verhalten ganz entgegengesetzt war aber mein wackerer Harlev war alles nur kein menschenkenner sein gutes herz verzieh sehr leicht und wenn man gar von seinen berühmten und großen taten sprach so hatte man ihn ohne widerstand gewonnen er war dabei freilich keineswegs ein solcher aufschneider wie der alte selim der schleuderer der knochen und größte held des welten als aber er hatte zahlreiche abenteuer erlebt und mit mir glücklich bestanden und bei der bildungsstufe auf welcher er stand und der art und weise des orientalen überhaupt war es gar kein wunder dass er mehr von sich hielt als von anderen menschen und leicht in den fehler verfiel leuten die ihm schmeichelten sein vertrauen zu schenken so antwortete er auch jetzt ohne sich sein verhalten zu überlegen ja ich werde ihn dir erfüllen und in der Fendi holen wird er aber auch kommen wenn du ihn darum ersuchest ganz gewiss er wird mich niemals dadurch kränken dass sein versprechen nicht erfüllt welches ich gegeben habe ich sah ein dass mir schon um harlefs will nichts anderes übrig blieb als mich dem fremden zu zeigen dazu kam das interesse welches man an jedem menschen nimmt der einem ungewöhnlich oder gar rätselhaft erscheint der prediger war uns feindlich gesinnt das stand bei mir fest er verfolgte eine absicht welche wenn sie in erfüllung ging uns nichts gutes bringen konnte das stand ebenso fest aber diese absicht zu durchschauen das reizte mich und da es auch stets immer besser ist einem übel oder gar einer Gefahr entgegen zu gehen anstatt feig zu warten bis man davon gepackt wird so stand ich auf und trat hinaus ohne Halif Zeit zu lassen mich darum zu bitten als Salib an Akhil mich erblickte trat er einige Schritte auf mich zu kreuzte die Hände über der Brust verbeugte sich tief und sagte Allah grüße und segne dich Emir noch in der Stunde meines Todes werde ich den Augenblick an welchen ich dir heute begegne zu den schönsten meines Lebens rechnen er blieb nach diesen Worten in gebückter Haltung stehen um meine Antwort zu erwarten er wusste dass ich ein Christ war er durfte als Moslem mir nicht in dieser Weise den Segen Allahs wünschen er tat es dennoch obgleich er nicht nur Moslem sondern sogar Khatib des Islam war das musste mich doppelt bedenklich machen ich ließ ihn natürlich nichts merken und antwortete in freundlichem als ich entgegnete er indem er sich langsam und mit demutvollen augen auf schlag empor richtete was verstehst du unter berühmt nur einer ist berühmt gott denn sein name erscheint durch alle lande und sein lob ertönt auf allen sonnen und sternen jetzt und in ewigkeit wenn ein mensch ein weniges mehr getan hat als ein anderer so darf er sich dessen doch nicht rühmen denn es war ihm von gott befohlen und erhielt von ihm die kraft dazu aus deinen worten kling mir die stimmen der weisheit und demut entgegen doch bin ich mir gar wohl bewusst wie hoch du über mir stehst wirst du mir verzeihen dass mein plötzliches kommen dich in der wohlverdienten Ruhe stört die Störung geschah in etwas ungewöhnlicher Weise über welche ich aber nicht richten will weil du dich mit meinem guten Hachi Halif Omar darüber verständigt hast als deine Peitsche fragte hat die Seinige geantwortet und so ist die Störung vorüber gegangen ohne dass du dich beklagen darfst keine Antwort erhalten zu haben sein Auge schoss einen schnellen scharfen Blitz auf mich doch mit der freundlichsten Miene erwiderte er ich hörte dass du mehrere dich aufzubrechen und du kannst also den Schlaf um die Stunde verlängern die ich ihm jetzt am Anfang raube lass mich dein freundliches Herz erkennen und sei mein Gast wenn ich jetzt hier zum Abend speise wir haben schon gegessen fertig ab er antwortete indem er einen vielsagenden Blick über die schmutzige Umgebung gleiten ließ im ja ich verstehe dich doch enthalten meine Satteltaschen getrost daran teilnehmen könnt erlaube dass ich sie hole und mit diesem Weibe des Wirtes mein Verbleiben hier bespreche er ging hinaus und winkte der Frau und dem Gesinde ihm zu folgen als ich mich nun mit Halif allein befand fragte er Sidi hättest du es für möglich gehalten dass so ein grober rücksichtsloser Ben El Maschwaka sich so schnell in einen freundlichen und ergeben den Siebtel Adab verwandeln könne ja dann er hat jedenfalls seine guten Gründe dazu du aber lieber Halif bist ein Sohn und Enkel der Unvorsichtigkeit gewesen als du ihm versprach es mich hierher zu holen ich warum weil dieser Mann aus irgendeinem Grunde den ich bald zu erfahren hoffe ein Feind von uns ist und in der kurzen Zeit während welcher er vorhin hier auf und Niederschritt über einen Plan nachgedacht hat der uns nur Böses bringen kann er hat ihr aber doch den Segen Allahs gewünscht er ein Lehrer des Islam mir einem Christen bedenke das Halif cool Schejatin alle Teufel das habe ich verfreut über seine Umwandlung ganz übersehen aber was kann er Böses gegen uns wollen wir kennen ihn nicht und haben ihn nie beleidigt aber er kennt uns und mancher Mensch hat mehr unbekannte als bekannte Feinde bedenke dass wir uns dadurch dass wir den Hadidin damals zum Sieger verhalfen ihre sämtlichen Gegner zu Feinden gemacht haben und dass wir auf unseren späteren Streifzügen oft gezwungen waren uns der Angriffe von Personen zu erwehren deren Angehörige uns nach den Gesetzen der Rache hassen müssen wann und wo sie uns nur treffen es ist ja nicht unmöglich dass dieser Salih Ben Akhil der Sippe eines solchen Menschen angehört das ist wahr wie immer alles was du sagst Sidi wollen uns wieder niederlegen und ganz so tun als ob dieser Liebling Allahs wie er sich nannte gar nicht gekommen wäre nein das dürfen wir auf keinen Fall selbst wenn er nicht durch frühere vorkommnisse zur Feindschaft gegen uns gezwungen wäre würden die Hiebe die du mir erteilt ist ihn zur Rache zwingen käme dazu noch seine unversöhnliche Gegnerschaft herausgefordert zu haben und das ist bei einem so fanatischen Anhänger des Islam zehnmal gefährlicher als bei jedem anderen Menschen so mag wenigstens unser Verhalten ein so stolzes und zurückhaltendes sein dass er froh ist wenn wir uns recht bald wieder entfernen auch das nicht denn er würde dadurch zu der gleichen Zurückhaltung genötigt sein und ich könnte also nicht das aus ihm heraushorchen was ich doch von ihm erfahren will er muss überzeugt sein dass wir ihm glauben und vertrauen darum werden wir zu ihm freundlich und für seine Einladung dankbar sein es ist am besten du schweigst so viel wie möglich und lässt nur mich mit ihm sprechen das war von meinem stets redfertigen Harlef zwar sehr viel verlangt aber ich sagte es in einem so bestimmten tone dass er darauf verzichtete etwas dagegen ein zu wenden diese instruktion war gerade noch zur rechten zeit gegeben denn eben als ich die letzten worte gesprochen hatte kam salib in akil wieder herein gefolgt von einem chadim welcher die wohlgefüllten satteltaschen trug hier in mir bringe ich einen ascha sagte er von dem du ohne scheu genießen kannst denn auch ich bin ein freund der reinlichkeit weil ich die großen städte besucht habe wo man nicht gewohnt ist den gast durch schmutz zum hunger zu verdammen er nahm dem knechte der sich darauf entfernte die taschen ab und legte den Inhalt derselben eingewickeltes Fleisch Fladenbrot und Früchte auf den Tisch das sah so sauber und einladend aus dass Halef sich setzte und sein Messer zog ich folgte diesen Beispiele und während wir zu essen begannen erkundigte ich mich bei Salih indem ich an seine letzte Bemerkung anknüpfte in den großen Städten bist du gewesen willst du mir die Namen derer nennen die du gesehen hast ich habe das ganze Reich des Padishah und auch das Land des Schah von Persien gesehen denn ich ziehe von Ort zu Ort um zu verkünden dass die Zeit nahe ist in welcher der Recht geleitete erscheinen wird woher weißt du das eine innere Stimme welche während des Tages und während aller Nächte zu mir spricht sagt es mir doch du als Christ kannst das ja nicht verstehen lass uns lieber von den Städten sprechen in denen ich längere Zeit geblieben bin um den Koran die Auslegungen desselben und alle Regeln der Anbetung zu studieren welche sind dies erst ging ich nach Persien als dem Lande dessen Schule in meiner Heimat am nächsten lagen ich studierte in Teheran und Isfahan bin aber der Hunde von Schiiten wegen welcher Allah verfluchen möge schon nach einem Jahre wieder fort gegangen ich wanderte nach Stambul wo ich sehr fromme und sehr kluge Lehrer fand aber doch nicht was ich suchte hierauf schloss ich mich der großen Hatsch nach den heiligen Städten Mekka und Medina an in Mekka warb ich mir dieses Hamail welches ich am Halse hängen trage wie es jeder Hatschi der es Besitz zu tragen hat und in Medina blieb ich dann längere Zeit als Schüler eines berühmten Modaris der die hervorragenden Auslegungen fast auswendig kannte da war Halif so unvorsichtig zu bemerken grad so ein Hamail wie du hat auch mein er wollte sagen dass auch ich ein Hamail besaß das konnte ich nur in Mekka worben haben welches kein Christ besuchen darf darum fiel ich ihm schnell in die Rede indem ich Salih fragte würdest du mir erlauben deinen Hamail einmal zu betrachten er löste das Band und gab mir das Buch mit den Worten hin eigentlich darf diese heilige Koran von der Hand keines Ungläubigen berührt werden wenn ich ihn dir dennoch gebe magst du daraus ersehen wie hoch du in der Achtung meines Herzens stehst der Koran ist mir gerade so genau bekannt wie unsere Bibel wenn ich um dieses Exemplar bat so tat ich dies also nicht des Inhaltes wegen sondern aus einem anderen Grunde ich wollte nämlich wissen ob Salih wirklich ein Scherif war als ich die betreffende Bemerkung nicht eingetragen und untersiegelt fand fragte ich weißt du dass die Tabellen in denen der Name jedes Scherif verzeichnet steht alljährlich mit der großen Hatsch nach Mekka gesendet werden ja und dass der Name jedes Scherifs der dort ein Hamail erwirbt in dasselbe eingetragen werden muss natürlich weiß ich das ich bin ja ein Scherif warum steht dann dein Name nicht hier in diesem Koran jetzt merkte er erst worauf ich hinaus gewollt hatte und antwortete verlegen und schnell darüber hinweg gehend weil ich vergessen habe ihn einschreiben und mit dem Siegel des Großsherifs lassen als ich von dem Mudaris in Medina nichts mal lernen konnte zog ich nach Kahira die Universität der Asar Moschee dort ist die berühmteste in allen Landen es gab dort über 8000 Talaba unter denen ich mehrere fand die nach der Wahrheit strebten und mich zu einem Mudaris führten welcher der einzige war der von dem bald zu erwartenden Mahdi lehrte ich wurde sein Schüler und ihm habe ich es zu verdanken dass ich jetzt der Welt die kunde von den kommenden rechtgeleiteten bringen kann er sprach jetzt in einem so stolzen und überlegenen tone dass ich es mir nicht versagen konnte diesen ton ein wenig herab zu stimmen darum warf ich die erkundigung ein ich erkenne was für ein hochbedeutender Mann du bist darf ich erfahren welche Gegend oder welcher Ort den großen Vorzug besitzt deine Geburt gesehen zu haben und deine Heimat zu sein diese Frage schien ihm ungelegen zu kommen und es bedurfte einer wenn auch nur kurzen Überlegung er antwortete ich bin in Dhamidje in Ägypten geboren sonderbar ich habe dich für einen Kurden gehalten warum zunächst wegen einiger Kehlaut und einer Aussprache die nur aus einer kurdischen Kehle zu hören sind und so dann hast du vorhin selbst gesagt dass Kurdistan deine Heimat sei ich wann fragte er mir besorgt und betroffen als erstaunt du teiltest uns mit dass Persien das Land sei welches deine Heimat am nächsten liege am nächsten zu Persien aber liegt Kurdistan oh Emir solche Bemerkungen darf man nicht so genau nehmen als ob sie im Koran ständen ich stamme wirklich aus Eljamiji ja durch Kurdistan bin ich auch schon einige Male geritten aber ich bin in diesem Lande nicht halb so bekannt wie du nimmst du das wirklich an warum weil mir deine Erlebnisse erzählt worden sind welche alle ich denke dabei jetzt nur an eure Kämpfe mit den BB Kurden diese Kerl sind die größten Schurken die es gibt ich bediente mich mit Absicht dieses kräftigen Ausdruckes indem ich ihn dabei scharf aber verstohlen beobachtete ich sah die Röte des Zorns in seine Wangen steigen doch beherrschte er sich und fragte scheinbar ruhig hast du auch ihren Scheik gekannt meinst du Gazal Gaboya ja ich habe ihn nur zu gut kennengelernt er war der allergrößte unter diesen Schuften da sah ich dass er alle seine Macht über sich zusammen nehmen musste um seinen Zorn zu bemeistern dennoch klang seine Stimme rau und fast heiser als er weiter fragte hast du es nicht der ihn niedergeschossen hat ich nicht aber er wagte es sich im Kampfe an mich zu machen und wurde von einem meiner Gefährten niedergeschossen das Hatschi Halif dieser Gefährte war verschwieg ich denn ich hatte nun erfahren was ich wissen wollte dieser Salih bin Akhil war allerdings ein muhammedanischer Theologe in dieser Beziehung hatte er uns nicht belogen aber ebenso gewiss war er der Abstammung nach ein Bebek Kurde höchst wahrscheinlich sogar ein Verwandter des gefallenen Gazal Gaboya ich hatte mich also vor ihm sehr in Acht zu nehmen denn nirgends wird die Blutrache so streng gehandhabt wie gerade bei einigen Kurden Stämmen als ob er meine Gedanken erraten hätte machte Salih auf meine Antwort die Bemerkung der Scheik der BB ist also doch im Kampf mit dir gefallen ob von deiner Kugel oder nicht das ist gleich gültig du bist der Blutrache verfallen und ich wundere mich außerordentlich darüber dass du dich wieder in diese Gegend wagst oh ich war seitdem schon öfters hier wirklich da ich dich unmöglich für einen leichtsinnigen Menschen halten kann musst du einen Mut besitzen der ganz unvergleichlich ist bitte Allah dass er dich nicht in die schrecklichen Hände der Tar fallen lasse wenn dich ein Verwandter von Ghazal Gaboya sähe wärst du verloren ja einer von beiden würde verloren sein entweder er oder ich du du nicht er du verkennst die Sache weil du ein fremder bist nicht nur ein fremder sondern sogar ein christ von euch christen weiß man es ja dass ihr euch in jeder beziehung überhebt und für besser haltet als andersgläubige dass ihr denkt an euch sei alles schöner frömmer heiliger und unverletzlich als ein moslem kennt die schrecklichkeit der blut drache ganz genau wenn er das getan hätte was du hier verübt hast so würde er es niemals wagen hier in diese gegend wieder zu erscheinen du als christ kennst den koran nicht und auch nicht die gesetze und regeln nach denen die hiesigen völkerschaften leben du glaubst seine haut sei als die jenige eines christen ebenso unverletzlich wie die haut eines drachen durch den keine waffe dringt ja du meinst sogar am stolze deines christentums dass kein kurdes wagen darf sich an dir zu vergreifen und dir ein leid zu tun denn ihr pocht auf eure kanasil die euch behüten schützen tragen und leiten müssen wie eine mutter ihr kränkstes schwächstes Kind bewacht aber dein Stolz wird dir bald vor die Füße fallen wenn du vor der Blutrache stehend zu der entsetzlichen Erkenntnis kommst dass du rettungslos verfallen bist nicht einen von beiden wird es treffen wie du soeben sagtest sondern dich nur dich allein du kannst dir nicht helfen und dein Gott kann dir nicht helfen die Erde unter deinen Füßen wird wanken der Boden darauf du stehst wird weichen und du aufhörenden Martern versammelt werden wir aber wir Gläubigen werden über euch thronen als Richter über Himmel und Hölle über Leben und Tod unberührt von eurem Heulen und Wehklagen darüber dass ihr so eingebildet und unverständlich gewesen seid die göttliche Gesandtschaft Mohammeds und die bis zum Himmel empor gewachsenen Vorzüge des Islam vor eurem lügenhaften Christentum zu leugnen er hatte erst in gewöhnlich im Tone und dann in immer weiter wachsender Begeisterung gesprochen seine Augen leuchteten und der Fanatismus glänzte ja triefte ihm förmlich vom Gesicht ich musste mir im stillen eingestehen dass er alles besaß was zu einem Wanderprediger des Muhammadanismus gehörte Überzeugung Rednergabe Fantasie Überhebung Mangel an Bildung und Urteil und last but not least eine vollständige Unwissenheit über die Andersgläubiger Als er gesprochen hatte und ich ihm nicht sofort antwortete fügte er hinzu Du schweigst Du bist von der Wahrheit meiner Worte niedergeschmettert Ja der heilige Islam ist eine Sonne gegen welche die armen elenden Schemate Duhun der anderen Glaubenslehren verschwinden müssen wie Irrlichter welche nur vom Gestank der Sümpfe leben Man nennt dich einen berühmten Emir und hochgelehrten Effendi aus dem Abendlande und du erhebst den Kopf all überall weil du dem Bilad el Alman entstammst aber deine ganze Berühmtheit und Gelehrsamkeit ist vor meiner überwältigenden Rede in stumme Wortlosigkeit versunken und die bewaffneten Herrscharen deines Volkes würden wenn sie hierher nach Kurdistan kämen und mit uns zu kämpfen in den Staub niederfallen und um Gnade bitten müssen es war gar nicht meine Absicht gewesen mit ihm über Glaubenssachen anzubinden denn ich hatte das Gefühl dass er mir die Gelegenheit aufzwingen würde mit ihm noch in anderer Beziehung anzubinden da er aber meinem Schweigen eine solche Erklärung gab musste ich gegen seine Ansicht nun das Wort ergreifen Sali Ben Akil du scheinst ganz von Sinnen und Megnun zu sein denn anders kann ich es mir nicht erklären dass du meinem Schweigen eine solche Deutung gibst ist dir vielleicht das Sprichwort bekannt bekannt ja antwortete er ahnungslos warum ich gerade diese Redensart anzog und auch das andere auch das schau wie gut du das Kurdische verstehst obgleich du vorgibst in El Damidje geboren zu sein du glaubst deine Rede habe mich niedergeschmettert aber die Karawane ist trotz dieses Balance ruhig weiter gezogen du hast gegen mich gespeit aber nicht mich sondern nur dich selbst getroffen wie kannst du solche Worte zu mir sagen fuhr er auf zu mir der alle Lehren und Gesetze des Islam kennt ich machte eine wegwerfende Handbewegung und entgegnete du willst doch wohl sagen dass du nur die Lehren des Koran weiter gar nichts gar nichts kennst und auch diese nicht richtig verstanden hast ich sage dir aus meiner niedergeschmettertheit heraus wenn einer von uns beiden zu viel Einbildung grundlosen Stolz und Überhebung besitzt so bin ich nicht dieser eine sondern du bist es mit deiner Kenntnis des Koran ist es schlecht sehr schlecht bestellt wie du gleich erfahren wirst und auch die Gesetze und Regeln nach denen die hiesigen Völker leben kenne ich besser als du du behauptest dass wir Christen uns auf unsere Konsuls verlassen und von ihnen wie unmündige Kinder beschützt werden müssen wenn man dir wirklich von uns erzählt hat so sage mir doch nur einen einzigen Fall welcher beweist dass ich mich an die Hilfe eines Konsuls gewendet oder gar auf sie gepocht habe sage mir auch nur einen einzigen Fall dass ich mich wie ein krankes schwaches Kind betragen habe ich darf ganz im Gegenteil behaupten und kann es auch beweisen dass gar mancher Moslem heute noch lebt und sich wohl befindet der ohne meine Hilfe also ohne die Hilfe des Christen verloren gewesen und zugrunde gegangen wäre gerade die Kurden vom Stamme der BB wissen ganz genau ob ich so ein Schwächling bin wie du die Christen beschreibst gehe hin zu ihnen und frage sie so wirst du erfahren welche Furcht und Angst ihr ganzer Stamm vor mir gehabt hat es gibt unter ihnen Schweig fuhr mich da zornig an die BB sind Helden die keine Furcht kennen am allerwenigsten aber haben sie vor dir halte den soll ich denken dass du nicht in Ägypten sondern hier geboren bist Grund genug hast du mir schon dazu gegeben ich warne dich gib mir ja keine Gelegenheit dich und deine Absichten zu durchschauen denn das könnte übel für dich ausfallen du hast gewagt mir zu sagen dass weder Gott noch ich selbst mir helfen könne aber Gott hat durch mich schon manche Mohammedaner geholfen dem sonst nicht zu helfen gewesen wäre und bis jetzt habe ich dir noch keine Veranlassung gegeben anzunehmen dass ich nicht wisse wie man sich gegen muhammedanische An- und Übergriffe zu verteidigen hat wie kommst du ferner dazu zu behaupten dass wir Christen der Hölle verfallen seien welcher Dummkopf hat dir das weiß gemacht etwa einer deiner Professoren dann ist der Islam zu bedauern dass er nicht Mauer dass muhammed wiederholt erklärt hat der himmel stehe auch den Christen offen blick in das hamail welches du wohl am halse nicht aber im kopfe zu haben scheinst so wirst du die stellen finden die ich meine und endlich hast du behauptet dass ihr muhammedaner im jenseitigen leben hoch über uns thronen werdet als Richter über Himmel und Hölle über Leben und Tod Wenn du nicht hier säßest und ich deine Worte nicht mit eigenen Ohren gehört hätte würde ich es für unmöglich halten dass ein denkender mensch solchen Unsinn aussprechen könne und solcher Überhebung fähig sei wer sich eine Behauptung wie diese ist zu Schulden kommen lässt dem muss der Koran ein vollständig unbekanntes Buch sein und ebenso wenig darf er sagen dass er jemals eine Auslegung desselben in den Händen gehabt habe du willst also einst auch mit Richter sein über Tod und Leben über Himmel und Hölle Arma Teufel noch weißt du selbst nicht ob du glücklich über Esziret die Brücke des Todes gelangen wirst und sagt nicht Mohammed und sagen nicht die Kalifen und alle Ausleger des Koran dass nur Isa Ben Mariam allein es ist der am jüngsten Tage vom Himmel kommen und von der Moschee der Omadjaden in Damaskus aus alle lebendigen und Toten richten wird also Christus den wir als Gottes Sohn verehren Christus der Sohn Mariens der unser Mittler und Fürsprecher ist im Leben und im Sterben also nicht euer Mohammed sondern unser Christus wird richten denn nur Gott allein kann richten und Christus ist ja Gott während Mohammed zwar euer Prophet aber doch ein Mensch gewesen ist Wo bleibst da du Salih Ben Akil der Leben wenn du der einst vor Isabel Mariam erscheinst was wird er dich fragen und was kannst du ihm antworten er wird dein Richter dein gerechter aber strenger Richter sein wirst du ihm dem göttlichen Gründer des Christentums etwa auch sagen dass die Christen seine Gläubigen in die Hölle zu ewigem Jammer und endloser Qual verdammt werden müssen weil sie nicht Mohammed sondern ihn verehrt haben er hatte während meiner Rede einige Male vergeblich angesetzt mich zu unterbrechen jetzt aber war er stumm geworden und saß vor mir ohne ein Wort zu sprechen darum fuhr ich fort nun du schweigst ich habe dir alle deine Behauptungen widerlegt wenn du gegen meine Worte etwas sagen kannst so sprich da er auch jetzt im Schweigen verharrte ergriff der kleine Halep das Wort Sidi es geht ihm wie es mir ergangen ist und wie es jedem ergeht der sich unterfängt mit dir gegen deinen Glauben zu reden weißt du noch lieber Effendi welche Mühe ich mir in der ersten Zeit unserer Bekanntschaft und sogar auch später gab dich vom Christentum abzubringen und zum Islam zu bekehren ja antwortete ich lächelnd ich weiß es gar wohl schau deine Lippen verziehen sich zur Lustigkeit und die Spitzen deines Bartes nehmen die Haltung des mitleidigen Wohlwollens an du bedauerst mich und ich gebe zu dass du dazu berechtigt bist wer dich von deinem Glauben abbringen will der gleicht dem Himar welcher dem Niesr weismachen will dass es im dunkeln schmutzigen Stalle herrlicher zu leben sei als droben in den hellen freien reinen Lüften wo das Gold des Sonnenscheins sich mit dem Purpur der Morgen und der Abendröte vermählt Mensch fuhr ihn da der Wanderprediger an soll das etwa heißen dass du mich mit einem Esel vergleichst ah hab ich von dir gesprochen fragte Harlef in ruhigem Tone ich glaubte nur diejenigen gemeint zu haben die da meinen meinen sie die der alle Bücher und Schriften von jedem Glauben auswendig kennt mit den paar armseligen Brocken die sie im Kopf verhaben belehren zu können wenn du dich zu diesen Leuten zählst so ist das deine eigene schuld und ich habe nichts dagegen sag ob du ein Moslem bist ich bin einer und doch redest du ihm dem Christen das Wort Allah ich würde sogar mehr als ein Wort für ihn reden ja ich würde sogar meine Flinte und mein Messer für ihn sprechen lassen er ist der Adler von dem ich gelernt habe mit ihm hoch über den Wolken zu fliegen dort gefällt es mir wenn es den anderen Geschöpfen unten lieber ist so fällt es mir nicht ein mich mit ihnen darüber zu streiten aber ich dulde auch nicht dass sie mir meine reine Luft nicht gönnen er sagte das in einem tone der fast wie eine drohung klang und der kleine furchtlose kerl war ganz der Mann dazu seinen Worten den gehörigen Nachdruck zu geben das wusste Sali der ja von ihm ebenso wie von mir gehört hatte und darum hielt er es für geraten seine Gegnerschaft wenigstens jetzt nicht weiter zu treiben auch kam es ihm wie ich später bemerkte sehr darauf an uns keine Veranlassung zu geben eine unvorteilhafte Meinung über ihn zu fassen und so überwand er sich in versöhnlicher Weise zu bemerken es ist mir gar nicht eingefallen deinen Effendi anzugreifen er mag der Christ bleiben der er ist während ich mich wie vorher zu Muhammed bekenne den Allah über alle Himmel erheben wird du hast aber nicht bloß von der Religion gesprochen sondern ihm und mir mit der Blutrache gedroht gedroht das habe ich nicht ich verehre ihn und bewundere eure Taten darum habe ich mir erlaubt eine Warnung auszusprechen die aus einem wohlmeinenden Herzen kam so denke in Zukunft daran dass es unmöglich ist sich über ein wohlmeinendes Herz zu freuen wenn dieses Herz sich einer unhöflichen und zorneseiligen Zunge bedient du hast uns eingeladen mit dir zu essen wir sind also deine Gäste und mit Gästen streitet man nicht du hast recht ich hatte nicht die Absicht euch zu kränken oder gar zu beleidigen aber wenn ich trotzdem ein Wort gesprochen habe welches euch nicht gefallen hat so verzeiht es mir ich bin von der Reise ermüdet und ein müder Mann denkt oft nicht an das was er spricht das klang so mild und versöhnlich dass es wohl auf gar manchen den beabsichtigten Eindruck hervorgebracht hätte den es aber auf mich ganz und gar verfehlte wer sich so beherrschen konnte aus der religiösen Begeisterung in eine demütigende Bitte um Verzeihung zu fallen der war ein Mensch vor dem man sich zu hüten hatte ich zeigte mich also äußerlich freundlich war aber dabei innerlich reservierter als vorher und nahm nach einiger Zeit seine vorgeschützte Ermüdung als Vorwand das Zusammensein mit ihm abzubrechen wir zogen uns in unsere Abteilung zurück und er ging hinaus um nach seinem Pferde im Stalle zu sehen und sich dann auch zur Ruhe zu begeben als er wieder hereingekommen war nahm er ein Stück brennenden Holzes von dem noch immer nicht ausgegangen in Feuer und trat damit hinter die Flechtwand wo wir uns indessen schon niedergelegt hatten er leuchtete uns an und sagte sich entschuldigend er Zeit dass ich euch störe ich habe euch nur Allah zu empfehlen in Gottes Schutz er gebe euch einen langen ruhigen Schlaf was Gott will geschieht was er nicht will das geschieht nicht antwortete ich ihm er nickte uns hierauf freundlich zu und verließ uns ohne den Sinn meiner Antwort herausgehört zu haben ich sah durch die Zwischenräume des Flechtwerkes dass er sich mit Hilfe seines Sattels und seiner Decke in der Nähe des Herdes ein Lager bereitete und sich auf dem selben ausstreckte warum war er noch einmal zu uns gekommen wirklich aus Höflichkeit gewiss nicht wollte er etwa nur sehen wo und wie wir lagern sehr wahrscheinlich wenn dies der Fall war so hatte er eine Absicht die uns in Gefahr brachte darum gab ich ihm die Antwort deren Bedeutung er nicht erriet sollte ich Harleff sagen was ich vermutete nein das liebe gute Kerlchen bedurfte mehr als er war weniger bedroht als ich denn er lag an der Mauer während mein Platz derjenige war den ein heranschleichender Feind zuerst erreichen musste es dauerte nicht lange so verriet mir sein leiser regelmäßiger Atem dass er eingeschlafen war da schob ich mich von meiner Stelle fort um einem etwa geplanten Überfall durch meinen Angriff zuvor zu kommen da wo ich nun lag gab es in der Wand ein größeres Loch durch welches ich meine Beobachtungen leichter machen konnte zu beiden Seiten des Herdes war trockene Schilf zum Anzünden und dürres Holz zur Unterhaltung des Feuers aufgeschichtet das letztere brannte da nun nichts mehr nachgelegt wurde bald nieder ehe es ganz ausging sah ich dass Sali seine Arme aus der Decke die ihn umhüllte hervorzog und den Kopf ein wenig hebend mit scharfen Augen nach uns her blickte dieser Umstand befestigte mich in dem Verdachte den ich hegte hierauf wurde es ganz finster und ich konnte mich nur noch auf meine Ohren nicht mehr auf die Augen verlassen in Lagen wie die jenigen in der wir uns befanden vergeht die Zeit mit quälender Langsamkeit die Minuten wurden mir zu Stunden aber ich ließ nicht nach in meiner Aufmerksamkeit welche endlich endlich ganz nach Erwarten belohnt wurde denn ich hörte das wenn auch nur ganz leise zu vernehmende Geräusch welches hervorgebracht wird wenn ein Gewand ein Kleidungsstück auf dem Boden hinstreift wäre mein Gehör nicht während meines Aufenthaltes im Wilden Westen so außerordentlich geschärft worden so hätte ich jetzt sicherlich nichts wahrgenommen wie gut dass ich misstrauisch gewesen war und Verdacht gefasst hatte der Bebekurde denn dass er das war das stand nun bei mir fest fühlte sich als Vertreter der Blutrache und kam jetzt um sie auszuführen welch ein Ruhm und welch eine Ehre für ihn wenn er seinem Stamme dann die Meldung bringen konnte dass er Karab Benemsi und Hachi Halef Umar getötet habe eine solche Bluttat stand nach der Ansicht dieser Leute mit seinem geistlichen Berufe nicht im geringsten Widerspruch er glitt durch die Wandöffnung zu uns herein und wendete sich dann nach rechts wo ich erst gelegen hatte und wo Halef noch lag während ich mich jetzt links davon befand ich konnte ihn nicht sehen täuschte mich aber trotzdem nicht denn das leise streichen des Gewandes war keine Halluzination und wenn ich ja noch gezweifelt hätte so gab es jetzt ein zwar sehr kurzes aber noch deutlicheres Geräusch welches mir bewies dass ich mich in keinem Irrtum befand es war das knacken eines Gelenkes welches bei einem gut geschulten Anschleicher der eher aber nicht war unmöglich vorkommen kann dies ist wieder einmal ein Beweis wie außerordentlich schwer ein tadelloses Anschleichen ist denn an dem leisen Knacken auch nur eines Fingergelenkes kann das Leben hängen als er die Wendung nach rechts gemacht hatte folgte ich ihm auf die beiden Knie und die linke Hand gestützt denn die rechte musste ich vorsichtig tastend ausstrecken um mich mit ihm in Verbindung zu setzen ich berührte dabei die Sohle seines Schuhes den er unverzeihlicher Weise nicht ausgezogen also nicht einmal diesen hatte er abgelegt diesen Zipfel zwar festhaltend dabei aber immer nachgebend fühlte ich jede seiner Bewegungen bis er sich ganz nahe der Stelle befand wo er mich liegen glaubte bisher war er auf allen Vieren gekrochen jetzt richtete er sich kniend auf meine Zeit war gekommen ich erhob mich ebenso wie er streckte mich aus und griff mit beiden Händen zu ich erwischte ihn mit der rechten beim Oberarm und mit der linken im Genick der schreck über diese unerwartete plötzliche Berührung entriss ihm einen lauten schrei ich zog ihn vollends an mich heran und nahm ihn mit beiden Händen um den Hals und zwar so fest dass ihm nicht der geringste Widerstand möglich war die Arme sanken ihm schlaff herab und wenn ich ihn nicht in den Händen gehabt hätte wäre er niedergefallen Harlefer von dem Schrei erwacht der kleine geistes gegenwärtige Mann sprang sofort auf zog seine Pistole aus dem Gürtel wie ich an dem knacken des Hahnes hörte und rief was gibt's wer schreit da Sidi wo bist du hier antwortete ich beunruhige dich nicht hast du noch kybritat einstecken ja hier in der Tasche so eile hinaus zum Herde und mache schnell Feuer warum wo ist Sali Ben Aqil hier ich habe ihn fest er wollte uns ermorden Allah wallah hast du ihn wirklich sicher ganz sicher ja sorge dich nicht aber Licht müssen wir haben gleich gleich ich eile es soll im Augenblicke hell werden ermorden uns dieser Schurke wir schicken ihn dafür in die Hölle Feuer aber bekommt er von mir hundert Peitschniebe dahin gerade dahin wo sie ihm am wenigsten gefallen während er diese Worte des Zornes ausstieß eilte er hinaus zum Herde Sali bewegte sich unter mir und griff nach meinen Händen ich schlug ihm also die Faust an den Kopf dass er die Besinnung verlor da flammte draußen das brennende Schilf auf und warf seinen Schein durch die vielen Ritzen des Flechtwerkes gerade vor mir sah ich das Messer des Kurden liegen er hatte uns also erstechen wollen ich hob es auf schob es an meinen Gürtel und schleifte dann den bewusstlosen hinaus an den Herd wo inzwischen auch das Holz zum Brennen gekommen war während wir dort dem ertappten die Füße zusammen und die Hände auf den Rücken banden erkundigte sich Halef aber Sidi wie war es möglich dass dieser Mensch uns die wir doch seine Gäste waren nach dem Leben trachten konnte ich vermute dass er ein Kurde ist und zum Stamme der Bebe gehört Maschallah Wunder Gottes ein Bebe also Blutrache und doch hat er uns bevor er sich schlafen legte dem Schutze Allahs befohlen um uns zu täuschen er wünschte uns aber auch einen langen Schlaf und hat damit höchst wahrscheinlich den Todesschlaf gemeint Jilandakno verflucht sei sein Bart als ich mich niederlegte hatte ich keine Lust außerhalb dieser Erde aufzuwachen du hast dir und mir das Leben gerettet wir sind dir also beide zum größten Dank verpflichtet wie aber ist es gekommen dass es dir möglich war die Mord zu verhüten ich bin wach geblieben denn ich ahnte was der Kerl für eine Absicht hatte und du hast mir nichts davon mitgeteilt Sidi weil dir der Schlaf so nötig war lieber Halif oh Fendi was bist du doch für ein Mann du kannst streng und stolz sein wie der Herrscher aller Herrscher an Istanbul und doch im nächsten Augenblicke auch wieder voller Milde Güte und Freundlichkeit wie das Herz eines liebenden Weibes hoffentlich aber hört deine Freundlichkeit auf wenn es sich um die Bestrafung dieses Mörders handelt du befindest dich im Irrtum wenn du ihn für einen Mörder hältst denn es ist ihm ja ich weiß ich weiß da kommt wieder bei dir zum Vorscheine was du den guten Christen nennst wer dir bloß nach dem Leben trachtet der ist ein ganz braver Mensch wer aber bei dir als Mörder gelten soll der muss dich erst zehnmal totgeschlagen und dann noch zwanzig mal totgeschossen haben und selbst dann möchte ich wetten dass du ihn noch unbestraft entkommen lass ist weil dein Ingil dir befiehlt selbst seinen Feinden Liebe zu erweisen schau da schlägt er dir Augen auf nun wollte ich ich dürfte die Peitsche nehmen und ihm 100 Piaster aufzählen aber nicht silberne sondern lederne die aus der Haut des Nilpferdes geschnitten worden sind doch wie ich dich kenne werde ich wohl darauf verzichten müssen es ist kein Blut geflossen und nach deiner Ansicht also gar nichts böses geschehen Allah Allah was seid ihr Christen doch für umklagte war er im inneren selbst ein guter Christ und die Seufzer mit denen er meine milde bejammerte noch ehe ich sie hatte zeigen können waren eigentlich nichts als ihm selbst unbewusste Aufforderungen an mich Gnade walten zu lassen Sali kam zu sich er sah uns erst als er sich gefesselt fühlte erstaunt an dann als ihm einfiel was er beabsichtigt hatte und was geschehen war stieß er einen Ruf des Schreckens aus ohne ihm aber ein Wort folgen zu lassen so lag er stumm mit zusammengekniffenen Lippen vor uns desto berete aber waren seine Blicke welche er voll Hass und Grimm auf uns richtete da fragte ich ihn willst du auch jetzt noch behaupten dass du in Damid geboren seist er antwortete nicht sogleich dann aber zischte erwüten zwischen den Zähnen hervor die List gebohrt mir die Unwahrheit zu sagen aber denke ja nicht dass ich nun aus Angst vor dir weiter lüge Allah schien dich in meine Hand gegeben zu haben ich habe mich in ihm geirrt dies ist wohl nicht das erste Mal dass du dich in Gottes Fügung irrst du bist ein Kurde ja vom Stamme der BB ja der Sheikh er war der Bruder meiner Mutter ich begreife du erfurrst hier wer wir sind und die Blutrache zwang dich das Leben von uns zu fordern ja sie zwang mich so wie sie jetzt dich zwingt mir das Leben zu nehmen ich bin ein Christ und kenne die Blutrache nicht vielleicht die Blutrache nicht aber doch die Rache auch diese nicht Gott ist der Vergelter da veränderte erstaunt an und fragte dürfen die Christen einander ungestraft nach dem Leben trachten nein ein Mensch welcher dem anderen nach dem Leben trachtet ist überhaupt kein Christ wenn er sich auch als einen solchen bezeichnet unser kitab belmuchadas befiehlt uns du sollst nicht töten und ein wirklicher wahrer Christ hält sich streng nach diesen Befehle wer aber Menschenblut vergießt wird durch die Obrigkeit bestraft welche von Gott dazu eingesetzt worden ist ein Hoffnungsstrahl blitzt über sein Gesicht als er schnell fragte so werdet ihr mich der Obrigkeit ausliefern nein seine Züge wurden sofort wieder finster und enttäuscht klangen seine Worte also werdet ihr doch selbst richten du hast mein Messer aufgehoben ich sehe es in deinem Gürtel nimm es und stoß zu ich schüttelte den Kopf und entgegnete nicht verstanden die Rache ist mir verboten dafür aber gebetet mir der christliche Glaube meinen Feind zu lieben wie mich selbst ich töte dich nicht und liefere dich auch nicht der Obrigkeit aus da glitt ein Ausdruck über seine Züge der sich nicht beschreiben lässt Erstaunen Hoffnung Zweifel Verwunderung Befürchtung das alles sprach sich darin aus bis der Hass wieder die Oberhand bekam und der Gefangene zornig herausstieß du spottest meiner ja man sagt dass es euch befohlen sei sogar euren Feinden Gutes zu erweisen aber welche Menschen wäre es möglich dies zu tun es ist eine Lüge dass euer heiliges Buch dies von euch fordert und euer Christus wäre ein Sanam Al Haywana wenn er von euch etwas verlangte was kein Mensch zu erfüllen vermag du sprichst als gewollt es aber nicht bekommen dafür schenke ich dir das deinige indem ich dies sagte nahm ich sein messer zerschnitt aber die fesseln hielt es ihm dann hin und fügte hinzu diese klinge durfte mich nicht treffen also gebe ich sie dir zurück nimm sie hin da sprang er empor seine Augen öffneten sich weit sein Mund ich möchte beinahe sagen er sperrte ihn auf und seine beiden Hände zuckten vorwärts ohne aber das messer zu ergreifen Allah jalam el gab Gott kennt das verborgene ich aber weiß nicht was ich denken soll rief er aus ist das immer noch spott oder ist es ernst es ist ernst schwöre mir das bei Allah zu Christus verbietet uns zu schwören ein Christ spricht nur die Wahrheit es bedarf keines schwores so schenkt ihr mir das Leben ja wirklich das Leben wirklich aber wenn ich nun in meiner Rache fortfahre so wird Gott uns behüten wie er uns vorhin behütet hat du sagtest dort am Tische weder Gott noch ich selbst werde mir helfen können jetzt siehst du dass er mir geholfen hat auf ihn verlasse ich mich auch ferner hin du bist frei und kannst mit deiner Rache machen was du willst da riss er mir das Messer aus der Hand traut einige Schritte zurück sah bald mich bald Harlef mit ungewissen Blicken an und sagte dann halb spöttisch halb gerührt ich danke dir Fendi ich danke dir wenn das was du jetzt gesprochen und getan hast wirklich aus deinem Herzen kam so bist du entweder plötzlich verrückt geworden oder das Christentum ist doch besser viel besser als ich gedacht habe da ich aber ein vorsichtiger Mann bin und weder dir noch deinem Glauben traue werde ich mich jetzt schnell entfernen und nicht so lange warten bis dir der verloren gegangene Verstand zurückgekehrt ist sollte er aber nicht zurückkehren so vermehre Allah euer Wohlsein um so viel wie ihr einen Verstand verloren habt er raffte seine Decke zusammen und eilte zur Tür hinaus einige Minuten später ritt er davon ohne wie wir später hörten der wirtin etwas bezahlt zu haben als der Hufschlag seines Pferdes in der stille der Nacht verklungen war machte Haleph ein teils ärgerliches und teils lustiges Gesicht und sagte da ist er hin ganz so wie ich gedacht habe ohne Strafe und ohne Hiebe und dabei glaubt er nicht einmal dass es dein ernst gewesen ist oh Sidi Sidi was muss ich alles an dir erleben du erfreust deine Feinde mit Barmherzigkeit und betrübst deine Freunde mit Wehmut über das Leder der Peitsche die sie nicht schwingen dürfen ich hätte fürs Leben gern einmal bis 100 gezählt nun aber ist mir durch deine Güte der Ort verloren gegangen auf den ich zählen wollte wenn du in dieser resoniere immerhin ich weiß doch lieber Harlev dass ich ganz nach deinem Herzen gehandelt habe früher warst auch du ein Anhänger der Tar und konntest nicht genug Blut zu sehen bekommen jetzt aber tut es dir wehe einen Wurm zu treten hohe Fendi da hast du recht sehr recht denn je größer der Wurm ist desto weher tut es mir und wenn er gar in Menschengestalt erscheint so ist der Islam mit allen Kalifen und Auslegungen vergessen und ich denke nur an dich aus dem ich doch einst einen Moslem machen wollte wenn das sofort geht wirst du mich noch dahin bringen von einem eurer Priester die heilige Mahmudija zu erbitten komm lass uns zum zweiten Mal schlafen gehen man wird uns nicht widerstören wie am ersten Mal denn dieser Salih kehrt nicht zurück er hat erfahren dass es leichter ist uns freundlich zum essen einzuladen als die gesetze der blutrache an uns auszuführen wenn er einst dem engel des todes so leicht entkommt wie er unserer vergeltung entgangen ist wird er den siebenten himmel muhammels erreichen wir warfen noch einige griffe holz in das feuer und legten uns dann wieder nieder ohne dass ein andere reitend ereignisse hinnimmt welche an anderen orten und bei anderen menschen das größte aufsehen erregen und die ganze bevölkerung in alarm setzen würden aber grad dieser gleichmut ist es auf den dabei so viel ankommt und mit dessen hilfe es gelingt gefahren zu überwinden denen man ohne ihn erliegen würde als half annahm dass wir nun nicht wieder gestört würden hatte er sich geirrt denn wir mochten noch nicht mal zwei stunden geschlafen haben als uns ein lärm erweckte welcher sich draußen erhoben hatte es war ein vielstimmiges schreien und brüllen aus welchen wir zuweilen den ruf ihr harik ihr harik heraushörten es brannte also irgendwo um orte und so wenig uns das eigentlich anging wir sprangen doch auf und rannten hinaus um unsere Hilfe und eilten der betreffenden Gegend zu denkt man sich eine feuersbrunst des nachts in einem kleinen abgelegenen städtchen deutschlands und zwar zur zeit als es noch keine feuerwehren gab so hat man einen ganz ganz kleinen begriff von dem großen wir war in den wir mit hereingerissen wurden und von den zähnen die wir vor und um uns sahen es brannte am entgegengesetzten ende des ortes kurzer zeit in einem dichten knäuel von menschen aus dem es absolut keinen kommen gab dieser knäuel wogte bald nach rechts bald nach links bald vor und oft auch wieder rückwärts jeder der einen mund hatte schrie so laut wie er nur schreien konnte aber was da brannte wo es brannte und bei wem es brannte das schien niemand zu wissen wir konnten es nicht erfahren wir die größte mühe geben nur beisammen zu bleiben in diesem gedränge dachte ich an unsere pferde die wir im eifer uns hilfsbereit zu zeigen ohne schutz und aufsicht im kahn gelassen hatten wie nun wenn ihnen etwas geschah man hatte meinen rie gesehen und bewundert und hier in dieser gegend war fast jeder mensch ein geborener pferdedieb mir wurde Angst ich teilte halve meine aber je mehr wir schoben drängten und stießen desto mehr wurden wir gedrückt und gequetscht gestoßen und geschlagen wir fühlten bald wie man sich auszudrücken pflegt unsere Knochen nicht mehr und schon gaben wir es auf unseren Willen durchzusetzen als uns plötzliche Hilfe wurde und diese Hilfe kam durch die Tulumba Tulumba was ist das natürlich das was bei einer Feuersbrunst das unumgänglich notwendigste ist nämlich die Spritze eine Spritze gab es denn in jenem kleinen abgelegenen Ort Kurdistans eine Spritze wirklich eine Spritze wird man mich unglaublich fragen ja es gab eine und was für eine oh Talumba ich hatte dich in der Türkei gesehen ich bin dir in Persien begegnet und du hast mich in Kairo sogar einmal mit dem Esel auf dem ich zufälligerweise saß umgerissen sodass der Esel auf mich und ich unter ihn zu liegen kam aber die Gestalt in welcher du mich hier in Koi erschienen bist hätte mich beinahe irre gemacht an dir und deiner wohlbekannten Körperkonstitution oder vielmehr Konstruktion Tolumba o Tolumba mir graut seitdem vor dir befandest du dich inkognito dort hattest du dich verkleidet um nicht erkannt zu werden oder war es nur Verstellung von dir mag dem sein wie ihm wolle das Kies Mett mag mich kurz und gut davor bewahren dass du mir in dieser Gestalt und dieser Weise im Leben noch einmal begegnest es sollen Menschen geben welche Zweck und Mittel Hauptsache und Nebensache Fördernis und Hindernis zu verwechseln pflegen wer das nicht vermöglich hält der mag nach Koi gehen und sich die dortige Tolumba zeigen lassen dann wird und muss er daran glauben um das zu begreifen denke man sich einen doch nein man denke sich nichts sondern man mache die Erfahrung in der Weise wie ich sie gemacht habe und wobei einem zunächst das Denken sofort und gründlich vergeht also wir beide Harlef und ich hatten vergeblich versucht aus dem harten dichten Menschen Kloß in welchem wir zwei verschwinden kleine Grieben bildeten herauszukommen diese unsere Bemühungen hatten nur den gar nicht bezweckten Erfolg gehabt dass wir immer weiter hinein und schließlich etwas auseinander gerieten Harlef war jetzt nun eine kleine Strecke hinter mir sodass sich vielleicht fünf oder sechs Personen zwischen uns befanden ich drehte mich immer fortgeschoben werdend häufig nach ihm um und konnte mich nur mit Hilfe von Gebärden mit ihm verständigen weil bei dem allgemeinen ohrenbetäubenden Gebrüll Worte nicht zu verstehen waren dieses Brüllen war so entsetzlich dass ich überzeugt war es könne unmöglich noch gesteigert werden ein Lärm in deutscher und ein Gebrüll in kurdischer Sprache das gibt übrigens einen ganz bedeutenden Unterschied gar nicht zu gedenken dass viele Schreier sich auch der türkischen arabischen und persischen Sprache bedienten plötzlich verwandelten sich diese fürchterlichen Tonwellen in die entsetzlichsten Tonwogen das Brüllen wurde zum Turben und zwar nicht allgemein sondern gerade hinter mir ich drehte mich um und bemerkte in der Menge eine eigenartige von dem steten vorwärts drängen abweichende Bewegung die ich mir nicht erklären konnte man stelle sich an ein stehendes Wasser und sehe einen Fisch der an der Oberfläche in und nach hinten dann nach rechts und links auslaufende Strahlen werfen die Köpfe der Menschenmenge hinter mir als eine solche Wasserfläche gedacht bemerkte ich ganz dieselbe nach beiden Seiten auslaufende Strahlen Bewegung konnte aber den Fisch nicht sehen welcher auch ganz so wie der erwähnte das Wasser mit seiner Schnauze hob das heißt mit anderen Worten die Menschen vor sich in die Höhe warf denn es wurden in langsam fortschreitender gerade auf mich zugerichteter Bewegung alle von der Spitze dieser Bewegung getroffenen Personen über die Köpfe der Menge empor geschleudert wer oder was war der Karpfen oder der Hecht der auf der Fläche der dicht gedrängten Menschenköpfe diese sonderbaren Wellen warf ich wusste es nicht und konnte es nicht erfahren denn ein jeder den ich fragte war mit sich selbst und seiner Rettung so sehr beschäftigt dass er keine Zeit oder Lust hatte mir Antwort zu geben der unsichtbare Fisch kam von einem geradezu sinnverwirrenden Toben menschlicher Stimmen begleitet langsam aber sicher näher fast hatte er Harlef erreicht der nicht bemerkte da hob ich beide Arme empor um eine warnende Bewegung zu machen kam aber damit zu spät denn gerade in diesem Augenblicke wurde auch der kleine Hatschi empor geschleudert er hatte sich unter einem breit und tief ästigen Hohrbaume befunden und flog so hoch dass er die Hände unwillkürlich nach Hilfe ausstreckend einen der erste ergriff und an dem selben hängen blieb natürlich brüllte er nun auch was er nur brüllen konnte ich hörte es zwar nicht aber ich sah es an seinem Munde der jetzt nicht mehr ein Mund sondern ein Maul zu nennen war und so weit aufgerissen wurde dass sich alle 32 Zähne präsentierten denn der Harlef besaß ein Gebiss und welches er beneidet werden konnte indem ich ihn beobachtete dachte ich nicht an mich da fuhr mir plötzlich etwas zwischen die beine ehe ich danach fassen und mich überzeugen konnte was es war wurde ich auch emporgehoben und erhielt einen plötzlichen kräftigen Schwung sicherlich vier Ellen hoch aus welcher Höhe ich verkehrt auf die Köpfe der Menschenmenge niederstürzte wo ich ohne den Erdboden ergriffen gestoßen gezogen geschoben und gezerrt wurde dass ich beinahe auch wie Harlef den Mund weit aufgerissen hätte um mit zu brüllen so wurde ich eine kleine Weile auf den Köpfen der Menschen liegend hin und her gerissen bis mir der Gedanke kam mich auf ungewöhnliche Weise in Sicherheit zu bringen ich war in Prärie Nordamerikas oft mit anderen Jägern mitten in die auf den Rücken des anderen gesprungen was man tut um sich das zum Fleischmachen passendste Tier auszusuchen daran dachte ich jetzt ich befreite mich von den Händen die mich gerade gepackt hielten richtete mich halb auf und turnte mich mit allen Vieren auf den Köpfen hin wobei ich gar keine Rücksicht darauf nahm wohin ich meine Hände und Füße setzte und zahlreiche Püffe und Stöße austeilte aber deren auch so viel und mehr zurück bekam als ich mir nur wünschen konnte wie dann später mein Gewand aussah kann man an sich wohl denken doch mit der Nadel in der Hand fliegt man öfters sein Gewand mein Rettungsweg war nach der Pappel gerichtet in deren Zweigen Haliff jetzt in olympischer Ruhe und Sicherheit thronte es war gar nicht 15 Minuten Verspätung bei meinem Hatschi Haliff Omar Einfuhr Einfuhr ist hier das ganz richtige Wort denn ich flog geradezu in das Gezweig hinein und musste mich fest anklammern um nicht auf der anderen Seite wieder hinaus zu fliegen Haliff schrie mir etwas zu was ich aber nicht verstand ich war von der gehabten Anstrengung fast erschöpft ich schnappte förmlich nach Atem und fühlte das Schlagen des Pulses durch den ganzen Körper als ich nach einigen tiefen Atemzügen ruhiger geworden war und mir einen festen Sitz genommen hatte fand ich Zeit den Blick unter mich zu richten und da sah ich den sonderbaren geheimnisvollen Fisch der sich stets und kräftig in das Menschenmeer hinein arbeitete und Haliff und mich mit seiner Schnauze so hoch empor geworfen hatte dieser Fisch war die Tolumba die Feuerspritze sie war jetzt an der Pappel vorüber wir beobachteten wie sie sich weiter arbeitete und konnten ihre Konstruktion erkennen ich war als ich diese Konstruktion sah zunächst ziemlich verblüfft brach aber dann in ein herzliches lachen aus welches leider in dem allgemeinen Getöse vollständig verloren ging auch Haliff lachte wie ich seinem lustig verzogenen Gesicht ausbricht muss man es mit Wasser löschen das ist jedenfalls ein guter Gedanke wenn ein Feuer ausbricht so strömen die Menschen scharenweise zusammen das ist ein Gedanke welcher jedenfalls auch viel Wahrheit für sich hat ein abendländischer Spritzenfabrikant würde den ersten Gedanken für den Hauptgedanken erklären der orientalische Meister aber aus dessen Händen die Tolumba hervorgegangen war hatte eine Logik gezeigt die Er hatte den Zeigefinger an die Nase gelegt und sich gesagt Was nützt es wenn man aus einer Tolumba Wasser in das Feuer spritzen kann und es wegen des Menschenandranges nicht möglich ist sie an den Ort zu bringen wo es brennt Er hielt also pfiffigerweise den Transport des Wasserspeiers für wichtiger als das Spritzen selbst und hat infolgedessen bei der Konstruktion das Hauptgewicht darauf gelegt die Hindernisse zu bewältigen welche der Fortbewegung der Tolumba am Wege standen Er als Erfinder hatte wahrscheinlich auch einmal von den sechs einfachen Instrumenten Hebel Rolle Rad Schiefe Ebene Keil und Schraube gehört und dabei eine besondere Vorliebe gerade für den Keil gefasst War es da ein Wunder dass ihm die geplante Tolumba in keilförmiger Gestalt im Traum erschienen war und er diesen Wink Ja er war sogar noch klüger und umsichtiger als dieser Gott gewesen denn er hatte die keilförmige Konstruktion mit einer hebelnden Bewegung versehen durch welche es ermöglicht wurde jeden der Tolumba nicht ausweichenden Menschen einfach in die Luft zu schleudern worauf es dann in dem belieben des Betreffenden stand entweder in der Luft kleben zu bleiben oder sich mit den bekannten Fallgesetzen auf Abrede zu stellen das sich unter meinen Lesern der Besitzer einer deutschen Spritzenfabrik befindet sollte es dieser Herr für zu seinem weiteren Fortkommen unbedingt notwendig halten die Konstruktion der Tolumba von Koi kennenzulernen so füge ich für ihn die Zeichnung dieser Freuerspritze bei wobei ich zugleich den Zweck verfolge meine geometrischen Talente bewundern zu lassen Zum Verständnis dieser Zeichnung diene folgendes AB ist eine Wagenachse an welcher sich in A und B zwei sehr hohe Räder drehen Auf ihr ruht das aus starkem festem Holze gefertigte Gestell CADB dessen Widerstandsfähigkeit durch den Balken CD erhöht wird Das Ganze bildet also einen zweiräderigen Wagen mit je einem langen schmalen Balkendreieck vorn und hinten die sich die Waage halten Es bedarf also gar keiner Anstrengung das hintere Dreieck zu senken und dadurch das vordere zu heben oder umgekehrt Die Mannschaft der Tolumba befindet sich im Innenraume des hinteren Dreiecks kann also mit den zu beseitigenden Inhabern des Ehrentitels Publikum nicht in direkte Karambolage kommen Diese Feuerwehrmänner es waren ihrer 20 schieben das Gestell vorwärts ohne alle Rücksicht Sie heben dabei von Zeit zu Zeit die hinteren Balken hoch wodurch sich der vordere Teil tief senkt und den im Wege stehenden an und zwischen die Beine gerät denn die Spitze geht in einen schmalen scharfen Balken aus Ziehen sie nun hinten plötzlich nieder so werden diejenigen welche von der Spritze ergriffen worden sind je nach der Gewalt des Rucks mehr oder weniger hoch die Quetschungen und Püffe denken die es gibt wenn so ein Keil in die dichte Menschenmenge hineingerammt wird auf den Gedanken eine solche Tolumba zu bauen kann man freilich auch nur kommen wenn man es mit einer kurdischen Bevölkerung zu tun und ein kurdisches Gehirn im Kopf hat Es ist selbstverständlich dass die Spritze nur höchst langsam vorwärts kommt denn es muss sehr oft angehalten werden und es kommt häufig vor dass sich das widerspenstige Publikum zur Wehre setzt geschah es doch auch im gegenwärtigen Falle dass die Talumba die Brandstätte gar nicht erreichte und das große Holzlager welches die Brandstifte angesteckt hatten vollständig eingeäschert wurde aber der umsichtige Erfinder hatte wirklich auch die Möglichkeit in Betracht gezogen dass die Spritze an dem Orte ihrer Bestimmung ankam und für diesen Fall bei Punkt E der Wagenachse einen starken Haken angebracht an welchem ein Wasserfass mit einigen Eimern hing Wenn ich seit jener Zeit nach Beispielen suche um die sozialen Verhältnisse des Orients zu illustrieren so fällt mir immer zuerst die Tulumba von Koi ein Übrigens ist dieser kurdische Ort Koi ja nicht mit der persischen Stadt gleichen Namen zu verwechseln welche in der Provinz Aserbaidschan an der Karawanenstraße von Erzerum nach Tobriz liegt und eine der schönsten persischen Städte mit gegen 30.000 Einwohnern ist Ich blieb mit Harlef auf der Silberpappel sitzen bis die Tulumba nicht mehr zu sehen war und mit ihr sich das Gedränge verzogen hatte Dann stiegen wir herunter Jetzt fühlte ich erst die Püffe und Stöße die ich bekommen hatte Auch Harlef rieb sich verschiedene Teile des Körpers und sagte dabei in seiner eigenartigen humoristischen Weise Sidi wenn das Feuer dort so brennt wie mir meine Glieder brennen so ist es nicht zu löschen zumal im Fasse der Tulumba kein Wasser war Kein Wasser weißt du das Ja denn einem von den Männern welche die Spritze schoben war der Chibuk ausgegangen und er dort aufzubewahren was er doch wohl unterlassen hätte wenn Wasser darin gewesen wäre ich musste laut auflachen ein Feuerwehrmann mit dem Chibuk und das Wasserfass als Aufbewahrungsort für Tabakspfeifen das war doch mehr als komisch Harlef lachte mit und fuhr fort der Mann der diese Tulumba erfunden hat muss den Gedanken dazu vom obersten der Scheiatin erhalten haben möge er dafür in der Hölle Braten wo es hoffentlich keine Feuerspritzen gibt die Martha Flammen auszulöschen mein Leib fühlt sich an wie eine alte Kamel Decke aus welcher der Schmutz von 100 Jahren herausgeklopft worden ist ein Glück ist dass Sarkismet so vernünftig war mir diese Horretalis hierher zu setzen die dir auch Schutz gegeben hat als du auf den Köpfen dieser Männer von Koi herum zappelt ist stach mich der Schmerz des Mitleids durch die Seele deine Haltung und deine Bewegungen waren so majestätisch wie diejenigen des Padishah von Persien wenn er Audienz erteilt und wenn mich nicht der gedank komm schnell nach dem Kahn Halef der Weg dorthin ist nun frei geworden und ich fühle eine Unruhe in mir die sich nicht weg gebieten lässt wir müssen zu den Pferden indem ich diese Worte sprach lief ich auch schon mit eiligen Schritten davon und der kleine Hatschi folgte mir indem er wegen seiner Beine die bedeutend kürzer waren als die meinigen sich beinahe Springenfort bewegte wir dachten nicht mehr an das Feuer sondern nur noch an die Pferde die wir in hilfsbereiter Menschenfreundlichkeit auf so unverantwortliche Weise ohne Aufsicht gelassen hatten es gab eine Stimme in mir welche so deutlich und bestimmt als ob ein Mensch zu mir spräche behauptete dass in Beziehung auf die Tiere etwas geschehen oder irgendetwas nicht in Ordnung sei leider sollte diese Stimme recht behalten denn als wir den Kahn erreichten in dessen Hof sich kein Mensch befand weil außer der Wirtin alle nach der Brandstätte gelaufen waren und dort in die Stube traten fanden wir dieselbe vollständig dunkel denn es brannte kein Licht und das Feuer auf dem Herde war ausgegangen ich wartete gar nicht ab bis ich die hintere Abteilung erreichte sondern rief gleich beim Eintreten mein Pferd beim Namen es war gewohnt mir stets und gleich durch ein freundlich klingendes schnauben zu antworten diese Antwort aber blieb jetzt aus und so eilte ich erschrocken hinter indem ich dem Hatschi zurief sie sind fort Harlef sie sind fort denn während sie noch da sie würde sich hören lassen Harlef lieb stehen er der sonst so wackere Mann der keine Furcht und kein sagen kannte konnte vor Schreck nicht weiter ich hörte es ihm an dass es ihm mühe machte die Worte hervor zu stoßen fort sind sie Allah muawin Gott sei unser Helfer wenn man uns die Pferde gestohlen hat so liegen wir hier wie Fische auf dem trockenen mir ist der Schreck in alle meine glieder gefahren ich hoffe dass wenigstens die deinigen davon verschont bleiben als sich die hintere Abteilung erreichte und die Hände nach den Pferden ausstreckte griff ich in die Luft meine Ahnung hatte mich also nicht betrogen und eine fast noch schlimmere Befürchtung durchzuckte mich als mir jetzt unsere Waffen einfielen wenn meine Gewehre auch fort waren so ergab das doppelten Verlust ich hatte sie ehe wir vorhin fort rannten zu Harlefs Flinte in die Gott sei Dank die Decken lagen noch da und ich fühlte unter ihnen die Gewehre zugleich hörte ich Harlef rufen sind sie fort sind sie wirklich fort die Pferde Effendi leider ja so möge der Scheiter an die Diebe braten und bis auf die Knochen verbrennen lassen dass seine brennende Großmutter keinen Bissen von ihnen genießen mag ich muss mich selbst überzeugen ob es wahr ist ich komme hinter ich komme zu dir und wenn man dann die Allah da bin ich über eine Person gestolpert welche am Boden liegt und oh Allah Allah komm her zu mir Sidi komm schnell her da liegt ein Mädchen oder ein Weib eine Frau die rund um den ganzen Körper gebunden ist und nicht reden kann weil sie einen Knebel im Munde hat das können nur die Diebe gewesen und zu behandeln hat und die es jedermann verbieten einer Sejid einen Gegenstand in den Mund zu stecken nachdem sie keinen Appetit verspürt Der kleine Kerl behielt selbst in der gegenwärtigen Lage die possierliche Ausdrucksweise bei die eine Folge seiner stetigen guten Laune war Ich folgte natürlich seiner Aufforderung ging aber zuerst nach dem Tische wo ich den Stumpf des Talglichtes welches vorhin dort gebrannt hatte noch vermutete Er war noch da und ich erhellte mit seiner und eines Zündholzes Hilfe die Stube Da sah ich die Wirtin am Boden liegen Sie war mit Bass Stricken umwickelt dass sie sich nicht rühren konnte und hatte so viel von ihrer Schürze wie nur möglich war in den Mund gestopft bekommen Als wir sie von den Fesseln und dem Knebel befreit hatten holte sie einige Male tief tief Atem und bat dann in flehendem Tone Tu mir nichts Emir Lass es nicht mich entgelten denn ich bin unschuldig völlig unschuldig daran Das glaube ich dir antwortete ich Es fällt mir gar nicht ein dir Übles zuzufügen Setz dich hierher an den Tisch und erzähle uns ausführlich was sich während unserer Abwesenheit hier zugetragen hat Ich führte sie die an allen gliedern zitterte zur Bank und zog sie auf dieselbe nieder Es dauerte trotz meines begütigenden Zuredens eine geraume Zeit ehe sie in gesammelter Weise erzählen konnte Als alle Menschen zum Feuer rannten wollte ich auch mit fort aber es fiel mir ein dass ich das Haus nicht allein lassen dürfe und also hier bleiben müsse aber ich fürchtete mich draußen und ging darum herein in diese Stube kaum befand ich mich hier so kamen viele fremde Kerls herein welche wie räuber bewaffnet waren und über mich her fielen ich wurde gebunden und dann nach euch gefragt ob Emir Karabenemsi Effendi und Hatschi Halif Omar wirklich eure Namen sein wenn ich mein Leben retten wollte so musste ich die Wahrheit sagen denn der Anführer stand mit gezücktem Messer vor mir und drohte mich zu erstechen wenn ich mich weigere ihm die richtige Antwort zu geben kannst du mir darüber zürnen dass ich mein Leben behalten wollte Emir nein du bist vollständig unschuldig sag kanntest du nicht wenigstens einen dieser Diebe denn ehe sie sich entfernten sagte mir der Anführer um euch zu ärgern und zu verhöhnen wer sie seien ah das ist mir von der größten wichtigkeit wahrscheinlich aber hat er gelogen um uns irre zu führen welchen Namen hat er genannt er hat nicht gelogen sondern er ist wirklich der für den er sich ausgab denn ich sah die tiefe schmache auf seiner rechten Wange und ich weiß dass Shir Samurek eine solche schmache besitzt die er im Kampfe mit den BB kurden erhalten hat ah Shir Samurek meinst du etwa den scheik der kurden vom kilur stamme ja der war es ifendi alle kilurs sind räuber und er ist der oberste und schlimmste aller räuber sie hatten es auf eure pferde abgesehen dein hengst biss und schlug um sich wie ein teufel als er hinaus geführt werden sollte aber sie hatten stricke mitgebracht die sie ihm um die beine warfen und so gelang es ihnen ihn hinaus zu ziehen mit dem pferd des hadschihalif omar hatten sie keine solche not sie waren voller bewunderung und entzücken über den rappen und der scheik freute sich so sehr über das gelingen des raubes dass er mir ehe ich den knebel in den mund erhielt erzählt er wie er auf den gedanken gekommen ist und ihn ausgeführt hat sich dein pferd zu holen er hat mir sogar befohlen es dir zu erzählen er meinte du solltest erfahren wie sehr du betrogen worden bist und würdest dann einsehen dass alle christen hunde dummköpfe seien schön zu dieser einsicht wird mich niemand bringen höchst wahrscheinlich aber wird im gegenteil er sehr bald erkennen dass diese verhöhnung der größte fehler war den er begehen konnte zunächst freilich wird er und sein stamm sehr stolz darauf sein das weltberühmte pferd jetzt zu besitzen doch bin ich überzeugt dass diese freude keine lange dauer hat wie hat er erfahren dass ich mich hier in hat obgleich wir ihm alle ehren der gastlichkeit erwiesen haben nein es gibt unter den bb kurden einen den alle seine feinde fürchten und alle seine freunde hassen denn sie sind nicht wirklich seine freunde sondern nennen sich nur so er ist listig wie abu hossein gewalttätig wie assad und blutdürstig wie ein parser mit dem schwarzen fälle es genügt ihm nicht bei anderen aschair in frieden leben zieht er allein hinaus um auf eigene faust zu rauben und zu stehlen er heißt akil und ist der oheim der beiden scheiks amed asad und nizaharet welche söhne des früheren scheiks gazal gaboya sind kurut alle donner entfuhr es mir da ich mich nur höchst selten einmal zu einem solchen kraft worte hinreißen lasse von diesem menschen habe ich noch nie etwas gehört und akil heißt er weißt du das gewiss ja fände ich irre mich nicht denn man spricht gerade hier in unserer gegend sehr viel von seinen taten und der gast mit dem wir hier gegessen haben nannte sich sali ben akil er leugnete zwar ein kurde zu sein doch glaubte ich ihm nicht sollte er der sohn dieses akil sein von dem du redest er ist es emir das hast du gewusst und ihn doch herein in das haus gelassen ich habe es nicht gewusst sondern es erst von shir samurek erfahren der mir befahl es dir zu sagen damit dein leib vor ärger platze das waren nämlich ganz genau die worte die er sagte gut jetzt möchte ich wissen ob die anwesenheit dieses sali ben akil mit nein der sohn hat nicht geahnt dass sein vater kurz vor ihm hier bei uns gewesen ist auch das hat mir der scheik der killur kurden erzählt und nun kommt das wichtigste was ich dir zu sagen habe weil ich es dir sagen soll die killur und die bebe stehen nämlich in blutrache miteinander welche daher stammt dass Akil vor zwei Jahren einen killur getötet hat das fordert das blut Akils oder eines verwandten von ihm denn durch eine zahlung kann es nicht friedlich ausgeglichen werden weil die killur einen preis gefordert haben der nicht zu erschwingen ist aber heute hat Akil doch geglaubt diesen hohen preis zahlen zu können und deshalb die killur aufgesucht von denen er wusste dass sie in der nähe unserer Stadt lagerten welch ein Gedanke von diesem kerl ich ahnte was du sagen willst er hat sich durch meinen rabhengst von der blutrache loskaufen wollen ja er war ohne dass wir es ahnten hier bei uns da kamt ihr er hörte wer ihr seid und sah auch eure pferde schon vorher hatte er beschlossen unser geld zu stehlen er tat es und ritt dann auf unserem pferde zu den killur um ihnen deinen hengst als blutpreis anzubieten das war allerdings mehr als mutig das war verwegen ja toll kühn von ihm wahrscheinlich hat er heute nacht das pferd stehlen oder später auf irgendeine weise in seinen besitz bringen und ihnen dann zuführen wollen aber er konnte sich doch denken dass sie ihn zunächst festhalten und dann zwingen würden ihnen zu sagen wo es zu haben ist ja emir so wie du es sagst genau so ist es geschehen sie haben ihn ergriffen und so lange geprügelt bis er gesagt hat dass er hier bei uns seid nun bekommt er den lohn für seine taten er muss den blutpreis mit dem leben bezahlen sie aber haben ihm nicht nur das gestohlene geld abgenommen sondern sind auch hierher geritten um sich dein Pferd selbst zu holen unterwegs ist ihnen auch sein sohn in die hände gefallen der nun ebenso verloren ist wie sein vater oh effendi allah hat es nicht gut mit dir und uns gemeint denn unser geld ist weg und dein rappe ist weg was die kilu an ihren händen haben das geben sie nie wieder heraus das mag eine eigentümlichkeit von ihnen sein von der sie nicht freiwillig abgehen werden aber ich habe auch gewisse eigentümlichkeiten die ich mir nicht nehmen lasse dazu gehört zum beispiel die gewohnheit dass ich wenn ich bestohlen worden bin nicht eher ruhe als bis ich das gestohlene zurückbekommen habe meinst du etwa dass du von den kilur kurden dein pferd zurückverlangen willst ja so willst du sie aufsuchen ja aber du weißt doch nicht wohin sie von ihr so müsstest du allwissend sein nur Allah ist allwissend aber er hat uns in seiner allweisheit den verstand gegeben mit dessen Hilfe man das was man nicht weiß ergründen und erfahren kann willst du dein Leben von dir werfen Effendi weißt du was es heißt die kilur zu verfolgen um den raub von ihnen zurück zu fordern ihr begebt euch dadurch in den sicheren Tod du zuerst der Tod ist nur den Kilur sicher wenn sie sich weigern uns die Pferde zurück zu geben da buckt die Frau den Oberkörper zurück und sah mich mit prüfenden blicken an wie einen wahnsinnigen vor dem man sich in acht zu nehmen hat und als es ihr nicht gelang etwas verrücktes an mir seid welche nicht nur anders glauben und anders fühlen und denken sondern auch alles anders machen als wir darum ist es vielleicht möglich dass du etwas erreichst wo ein gläubiger Moslem nichts erreichen würde du und Halef ihr beide habt viel getan was man eigentlich nicht glauben möchte denkt ihr wirklich dass es euch gelingen könne eure Pferde wiederzubekommen ja das denken wir Allah wenn die Kelur gezwungen werden können euch euer Eigentum zurück zu erstatten könnte man sie doch auch dazu anhalten uns unser Geld wieder zu geben allerdings aber kein Einwohner von Koi würde es wagen zu ihnen zu gehen um ihnen dieses ansinnen zu machen emir weißt du wohl wie höflich und gastfreundlich wir dich empfangen und behandelt haben es war eine sehr wohl begründete und erlaubte Schlauheit welche ihr diese Frage diktierte und ich ging bereitwillig auf dieselbe ein indem ich lächelnd antwortete ja ich weiß sehr wohl welche Aufmerksamkeit wir euch zu verdanken haben so sag ob euch eure Lehre vielleicht die Dankbarkeit verbietet die Dankbarkeit ist eine der hervorragendsten Tugenden des Christen oh Fendi dann bitte ich dich ein recht guter Christ zu sein und deiner Lehre zu gehorchen indem du uns wieder zu unserem Gelde verhilfst gesetzt dass ich bereit bin dir diesen Wunsch zu erfüllen wie denkst du es dir dass ich es ermöglichen kann das brauche ich dir doch wohl nicht erst zu sagen du willst doch den Kelur Kurden nach um ihnen eure Pferde wieder abzuverlangen es würde eure Mühe nicht vermehren und die Gefahr nicht vergrößern wenn ernsthaft da hast du freilich recht und ich bin auch sehr gern bereit dir diesen Dienst zu erweisen werde dies aber nicht tun können wenn du mir nicht vorher einen Gefallen erweisest so sag schnell was du verlangst wenn ich kann werde ich es sehr gern tun ich hatte einen ganz besonderen Grund in dieser Weise mit ihr zu sprechen wir mussten unsere Pferde unbedingt wiederhaben und die die uns ihre Spuren verraten welche aber erst nach Tagesanbruch zu sehen waren bis dahin hatten die Kurden jedenfalls seinen Vorsprung den wir nur mithilfe guter Pferde einholen konnten und doch waren so wertvolle Tiere hier jedenfalls weder zu kaufen noch zu borgen wenn es überhaupt welche gab ich musste um mich nach ihnen richten zu können diese Verhältnisse von der Wirtin erfahren und mich zugleich ihre Hilfe versichern falls es galt etwas zu unternehmen was sie eigentlich nicht gut heißen durfte darum antwortete ich wir müssen den Kelur nachreiten und sie einholen dazu brauchen wir Pferde denkst du dass wir hier welche kaufen können es gibt keinen Händler hier und ich kenne auch keinen Pferdebesitzer welcher den Gedanken hat ein Pferd zu verkaufen auch nicht verleihen nein das schlimm denn wenn wir keine Pferde bekommen können wir den Kelur nicht folgen und dir auch nicht zu deinem Gelde verhelfen oh Fendi wir haben noch zwei Pferde im Stalle die werde ich euch leihen sind sie gute renner nein sie sind schon fast 20 jahre alt das beste hat diese achil gestohlen und auf dem zweitbesten ist dann mein man fort so alte Tiere sind uns nichts nütze denn die Räuber haben einen großen Vorsprung den wir mit ihnen nicht einholen können du wirst also auf das schöne Geld verzichten müssen Allah Kerim Gott ist gnädig aber grad uns scheint er nicht seiner Gnade teilhaftig machen zu wollen klagt er sie gibt es denn gar keinen Menschen hier der zwei gute schnelle Pferde hat oh es gibt wohl einen aber der verkauft sie nicht und verborgt sie noch viel weniger auch dann nicht wenn er erfährt dass er deine manne damit zu seinem gelde verhilft dann erst recht nicht denn er ist ein feind von uns so wer ist denn dieser man unser Nachbar der von Kerkuk hierher gezogen ist er ist erst ein kleiner Bayjah gewesen und dann Tabach el Advijah geworden als welcher er sich viel sehr viel geld verdient hat man sagt dass er nicht ehrlich gewesen sei und deshalb Kerkuk habe verlassen müssen hier in Koi ist er der reichste Mann und tritt wie ein Pascha von drei Ross Schweifen auf er besitzt zwei teure Kamele und fünf noch teurere Pferde von denen er erst kürzlich zwei gekauft hat die noch nicht an den stall gewöhnt sind noch nicht an Garten welcher draußen vor dem Orte liegt das ist aber doch eine sehr große Unvorsichtigkeit zwei so gute Pferde da draußen so ohne alle Aufsicht stehen zu lassen ohne Aufsicht sind sie nicht denn in dem Garten steht ein Kiosk in dem er selber schläft und von zwei Dienern bewacht wird liegt dieser Garten nach derjenigen Seite der Stadt wo die Feuersbrunst entstanden ist nein das kann ich dir nur sagen wenn ich weiß dass du verschwiegen bist vielleicht kannst du dadurch dein Geld wieder bekommen Emil wenn das der Fall ist wird kein Wort über meine Lippen kommen du bist klüger viel klüger als mein Herr und Gebieter welcher nach einer ganz falschen Richtung geritten ist darum ist den Kilo das Geld in die Hände gefallen ich habe dir noch gar nicht gesagt würdet hinlaufen und eure Pferde hier ohne Wache lassen dann könnten sie sie leichter stehlen dies ist auch geschehen aber ihr werdet sie euch wiederholen und dabei auch unser Geld mitbringen nun sag mir aber auch was ich verschweigen soll ich will es dir sagen ich muss die Kilo einholen dazu brauche ich schnelle Pferde da ich sie aber weder verkauft noch verborgt bekomme muss ich sie mir ohne Erlaubnis des Besitzers leihen verstehst du mich die kurdin war nicht auf den kopf gefallen sie blinzelte mir verständlich zu nickte dabei mit dem kopfe und fragte wirst du sie ihm wieder bringen natürlich wir sind keine diebe willst du dir etwa die beiden schönen neuen Pferde des Apothekers bauken ja da kann ich dass es die schnellsten Pferde von ganz koi sind ja wenn ich nur genau wüsste wo der garten liegt sie senkte nachdenklich den kopf und sagte nach einer weile du wirst einsehen ihr fendi dass ich dir in einer solchen sache nicht behilflich sein kann aber wenn du es erlaubst werde ich dir einen guten rat geben gib ihn mir ich bitte dich darum brauchst du auch zwei sättel nein wir hatten die unsrigen den pferden abgenommen und sie dann als kopfkissen gebraucht sie liegen noch dahinten denn die killur haben sie ich weiß nicht warum nicht mit gestohlen so lasst von jetzt an einige minuten vergehen dann nehmt ihr die sättel und verlasst den kahn wenn ihr links an drei häusern vorüber seid werdet ihr eine frau sehen der ihr den sie in der hand hat an eine pforte lehnt und sich dann entfernt ihr folgt ihr nicht weiter denn diese pforte gehört zum garten in welchem sich die pferde des apothekers befinden wollt ihr diesen rat befolgen ja so sei Allah mit euch er gebe dass sie das geld wieder bringt denn wenn es mein herr und gebieter nicht zurück erhält muss er ersetzen und wird so arm wie ein bettler sein sie stand auf und ging hinaus harlev sah mich an lachte kurz und leise auf und fragte sedi willst du diese pferde wirklich borgen natürlich oder können wir anders nein auch es ist ein streich der mir außerordentlich gefällt ich mache mit vergnügen mit aber was denkst du von dieser wirtin sie ist eine sehr kluge frau klüger viel klüger als ihr man wer wird das weib sein dem wir folgen sollen sie selbst das denke ich auch der kopf des mannes gleicht oftmals einem leeren beutel im kopf der frauen aber ist stets noch ein piaster zu finden und wenn der letzte herausgenommen worden ist steckt immer noch ein aller letzter drin es ist nicht mehr lange bis zur morgen gröte wir müssen die pferde haben ehe es tag geworden ist lass uns aufbrechen nefendi wir nahmen unsere gewehre die decken und jeder einen sattel das feuer beschäftigte immer noch alle bewohner der stadt wir kamen unbemerkt hinaus und bis an das bezeichnete Haus dort stand eine tief verhüllte frau welche einen stock oder pfahl in der hand hatte es war natürlich die wir dorthin welche uns Hilfe leistete ohne später geständig sein zu wollen als sie uns kommen sah ging sie weiter und wir folgten ihr die feuersbrunst war jetzt noch so groß dass sie uns leuchtete es ging auf bald schmalen und bald breiteren wegen zwischen den häusern und hütten hin bis wir den Ort hinter uns hatten da erreichten wir einen aus dornen bestehenden langen Zaun in dessen Mitte die etwa 20 Schritte vor uns hergehende Frau stehen blieb und den Pfahl anzulehnen dann hüschte sie seitwärts fort als wir die Stelle erreichten sahen wir eine Pforte welche nicht verschlossen sondern angelehnt war höchst wahrscheinlich hatte das Feuer den Apotheker auch so schnell angezogen dass ihm der Gedanke an das Zuschließen nicht gekommen war wir gingen zunächst einige hundert Schritte weiter bis wir im freien Felde einen Steinhaufen fanden wo wir die Sättel und Gewehre niederlegten dann zur Pforte zurückgekehrt schoben wir sie auf hinter uns wieder zu und traten in den Garten der Schein des Feuers wirkte hier nicht mehr so wie vorher den noch sahen wir die Bäume den Kios und nicht weit von dem Letzteren eine Art von Verplankung nach der wir uns schlichen wir erreichten sie ungestört die Diener schienen sich ebenso wie ihr Herr entfernt zu haben die beiden Pferde standen hinter den Planken an Pfählen angebunden wahrscheinlich wusste der Apotheker nicht dass gesunde Pferde sich des Nachts zu legen pflegen der Eingang zur Verplankung war bald gefunden wir gingen hinein und banden die Pferde los Es waren zwei Grauschimmel die sich zwar erst etwas sträubten sich aber unseren Liebkosungen so zugänglich zeigten dass sie uns dann willig folgten wir brachten sie glücklich hinaus und bis zu dem Steinhaufen wo wir ihnen die Sättel auflegten jetzt waren sie unser und kein Mensch wäre imstande gewesen sie uns wieder weg zu nehmen wir hatten sie gerade zur rechten Zeit bekommen denn im haben die Pferde sagte Harlef und ich glaube die Frau hat recht gehabt diese Grauschimmel scheinen von keinem schlechten Ahnen zu stammen aber nun fragt es sich nach welcher Richtung wir uns zu wenden haben was denkst du darüber Sidi ich denke daran dass die Kelur Kurden das Feuer angelegt haben um uns und die Bewohner von Koi nach der Brandstätte zu locken werden sie dazu einen Ort gewählt haben an dem sie dann mit unseren Pferden vorüber mussten gewisslich nicht sie werden vielmehr dafür gesorgt haben dass ihr Weg nach der entgegengesetzten Richtung liegt nun in dieser entgegengesetzten Richtung befinden wir uns jetzt raten wir zehn Minuten langsam in derselben fort so wird zwar der Schein der Feuersbrunst verschwunden dafür der Morgen so hell geworden sein dass wir nach den Spuren der Diebe suchen können sind diese gefunden so verlieren wir sie sicherlich nicht wieder komm ich stieg auf und Harle folgte meinen Beispiele dabei bemerkten wir dass die Pferde Temperament besaßen und wohl seit langem keinen Reiter getragen hatten sie mussten aber gehorchen noch waren die zehn Minuten nicht vergangen so sahen wir seitwärts ein Pferd liegen die ritten hin und ich stieg ab den Kadaver zu untersuchen man hatte es in den Kopf geschossen und zwar nicht früher als in dieser Nacht denn das Blut in dem es lag war noch nicht ganz geronnen warum war es erschossen worden ich setzte meine Untersuchung fort und entdeckte sehr bald dass es nicht weiter gekonnt hatte weil ihm ein Bein zerschlagen worden war Harlef wir haben die Fährte schon rief erfreut über diesen schnellen Erfolg sie die Fußspuren hier an der Erde Fußspuren von Menschen und Fußstapfen von Pferden aber ob es die Kurden gewesen sind ganz gewiss diesen Fund haben wir meinem Rie zu verdanken wieso Effendi der Rappe verweigert wie du weißt fremden Leuten den gehorsam er ist nicht leicht vorzubringen gewesen und gar aufsitzen das hat niemand wagen dürfen sie hatten aber Eile und da mögen sie ihn gedrängt vielleicht gar misshandelt haben da hat er nach seiner Weise um sich geschlagen und diesem Pferde das Bein zerschmettert sie konnten es nicht mitnehmen sondern mussten es erschießen und hier liegen lassen ja Sidi so mag es gewesen sein die Spur ist gefunden und ich hoffe zu Allah dass wir unseren herrlichen Rieh bald wieder haben werden denkst du dass ihr Vorsprung ein sehr großer ist der Zeit nach lässt er sich genau bestimmen nämlich vom Anfang des Brandes bis jetzt die Entfernung aber können wir nicht so genau wissen sie haben sich gewiss beeilt aber wir müssen auch die Widersetzlichkeit des Rappen mit in Betracht ziehen dieses kluge Tier weiß ganz genau dass es uns entführt worden ist und wird sich auf alle Weise wehren schlägt man es dann umso schlimmer denn dann geht es erst recht nicht von der Stelle wenn es noch ein wenig heller geworden ist werde ich die Fährte genauer bestimmen können der wir nun folgen wollen ich stieg wieder in den Sattel und wir ritten weiter den Spuren nach die so deutlich waren dass wir sie gar nicht verfehlen konnten ob gleich der Tag erst zu grauen begonnen hatte und von einer eigentlichen Helle noch keine Rede war unser Weg führte uns nach Norden die Kurden hatten alle Wege sorgfältig vermieden und überhaupt wie wir aus verschiedenen Anzeichen erkannten eine für sie ganz ungewöhnliche Vorsicht entwickelt als Harlef sich darüber verwunderte erklärte ich ihm sie wissen mit wem sie es zu tun haben der Scheik hat in seinem Übermute der Wirtin alles mitgeteilt und wie er wohl auch wissen wird durch seinen Hohn unsere Tatkraft herausgefordert er muss sich sagen dass wir alles mögliche tun werden wieder zu unseren Pferden zu gelangen und ihm folgen werden da muss er sich nun nach allem was er von uns gehört hat sagen dass er Leute hinter sich hat welche eine solche Verfolgung in ganz anderer Weise betreiben als die gewöhnlichen Bewohner dieser Gegend daher die Vorsicht deren er sich in jeder Beziehung zu befleißigen scheint aber so groß sie auch ist mit unserer Erfahrung kann er sich doch nicht messen wir sind ihm wenn wir von nickte dahatschi zustimmend du hast es jenseits des großen meeres in bilat amerika gelernt wie man eine pferde zu lesen und ihr zu folgen hat und bist in dieser großen kunst nun hier mein lehrmeister gewesen wir werden zwar weil wir nur zwei personen sind etwas wagen müssen aber unsere pferde ganz gewiss wieder bekommen denn ein Ausbund von klugheit ist dieser scheik der killur nicht das hat er heute nacht bewiesen wodurch dadurch dass er unsere gewehre und die sättel nicht beachtet hat denke nur wie kostbar dein reshmer ist so ein sattel und riemen soll kann kein killur kurde haben diese kerls müssen ja geradezu mit blindheit geschlagen gewesen sein dass sie sich diesen schatz und schmuck entgehen ließen es ist aber sehr leicht zu erklären wie das geschehen konnte erstens haben sie es sehr eilig gehabt denn wir konnten wiederkommen ehe sie fort waren und da es nur auf meinen rieh abgesehen war fühlten sie sich befriedigt und nahmen sich nicht die zeit weiter zu forschen als sie ihn hatten und zweitens ist es hinter der schirmwand in unserer abteilung dunkel gewesen so dass sie in der eile die Gegenstände welche so wollte ich er sagt es ihnen jetzt wie würden sie sich darüber ärgern dass sie sich eine so reiche beute haben entgehen lassen mögen sie dafür in der hölle auf sätteln reiten müssen welche aus glühendem eisen bestehen und mit den tausend spitzigen häuten teuflischer kanafit überzogen sind die fährte führte uns über grasiges Terrain welches die Spuren deutlich erkennen ließ der aufgehenden sonne die niedergetretenen gräser hatten sich noch nicht wieder aufgerichtet aus diesem umstande der windrichtung der bodenart und anderen verhältnissen welche mit in betracht zu ziehen waren schloss ich dass sich die kurden ungefähr um einen zwei stunden ritt vor uns befanden verglich ich damit den zeitraum von jetzt an bis zurück als sie wahrscheinlich koi verlassen hatten so kam ich zu dem resultate obgleich sie sich jedenfalls sehr beeilten daran war nur ri mein rappel schuld nach dieser berechnung konnten wir sie in drei stunden ohne eine übermäßige anstrengung unserer pferde einholen und so setzten wir sie die wir bisher noch gar nicht angetrieben hatten nun in schnelleren gang harlev nahm an dass wir gleich in aktion würden treten können sobald wir die kurden erreicht haben würden dem setzte ich aber entgegen wie viel reiter glaubst du wohl dass wir vor uns haben ich verstehe das nicht so genau zu beurteilen wie du sie die zumal ihre spuren zeigen dass sie nicht ordnung gehalten haben sondern immer wir untereinander hineingeritten sind aber es müssen ihrer so ungefähr 30 sein ich schätze sie wenigstens auf 40 man das tut doch nichts 10 man mehr oder weniger das ist uns ganz gleich gültig wir nehmen ihnen doch auf alle fälle die pferde ab stellet ihr das nicht so leicht vor in diesem augenblick können sie schon 100 oder mehrere hundert zählen wieso sie die ein kurde ist doch kein namusa die sich unterwegs in der luft vermehrt erstens vermehren sich selbst die mücken nicht in der luft und zweitens musst du nur eine abteilung eines größeren lagers gebildet haben wie kommst du auf diesen gedanken indem ich die umstände in betracht ziehe nämlich akil hat die kill aufgesucht um mit ihnen zu verhandeln er hat also gewusst wo sie sich befunden haben 40 reiter aber sind eine sehr bewegliche truppe die bald hier und bald da auftaucht und von der man nicht wissen kann wo sie um eine so mobile reiterschar sondern um ein viel weniger bewegliches lager gehandelt ich denke dass du das einsehen wirst natürlich sehe ich es eine fendi aber wenn das so ist so wird die sache ganz anders als ich es mir gedacht habe ich glaubte wir könnten gleich sobald wir sie eingeholt haben unter sie hineinfahren wie zwei Kanonenkugeln in einen Ameisenhaufen so dass die Erde nach allen möglichen Seiten und Richtungen auffliegt das würden wir selbst dann nicht tun wenn es sich nur um diese 40 reite handelte was nützt uns die wiedererlangung unserer pferde wenn wir dabei erschossen werden oh nicht jede kugel trifft fendi das ist richtig aber wenn 40 kugeln auf uns abgeschossen werden so ist es doch sehr wahrscheinlich dass wenigstens zwei von ihnen treffen ich weiß dass du ein tapferer krieger bist der sich selbst vor hundert und noch mehr feinden nicht fürchtet aber die tapferkeit darf nicht in verwegenheit ausarten dem wahren wirklichen mute steht stets die vorsicht die bedacht samkeit zur seite richtig sie die sehr richtig ich weiß was du meinst du willst wieder einmal listig sein oh du bist ein held ein großer held das weiß ich ja denn ich habe es tausend mal erfahren und gesehen ich bin mit dabei gewesen dass du ganz allein und mitten in der dunkelsten nacht dem löwen bis an die märne gegangen bist ich bin dabei gewesen dass du mitten in ein lager von über tausend feindlichen und über uns ergrimmten beduinen hinein rittest und sie halb durch den donner deines gewehres und halb zwergen wie einen elefanten unter krabbelnden ameisen und hüpfenden flöhen ja das habe ich gesehen denn ich bin dabei gewesen und nicht von deiner seite gewichen das herz ist mir dabei groß und weit geworden und der stolz hat mir die brust geschwellt denn wenn wir dann als sieger heim kehrten so wurden wir empfangen von dem jubel der unsrigen von den preise der kamantchat und dem frohlocken der anfar die kleine nakara sang unser lob und die große tarabuka schlug den takt dazu die krieger beneideten uns die frauen und mädchen tanzten den reigen des entzückens um uns her und hane mein weib das beste und schönste weib der erde die duftigste und liebligste blume unter allen blumen der wiesen felder und den einzigen gedanken ihres herzens den besitzer ihrer seele und den sonnenschein ihres glückes der gute harle liebte hane sein weib mit einer seltenen innigkeit jetzt da er an sie dachte ließ er eine pause der rührung folgen er sprach sehr gern von unseren erlebnissen und wenn er es tat so geschah es in jener orientalischen weise welche die ausschmückung wenn nicht die übertreibung natürlich sich selbst auch mit und war dafür besorgt dass von dem lobe welches er mir erwies ein wohlgemessener anteil auf ihn fallen musste ich gönnte ihm das gern denn er war trotz der kleinheit seiner gestalt von einer furchtlosigkeit der ich den kein mensch besiegen kann aber noch schöner fast und viel lustiger war es wenn du die waffen stecken ließ ist und dich der list bedient ist was ist die klugheit von tausend kurden oder perser gegen uns wenn wir einmal den entschluss gefasst haben sie mit den pistolen des geistes den flinten der list und den messern der verschlagen zu besiegen es mögen die gescheitesten männer des sultan reiches kommen wir überlisten sie doch alle und machen ihnen eine nase die von hier bis hinüber nach mekka und dann wieder zurück bis nach teheran und isfahan reicht so schlimm ist es doch wohl nicht lieber harlef warf ich ein schlimm nicht dir fendi aber großartig denke nur zurück was wir durch schlauheit schon alles erreicht haben was kein mensch für möglich hielt und was wir mit 100 kanonen nicht erreicht hätten das haben wir nur durch listige streiche fertig gebracht wenn wir dem tode so nahe standen dass ich seinen kalten hauch schon bis auf die knochen fühlte und keine verwegenheit uns retten konnte dann dachtest du dir einen kniff aus der uns aus den wassern der hoffnungslosigkeit nach dem ufer der Erlösung uns vollständig hintergangen und betrogen zu haben wie oft wurden uns verderbliche schlinge mit einer geschicklichkeit gelegt die selbst dich und mich in erstaunen versetzte aber wir waren dann doch noch feiner und lachten hinterher über die die sich über uns ärgern mussten wie viele male haben wir den vögeln geglichen deren Beine in der Schlinge stecken und nach denen sich schon die tödliche Hand ausstreckt um ihn in den Hals umzudrehen aber deine List hat den Knoten stets noch zur rechten Zeit zu lösen vermocht und wenn die Hand zuschnappte sind wir mit dem Naga El Mascara davongeflogen Gezwitscher des Gespöttes das war gut ich musste lachen da sah er mich fast zornig von der Seite an und fragte in scharfem tone was gibt es da das Hals umdrehen nicht aber das Zwitschern spotte nicht ich weiß gar wohl dass Allah weder dir noch mir anstatt des Mundes einen Sperlings oder Finkenschnabel verliehen hat und wenn ich mich im Gespräche mit dir der höheren bilderreichen Kunst der Rede bediene so tue ich das aus Achtung vor deiner Gelehrsamkeit die es nicht verdient von dir verlacht zu werden du bist Deinen Freund und Diener über die leeren Köpfe anderer sterblicher erheben und dir den Beweis geben sollten dass es Allah außerordentlich gut mit dir gemeint hat als er es so fügte dass du mich kennen lernt ist der kleine Hatschi fühlte sich sehr leicht beleidigt selbst auch von mir in solchen Fällen pflegte ich zu schweigen denn sein Zorn verrauchte ebenso schnell wie er gekommen war und sein gutes Herz und seine Anhänglichkeit machten es ihm unmöglich mir etwas nachzutragen so auch hier als eine Weile verging ohne dass ich sprach überflog er mein Gesicht mit einem prüfenden Blicke und fragte in besorgtem Tone was ist mit dir Sidi du redest nicht und wir befanden uns doch so schön im Flusse des Gesprächs habe ich erheben über dich das habe ich nicht gemeint davon habe ich nicht gesprochen denn all die Vorzüge welche ich besitze hast erst du doch in mir ausgebildet drum preise und danke ich Allah täglich in allen fünf gebeten dafür dass er mich damals mit dir zusammen führte als wir uns mitten in der Wüste kennen lernten willst du nun wieder gut mit mir sein ich bin gar bis dahin wo sie am tiefsten in meinem inneren liegt es kommt sehr selten aber doch zu weilen vor dass du unzufrieden mit mir bist dann fahren mir zehntausende babis durch mein gemüt und es ist mir als ob im mittelpunkte der liebe die ich zu dir fühle hunderttausend kipritat frangija brennen ich habe da nicht eher Ruhe als bis dein Mund wieder lächelt und dein Auge wieder freundlich geworden ist das mit den stecknadeln und zündhölzern war wieder gut ich hütete mich aber mein lachen von vorhin zu wiederholen wir sind übrigens fuhr er fort ganz von dem abgekommen was wir vorhin sprachen du meintest dass wir nicht gewalt sondern list gegen diese kurden anwenden wollen hast du dir den streich den wir ihnen Feldherr muss stets schon vorher wissen welch einen Plan er auszuführen hat ich bin kein Feldherr aber wenn ich einer wäre würde ich nicht eher einen Plan entwerfen als bis ich den Feind und alle Verhältnisse die ihn und seine Absichten betreffen kennengelernt hätte wenn du ein Pferd kaufen willst kannst du da ehe du es gesehen hast im voraus sagen wie du es behandeln wirst nein ebenso wenig können wir jetzt schon bestimmen in welcher Weise wir gegen die Killur vorgehen werden lass uns übrigens das Gespräch abbrechen denn ich finde dass die Fährte nun unsere ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt hatten die Kurden bisher alle gangbaren Wege vermieden so gab es jetzt keine Wege mehr denen sie sich hätten fernhalten müssen wir waren erst über grasige Flächen dann durch lichten Wald gekommen und ritten jetzt eine nackte weit ausgedehnte und schräg ansteigende Felsentafel hinan auf welcher die Pferdehufe keine Stopfen hatten hinterlassen können ich hatte mich nur an kleine winzige Zeichen zu halten leise Schürfungen oder Kratzungen die einem weniger geübten Auge sicherlich entgangen wären dass die Kurden den gangbaren Wegen ausgewichen waren sollte jedenfalls eine Vorsichtsmaßregel von ihnen heißen war aber gar nicht geeignet der Klugheit ihres Anführers von mir eine gute Zensur zu erwirken Ein harter festgetretener Weg nimmt die Spure nicht so auf wie der weiche Grasboden und wenn ich der verfolgte gewesen wäre so hätte ich gerade die Wege gewählt um von dem einen in den anderen einbiegend und also verschiedene oder gar ganz entgegengesetzte Richtungen einschlagend den Verfolger von mir abzubringen Schir Samurek hatte pfiffig sein wollen war aber gerade das Gegenteil von klug sahen wir eine weite Heidestrecke vor uns liegen deren Ende aber nicht ersehen werden konnte weil sie mit zwar einzeln stehenden doch in ihrer Gesamtheit die fernsicht hinter den Kiefern bestanden war von hier aus gingen die Spuren auseinander sie führten nach allen Richtungen natürlich nur nicht rückwärts in die Heide hinein Allah Allah rief Harlev aus das ist ein sehr böser streich den die Kurden uns dar gespielt haben ein sehr böser wieso fragte ich siehst du denn nicht dass sie sich getrennt haben um uns irre zu führen dieser schier Samurek ist doch nicht ganz so dumm wie er uns bisher vorgekommen ist er ist im Gegenteil noch viel dümmer als ich gedacht habe wirklich Sidi ich bitte dich mir das zu erklären das liegt doch denkst du etwa dass die Kurden sich hier für immer voneinander getrennt haben Halef nein es ist nur eine Finte von ihnen die ihnen aber gar nichts nützt denn ihr Anführer hat jedenfalls den Punkt bestimmt an welchem sie alle wieder zusammentreffen ah jetzt verstehe ich dich da brauchen wir ja nur einer dieser Pferden zu folgen um den Punkt auch zu erreichen von welchem du gesprochen sie verfallen zu sein wir wählen uns diejenige Pferde aus welche am stärksten ist die also von der zahlreichsten Abteilung stammt und schau hier da ist der Heideboden aufgewühlt das ganze Schollen umher geflogen sind es hat sich eines der Pferde geweigert weiter zu gehen und ich müsste mich sehr irren wenn das nicht mein Rih gewesen wäre diese Pferde und keine anderen folgen wir komm wir gaben unseren Pferden die Sporen und galoppierten auf den erwähnten Spuren hin denn die weit auseinander stehenden Kiefern hinderten uns nicht ein so schnelles Tempo einzuhalten unsere Grauschimmel waren jung der Apotheker vielleicht kein guter Reiter hatte sie zwar ziemlich aus der Schule kommen lassen unter uns aber fanden sie sich leicht zurück und ich wurde zu meiner Genugtuung überzeugt dass wir zu unserem Zwecke gar keine geeigneteren Tiere hätten bekommen können als wir eine Viertelstunde sofort geritten waren senkte sich die Höhe wieder in welchem nur Ginsterbüsche und andere anspruchslose holzige Schmetterlingsblütler ihr Leben fristeten in diesem Sande war die Fährte so deutlich zu sehen wie wir nur wünschen konnten und als wir dem Tale und seinen Windungen vielleicht eine kleine halbe Stunde gefolgt waren sah ich eine Spur von links herab kommen und sich mit derjenigen welche wir folgten vereinigen dann stieß eine zweite dritte aneinander gegangen waren sich alle wieder vereinigt hatten Sidi du hast recht gehabt sagte Halef jetzt sind die Kurden wieder beisammen und der Kniff ihres Anführers hat uns nicht eine Minute aufhalten können sobald wir ihn gefangen genommen haben werde ich ihm sagen dass er wenn er in der Einbildung lebt sich mit dir messen zu können einer alten dicken heiseren Butter gleicht welche sich erfrecht fast hatte ich wieder gelacht und zwar nicht etwa über den Vergleich zwischen Ente und Nachtigall sondern über die Sicherheit und Selbstverständlichkeit mit welcher er annahm dass wir den Scheik festnehmen würden wir zwei fremde einzelne Männer den mächtigen Befehlshaber der Kelur Kurden der auf alle Fälle mehr als die 40 Krieger befehligte die ihn zum Raube meines Pferdes nach Koi begleitet hatten aber so war der kleine kühne Kerl nun einmal wir hatten bei unseren Reisen und fast allen unseren Erlebnissen so viel Glück gehabt dass er verwöhnt worden war und es für uns ganz ausgeschlossen hielt dass uns einmal etwas misslingen konnte ja er hatte sich sogar angewöhnt seine Ansprüche an das Glück viel viel höher zu spannen als zum gelingen unserer jeweiligen Absichten nötig war so sprach nehmen und er stand bei ihm überall in Zweifel erhaben dass dies auch wirklich geschehen werde es fiel mir gar nicht ein sein Selbstvertrauen herabzustimmen denn gerade diese seine Zuversichtlichkeit war es die ihn zu einem brauchbaren Gefährten in jeder Not und Gefahr gemacht hatte ich nickte also halb zustimmend und antwortete wenn wir unseren Zweck auf keine andere Weise erreichen können wird es freilich notwendig sein Schier Samurek in unsere Gewalt zu bringen dieses Mittel haben wir wenn alle anderen fehlgeschlagen wollten schon oft angewendet hat man sich des Anführers oder einer sonst hervorragenden Person versichert so kann man fordern anstatt bitten zu müssen übrigens denke ich dass wir nun sehr bald sehen werden woran wir mit dem Kielur sind lieber Halep wenn das Kiesmet bestimmt hat dass du heute ein Heldenstück spielst so wird in kurzer Zeit der Vorhang sich bewegen denkst du fragte er geschmeichelt was das Kiesmet will soll geschehen ich werde als Batal alles tun um mir deine Zufriedenheit und deinen Beifall zu erringen doch warum denkst du dass der Vorhang sich schon so bald erheben wird die Finte des Scheiks bringt mich auf diesen Gedanken warum hat er sie nicht gleich in der Gegend von Koi ausgeführt ich vermute doch dass sie es mit einem ganzen Lager und nicht nur mit einer flüchtigen Abteilung der Kilur zu tun haben den Hauptstreich uns von diesem Lager abzuhalten hat er auch wieder nicht pfiffiger weise unternommen als er in der Nähe desselben angekommen war pass auf wir werden gar nicht mehr weit zu die kurden waren dieser biegung nicht gefolgt sondern die seite des tales an welcher der winkel stieß hinauf geritten halef wollte ohne anzuhalten weiter reiten ihnen nach ich hielt ihn aber zurück und sagte halt wenn wir uns wie ich vermute in der Nähe des Lagers befinden und wenn der Scheik annimmt dass wir ihn verfolgen so steht zu erwarten dass er hier Wachen ausgestellt hat die uns entweder kurz weg putzen oder ihm unsere annäherung melden sollen wir müssen also vorsichtig sein du bleibst also hier zurück und hältst mein pferd während ich mich zu fuße weiterschleiche um die Sicherheit des weiteren weges zu erkunden du verlässt die stelle hier auf keinen fall eher als bis ich wieder komme oder dich dort von der Höhe aus zu mir rufe die ich als deckung benutzen konnte indem ich dabei die fährte der kurten im auge behielt konnte ich keine einzelne spur entdecken die von derselben abgewichen war droben gab es felsen mit fichten wald in welchem einzelne eichen eine freundliche abwechslung hervorbrachten da folgte ich der fährte wohl über eine viertel stunde lang sie blieb ungeteilt und es wich auch hier kein stapfen von ihr ab schon wollte ich nun umkehren da bemerkte ich dass der wald sich abwärts zu senken begann die fährte führte links nach einer bodenrinne rechts stieg ein feldstück wie ein halb eingefallener warturm aus den bischen auf zu diesem ging ich hin und kletterte hinauf hatte ich erwartet von da aus einen Ausblick zu gewinnen so sah ich mich welch ein bach floss der in der erwähnten rinne zu entspringen schien ziemlich weit draußen in dieser ebene befand sich vom bache durchflossen das kurdenlager oder vielmehr es hatte sich dort befunden denn ich sah beim ersten blicke dass es aufgehoben worden war es bewegte sich dort alles geschäftig ja eilig durcheinander ich sah ledige menschen und pferde ich sah Reiter lager welche bereits im sattel saßen frauen gab es nicht und andere tiere als pferde auch nicht es handelte sich also nicht um ein gewöhnliches wohnlager an welchem die frauen und herden teilnehmen sondern es hatten nur männer hier gewohnt und zwar nicht in zelten sondern unter leicht zu errichtenden zweig und blätter dächern die auf je vier pferlen ruten um einen jagdzug konnte es sich nicht handeln um einen kriegszug welcher die hiesige gegend betraf auch nicht für jetzt war mit der aufenthalt der kellur hier ein rätsel bis ich dann erfuhr dass sie einen raubzug nach jenseits der masara berge beabsichtigt hatten um die bewohner der persischen grenze zu brand schatzen es waren ganz gewiss 300 krieger beisammen welche außer ihren reitpferden im durchmesser haltenden turbane gaben diesen leuten das aussehen als ob sie kürbisse auf den köpfen trugen ich versuchte mein pferd zu entdecken was aber bei dem gedränge welches es dort gab unmöglich war halb befriedigt und halb enttäuscht kehrte ich nun zurück doch nicht ganz zu harlev ich blieb vielmehr oben auf der seite des sandtales stehen und rief ihm zu herauf zu kommen er folgte diesem rufe und erkundigte sich als er bei mir ankam und mir das pferd übergab hast du wachen entdeckt sidi nein aber wohl das lager ja welch eine unvorsichtigkeit von schier samurek er muss doch unbedingt durch wächter dafür sorgen dass wir uns seinem lager nicht so leicht und unbemerkt nähern können er hat das nicht für nötig gehalten weil das lager abgebrochen wird was abgebrochen sie wollen fort ja er scheint gleich bei seiner ankunft den befehl zum aufbruch gegeben zu haben wohin wollen sie das kann ich natürlich nicht wissen wir werden es aber erfahren denn wir folgen ihnen so lange bis wir unsere pferde wieder haben ich hoffe zu ihrem wohle dass sie noch heute geschieht denn wenn ich länger warten muss und mir die geduld vergeht so schieße ich sie alle über den haufen wenn sie pferde stehlen wollen so habe ich nichts dagegen denn der pferderaub gilt bei ihnen für eine mutige und lobenswerte tat aber wenn sie abgleich es auf der erde millionen von pferden zu stehlen gibt gerade nur nach den doch froh dass wir diese grauschimmel bekommen haben wir hätten viel schlechtere erwischen können ist das ein trost wir haben sie zwar nicht gestohlen sondern nur geliehen aber bis wir sie dem giftmischer zurückgegeben haben werde ich mich als spitzbube fühlen und daran sind diese kellur schuld mögen sie dafür in der hölle und in alle ewigkeit besitzer von pferdeherden sein die ihnen täglich bis zu dem felsen von welchem aus ich vorhin meine beobachtungen gemacht hatte banden unten unsere pferde an und stiegen hinauf um das kurdenlager zu überblicken wir waren gerade zur rechten zeit angekommen um noch zu sehen dass die kellur fortzogen sie bildeten zu zweien oder zu dreien nebeneinander reitend ein langes schmales band das sich über den grünen plan bewegte und ziehen sie hin die schurken die schufte grollte halef zornig und wir stehen hier und gucken hinter ihnen her den schnurrbart leckend wie hungrige hunde denen der lebendige braten auf vier beinen davon gelaufen ist aber wartet nur eine kleine weile dann werden wir über euch kommen wie zwei grimmige löwen über die mäuse und euch so in den rachen nehmen dass euch die rippen krachen und die arme und beine hüben und drüben abgebissen herunter fallen ich bin ein guter mensch ein seelens guter mensch ich bin so gut dass ich sogar die diebe noch für menschen halte aber ist das etwa ein grund mich selbst auch zu bestehlen gerade diese meine milde und güte sollten jeden spitzbuben abhalten sich an meinem eigentum zu vergreifen aber ihnen die pferde zu rauben fordert das nicht die doppelte die dreifache rache heraus ihr fendi schau dort schlängeln sie sich fort und zwingen unsere lieblinge mit ihnen zu laufen wer weiß was für ein stinkiger kerl nun auf dem meinigen sitzt du freilich kannst das süße gefühl der wohltuenden überzeugung haben dass der rücken deines ri von keiner kurdischen fortsetzung des menschlichen rückgrates berührt werden kann denn wer da wagen wollte diese versuchen der müsste um sie später wieder zu finden seine glieder vorher im buche des lebens verzeichnen lassen der zorn kocht in meiner seele und der grimm dampft in meinem herzen wenn ich den kerl erfahre und erwische der auf meinem pferde gesessen hat den zerschneide ich von oben herab in zwei ganz gleiche hälften sodass er niemals wieder reiten kann sondern sobald er aufgestiegen ist zu beiden seiten wieder herunter fällt bei muhammed dem propheten das werde ich tun das werde ich ganz genierlich tun es lässt sich denken dass auch ich nicht gut auf die pferderäuber zu sprechen war aber der zorn harles wirkte komisch auf mich und seine ausdrucksweise war so drollig dass ich mir wieder einmal mühe geben musste das lachen zu verbeißen und im arabischen war seine rede noch bedeutend wirkungsvoller als ich sie hier im deutschen wiedergeben kann und dabei hatte er nicht einmal eine ahnung dass mir das lachen näher stand als das resonieren neben seinen vielen guten ja vortrefflichen eigenschaften war es nicht zum geringsten auch diese seine drollerie die ihn mir so lieb einen tieferen eindruck machen als gewöhnliche dutzend menschen das nächste was wir zu tun hatten war natürlich den lagerplatz der kurden zu untersuchen das konnten wir aber nicht eher vornehmen als bis die kilua jenseits des horizontes verschwunden waren die linie welche sie eingeschlagen hatten lag gegen südost wenn wir ihnen folgten mussten wir also wieder nach dem zapfflusse der uns aus dem grenzgebirge herab nach koi geführt hatte wir waren also wenn wir ihn wieder erreichten die kanten eines dreiecks geritten was einen zeitverlust ergab den wir nur diesen kilur kurden zu verdanken hatten dies gab einen weiteren grund ihnen mit keinen freundlichen gesinnungen zu folgen endlich waren die letzten von ihnen im südosten verschwunden wir stiegen von dem felsen herab und wieder auf unsere pferde die wir nach der bodenrinne lenkten welche ich schon bezeichnet habe und nach der die fährte nach kilur führte die rinne war schmal und tief aber doch leidlich wegsam je weiter wir abwärts folgten desto feuchter wurde sie und bald brachen rechts und links kleine wässerchen aus den wänden die sich miteinander vereinigten und tiefer unten ganz so wie ich vermutet hatte den bach bildeten der von mir vom felsen aus gesehen worden war als wir am fuße des berges anlangten lief die rinne breit in die ebene aus und wir ritten im galoppe den bach entlang bis wir die stelle erreichten wo die kurden gelagert hatten während halif die pferde hier erst trinken und dann grasen ließ untersuchte ich sehr sorgfältig den ganzen platz in dem ich hoffte vielleicht etwas zu entdecken was unserem vorhaben förderlich sein könnte ich hatte mich aber getäuscht denn nach einem ziemlich langen forschen hatte ich weiter nichts gefunden und erfahren als dass das lager vielleicht eine woche lang benutzt worden war dies erfahren zu haben hatte für uns gar keinen wert wertvoller war der schluss den ich aus der schnellen Entfernung der kurden zog sie hatten sehr wahrscheinlich vorher nicht die absicht gehabt heute das lager zu verlassen denn ich sah dass einige der bereits erwähnten Schutzdächer erst gestern neu gedeckt worden waren was man jedenfalls unterlassen hätte wenn der heutige Aufbruch schon gestern beschlossen gewesen wäre da war gegen abend Akil hier angekommen um wegen des Blutpreises zu verhandeln zu seinem und unserem großen Schaden denn sie hatten ihn festgenommen später auch durch Zufall seinen Sohn ergriffen und dann unsere Pferde gestohlen Akil und sein Sohn Salih bin Akil befanden sich jetzt noch in ihren Händen sie waren der Blutrache also einem jedenfalls nicht leichten Tode verfallen hatten die Kilur wegen dieser beiden Gefangenen den Lagerplatz so schnell verlassen oder vielleicht weil sie dachten dass ich mit Harle viel herkommen werde vielleicht hatten beide Gründe zusammen gewirkt man braucht mich nicht für einen eingebildeten Menschen zu halten weil ich es für möglich hielt dass 300 Kurten wegen uns zwei Menschen sich aus ihrem Lager entfernt hatten im Oriente fällt es der Mücke gar nicht schwer in kurzer Zeit ein Elefant zu werden ja sie kann sogar ganz ohne ihr zutun sehr leicht zum Dickhäuter werden ich die jeder gebildete Europäer besitzt und den im Wilden Westen gesammelten Erfahrungen war es mir gelungen einigen Stämmen der Jeziree hier und da einen kleinen Dienst zu erweisen das war erzählt und von Mund zu Mund weiter getragen worden weil nun jeder Erzähler seiner Fantasie dabei freien Raum gelassen hatte war eine Sagen und Legenden Bildung entstanden durch welche mein Bild und auch Harlefs Die Legende hatte meine Kenntnisse und Geschicklichkeiten in das Ungeheure vergrößert Noch berühmter aber als ich selbst waren meine beiden Gewehre Man erzählte sich dass die Kugel meines Bärentöters durch Stahl und Mauern dringe und dass ich mit dem Zauber Gewehre nämlich dem Henry Stutzen mit 25 Schüssen in alle Ewigkeit und ohne Aufhören schießen könne ohne einmal laden zu müssen Dazu kam freilich dass ein Fehlschuss bei solchen Gewehren nicht leicht vorkommen kann und dass die indianische Art zu reiten selbst jedem Beduinen imponieren muss Ferner war ich im Anschleichen und Auskundschaften beobachtet worden und da auch in dieser Beziehung der Asiate nicht den zehnten Teil dessen leistet was der Indianer mit Leichtigkeit vollbringt so war es gar kein Wunder dass und von meiner Zauberflinte niederpaffen zu lassen wenn trotz dieser Angst Schir Samurik den Fehler begangen hatte mich durch seinen Hohn hinter sich her zu locken so war es eben ein Fehler gewesen den er jetzt wahrscheinlich bereute also war es keineswegs Überhebung von mir sondern eine ganz objektive Beurteilung der Umstände wenn ich annahm dass die Kurden wegen mir von ihr fortgezogen sein selbstverständlich mussten wir ihnen nachreiten aber das hatte nun keine große Eile weil wir uns doch erst abends an sie schleichen konnten und ihnen nicht so knall und fall folgen durften wir mussten ihnen vielmehr wenn wir nicht von ihnen entdeckt sein wollten Zeit lassen einen auch für uns vorteilhaften Raum zwischen sich und uns zu legen verschwinden konnten sie uns auf keinen Fall dafür sorgte schon ihre Pferde welche unsichtbar zu machen sie nicht die Übung und das Geschick besaßen darum ließen wir unsere Pferde fast zwei Stunden lang rasen und brachen erst dann auf als wir gerade ebenso weit vor Mittag waren also gegen 10 Uhr vormittags als die Sonne am höchsten stand befanden wir uns zwischen den Bergen wo ich in einem Walde von Balamuteichen von denen saßen da für kurze Zeit ab um einige gute Stücke davon anzubraten und mitzunehmen denn solange wir uns den Kurden von jetzt an auf den Fersen befanden und das konnte mehrere Tage dauern durften wir auf kein Wild mehr schießen weil der Schuss uns ihnen verraten konnte eigentlich war es dem Hatschi als Muhammedaner verboten Schweinefleisch zu essen aber der Umgang mit mir hatte und aller toten Kalifen riskierte als auf einen Genuss verzichtete auf den ich ihn durch Wort und Tat erst vergeblich und dann mit immer größerem Erfolge aufmerksam gemacht hatte hier bekenne ich mich leider ohne alle Reue als den Verführer einer Menschenseele nun war aber doch so viel Zeit vergangen dass wir einen größeren Vorsprung einholen mussten als erst in unserer Absicht gelegen hatte Wir folgten der Pferde darum mit größerer Eile als vorher Am Nachmittag lag die Südbiegung des kleinen Zap zu unserer Rechten hinter den steilen waldigen Höhen an deren Fuß wir uns befanden Wir ritten längs eines kleinen Flüsschens welches im Frühjahre höchst wahrscheinlich hoch angeschwollen war jetzt aber kaum so viel Wasser hatte dass es unseren Pferden bis über die Hufe reichte Es gab hier außerordentlich viel lockeres Geröll welches bei jedem Schritte unter dem Pferden wich Zahlreiche freigespülte Wurzeln wurden uns hinderlich und die vielen kurzen Krümmungen des Flussbettes ließen uns nicht von der Stelle kommen Das Scheitern muss den Kurden diesen Weg gezeigt haben klagte Harlef So ähnlich wie dieser muss der Pfad beschaffen sein der vom Tode hinab in die Verdammnis geht nur dass dieser hier nicht ab sondern aufwärts führt Auch ich begreife nicht stimmte ich bei warum die Killua gerade diese Steinrinne aufgesucht haben Ah gibt es endlich einmal etwas was du auch nicht begreifst Sidi Habe nur keine Sorge das Begreifen wird sie schon zur rechten Zeit einstellen Wo sie nur hin wollen von hier aus führt doch kein Pass über diese Bergkette Wenn ich mich nicht ganz irre haben wir zwei Berge vor uns die wir von unseren früheren Ritten her noch kennen nämlich rechts den Mikilik und links den sonderbar gestalteten Nakul Zwischen ihnen führt kein Pass hinauf Shir Samurek will also nicht über die Berge sondern sein Ziel liegt diesseits von ihnen Was aber da zu suchen hat das ist mir ein Rätsel Allah sollte hier die Gegend sein in welcher die Muschalla Al-Amwad liegt Die Muschalla Al-Amwad Von der habe ich noch nie gehört Was ist das für ein Ort Ein Ort den jeder Mensch meidet mag nun Sunnit oder Schiit Christ oder Jude sein Du weißt dass ich vorgestern im Kahn wo wir blieben mit einigen Masijila beisammen saß und mich mit ihnen unterhielt Sie waren in dieser Gegend bekannt hatten viel erlebt und erzählten davon Die schönsten und besten Gall Äpfel wachsen bei der Muschalla Al-Amwad in zu sammeln denn die Geiste der Toten gehen dort um Es ist vor mehreren hundert Jahren gewesen Da kamen Christen in das Land und bauten sich die Muschalla in den Bergen um Allah nach ihrer Weise zu verehren Sie waren gute und fleißige Leute die jedermann zu Liebe lebten Aber die Schiiten beschlossen dennoch sie von der Erde auszurotten Sie zogen hinauf umstellten die Christen bei der Muschalla und metzelten sie alle nieder Männer Greise Jünglinge Weiber Jungfrauen und Kinder Der Priester war der letzte welcher starb Noch im Niederfallen betete er für die Feinde Da rissen sie das Kreuz von der Muschalla und warfen es ins Feuer Als er das mit Brechen im Auge sah verwandelte er sein Gebet in einen Fluch den er auf sie und auf die Stätte des Todes vom Himmel her nieder rief Seitdem trifft Unheil jeden der es wagt die Muschalla aufzusuchen Dennoch waren die Masut Schilah kürzlich so verwegen hinauf zu steigen denn sie sind arm und wussten dass es da oben eine reiche Ernte gibt sie baten Allah sie zu beschützen und machten sich auf den Weg sie kamen auch glücklich hinauf und sahen die auf sie stürzen wollte da flohen sie schreiend und beten von Dannen und dankten dann unten wieder angekommen Allah der sie errettet hat durch die Schnelligkeit ihrer Beine sie werden niemals wieder so toll kühn sein die Muschalla aufzusuchen das erzählten sie mir was sagst du dazu Effendi dass der Bär kein Geist sondern ein gewöhnlicher Bär gewesen ist jedermann weiß dass es wie dieser gewesen ist sind sie nicht die Angst vergrößert alles sie kann selbst einen Bären doppelt groß erscheinen lassen das sagst du weil du nicht an Geister glaubst ich bin ganz im Gegenteil fest davon überzeugt dass es Geister gibt aber Gespenster gibt es nicht die in Bärengestalt erscheinen ja du bist mutig Sidi du wärst gewiss nicht geflohen sondern dem Bären kühn entgegen gegangen doch ich ich weiß dass du alles kannst und verstehst und ich glaube dir auch jedes Wort welches aus deinem Munde kommt aber ich würde doch lieber auch nicht die Probe machen ob der Bär ein Geist oder der Geist ein Bär ist wir haben Bären miteinander erlegt weißt du drüben in den Schluchten des Balkan wo es keine Mushala Al-Amwad gibt hier aber liegt der Flucht des Priesters auf der Gegend also auch mit auf dem Bären und mit einem verfluchten Bären mag ich nichts zu tun haben gleich viel ob ein wirklicher Bär ist oder ein verkappter Geist hast du eine Ahnung in welcher Gegend die Mushala liegt die Masi Chila haben sie mir beschrieben sie liegt zwischen dem Nikul und dem Mekilik und man kommt hinauf indem man den viel gewundenen steinigen Flussbette folgt welches von sehr engen Ufern eingefasst ist und er hielt mitten in der Rede inne sah mir eine halbe Minute lang ganz betroffen in das Gesicht und fuhr dann rasch fort Allah Akbar Gott ist groß das passt ja ganz genau auf unseren Weg ja wie es scheint der Nikul und der Mekilik sind die beiden Berge welche du vorhin erwähnt also also Maschallah wir befinden uns auf dem Wege zu Moschallah Al-Amwad zur Kapelle der Toten von welcher ich dir erzählt habe das ist allerdings sehr leicht möglich aber mach den Mund wieder zu lieber Halif sonst kommt der Bär und springt hinein weit genug dazu hast du ihn offen spotte nicht auch noch Sidi warum soll mir der Mund nicht offen stehen wenn ich staune wenn ich nicht mehr staune fällt wir befinden uns auf dem Wege nach der Kapelle der Toten das scheint unser Kismet unser Fatum zu sein wenn ich nur wüsste was wir dort oben sollen das fragst du noch natürlich weißt du es denn ja nun was wir sollen das Gespenst von seinem Bärenfeld erlösen Verwegenheit oh und du spottest noch immer Effendi mir ist es aber auf dem Rücken kalt wie Eis und ich weiß wahrhaftig nicht wozu ich mich entschließen werde entschließen wie meinst du das nun wenn der Bär gelaufen kommt ob ich da fliehen oder auf ihn schießen soll ist er wirklich ein Bär und ich laufe fort so lasst du mich aus und ich habe mich bis zum Tode meiner Angst zu schämen ist er aber ein Geist und ich schieße auf ihn so geht ihm die Kugel durch den Leib ohne ihn zu verletzen und was dann aus mir werden wird das weiß nur Allah allein Halef Halef wenn du auf den Geist schießest geht ihm die Kugel durch den Leib Geist und Leib welch ein Widerspruch das ist bin ich denn so lange ganz umsonst ein Lehrer und Berater gewesen hast du nichts von mir gelernt wohnt wirklich noch der dumme Aberglaube der früheren Zeit in dir sag mir doch für wen der Priester damals gestorben ist für seinen Gott und für Was sagt der Koran von unserer heiligen Schrift gar nicht zu sprechen von dieser Schuhada Dass sie direkt vom Tode in den Himmel eingehen Verstehe mich wohl Ich spreche um dir das Verständnis zu erleichtern wie ein Moslem zu dir Sogar nach der Ansicht der Mohammedaner geht ein Schahid direkt in den Himmel ein zur Belohnung für die Leiden und Martern die er ausgestanden hat Diesen frommen Priester aber soll Gott für seinen Märtyrer Tod in den Pelz eines Bären verbannt haben Würde das nicht anstatt eines Lohnes eine fürchterliche Strafe anstatt des Himmels eine Hölle sein Er öffnete wieder den Mund und sah mich eine Weile mit weit offenen Augen an Da staunst du nun schon wieder lächelte ich Ja sieh die ich staune abermals widerstehen kann Gott ist die Gerechtigkeit sagen wir Wie würde es aber mit Gottes Gerechtigkeit in diesem Falle stehen Wenn der Bär ein Geist wäre so würde Allah nicht gerecht sein Da es aber unumstößlich und unanfechtbar feststeht dass Allah gerecht ist So 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 Nun weiter weiter So kann der Geist kein Bär und also der Bär auch kein Geist sein Gut Mag also der Bär der wirklich ein Bär ist auch in deinem Kopf ein Bär sein und bleiben Bist du nun überzeugt Halef Ja Fendi Du bist wie in allem auch in den Regeln der Mantik unüberwindlich und hast mein an diesem bären erkranktes Gehirn im Nu wieder gesund gemacht Nun mag er immer kommen Ich werde sofort und ohne mich zu besinnen auf ihn schießen Das Schießen überlass lieber mir Die kurdischen Bären sind keine abgehetzten Isabel Bären vom Hauran und vom Libanon Sie werden wenig gestört fast gar nicht gejagt und also sehr groß und alt Die Galläpfelsammler haben ja von der ungeheuren Größe dieses Exemplares gesprochen Eine Kugel aus deiner Flinte würde ihn nicht töten sondern nur zur Wut reizen Und ferner musst du bedenken dass wir es jetzt unterlassen müssen unsere Anwesenheit durch Schüsse zu verraten Übrigens kommt er jetzt noch nicht gelaufen und wird wahrscheinlich auch gar nicht gelaufen kommen Wir wissen es ja nicht einmal überhaupt einen Geist im Bärenfälle nicht mehr für möglich hältst Weder in einem Bären noch in irgendeinem anderen Fälle Effendi Ich habe eingesehen dass ein Geist in einem Fälle undenkbar ist Einen Geist kann man weder sehen noch fühlen oder greifen Wenn ich ihm das Fell abzüge was würde da wohl übrig bleiben Nichts gar nichts Wenn aber nichts im Fälle steckt so kann auch kein Geist darin gewesen sein Ganz richtig lachte ich und ebenso wenig kann es einen Bären geben der nur aus einem Fälle besteht Die Schärfe deiner Logik ist weit größer als die meinige Nun haben wir sowohl den Bären wie auch das Gespenst glücklich abgetan und was ist Harlef welcher neben mir ritt hatte meine Rede dadurch unterbrochen dass er nach meinem Zügel griff und dadurch das Pferd anhielt Ich sehe etwas dort unter den Bäumen antwortete er indem er mir mit der ausgestreckten Hand die Richtung angab Es hat sich bewegt aber was es ist ein Mensch oder ein Tier das weiß ich noch nicht Wir müssen es erfahren komm schnell hier her rüber unter die Bäume Im Schutze der Bäume angelangt stieg ich ab gab Halif mein Pferd zum Halten und sagte bleib hier und rühre dich nicht ich werde mich hinschleichen um zu sehen mit wem oder was wir es zu tun haben Nimm dich in Acht Sidi warnte er es kann der Bär sein und es ist auch möglich dass die Kurden dort stecken Keine Sorge verhalte nur dich ganz still das Messer stichfertig in der Hand schlich ich von Baum zu Baum bis ich in der näher der betreffenden Stelle anlangte da sah ich dass es kein Tier sondern ein Mensch war er stand an einer tief ästigen Buche und langte mit beiden Armen in die Höhe weshalb und wozu das konnte ich nicht erkennen er hatte das Gesicht von mir abgewendet kam mir aber trotzdem bekannt vor diese Gestalt diese schmutzstarrenden Beine die zerfranste Hose die zerrissene Jacke deren Ärmel teilweise fehlten wenn das nicht der trunkselige Wirt des Karnes von Koi war so konnte ich mich auf meine Augen niemals wieder verlassen aber was wollte er hier wie kam er so allein in diese Gegend und was tat er dort am Baume jetzt drehte er sich um erhob sich auf den und schob sich eine von dem Aste herunterhängende Schnur unter die Kehle welche er soeben oben festgebunden hatte Herrgott der Kerl wollte sich hängen um Gottes Willen rief ich ihm zu indem ich hinrannte und die Schnur wegriss halt ein du willst dich ermorden er starrte mich wie abwesend an und antwortete in einem Tone als ob er sich im Traume befinde Morden nein sondern nur aufhängen das ist doch ganz dasselbe was hast du denn für einen Grund diese große ungeheure Sünde zu begehen Grund warum fragst du mich wer bist du denn sein Auge war bei diesen Fragen noch immer gedanken leer wer ich bin du kennst mich doch ich bin Karabernemsi Effendi der in Koi bei dir wohnt der Klang meines Namens schien ihn zu sich zu bringen es kam Ausdruck in seinen Blick aber seine Stimme war immer noch klanglos wie vorher als er antwortete ich muss mich hängen ich muss mir das Leben nehmen denn ich bekomme mein Geld nicht wieder woher weißt du das von Chiesamurek von dem von ihm selbst hast du denn mit ihm gesprochen ja wann vor einer Stunde wo droben unter der Musala el amwad ah die Kapelle ist also doch hier lagern die Kelur dort ja ist einer von ihnen hier in der Nähe kann man uns vielleicht hören oder sehen nein ich wurde von ihnen fortgepeitscht und keiner ist ein Stück mit mir gegangen die erinnerung an die peitsche brachte ihn vollends zu sich selbst zurück er warf sich nieder legte das gesicht in die hände und fing an bitterlich zu weinen die tränen sind ein heilsames wasser wenn sie rinnen können darum ließ ich ihn weinen und störte ihn nicht sondern rief harlef herbei welcher die pferde anband und sich dann mit mir neben den wirt niedersetzte als der der selbstmord ist eine grässliche sünde weil man sie weder bereuen noch gar gut machen kann am allerwenigsten soll man seine seele um des geldes willen in die hölle senden deine piaster sind ja auch noch gar nicht verloren sie sind verloren schier samurek hat sie akil abgenommen und gibt sie nicht wieder her er muss sie hergeben ich verspreche dir dass ich ihn dazu zwingen werde da bekamen seine augen glanz er richtete sich straffer auf und fragte hastig ist das dein ernst o emir versprichst du mir das wirklich ja so sei allah preis und dank ich bin gerettet denn was der emir hat schikara ben nemsi verspricht das hält er auch ob gleich schier samurek der räuber über ihn gelacht hat wann hat er gelacht bei welcher gelegenheit und kannst du dich besinnen und mir alles erzählen wie du zu ihm gekommen bist und was da alles gesprochen worden und geschehen ist wenn du es erfahren willst so werde ich es dir sagen aber genau ganz genau denn es kommt viel ja alles darauf an nimm dein gedächtnis zusammen denn an dem was du erzählst kann das leben und der tod von vielen menschen hängen und dein geld das kannst du auch nur dann zurückbekommen wenn dein bericht ganz genau und richtig ist oh emir ich weiß jetzt alles ganz genau wenn du sagst dass du mir mein geld verschaffen willst so wächst die schärfe meines gedächtnisses und ich besinne mich auf jedes wort welches ich gehört habe so sprich aber fasse dich kurz denn die zeit ist kostbar und es können gründe für uns eintreten selbst mit den einzelnen minuten geizig zu sein wo und wie bist du mit schier samurek zusammengekommen du weißt ich ritt mit unserem nesanum und einigen leuten fort um akil dem diebe das geld wieder abzujagen wir fanden seine spur nicht aber wir glaubten er müsse um in sich in sicherheit zu bringen über die persische grenze geflohen sein darum wendeten wir uns der grenze zu hörten aber an keinem orte und an keinem hause dass davon jemand gesehen worden sei so ritten wir weiter bis fast um die mittagszeit wo wir einsehen mussten dass wir auf einem falschen wege waren wir kehrten also um und wollten es nun mit der richtung nach rowandis und lahidje versuchen wir wendeten uns also nach norden immerzu nach norden bis der teufel uns den kurden in den weg führte diese umringten uns banden uns und führten uns mit sich fort bis hierher da nahm es euch wohl wunder den so vergeblich gesuchten dieb bei ihnen zu finden ja er ist bei ihnen aber nicht als freier mann sondern als gefangener sein sohn auch heute nacht werden sie beide sterben sie werden die opfer der blutrache und ihrer eigenen schlechtigkeit sein ist ihr tod eine fest beschlossene sache ja sie können ihm nicht entgehen und es ist ein schrecklicher tod den sie erleiden werden kennst du die todesart ja sie werden von den bären zerrissen und gefressen werden was für ein mensch ist dieser scheik der kilur kurden wie kommt er denn auf den gedanken sie den bären vorzuwerfen gibt es denn hier bären deren er sich zu diesen zwecke bedienen kann ja und er hat sich alles so genau ausgedacht und überlegt dass es gelingen muss er ist ja nur deshalb hierher gezogen um die beiden bb kurden den bären zu bringen seine krieger sind vor einiger Zeit droben bei der muschalla al-amward jagen gewesen und haben dort das bären lager entdeckt auf dem rückwege haben sie dann einen baum mit wilden bienen gefunden beides wird heute abend zur hinrichtung der beiden bb benutzt schon längst in zehn oder zwölf kilur fort um honig zu holen weißt du wie dasselbe verwendet werden soll vielleicht habe ich nicht alles richtig verstanden aber das bären lager befindet sich nicht weit von der muschalla die bb sollen gefesselt und mit honig bestrichen werden dann schafft man sie in das innere der muschalla von da aus bis zum bären lager sollen wabenstücke mit honig gelegt werden um die bären nach der muschalla zu locken dort werden sie die gefesselten erst ablecken und dann fressen allah allah ließ sich da harlef schaudernd hören sind diese killur menschen zu nennen sie die wollen wir die bb retten obgleich sie unsere todfeinde sind und an ihrer stelle diesen schier samurig den bären vorwerfen so war der kleine liebe brave kerl er wollte die beiden bb von dem qualvollen tode befreien obgleich akil die killur auf uns gehetzt und sein sohn und sogar noch an der letzten nacht nach dem leben getrachtet hatte er trug sich zwar äußerlich als moslem war aber innerlich ein besserer christ als hunderttausende welche sich zwar mit christi namen brüsten aber nicht eine spur von der wahren nächsten oder gar feindes lieb am herzen tragen der wirt setzte seinen bericht fort und sich erfuhr noch folgendes die killur hätten schon meinetwegen heute ihr lager verlassen der umstand dass die bb in ihre hände gefallen waren trieb sie noch rascher fort um diese sobald wie möglich dem tode entgegen zu führen es war das für die 300 kriege ein freuden ritt der keine minute aufgeschoben werden sollte jetzt lagen sie oben unterhalb der muschalla im walde und hatten gericht über die der blutrache geweihten gehalten schiesa murik hatte diesen mit den heiligsten schwüren versichert dass es für sie keine rettung gebe nach gewöhnlichem ermessen gab es allerdings keine aber salih ben akil hatte sich sonst an allem verzweifelnd an einen gedanken geklammert der ihm plötzlich gekommen war als er vernahm dass wir höchst wahrscheinlich nach unseren gestohlenen pferden suchen würden noch sind wir nicht tot hatte er gesagt wenn carabin nemsey kommt und euch findet wird er uns befreien euch seine tod feinde hatte der scheikönig gerufen er würde mich vielmehr bitten euch noch mehr zu matern als ich mir vorgenommen habe das wird er nicht denn er ist ein christ ein christ ist ein hund und ein hund riecht gern blut diese hunde welche einen menschen aus den nazira ihren gott nennen haben sich von ihm sagen lassen dass man sogar die feinde lieben soll aber sie gehorchen ihm nicht denn da sie sich untereinander bestehlen betrügen belügen und alle fremden bedrängen über vorteilen und bekriegen können sie unmöglich imstande sein diejenigen zu lieben und ihnen gutes zu erweisen die ihnen nicht bloß fremd sondern wirkliche feinde sind dieser karab benemsi würde mit vergnügen zusehen dass die bären euch zerreißen nein denn er ist ein wahrer christ und hat schon oft und vielen seiner feinde gutes erwiesen so rufe ihn doch herbei da werden wir sehen ob er in Wirklichkeit dem ja ich werde ihn rufen ich werde Allah bitten ihm den Weg hierher zu zeigen ich gebe dir einen besseren Rat karab benemsi mag als christ von unserem Allah nichts wissen du musst also zu seinem gekreuzigten beten wenn du erhöhung finden willst in dieser weise hatte er weiter gehönt und dann hinzugefügt wie wenig ich diesen christen und fürchte und ob er retten könnte sollst du gleich erfahren ich habe ihm sagen lassen dass ich der räuber seiner pferde bin und er wird uns folgen aber wenn er unsere spuren wirklich finden und es wagen sollte bis sie her zu kommen so werden die wächter welche ich nachher ausstelle ihn ergreifen und ich werfe ihn mit euch den bären vor nun bete meinetwegen zu Allah oder zu el messiah dein Gebet wird in die luft gesprochen sein dann war über die anderen gefangenen beraten worden der beschluss hatte gelautet sie sollen zusammen ein lösegeld von 20.000 piastern geben und werden so lange festgehalten bis dieses geld bezahlt worden ist der wird soll gehen und das geld holen um es nach der muschalla el amwar zu bringen bringt er es binnen drei tagen nicht oder stellt sich bei der zahlung eine hinterlist heraus so werden sie getötet kurz nachdem diese bestimmungen getroffen worden waren hatte man den wirt erst durchgepeitscht und dann fortgejagt natürlich ohne pferd er war vollständig verstört und niedergeschlagen davon gegangen ohne dass es eine hoffnung gab denn nun war nicht nur das gestohlene geld verloren sondern er sollte auch noch einen teil des lösegeldes aufbringen was ganz unmöglich war seinen Ruin vor Augen sehnt und gewiss kein Held im Glauben und Gottvertrauen hatte er zur Schnur gegriffen und war nur durch unsere Dazwischenkunft abgehalten worden sich selbst den Tod zu geben jetzt o Emir fügte er seinen Berichte hinzu hast du alles vernommen was ich dir sagen konnte was meinst du dazu hältst du es für möglich dass ich mein Geld wieder erhalte was ich meine ist zunächst dass der Raki einen bösen Geist in sich trägt mit dem man sich nicht abgeben darf der Raki wie kommst du auf den Raki weil er die Schuld an dem trägt was dir jetzt geschehen ist was hat mein Raki mit dem Häuptling der Kilur zu tun frag doch nicht zu dumm hättest du gestern nicht so viel Raki getrunken so hättest du nicht mit Akil von dem Verstecke deines Geldes gesprochen und es wäre dir nicht gestohlen worden also ist auch der Raki daran schuld dass du in die Hände Schir Samurex gefallen bist und dich jetzt aufhängen wolltest du musst zugeben dass sich der Schnaps zum Selbstmorde getrieben hat er schwieg weil er einsah dass ich die Wahrheit gesagt hatte und sich doch nicht selbst auch anklagen wollte ich fuhr fort wenn du dem Raki so ergeben bleibst wie jetzt wird er dir noch viel elend bringen er frisst deine Seele und verzerrt deinen Körper wenn du ihm aber entsagest wirst du Glück und Freude erleben und einst ohne Wanken über Esirat die Brücke des Todes zum ewigen Leben gehen bedenke dass diese Brücke nicht breit ist sondern so schmal dass Mohammed sie mit der Schärfe einer geschliffenen Säbelklingel vergleicht wie will ein Mensch dessen Seele noch nach dem Tode voller Raki ist über diese Brücke gelangen ohne von ihr hinab in die gernenden Abgründe der Hölle zu stürzen indem ich nach christlichen überhaupt europäischen Begriffen lächerlich sprach bequemte ich mich der Anschauungs und Ausdrucksweise des Mannes an die meine Warnungen galten sie verfehlten ihren Zweck auch wirklich nicht denn er antwortete schweig davon emir deine worte lassen mich schaudern du würdest in diesem Augenblick noch mehr schaudern wenn du das grauenhafte werk welches du vorhin hier an diesem baume plantest wirklich ausgeführt hättest denn jetzt wankte dein Geist mit der mordenden Lein am Halse über die Brücke des Todes der Raki würde deine Füße gleiten lassen und du stürzest hinunter in die ewig brodelnden und nie verlöschenden Flammen der Jehenna welcher du unrettbar verfallen wärst musst dein Herz nicht beben wenn du daran denkst oh emir deine Worte treib mir den Schweiß der Angst und des Entsetzens aus dem bleibe antwortete er sein Gesicht verhüllend so rate ich dir von jetzt an das Getränk zu meiden welches dich und jeden der sich dem Trunk ergibt verderben muss ich werde es tun ja her ich werde es ganz gewiss tun das ist aber doch nicht so leicht wie du vielleicht denkst wen diese Geister des Schnapses einmal ergriffen haben den wollen sie nicht loslassen den halten sie fest mit ihren Schlangen Armen es gibt einen Kampf einen schweren Kampf aber der Sieg ist dann auch umso größer und beglückender willst du diesen Kampf versuchen ich will es Emia ich verspreche dir dass ich tapfer kämpfen werde und ich nehme dein Versprechen an du wirst schon viele Betrunkene gesehen haben aber ohne sie mit den richtigen Augen zu betrachten und ohne sie in der rechten Weise zu beurteilen der Sukri ist kein Mensch mehr sondern nichts weiter als ein wandelndes Fass welches täglich vollgegossen wird bis es vom Raki ganz und gar zerfressend elend auseinander fällt auch dich hat er schon sehr angenagt und angefressen dass dein Zusammenbruch in kurzer Zeit erfolgen muss wenn du dich nicht heute mit aller Kraft zusammen raffst ich werde nicht mehr trinken hier hast du meine Hand darauf er hielt mir die Hand hin ich nahm sie jetzt noch nicht sondern sprach weiter schau den trunken bolt an wenn er sich früh vom lager erhebt sein kopf schmerzt ihm seine hände und füße zittern sein angesicht ist verstört und er sieht mit glasigen augen in die welt hinein sein weib und seine kinder haben keinen freundlichen groß für ihn weil sie verachten und weil sie wissen dass er sie nicht liebt dass ihm der schnaps höher steht als ihr glück und ihr wohlergehen freunde hat er nicht denn die bekannten die mit ihm den raki frönen sind keine freunde sondern ebenso wandelnde fässer ohne herz und ohne seele gerade wie er die verwandten bemitleiden oder hassen ihn und die nachbarn lachen alle über ihn es er vergisst die fünf gebete des tages und die feier der heiligen zeiten sein bauch ist wie mit brennendem pech gefüllt und sein magen ausgebrannt wie das gemäuer einer hütte welche die feuerst brunst verzerrte darum verlangt sein trockener schlund immer wieder und schon in der frühe nach dem getränk des teufels aber wenn er es verschlungen hat liegt es und bewegt sich wie ein junger noch blinder hund der nicht laufen kann und so oft er sich erhebt immer wieder niederfällt dabei ist die seele aus seinen augen gewichen seine lippen fallen herunter und wenn er sprechen will kommt nur ein lallen über seine zunge welches das gelächter der zuhörer erregt sein armes weib das ihn früher wohl liebte und ihm eine freundliche sie fürchtet sich sogar vor ihm denn sie ist von der Hand die eine Stütze auf dem Weg durch das Leben sein sollte geschlagen und misshandelt worden die Kinder meiden seine Nähe wenn er mit ihnen spricht so zittern oder lachen sie denn sie wissen nicht ob sie über ihn lachen oder weinen sollen das Gesinde welches ihn achten und ehren und ihm gehorchen sollte sieht seine Würde im Schmutze liegen und verhöhnt ihn so oft er seinen Rücken wendet die Mitbürger und Ehrenmänner zu denen er gehören sollte mögen nichts mehr von ihm wissen sie meiden ihn und wenn er ihnen dennoch in die Nähe kommt so wenden sie sich von ihm ab wie man zurückfährt wenn man beim pflücken der Chilek unter dem Laube den kalten Leib einer hässlichen Cara Corbaccia berührt die Obrigkeit die ihn einst wertschätzte und ihm vielleicht gar ein ehrenvolles Amt anvertraute wird vorsichtig gegen ihn sie beobachtet seine Schritte und alles was er tut denn sie weiß dass der Geist des Raki ihn nach und nach unfähig machen wird dieses Amt zu verwalten also halt ein unterbrach er mich da sprich nicht weiter alles alles was du jetzt gesagt hast passt so genau auf mich als ob du mich seit Jahren gekannt und beobachtet hättest habe ich doch erst noch in voriger Woche hören müssen dass ich in nächster Zeit nicht mehr Harachi sein werde weil es zu gewagt sei mir das einsammeln der Steuern länger anzuvertrauen darum wich die Betrunkenheit sofort von mir und der Schreck warf mich fast zur Erde als ich entdeckte dass die 10.000 Piaster verschwunden waren so gibst du also zu dass Daraki dich an den Rand des Verderbens gebracht hat ja ich fände ja so wirst du auch einsehen dass du ihn von jetzt an meiden musst wenn du nicht in dieses Verderben stürzen willst ich bin ein Christ dessen Pflicht es ist jeden strauchelnden Menschen auch wenn derselbe einen anderen glauben hat zur Besserung und zum Glück zu führen darum will ich dir jetzt obgleich du Moslem bist und dein Wohl mir eigentlich vollständig gleichgültig sein könnte die Hand zur Rettung bieten ich verspreche dir alles aufzubieten und selbst mein Leben daran zu wagen dass du das gestohlene Geld wieder bekommst dafür aber musst du mir heilig versprechen dass du von jetzt an den Raki meiden willst da sprang er auf und rief vor Freude fast überlaut gar nicht daran denken dass er durch seine Stimme unsere Anwesenheit verraten könne ich werde ihn meiden ja ich werde ihn meiden das verspreche ich dir nicht so laut ich glaube dass du dieses versprechen gerne gibst aber du denkst in diesem Augenblicke nicht daran wie schwer es zu halten ist nimm dir nicht vor von heute an gar keinen Raki mehr zu verfallen trinke von heute an nur noch die Hälfte von dem was du bisher täglich getrunken hast nach einem monate nur das viertel nach drei monaten nur den achten teil und so alle drei monate halb so viel wie vorher bis du so weit gekommen bist dass du täglich nur so viel genieß ist wie du mit drei kleinen Schlucken nehmen kannst diese drei Schlucke darfst du und ein ganz glücklicher Mann zu sein der sich dereinst ohne Strauchel in der Brücke des Todes getrost anvertrauen kann so meide auch diese drei Schlucke und trinke nichts aber auch gar nichts mehr was sich betrunken machen kann denn muhammed dein prophet hat gesagt kulu muskür den haram alles was trunken macht sei verboten sei verflucht da streckte er mir die Hand wieder hin ja beide Hände zugleich und sagte ich höre dass du von mir nicht mehr verlangst als was ein schwacher mensch zu leisten vermag ich werde deinem gebote und dem gebote muhammeds folge leisten und Allah wird mir die kraft geben wieder ein guter mensch zu werden und mein weib und meine kinder glücklich zu machen ich habe dann das verlorene vertrauen und die verschwundene Achtung zurück erlangt und so werde ich Dankbarkeit deiner Gedenken und es vor allen Leuten bekennen dass die Liebe welche die Menschen untereinander haben soll wenn nicht bei uns Muslimin so doch desto sicherer bei euch Christen zu finden ist ich habe dir vorhin meine Hände vergeblich angeboten willst du sie nun jetzt ergreifen ich schwöre dir bei keinen schwur unterbrach ich ihn ich bin ein Mensch also auch nur Gottes Geschöpf gerade so wie du und darf keinen Schwur von dir fordern welche an den Namen des Allmächtigen und Allwissenden gebunden ist gib mir nur dein Versprechen gut ich verspreche dir bei meiner Seele bei den Geister meiner Väter und bei den unberührten Bärten des Propheten und seiner Nachfolger dass mich von jetzt an niemand mehr betrunken sehen soll Allah hat es gehört er wird es auch sehen dass ich mein Wort halten werde hier nimm zur Bekräftigung dessen was ich gesagt habe meine Hände ich folgte seiner Aufforderung Harlev der ganz gerührt über diesen Erfolg war gab ihm auch die Hand und sagte Allah sei mit dir du Sohn der Trunkenheit der sich von dieser seiner schlimmen Gose abscheiden lassen will wirf sie getrost zum Hause hinaus und lasse ja nicht wieder herein auch wenn sie nicht durch die Türe kommen sondern durch das Fenster steigen will denn sie ist schlau ungeheuer schlau sage ich dir wie alle Weiber sind welche man hinausgeworfen hat und die doch gern wieder hereinkommen möchten und wenn du dereinst ein nüchterner Mann geworden bist und wir deinen Kahn wieder besuchen so wird dann auch die Tiefe des Morastes in welcher man jetzt des Schlammes liegen sieht wie eine große Dab Sakran welche den Auswurf deiner Landwirtschaft für das Ruhrbett der Königin von Sheba hält wasche also auch deinen Körper wenn du deine Seele gereinigt hast denn wer das Wasser der Seife scheut und dessen Gliedern sind alle Löcher der Haut verstopft und er wird auch wenn er nicht mehr trunken ist an den Folgen der Djerab und Hatschi nicht im geringsten beleidigt er antwortete du hast recht oh Hatschi Halif Oma früher als ich den Raki noch nicht liebte waren mein Haus und mein Hof so blank und freundlich wie das Angesicht einer Braut welche die Wonde des Bräutigams und die Erwählte seines Herzens ist aber was sehe ich jetzt ich habe noch gar keine Zeit gefunden eure Pferde zu beachten antwortete ich welch ein großes Wunder dass er sie euch geborgt hat er hat sie uns nicht geborgt sondern wir haben sie uns ohne sein Wissen aus seinem Garten geholt wir mussten so schnell hinter den Kelur her dass wir keine Zeit mit Fragen Bitten und Verhandlungen verlieren durften er wird sehr erschrocken sein als er bemerkte dass sie fehlten und umso mehr wird er sich freuen wenn du sie ihm wieder bringst ich ich soll sie wieder bringen ja du steigst jetzt in den Sattel und reitest heim mit Wonne Emir mit großer Wonne ich werde froh sein wenn ich aus der Nähe dieser Räuber bin aber dann habt ihr ja keine Pferde mehr sorge dich nicht um uns wir werden nicht eher von hier fort gehen als bis wir den Klur unsere beiden Pferde wieder abgenommen haben aber das ist gefährlich außerordentlich gefährlich noch gefährlicher ist es ihnen deine zehntausend Piaster wieder zu entreißen was wie ich hoffe uns doch gelingen wird wenn alles glückt sind wir morgen abend in koi und bringen dir das geld siehst du uns bis über morgen abend nicht oder bekommst du bis dahin keine Nachricht von mir so sind wir tot das so ich möge Allah verhüten denn es hängt ja auch mein Glück davon ab dass ich euch gesund und wohl wieder sehe ich wollte dich nicht ängstigen doch muss der Mensch an alle Fälle denken ich glaube dir alle Hoffnung mitgeben zu können dass unser Abenteuer einen guten Ausgang nimmt wir sind nicht unerfahren in solchen Sachen und brauchen jetzt nur noch zu erfahren wie der ist es dir möglich ihn mir zu beschreiben ja dieses Wasserbett führt jetzt steiler an als bisher da wo es sich teilt folgt ihr dem arme rechts der auch viele Windungen macht und immer schmaler wird bis ihr auf eine kleine ebene Wiese kommt die auf drei Seiten vom Walde umgeben ist auf der vierten Seite steigt ein Fels fast senkrecht auf von welchem die Quelle herunterstürzt in dem sie einen schmalen Schellal bildet da seht ihr oben die Muschallel Amwad stehen in welcher die Geister wohnen und in der heute in der Nacht Akil und sein Sohn von den Bären gefressen werden sollen hinter der Kapelle und etwas höher noch als sie ist einst eine Steinwand eingestürzt die nun ganz wirre in vielen Trümmern liegt in denen sich das Lager der Bären befindet Bären Ja Die Paarungszeit ist längst vorüber und wenn die Bären geworfen hat leidet sie den Bären nicht mehr bei sich weil er kein guter Vater ist sondern die lieblose Neigung hat seine Kinder zu verzehren Ich bin also dieser langen Zeit immer gewachsen und dadurch so groß geworden ist dass er einen Menschen zweimal überragt Es ist der Geist des Priesters dieser Christen und sein Fell soll wegen dieses hohen Alters die Weiße des Schnees besitzen Sein Magen muss so groß sein dass Akil und sein Sohn in kurzer Zeit darin verschwinden werden Effendi wenn du dich nicht auch vor den Kilo fürchtest so Nimm dich wenigstens vor diesem Ungetüm in Acht Mein Herz hegt den Wunsch dich in Koi wieder zu sehen was aber nicht geschehen kann wenn er dich zu den 2 BB auch mit hinunters schlingt